Joy Fielding, Lauf, Jane Lauf An einem Nachmittag im Frühsommer ging Jane Whittaker zum Einkaufen und vergaß, wer sie war. Sie stand an der Ecke Cambridge und Bowdoin Street mitten in Boston und wurde sich plötzlich ohne jede Vorwarnung bewusst, dass sie zwar genau wusste, wo sie war, aber keine Ahnung hatte, wer sie war. Sie wusste, dass sie auf dem Weg ins Lebensmittelgeschäft war, um Milch und Eier zu besorgen. Die brauchte sie für den Schokoladenkuchen, den sie backen wollte. Warum sie ihn hatte backen wollen und für wen, konnte sie aber nicht sagen. Sie wusste genau, wie viel Gramm Schokoladenpulver das Rezept vorschrieb, aber ihr eigener Name fiel ihr nicht mehr ein. Sie konnte sich auch nicht erinnern, ob sie verheiratet oder alleinstehend, verwitwet oder geschieden, kinderlos oder Mutter von Zwillingen war. Sie wusste weder ihre Größe, noch ihr Gewicht, noch ihre Augenfarbe. Sie wusste ihren Geburtstag nicht und nicht ihr Alter. Sie konnte die Farben der Blätter an den Bäumen benennen, aber sie konnte sich nicht erinnern, ob sie blond oder brünett war. Sie wusste, wohin sie wollte, aber sie hatte keine Ahnung, woher sie kam. Der Verkehrsstrom in der Bowdoin Street floss langsamer und kam zum Stillstand. Rechts und links lösten sich Menschen von ihrer Seite wie von einem Magneten zur anderen Straßenseite hinübergezogen. Sie stand allein wie festgewachsen, nicht imstande, einen Schritt zu tun, kaum fähig zu atmen. Vorsichtig, bewusst langsam, den Kopf im Kragen ihres Trenchcoats versteckt, blickte sie verstohlen erst über die eine, dann über die andere Schulter. »Bleib ruhig«, flüsterte sie sich zu. »Einiges weißt du. Du weißt sogar eine ganze Menge. Überleg mal«, ermahnte sie sich lauter und sah sich sofort hastig um, aus Angst, jemand könnte sie gehört haben. Einen Fuß zaghaft vor den anderen setzend, als warte sie durch unbekannte und möglicherweise gefährliche Gewässer, ging sie die Bowdoin Street hinunter. Sie merkte, wie ihr die Knie weich wurden und dirigierte sich zu einer Bank, auf der sie sich niedersinken ließ. »Keine Panik«, wiederholte sie mehrmals laut, sprach die Worte wie ein Mantra vor sich hin, da sie wusste, dass niemand nahe genug war, sie zu hören. Dann begann sie eine lautlose Rekapitulation aller ihr bekannten, wenn auch größtenteils unwichtigen Fakten. Es war Montag, der 18. Juni 1990. Die Temperatur für die Jahreszeit ungewöhnlich kühl lag bei 68 Grad Fahrenheit. 32 Grad Fahrenheit war der Gefrierpunkt von Wasser. Bei 100 Grad Celsius konnte man ein Ei kochen. Die Quadratwurzel aus 365 war, sie wusste es nicht, aber irgendetwas sagte ihr, dass das ganz in Ordnung war. Sie hatte es nie gewusst. »Keine Panik«, hörte sie sich sagen, während sie die Falten aus ihrem beigefarbenen Mantelstrich und schlanke Oberschenkel unter ihren Händen fühlte. Die Tatsache, dass sie ein wahrer Quell an nutzlosen Informationen war, beruhigte sie. Wenn ein Mensch solches Wissen behalten konnte, dann musste er sich irgendwann auch seines eigenen Namens erinnern können. Sie würde sich erinnern. Es war lediglich eine Frage der Zeit. Sie blickte auf ihre Hände. Ein Ring am Finger würde ihr wenigstens verraten, ob sie verheiratet war. Aber ihre Hände waren schmucklos. Wenn auch am Ringfinger ihrer Linken eine dünne Linie zu erkennen war, vielleicht ein Zeichen, dass dort früher ein Ring gesessen hatte. Sie musterte die Stelle genau, aber es ließ sich nicht mit Sicherheit feststellen. Ihr fiel auf, dass der dezente korallenrote Nagellack stellenweise abgeblättert und ihre Fingernägel bis zum Fleisch hinunter abgenagt waren. Zwei Frauen kamen vorüber, eingehakt, große Handtaschen baumelten an ihrer Seite. »Meine Handtasche«, dachte sie voller Erleichterung und tastete nach einem Riemen über der Schulter. Die Handtasche würde ihr alle Fragen beantworten. In ihrer Handtasche steckten alle Geheimnisse ihres Lebens. Sie brauchte sie nur zu öffnen. Sie brauchte sie nur zu finden. Mit einem Ruck straffte sie die Schultern, sprang auf. Sie bog in die Mount Vernon Street ab, dann in die Sedda Street, immer in der Hoffnung, dass irgendetwas ihrem Gehirn ein Startsignal geben würde. »Gebt mir doch bitte einen Anstoß«, flehte sie die baumbestandenen Straßen an, als sie an der River Street wiederum abbog und zur Embankment Road weiterging. Sie fühlte sich plötzlich völlig erschöpft. Die Füße taten ihr weh. Die große Zehe ihres rechten Fußes war völlig taub. Ihr Magen knurrte. Wann hatte sie zuletzt etwas gegessen? Was aß sie übrigens gern? Konnte sie kochen? Vielleicht machte sie gerade irgendeine verrückte Diät, die ihr Hirn in Mitleidenschaft gezogen hatte. Oder vielleicht war sie high. Von Drogen. Oder von Alkohol. War sie vielleicht verrückt? Gerade aus der Anstalt ausgebrochen? Aus dem Gefängnis? War sie auf der Flucht? Sie stieß die Tür zu einem Tante-Emma-Laden auf und trat ein. Wenn sie in diesem Viertel wohnte, war es gut möglich, dass sie öfter hier einkaufte. Oft genug hoffentlich, um dem Inhaber bekannt zu sein. Langsam ging sie zwischen den Regalen mit den Konserven auf ihn zu. Der Inhaber, ein junger Mann mit Pferdeschwanz und schmalem Mund, war mit mehreren Kunden beschäftigt, von denen jeder behauptete, zuerst da gewesen zu sein. Sie stellte sich hinten an, hoffte auf einen Blick des Erkennens, wünschte sich inbrünstig ein freundliches »Hallo, Mrs. Smith, ich komme sofort!« Aber sie hörte nur eine fremde Stimme, die eine Packung Zigaretten verlangte, und sah nur den mageren Rücken des Verkäufers, als dieser sich umdrehte, um die Zigaretten aus dem Regal zu holen. Über die linke Schulter warf sie einen Blick auf eine Reihe unwahrscheinlich schöner junger Frauen, die sie von den Titelblättern diverser Zeitschriften anlächelten. Sie ließ sich hinüberziehen zum Zeitungsständer und starrte wie gebannt auf ein Gesicht von feuriger Schönheit. Cindy Crawford stand in leuchtend pinkfarbenen Littern neben dem Gesicht. Supermodel. Kein Zweifel, wer sie war. Sie zog das Heft heraus und studierte das Gesicht des Models. Braune Augen, braunes Haar, links von den leicht geöffneten Lippen ein Leberfleck, der sie von den hunderten gleichermaßen hübschen Gesichter ringsum unterschied. So schön, dachte sie. So jung. So selbstsicher. Wieder wurde ihr bewusst, dass sie keine Ahnung hatte, wie sie selbst aussah. Keine Vorstellung, wie alt sie war. Sie umklammerte die Zeitschrift so fest, dass ihre Ränder sich nach innen bogen. Hey, Lady! Sie drehte sich um und sah den warnend wackelnden Zeigefinger des Ladeninhabers. Die Zeitschriften nur rausnehmen, wenn Sie sie kaufen wollen. Sie nickte schuldbewusst wie ein Kind, das beim Einstecken eines Kaugummis ertappt worden ist, und drückte die Zeitschrift an die Brust, als wäre sie ihr einziger Halt. Mach 2,95. Ich, ich habe meine Handtasche vergessen, sagte sie leise. Jetzt sah der Mann ärgerlich aus. 2,95, sagte er wieder und hielt ihr die geöffnete Hand hin. In der Hoffnung, etwas Kleingeld zu finden, griff sie hastig in die Taschen ihres Trenchcodes, erst in die eine, dann in die andere, und konnte nicht glauben, was sie fand. Ihre Hand war voll knisternder neuer 100-Dollar-Scheine. Wow! Der Mann hinter der Theke pfiff durch die Zähne. Haben Sie vielleicht eine Bank ausgeraubt oder sowas? Dann... Oder haben Sie die selbst gedruckt? Sie sagte nichts, starrte nur auf das Geld in ihrer Hand. Ist ja auch egal. Mit 100-Dollar-Scheinen kann ich jedenfalls nichts anfangen. Wenn ich Ihnen jetzt einen Hunderter klein mache, habe ich nachher kein Wechselgeld mehr. Wie viele von den Dingern haben Sie überhaupt? Sie spürte, wie der Atem in kurzen, flachen Stößen aus ihrer Brust herausgepresst wurde. Woher kam das viele Geld? Hey, alles in Ordnung, Lady? Der Mann hinter der Theke sah ängstlich zur Tür. Sie werden mir doch hier nicht umkippen. Haben Sie eine Toilette? Nur privat. Bitte. Die Verzweiflung in ihrer Stimme überzeugte ihn offenbar, denn er hob hastig den Arm und wies zu dem Lagerraum zu seiner Rechten. Aber da habe ich gerade sauber gemacht. Versauen Sie mir nicht den frisch geschrubbten Boden, wenn's geht. Sie fand die Toilette neben dem Lagerraum ohne Mühe. Es war eine enge Kammer mit einer alten Toilette und einem gesprungenen Spiegel über einem fleckigen Waschbecken. An den Wänden waren Kartons mit Vorräten gestapelt. Neben der Tür stand ein zur Hälfte mit Wasser gefüllter Eimer. Daneben lehnte ein Schrubber. Sie rannte zum Becken und drehte das kalte Wasser auf. Die Zeitschrift unter den Arm geklemmt, fing sie den eisigen Strahl mit beiden Händen und schwappte sich das Wasser ins Gesicht, bis sie das Gefühl hatte, wieder gerade stehen zu können, ohne ohnmächtig zu werden. Langsam hob sie das Gesicht zum Spiegel. Sie betrachtete die helle Haut und die dunkelbraunen Augen, die kleine, etwas aufgeworfene Nase und den vollen Mund, der im gleichen Korallenton gemalt war wie ihre Nägel. Das braune Haar war vielleicht eine Nuance heller als die Augen, zu einem Pferdeschwanz zurückgebunden und von einer strassbesetzten Spange gehalten, die sich gelockert hatte und herauszufallen drohte. Sie zog sie ganz heraus, schüttelte den Kopf und sah, wie ihr Haar weich und locker auf ihre Schultern fiel. Ein anziehendes Gesicht, dachte sie. Sie schätzte ihr Alter auf Mitte 30 und fragte sich gleich darauf, ob sie älter oder jünger aussah, als sie wirklich war. Das ist alles so verwirrend, flüsterte sie ihrem Abbild zu, das den Atem anzuhalten schien. Wer bist du? Ich kenne dich nicht, antwortete ihr Spiegelbild, und beide Frauen senkten die Köpfe und starrten in das fleckige Becken aus weißem Porzellan. Oh Gott, flüsterte sie, als eine Hitzewallung in ihr hochschoss. Werd jetzt nicht ohnmächtig, rief sie sich zu. Werd jetzt bloß nicht ohnmächtig. Doch die Hitzewelle flutete durch ihren ganzen Körper, durch die Beine und den Magen in die Arme und den Hals und staute sich in ihrer Kehle. Sie hatte das Gefühl, von innen heraus zu schmelzen, ein Gefühl, als würde sie jeden Moment in Flammen aufgehen. Wieder spritzte sie sich Wasser ins Gesicht, aber es kühlte sie nicht ab und machte sie nicht ruhig. Sie riss an den Knöpfen ihres Mantels, um ihrem Körper Luft zu geben, mehr Raum zum Atmen. Die Zeitschrift unter ihrem Arm fiel zu Boden, sie bückte sich hastig nach ihr und zog im Aufstehen ihren Mantel auseinander. Sie holte Tiefluft und erstarrte. Langsam wie eine Marionette, die von fremder Hand geführt wird, senkte sie in nahtloser Bewegung den Kopf zur Brust. Was sie sah, war ein schlichtes blaues Kleid, das vorn blutdurchtränkt war. Sie schnappte erschrocken nach Luft. Ein Laut, wie der eines kleinen Tieres, das in eine Falle geraten ist. Der Schreckenslaut wurde zum Stöhnen und steigerte sich zum Entsetzensschrei. Sie hörte Schritte. Stimmen sah sich umringt überwältigt. Hastig hob sie die Arme hinter den Rücken und öffnete den Verschluss ihres fleischfarbenen Büstenhalters, warf ihn weg und starrte auf die kleinen Brüste. Der eigentlich ganz hübsche Busen sagte ihr nichts. Nicht, ob je ein Säugling an ihm gelegen hatte, nicht, wann er zum ersten Mal die zärtliche Berührung eines Mannes gespürt hatte, nicht einmal, ob er je bewundert worden war. Sie stieß ein kurzes Lachen spöttischer Geringschätzung aus. Sie war offensichtlich nahe, daran durchzudrehen. Da stand sie in einem Hotelzimmer mitten in Boston, einer Stadt, die sie kannte, ohne zu wissen, wie sie dahin gekommen war, hatte die Taschen voller Geld und das Kleid voller Blut und hatte nichts Besseres zu tun, als im Spiegel ihren nackten Busen anzugaffen und sich zu fragen, ob er je bewundert worden war. Und warum nicht, dachte sie, Fasste das Gummiband ihrer Strumpfhose und zog sie zusammen mit dem beigefarbenen Bikini-Höschen herunter, um ihren nackten Körper in Augenschein zu nehmen. Was hoffte sie von ihm zu erfahren? Sie griff nach dem blauen Kleid zu ihren Füßen und miet dabei sorgfältig das blutgetränkte Vorderteil. Konnte das Kleid ihr etwas verraten? Dem Etikett nach Warsgröße 36, reine Baumwolle. Ein Modell von Anne Klein. Wer immer sie auch war, sie hatte offensichtlich genug Geld, um sich das Beste zu leisten. Das Geld. Sie rannte zu dem achtlos hingeworfenen Mantel und zog die Scheine aus den tiefen Taschen. Das Reservoir an 100-Dollar-Noten schien unerschöpflich zu sein. Wie viel Geld hatte sie bei sich? Woher hatte sie es? Was tue ich mit dem vielen Geld? fragte sie laut, während sie die Scheine ordentlich auf dem Bett auszulegen versuchte. Überrascht stellte sie fest, dass die meisten Scheine sauber gebündelt waren, wie direkt von der Bank. Aber wieso und warum? War es möglich, dass sie bei einem Raubüberfall mitgemacht, das Geld eingesteckt hatte und mit fremdem Blut bespritzt worden war, als irgendetwas schiefgegangen war? War es möglich, dass sie einen Menschen erschossen hatte? Eine tiefe Angst packte sie, denn es erschien ihr möglich. Es erschien ihr möglich, dass sie fähig sein könnte, einen Menschen zu töten. Oh Gott, oh Gott, stöhnte sie und rollte sich auf dem königsblauen Spannteppich zusammen wie ein kleines Kind. Hatte sie wirklich bei einem Raubüberfall einen unschuldigen Menschen getötet? Und war sie allein gewesen oder hatte sie einen Komplizen gehabt? War sie vielleicht eine moderne Bonnie, der ihr Kleid abhandengekommen war? Sie hörte sich lachen und das Gelächter trieb sie wieder in die Höhe. Obwohl es ihr durchaus möglich erschien, dass sie jemanden getötet hatte, erschien ihr die Vorstellung, sie könnte an einem Banküberfall teilgenommen haben, schlicht lachhaft. Da hätte sie schon in auswegloser Verzweiflung sein müssen. Und was konnte eine teuer gekleidete Frau Anfang bis Mitte 30 in solche Verzweiflung treiben, dass sie sogar zu töten bereit war? Sie brauchte ihr Gedächtnis nicht, um sich diese Frage zu beantworten. Ein Mann konnte einen zu solcher Verzweiflung treiben. Und was für ein Mann? Fragte sie sich, ohne auf diese Frage eine Antwort zu erwarten. Mit zitternder Hand fuhr sie sich durch das schweißfeuchte Haar. Sie neigte sich wieder über das Bett, auf dem ordentlich im Karree aufgereihten neun Bündel Geldscheine lagen. Sie zählte alle durch und stellte fest, dass jedes Bündel aus 10.000-Dollar-Noten bestand. Neun Bündel zu je 10.000-Dollar-Scheinen, das machte 9.000 Dollar. Zählte man das Geld dazu, das sie für Taxi und Hotel ausgegeben hatte und die losen Hunderter? Was hatten fast 10.000 Dollar in ihren Manteltaschen zu suchen? Sie merkte plötzlich, dass ihr kalt war und sie auf den Armen eine Gänsehaut hatte. Sie stand auf, ging um das Bett herum und hob den Mantel vom Boden auf. Sie sah das getrocknete Blut an seinem Innenfutter, als sie hineinschlüpfte und die Hände in ihre Taschen steckte. Sie fand noch ein paar Scheine darin und warf sie zu dem Rest des Geldes aufs Bett. An einem der Scheine haftete ein Zettel. Sie nahm ihn und glättete ihn und war froh, dass sie zum Lesen offensichtlich keine Brille brauchte. Sie erkannte die kraftvollen, flüssigen Züge auf dem Zettel wieder. Sie waren von derselben Hand geschrieben, die unten am Empfang das Anmeldeformular unterzeichnet hatte. Sie selbst hatte also die wenigen, allem Anschein nach belanglosen Wörtern, niedergeschrieben, die sie nun vor sich hatte. Aber wann? Solche Zettel konnten sich wochenlang, ja monatelang in vergessenen Manteltaschen herumtreiben. Es war unmöglich festzustellen, wann sie diesen hier geschrieben hatte. Pat Rutherford, Z.31, 12.30 Uhr, stand da. Und darunter? Milch, Eier. Was hatte das zu bedeuten? Wer zum Teufel war Pat Rutherford? Sie sprach den Namen mehrmals mit wachsender Frustration vor sich hin. War Pat Rutherford ein Mann oder eine Frau? Vielleicht war sie selbst Pat Rutherford. Aber weshalb hätte sie ihren eigenen Namen und eine Zimmernummer auf einen Zettel schreiben und einstecken sollen? Sie fand in der Nachttischschublade ein Telefonbuch von Boston und blätterte zu R. Rexlin, Rebic, Rossiter, Rumble, seitenweise Russice, Russell, Rutschinski. Endlich Rutherford. Eine halbe Seite Rutherfords, allein im Stadtgebiet. Es gab einen Paul und zwei Peter, aber niemanden namens Pat. Allerdings drei unerklärte P's. Sie spielte mit dem Gedanken, bei jeder dieser Nummern anzurufen und verwarf ihn gleich wieder. Was würde sie denn zu Mr. Mrs. Miss P. Rutherford sagen? Guten Tag, Sie kennen mich wahrscheinlich nicht, ich kenne mich ja selbst nicht, aber haben wir uns vielleicht irgendwann in der letzten Zeit mittags um halb eins in Zimmer 31 getroffen? Und habe ich sie bei dieser Zusammenkunft zufällig schwer verletzt? Absurd. Sie packte das Telefonbuch wieder weg. So, und was mache ich jetzt? fragte sie laut, den Blick zur Zimmerdecke gerichtet. Sie war todmüde und hungrig. Gehe ich zur Polizei oder versuche ich, dieser Geschichte selbst auf den Grund zu kommen. Mache ich mich auf den Weg zur nächsten Irrenanstalt oder nehme ich erst mal ein Bad? Was soll ich tun? Zerstreut blätterte sie in der großen Speisekarte des Etagenservice. Im Zweifel erst mal was essen, hörte sie sich antworten. Sie hatte keine Ahnung, wo sie diese Weisheit her hatte, aber die Lösung war nicht schlecht. Sie griff zum Telefon, wählte den Etagenservice und bestellte sich ein Steak und einen großen Salat. Zwanzig Minuten, hatte man ihr gesagt. Zwanzig Minuten, um sich frisch zu machen. Sie hängte ihren Mantel über einen hohen, geradlinigen Stuhl und ging in das weißgekachelte Bad. Wie schön wäre es, einfach zu verschwinden, dachte sie, während ihr das Wasser aus der Dusche über das Gesicht strömte. Mein Geist ist sowieso schon weg. Dann nehmt doch auch meinen Körper. Sicher würde man sie vermissen. Sicher suchte man sie, auch wenn man so wenig wie sie wusste, wo man suchen sollte. Ihre Eltern oder ihr Mann, wenn sie einen hatte. Ihr Chef oder jemand, der für sie arbeitete. Ihr Lehrer oder ihre Schüler. Ihre Freunde oder ihre Feinde. Vielleicht sogar die Polizei. Ganz bestimmt suchte man sie. Warum ging sie nicht einfach zur Polizei? Dann würde sie schon sehen. Weil sich bis morgen früh alles geklärt haben wird, sagte sie sich und sprang aus der Dusche, als sie es draußen klopfen hörte. Rasch wickelte sie sich in ein Badetuch, zog ihren Mantel darüber und ging zur Tür. Sie wusste, wer es war, fragte aber dennoch mit heiserer, kaum hörbarer Stimme. Copley Place ist ein beeindruckender Komplex von Büro- und Geschäftsbauten am Copley Square, dem Herzen der Back Bay. Es gibt dort ein großes Hotel, mehrere gute Restaurants und über 100 Läden und Kaufhäuser, die über zwei Ebenen verteilt sind. Aber sie war nicht beeindruckt. Sie war verängstigt. Unter dem Mantel nur die Unterwäsche, die bloßen Füße in die engen Schuhe gezwängt, näherte sie sich dem ultramodernen Kaufhaus am Ende des Einkaufszentrums. In der Hand hielt sie eine Plastiktüte für schmutzige Wäsche aus dem Hotel, die mit sauberen Bündeln von 100-Dollar-Scheinen gefüllt war. Unter dem Geld lag ein zweiter Wäschebeutel, der ihr blutverschmiertes Kleid enthielt. Kann ich Ihnen vielleicht helfen? Sie sah sich um, entdeckte, dass sie irgendwie in die Abteilung für Damenbekleidung gelangt war. Ich brauche ein paar neue Sachen, sagte sie in täuschend ruhigem Ton. Ich habe überhaupt nichts anzuziehen. Etwas Elegantes oder eher etwas Sportliches? Sportlich. Hosen vielleicht und einen leichten Pulli. Dann kommen Sie bitte mit. Die Frau führte sie in einen Teil der Etage mit einer verlockenden Auswahl an Sommersachen. Sie nahm eine beigefarbene Hose von einem Ständer und einen kurzärmeligen, cremefarbenen Baumwollpulli mit braunen Blumen auf einer Seite von einem anderen. Gefällt Ihnen das? Gefiel es ihr? Probieren Sie die Sachen doch einfach mal an. Dann wissen wir gleich besser, wonach wir suchen. Sie nickte, nahm Hose und Pulli und folgte der Frau zu den Kabinen. Ich bin gleich hier draußen, wenn Sie mich brauchen sollten. Sie trat in die kleine Kabine und zog den Vorhang fest zu, ehe sie ihren Mantel ablegte. Dann schlüpfte sie in die beigefarbene Hose und zog den hellen, kurzärmeligen Pulli über den Kopf. Sie bekam die Hose ohne Mühe zu. Der Pulli fiel locker und bequem von ihren Schultern. Sie trat einen Schritt zurück und musterte sich im Spiegel. Gar nicht übel. Die Verkäuferin hatte einen guten Blick. Na, wie sieht's aus, rief die Frau von der anderen Seite des Vorhangs. Gut, antwortete sie und trat in ihren neuen Sachen aus der Kabine. Ich nehme beides. Könnten Sie bitte die Schildchen abschneiden? Sie wollen es gleich anlassen? Sie nickte. Wenn es geht. Die Frau zuckte die Achseln. Und wie wollen Sie bezahlen? Bar. Das habe ich mir fast gedacht. Die Frau ging mit ihr zu einer Theke und zog einen Quittungsblock heraus. Ich habe schon ewig keine Barzahlung mehr gehabt. Hoffentlich weiß ich überhaupt noch, wie das geht. Sie sah sich unruhig um. Ach, ich glaube, Sie haben Ihre Handtasche in der Kabine liegen gelassen. Ich habe keine Handtasche. Der Frau schien der Atem zu stocken. Ich habe Geld. Sie tippte auf ihre Plastiktüte. Ich habe nur keine Handtasche. Ich brauche eine neue. Die Verkäuferin bemühte sich nach Kräften, die Plastiktüte nicht anzustarren. Sie brauchen anscheinend eine ganze Menge Sachen. Ja, das stimmt. Da sind Sie hier richtig. Handtaschen bekommen Sie im Erdgeschoss gleich neben der Kosmetikabteilung. So, das macht 237 Dollar und 28 Cents. Sie griff langsam in die Plastiktüte und holte 300 Dollar-Noten heraus. Die folgende Stunde verbrachte sie mit Einkaufen. Erst vertauschte sie die Charles-Jardin-Schuhe gegen offene Leinensandalen, erstand einen neuen Büstenhalter und ein Höschen in blassrosa Seide, dann eine elegante kleine Handtasche aus cremefarbenem Leder, eine dunkelblaue Geldbörse und eine Sonnenbrille mit Schildpattgestell. Sie war erstaunt, wie gut sie die Stadt kannte. Sie wusste genau, wo alles war, ob sie zu Fuß gehen konnte oder den Bus nehmen musste, ob es sich lohnte, ein Taxi zu nehmen. Sie fühlte sich zu Hause in dieser Stadt und doch war ihr nicht ein einziges bekanntes Gesicht begegnet. Als sie sah, dass sie vor dem Greyhound-Busbahnhof gelandet war, ging sie hinein und drängte sich zwischen Menschen zum hinteren Teil der Halle durch, um die Tüte mit ihrem blutigen Kleid und dem größten Teil des Geldes in eines der Schließfächer zu sperren. Aber gerade als sie die Münzen in den Zahlschlitz werfen wollte, bemerkte sie ein Schild, das besagte, dass die Schließfächer nach 24 Stunden geleert wurden. Sie musste sich etwas anderes suchen. Ich möchte das in die Aufbewahrung geben, sagte sie zu der Frau, die mit gelangweiltem Gesicht hinter der Theke saß und in einer Zeitschrift blätterte. Die Frau blickte nicht einmal auf. Erst als sie die 20-Dollar-Note über den Tisch hob, klappte die Frau widerwillig ihre Illustrierte zu und schrieb eine Quittung aus, ehe sie nach vorne kam und ihr einen Schlüssel in die Hand drückte. Man braucht zwei Schlüssel, erklärte sie mit Automatenstimme, während sie ihr zu den Schließfächern vorausging. Den einen bekommen Sie, den anderen behalten wir. Aber man braucht beide, um das Fach zu öffnen. Verlieren Sie ihn also nicht. Rückerstattung oder Nachzahlung bei Abholung. Sie nickte und stieß schnell die Plastiktüte in das jetzt offene Schließfach. Sie sah, dass ihre Hände zitterten und fragte sich, ob auch die Frau es bemerkt hatte. Es spielte keine Rolle. Sie hatte sowieso beschlossen, zur Polizei zu gehen. Sie hatte den Entschluss am Morgen gefasst, als ihr aufgegangen war, dass ihr Zustand vielleicht länger andauern würde, als sie zunächst geglaubt hatte. Doch sie hatte sich überlegt, dass es vielleicht besser war, nicht gleich alles Beweismaterial zu übergeben. Die Polizei hätte zunächst einmal nur das viele Geld und das Blut gesehen und man hätte es den Leuten nicht einmal verübeln können. Nein, bevor sie die Sache komplizierte, indem sie der Polizei Beweise ihrer Schuld vorlegte, wollte sie wissen, welchen Verbrechens sie schuldig war, wenn überhaupt. Alles schön der Reihe nach. Und an erster Stelle in dieser Reihe stand die Notwendigkeit herauszufinden, wer sie eigentlich war. Sie wartete, bis die Frau wieder hinter ihrer Theke und in die Zeitschrift vertieft war, ehe sie einen ihrer neuen Schuhe auszog, die Innensohle zurückklappte und den Schließfachschlüssel darunter schob. Sie zog die Innensohle wieder nach vorn und schlüpfte wieder in den Schuh. Sie warf die Quittung in einen Abfallkorb, an dem sie vorüberkam, und ging schnell aus der Halle hinaus. Während sie verwundert über ihren unverwüstlichen Appetit noch überlegte, ob sie irgendwo rasch etwas essen sollte, sah sie den jungenhaften Polizisten an der Ecke Stuart und Berkeley Street. Weg war der Appetit. Entschuldigen Sie, begann sie zaghaft und vorsichtig. Können Sie mir vielleicht helfen? Okay, bleiben Sie ganz locker. Es tut nicht weh. Was passiert denn jetzt? Nur eine kleine Untersuchung. Nein, bleiben Sie ruhig liegen. Ich verspreche Ihnen, es tut überhaupt nicht weh. Versuchen Sie, sich zu entspannen. In zehn Minuten ist es vorbei. Sie war im städtischen Krankenhaus Boston, einem 450-Betten-Krankenhaus vornehmlich für Sozialfälle und Mittellose. Die Polizei hatte sie hierher gebracht, nachdem festgestellt worden war, dass sie nicht auf der Fahndungsliste und auch nicht auf der Vermisstenliste stand. Sie hatten ihre Fingerabdrücke genommen, die nach Washington geschickt werden sollten und ein Foto von ihr gemacht, das sie der Presse übergeben wollten. Aber vorher sollte sie im Krankenhaus untersucht werden. Die Polizeibeamten ließen sie in der Obhut eines nervösen Assistenzarztes zurück, der aus ihr ebenso wenig klug wurde wie sie selbst. Er stellte ihr die gleichen Fragen, die schon die Polizei ihr gestellt hatte. Wann haben sie gemerkt, dass sie eine Gedächtnisstörung haben? Wo genau befanden sie sich? Wohin sind sie gegangen? Hatten sie getrunken? Können sie uns irgendetwas über sich selbst sagen? Sie antwortete, so gut sie es vermochte. Dann begann der Assistenzarzt, sie zu untersuchen. Zunächst wollte er feststellen, ob ihre Pupillen auf Licht reagierten. Das taten sie. Also ging er weiter zu Blutdruck und Puls, die beide in Ordnung waren. Er ließ ihren Urin untersuchen und tastete ihren Kopf nach äußeren Verletzungen ab. Nachdem er festgestellt hatte, dass alle Befunde normal waren, holte er den Stationsarzt. Ein bärtigen und eisern humorlosen jungen Mann, der aussah, als hätte er noch nie in seinem Leben gelächelt und dem in der Tat im Laufe der halben Stunde, die er für seine Untersuchung brauchte, kein einziges Lächeln entschlüpfte. Auch Dr. Klinger, wie er sich ernst und gemessen vorstellte, prüfte ihre Pupillen, ihren Puls und ihren Blutdruck. Danach ordnete er eine ganze Batterie von Blutuntersuchungen an. Als sie fragte, wozu die gut seien, erklärte er ihr mit einem merklichen Anflug von Ungeduld, man wolle versuchen, diverse körperliche Ursachen ihrer Amnesie auszuschließen. Und wie lange wird das dauern? Die Ergebnisse müssten in ungefähr einer Stunde da sein. Inzwischen machen wir ein EEG. Das EEG zeigte, dass ihre Hirnströme absolut normal waren. Und jetzt? fragte sie. Wir warten auf die Ergebnisse des Bluttests. In der Zwischenzeit spreche ich mit Dr. Melloff wegen eines CTs. Er hatte ihr den Rücken zugewandt und war schon halb aus dem Zimmer, während er sprach, sodass sie erst verstand, was sie vorhatten, als Dr. Melloff es ihr einige Zeit später erklärte. Der Neurologe war ein gutaussehender Mann mit vollem dunklen Haar, das an den Schläfen zu ergrauen begann und einem natürlichen Lächeln, das gut zu seiner ungezwungenen Art passte. Sie sind also heute nicht ganz auf dem Posten, meinte er mit einem leichten Lachen. Sie musste ebenfalls lachen. Das ist schon besser, sagte er, und prüfte ihre Pupillen, wie vor ihm der Assistenzarzt und der Stationsarzt. Dann drehte er ihren Kopf hin und her. Wer bin ich? fragte er beiläufig. Dr. Melloff, antwortete sie automatisch. Gut. Folgen Sie mit den Augen meinem Finger. Er zog mit dem Finger einen Pfad durch die Luft. Gut. Jetzt hier herüber. Sein Finger entfernte sich aus ihrem Gesichtsfeld. Nein, nicht den Kopf bewegen. Genau. Gut. Sehr gut. Was ist sehr gut? Auf den ersten Blick scheint organisch alles in Ordnung zu sein. Sie erinnern sich nicht an Schläge auf den Kopf oder an einen Sturz? Seine Finger tasteten ihre Kopfhaut ab, massierten ihren Nacken. Nein, nichts. Zumindest kann ich mich nicht erinnern. Und woran können Sie sich erinnern? Über mich selbst weiß ich überhaupt nichts, erklärte sie Dr. Melloff. Ich weiß nur, dass ich plötzlich an der Ecke Cambridge und Bowdoin Street stand und nicht wusste, was ich da zu suchen hatte, wie ich hingekommen war und wer ich war. Ich hatte keine Papiere bei mir. Ich war allein und wusste nicht, was ich tun sollte. Erst bin ich ein paar Stunden herumgeirrt, dann habe ich mir ein Zimmer im Lennox Hotel genommen. Unter welchem Namen? Ich habe mir einen ausgedacht. Sie zuckte die Achseln. Cindy MacDonald. Die Polizei hat ihn schon überprüft. Es gibt mich nicht. Er lächelte. Oh, es gibt sie. Sie sind vielleicht ein bisschen zu dünn, aber es gibt sie. Wer bin ich? Dr. Melloff. An die Ereignisse der letzten Tage können Sie sich ohne weiteres erinnern? Ja. Wissen Sie, wer Präsident ist? Ich weiß, wer Präsident ist, sagte sie, aber ich weiß nicht, ob ich ihn gewählt habe. Stehen Sie auf. Er half ihr vom Untersuchungstisch. Schließen Sie die Augen und versuchen Sie, auf einem Bein zu stehen. Gut. Jetzt auf dem anderen. Wer bin ich? Dr. Melloff. Warum fragen Sie mich das dauernd? Ich kann mich an jeden erinnern, nur nicht an mich selbst. Sie können die Augen wieder aufmachen. Sie tat es und begegnete dem unfreundlichen Blick Dr. Klingers. Die Patientin kann jetzt zum CT, sagte er, als wäre sie gar nicht da. Dr. Melloff nahm ihren Arm. Ist gut, Herr Kollege, sagte er und führte sie aus dem Untersuchungsraum. Ich begleite Mrs. McDonald. Mit einem Lächeln der Erleichterung trat sie mit ihm in den Korridor hinaus. Knapp eine Stunde später kam er mit der Nachricht, dass alles normal und in Ordnung sei. Und wie geht es jetzt weiter? Das weiß ich selbst noch nicht, antwortete er. Und sie lachte, dankbar für seine Aufrichtigkeit. Sie haben meine Frage vorhin nicht beantwortet, sagte sie. Er zog eine Augenbraue hoch. Ich meine, warum Sie mich dauernd fragen, wer Sie sind. Ich wollte prüfen, ob Sie vielleicht an einer Krankheit leiden, die man Korsakoff-Syndrom nennt, antwortete er etwas verlegen. Klingt wie ein Buch von Robert Ludlum. Und was ist dieses Korsakoff-Syndrom? Es geht mit Gedächtnisverlust einher. Der Patient kann sich von einer Minute zur nächsten an nichts mehr erinnern und fabuliert daher ständig. Er fabuliert? Sie meinen, er lügt. Er nickte. Fabulieren, sagte sie ein hübsches Wort. Ja, nicht wahr, stimmte er zu. Jedenfalls nennt man dem Patienten seinen Namen und zwei Minuten später hat er ihn vergessen und denkt sich darum irgendetwas aus. Aber warum denn? Menschen, die an einer Amnesie leiden, finden es oft nützlich, anderen das Ausmaß ihrer Störung nicht preiszugeben. Auf diese Weise können sie alles Mögliche über sich selbst erfahren, ohne dass die anderen etwas merken. Das hört sich nach Schwerarbeit an. Niemand hat behauptet, dass es eine Lappalie ist, zu vergessen, wer man ist. Sie lächelte. Und Sie sind zu dem Schluss gekommen, dass ich nicht am Korsakoff-Syndrom leide? Ich würde sagen, wir können Mr. Korsakoff vergessen. Im Übrigen stellt sich diese Störung meist im Zusammenhang mit Alkoholmissbrauch ein und den haben wir definitiv ausgeschlossen. Was haben Sie denn nicht ausgeschlossen? Ich kann nur vermuten, und es ist wirklich nur eine Vermutung, betonte er, dass Ihre Amnesie auf ein seelisches Trauma zurückzuführen ist. Sie halten mich für verrückt? Das habe ich nicht gesagt. Aber Sie meinen, es spielt sich alles nur in meinem Kopf ab, sagte sie beinahe zornig. Ich meine, dass Sie möglicherweise an einem nicht-psychotischen Syndrom leiden. Sie spürte, wie sie ungeduldig wurde. Würden Sie bitte Klartext mit mir reden, Dr. Melloff? Er wählte seine nächsten Worte mit Bedacht. Jeder Mensch hat eine Angstgrenze. Wenn diese Grenze überschritten wird, flüchten sich manche Menschen in einen plötzlichen Gedächtnisverlust. Man nennt das eine hysterische Amnesie. Dieser Zustand ist meist durch den Zwang, davonzulaufen, charakterisiert. Wenn die Lebenssituation allzu belastend wird, entzieht sich der Betroffene durch Flucht. Sie schaute zur Zimmerdecke hinauf, unterdrückte ein paar unerwünschte Tränen und sah vor sich das Bild ihres blutbespritzten Kleides. Sie halten mich also für eine Hysterikerin. Zwischen einem Hysteriker und jemandem, der an einer hysterischen Amnesie leidet, besteht ein gewaltiger Unterschied. Die hysterische Amnesie ist ein Schutzmechanismus, eine Überlebensstrategie, wenn Sie so wollen. Es geht dabei um den Verlust der Erinnerung an eine bestimmte Zeitspanne im Leben eines Menschen, eine Zeitspanne, die häufig mit starken Gefühlen von Angst oder Wut oder mit tiefer Scham und Demütigung verbunden ist. Das klingt, als hätten Sie das eben nachgelesen. Er lachte ein wenig. Ich habe mich auf dem Weg hierher mit einem unserer Psychiater unterhalten. Er trat neben sie und nahm ihre Hand. Bei der hysterischen Amnesie, wenn wir es hier mit einer zu tun haben, kann die Rückwende jederzeit eintreten. Und ich habe nie von einem Fall gehört, bei dem dieser Zustand länger als zwei Monate anhielt. Zwei Monate? Diese Zustände geben sich im Allgemeinen so plötzlich, wie sie auftreten, meist innerhalb weniger Tage oder Wochen. Er gab ihr einen leichten Klaps der Ermunterung auf die Hand. Kommen Sie, lassen wir die Ratespiele. Es ist gescheiter, wir nehmen gleich die notwendigen Untersuchungen in Angriff. Er beugte sich zu einem Sessel hinüber und nahm von dort eine Zeitschrift, die jemand liegen gelassen hatte. Entspannen Sie sich. Lesen Sie nach, was in der Welt passiert, die Sie vielleicht vergessen haben. Er warf einen Blick auf das Datum auf dem Titelblatt der Illustrierten. Hm, lesen Sie nach, was vor anderthalb Jahren passiert ist. Wenn ich wiederkomme, machen wir ein Quiz. Sie blieb in ihren neuen Kleidern mit ihrer neuen Handtasche auf dem Schoß auf dem Untersuchungstisch sitzen, spürte den Druck des Schlüssels, den sie unter der Innensohle ihres neuen Schoßes verborgen hatte, an ihrem nackten Fuß und fragte sich, ob sie Dr. Mellow die ganze Wahrheit sagen solle, ob sie ihm von dem Geld erzählen solle, von dem Blut an ihrem Kleid. Das würde seine Theorie von der hysterischen Amnesie sicherlich untermauern. Und dann? Sie blätterte in den abgegriffenen Seiten der Illustrierten, grinste über ein Foto Dan Quails bei einem Besuch in Lateinamerika, versenkte sich einen Moment lang in den intensiven Blick von Tom Cruise' blauen Augen. Und dann bemerkte sie plötzlich eine junge Frau, die an der offenen Tür stand, und sie anstarrte. Sie ließ die Zeitschrift zu Boden fallen. Entschuldigen Sie, sagte die junge Frau im blütenweißen Kittel und bückte sich hastig, um die Illustrierte aufzuheben. Ich dachte schon vorhin, als ich vorbeikam, dass wir uns kennen, aber ich war mir nicht sicher. Sie erinnern sich wahrscheinlich nicht an mich. Wer sind Sie? Unterbrach sie ungeduldig. Dr. Irene Borowoy. Wir sind uns vor gut einem Jahr im Kinderkrankenhaus begegnet. Ich war Assistenzärztin bei ihrem Mann. Sie brach abrupt ab und fragte leicht verlegen. Sie sind doch Dr. Whittakers Frau. Jane Whittaker. Ich irre mich doch nicht. Jane Whittaker, wiederholte sie zögernd. Ihr Mann ist ein wunderbarer Mensch. Jane Whittaker, sagte sie wieder und lauschte dem Klang des unbekannten Namens nach. Sie erinnern sich, Sie wartete auf den Mann, der behauptete, ihr Ehemann zu sein und im Augenblick noch mit Ärzten und Polizeibeamten sprach. Was war er für ein Mensch, dieser Dr. Michael Whittaker, anerkannter Kinderchirurg, den alle Welt zu kennen und zu bewundern schien. Die Mediziner sprachen seinen Namen mit Respekt nein, geradezu ehrfürchtig aus. Selbst Dr. Klingers steinernes Gesicht hatte einen Anflug von Wohlwollen gezeigt und Dr. Melloff hatte augenblicklich entschieden, alle weiteren Untersuchungen aufzulegen. Bis er Gelegenheit gehabt hatte, mit dem hochgeachteten Kollegen zu sprechen. Ihr Mann ist ein wunderbarer Mensch, hatte Dr. Irene Borowoy noch beteuert, ehe sie losgelaufen war, um Dr. Melloff zu holen. Das schien die einhellige Meinung aller zu sein, dass sie mit einem wunderbaren Menschen verheiratet war. Wirklich, sie konnte sich glücklich schätzen. Aber wieso trug sie nicht seinen Ring? Es wäre doch normal gewesen, sagte sie sich, dass sie, wenn sie in der Tat die Ehefrau des bekannten Kinderchirurgen Michael Whittaker war, den Beweis dafür am Ringfinger ihrer linken Hand tragen würde. Aber ein solcher Beweis war nicht vorhanden. Abgesehen von ihrer Armbanduhr trug sie überhaupt keinen Schmuck. Höchstwahrscheinlich war also Dr. Michael Whittaker nicht ihr Ehemann. Er hatte ja auch bei der ersten Kontaktaufnahme vor mehreren Stunden zunächst behauptet, seine Frau sei verreist, zu Besuch bei ihrem Bruder in San Diego. Ein Bruder in San Diego? überlegte sie verwundert. War das möglich? War sie auf der Fahrt zu ihm gewesen und unterwegs überfallen worden, beraubt und brutal misshandelt? Vielleicht. Nur erklärte das leider nicht, wie das Geld am Ende in ihre Taschen gekommen war und das fremde Blut auf ihr Kleid. Ein Bruder. Ein Bruder und ein Ehemann. Zwei zum halben Preis. Aber zu welchem Preis? Es klopfte und die Tür ging auf. Der Mann, der vor Dr. Mellow ins Zimmer trat, war ihr völlig fremd. Er war vielleicht 40 Jahre alt, groß, sicher 1,80 Meter, schlank, mit ziemlich langem, hellen Haar. Selbst der Ausdruck ängstlicher Besorgnis auf seinem Gesicht konnte nicht verbergen, dass er sehr gut aussah. Die Augen grau-grün, der Mund voll und klar gezeichnet. Das Ebenmaß seiner Züge wurde einzig gestört von der Nase, die ein wenig schief war. Diese kleine Unvollkommenheit machte ihn menschlicher und augenblicklich sympathisch. Er lief mit ausgestreckten Armen auf sie zu, ganz instinktiv. Ebenso instinktiv wich sie vor ihm zurück. Er blieb abrupt stehen. Entschuldige, sagte er hastig, und ihr fiel auf, dass seine Stimme zärtlich und fest zugleich war. Ich bin nur so froh und erleichtert, dich zu sehen, er hielt inne. Sein Blick glitt von ihrem verängstigten Gesicht zu Boden. Du erkennst mich nicht, nicht wahr, sagte er, und sie hörte die Tränen in seiner Stimme. Ich möchte ja gern, erwiderte sie leise. Er versuchte zu lächeln und es gelang ihm beinahe. Er holte tief Atem. Ich bin ziemlich nervös. Warum bist du nervös? fragte sie. Der Gedanke, dass er so aufgeregt und ängstlich sein könnte wie sie, war ihr gar nicht gekommen. Ich komme mir vor, wie beim ersten Rendezvous, antwortete er freimütig. Und ich möchte unbedingt einen guten Eindruck machen. Er lachte unsicher. Ich dachte, ich wäre auf alles gefasst, fuhr er fort, aber ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung, wie ich mit dieser Situation umgehen soll. Er blickte vom Boden auf und sah ihr in das angespannte Gesicht. Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. So etwas ist also noch nie vorgekommen. Es war mehr eine Feststellung als eine Frage. Guter Gott, nein! Er war sportlich gekleidet, trug eine graue Hose und ein blaues Hemd mit offenem Kragen. Sie bemerkte, dass seine Schultern leicht nach vorn gekrümmt waren, vermutlich eine Folge langer angespannter Stunden am Operationstisch. Er stand mit hängenden Armen und schien nicht zu wissen, was er mit seinen Händen anfangen sollte. Chirurgenhände, dachte sie, als sie die sorgfältig gepflegten Nägel sah und sich vorstellte, wie diese langgliedrigen Hände geschickt und präzise am Operationstisch hantierten. Behutsame Hände, kräftige Finger. Ihr fiel plötzlich der schmale, goldene Trauring an seiner linken Hand auf. Wieso trage ich keinen Ehering, fragte sie unvermittelt und überraschte nicht nur ihn, sondern auch sich selbst mit der Frage. Ich meine, du trägst ein und ich nicht. Ich finde das ein bisschen merkwürdig. Er antwortete erst nach einer kurzen Pause. Du trägst schon eine ganze Weile keinen Ehering mehr, erklärte er langsam, während sie ihn forschend ansah. Du hast plötzlich eine allergische Reaktion gegen Gold entwickelt. Du bekamst unter dem Ring starken Juckreiz und deine Haut war gerötet und rau. Eines Tages hast du den Ring abgenommen und nicht wieder angelegt. Wir sprachen dauernd davon, dass wir dir einen anderen kaufen würden, etwas mit Brillanten. Gegen Brillanten sei schließlich kein Mensch allergisch, sagten wir immer lachend. Aber irgendwie sind wir nie dazu gekommen. Um ehrlich zu sein, ich hatte das ganz vergessen. Er schüttelte den Kopf wie erstaunt darüber, dass er so etwas hatte vergessen können. Du würdest dich wundern, was man alles vergessen kann, sagte sie mit dem Bemühen, ihm aus der Verlegenheit zu helfen. Er lachte. Und plötzlich lachte sie auch. Das ist jetzt vielleicht für mich der richtige Moment zu verschwinden, bemerkte Dr. Melloff und sie nickte. Geben Sie jemandem vom Personal Bescheid, wenn Sie gehen wollen. Jane, ich würde mich gern noch von Ihnen verabschieden. Er scheint ein sehr netter Mann zu sein, bemerkte Michael, nachdem Dr. Melloff gegangen war. Sie lächelte. Genau das sagen sie alle von dir. Er seufzte. Was kann ich tun, um dir Sicherheit zu geben, Jane? Sag mir, wie ich dir helfen kann. Sie entfernte sich vorsichtig vom Fenster und trat näher zu ihm, achtete jedoch darauf, ein paar Schritte Abstand zu lassen. Wie lange sind wir verheiratet, fragte sie und kam sich dabei ungeheuer töricht vor. Elf Jahre, antwortete er schlicht. Wann haben wir geheiratet? Wie alt war ich damals? Wir haben am 17. April 1979 geheiratet. Du warst 23. Dann bin ich jetzt also 34, fragte sie, obwohl die Antwort eigentlich auf der Hand lag. Du wirst am 13. August 34. Möchtest du unsere Heiratsurkunde sehen? Sie nickte und trat noch etwas näher zu ihm, als er in die Tasche griff und die Urkunde herauszog. Da steht, dass wir in Connecticut geheiratet haben, stellte sie fest und spürte die Wärme, die von seinem Körper ausging. Da kamst du her. Deine Mutter lebt noch dort. Und mein Vater? Dein Vater starb, als du 13 Jahre alt warst. Sie war plötzlich traurig. Nicht, weil ihr Vater gestorben war, als sie noch ein halbes Kind war, sondern weil sie keinerlei Erinnerung an ihn hatte. Sie fühlte sich doppelt verlassen. Und wie bin ich in Boston gelandet? Er lächelte. Du hast mich geheiratet. Sie schwieg. Sie wollte jetzt noch nicht über ihr gemeinsames Leben mit ihm sprechen. Erst musste sie mehr über sich selbst wissen. Die Fakten verarbeiten, ein Gefühl für ihre eigene Geschichte bekommen. Möchtest du deinen Pass sehen? fragte er und hielt ihn ihr hin, als wäre er ein Beweisstück und dieses Krankenhauszimmer ein Gerichtssaal. Sie blätterte eilig das Büchlein durch, sah, dass sie mit Mädchennamen Lawrence geheißen hatte, dass ihre Personenbeschreibung sich mit dem deckte, was sie selbst über sich herausgefunden hatte und die Fotografie, wenn auch wahrhaftig nicht schmeichelhaft, in der Tat ein Bild von ihr war. Hast du noch andere Fotos? fragte sie, sie, obwohl sie bereits wusste, dass er welche bei sich hatte. Er zog mehrere Aufnahmen aus seiner Hosentasche. Sie neigte sich zu ihm hinüber, sodass ihre Arme einander berührten, als er ihr die Fotos zeigte. Das erste Bild zeigte sie zusammen an einem Strand. Er war braungebrannt, sie nicht ganz so dunkel. Sie trug einen schwarzen Badeanzug, er eine schwarze Badehose und beide sahen so aus, als könnten sie kaum die Hände voneinander lassen. Wo ist das aufgenommen? fragte sie. Auf Cape Cod, nicht weit vom Haus meiner Eltern. Vor ungefähr fünf Jahren fügte er ihn zu, als wüsste er, dass das ihre nächste Frage sein würde. Da glaubten wir noch, dass die Sonne uns nur guttun kann. Dein Haar war damals ein bisschen länger und ich habe wahrscheinlich ein paar Pfund weniger gewogen. Du siehst aber nicht aus, als hättest du zugenommen. Sie war sofort so verlegen, als wäre sie zu persönlich geworden. Hastig wandte sie ihre Aufmerksamkeit dem zweiten Foto zu. Arm in Arm standen sie lächelnd vor der Kamera, diesmal jedoch feierlich gekleidet, er im Smoking, sie in einem zyklanfarbenen Abendkleid. Das ist ein jüngeres Bild, stellte sie fest. Ja, es wurde Weihnachten aufgenommen. Wir waren auf der Weihnachtsfeier des Krankenhauses. Sie schloss die Hände über den Fotografien und gab sie ihm zusammen mit der Heiratsurkunde und dem Reisepass zurück. Ich bin also in Connecticut aufgewachsen, sagte sie nach einer langen Pause. Ja, du hast dort gelebt, bis du aufs College gegangen bist. Was habe ich im Hauptfach studiert, weißt du das? Er lächelte. Natürlich weiß ich das. Anglistik, du hast ein hervorragendes Examen gemacht. Und danach? Danach hast du festgestellt, dass gute Stellen für gute Anglistinnen ziemlich dünn gesät sind. Lehrerin, wolltest du aber auf keinen Fall werden. Darum hast du schließlich bei Harvard Press angefangen. In Boston? Nein, in Cambridge. Und mein Bruder? fragte sie. Die Frage schien ihn zu überraschen. Tommy? Was möchtest du wissen? Wie alt ist er? Was macht er beruflich? Warum lebt er in San Diego? Er ist 36, begann er ruhig, eine Frage nach der anderen beantwortend. Er hat die Generalvertretung für eine Yachtfirma und lebt seit 10 Jahren in San Diego. Ist er verheiratet? Ja, zum zweiten Mal. Seine Frau heißt Eleanor. Aber ich weiß nicht genau, wie lange die beiden verheiratet sind. Haben sie Kinder? Ja, zwei kleine Jungen. Es ist mir peinlich, aber ich muss gestehen, dass ich nicht weiß, wie alt sie sind. Ich bin also Tante. Richtig. Was bin ich noch? fragte sie plötzlich, ohne es zu wollen. Wie meinst du das? Sie schluckte, als könnte sie so die Frage, die sie hatte vermeiden wollen, zurücknehmen. Ich bin Tante, wiederholte sie und nahm dann ihren ganzen Mut zusammen. Bin ich auch Mutter? Ja. Oh Gott, stöhnte sie leise. Wie hatte sie vergessen können, dass sie ein Kind hatte? Was war sie für eine Mutter? Sie fing an zu zittern und der Kopf sank ihr auf die Brust. Ist ja gut. Ist ja gut, flüsterte er und seine Stimme war wie Balsam, der Schutz und Linderung brachte. Er legte ihr den Arm um die Schultern. Als sie den Kopf an seine Brust drückte, hörte sie sein erregtes Herz klopfen. Seine Angst war nicht geringer als ihre. Ein paar Minuten lang ließ er sie ungestört weinen und streichelte ihren Rücken, als wäre sie ein Kind. Dann fragte sie, wie viele Kinder haben wir? Aber ihre Stimme war so leise, dass sie sich häuspern und die Frage wiederholen musste. Nur eines. Ein Mädchen. Emily. Emily, wiederholte sie und kostete den Namen auf der Zunge wie Wein. Wie alt ist sie? Sieben. Sieben, flüsterte sie staunend. Sie ist im Augenblick bei meinen Eltern, sagte er. Ich hielt es für besser, dass sie bei ihnen bleibt, bis sich alles geklärt hat. Danke dir. Aus Scham wurde Erleichterung. Es wäre bestimmt nicht gut für sie, wenn sie mich so sähe. Ich verstehe dich. Es wäre doch schrecklich für sie, ihrer Mutter ins Gesicht zu sehen und zu wissen, dass ihre Mutter sie nicht erkennt. Etwas Beängstigenderes kann ich mir für ein Kind kaum vorstellen. Mach dir keine Sorgen. Das ist alles geregelt, beruhigte er sie. Meine Eltern haben sie in ihr Sommerhaus mitgenommen. Sie kann den ganzen Sommer dort bleiben, wenn wir das möchten. Sie räusperte sich wieder und wischte die Tränen von den Wangen. Wann hast du das alles arrangiert? Er zuckte leicht die Achseln und breitete dabei die Hände aus. Wir hatten schon vereinbart, dass Emily bei meinen Eltern bleiben sollte, solange du in San Diego bist. Sag mir mehr über mich selbst, drängte sie. Was möchtest du denn wissen? Das Gute, antwortete sie augenblicklich. Er zögerte nicht. Du bist intelligent. Entschlossen, lustig. Ich bin lustig? Du hast einen köstlichen Humor. Sie lächelte dankbar. Du bist eine Meisterköchin, ein prima Kumpel und eine treue Freundin. Das klingt zu schön, um wahr zu sein. Du singst leidenschaftlich gern und leidenschaftlich falsch, fügte er lachend hinzu. Ist das mein schlimmster Fehler? Wenn du wütend bist, fliegen die Fetzen. Ich bin unbeherrscht? Er grinste leicht verlegen. Gelände gesagt, ja. Sie brauchte einen Moment, um das zu verdauen. Dann fragte sie, bin ich noch berufstätig? Du sagtest doch, ich hätte bei Harvard Press gearbeitet. Du hast nach Emilies Geburt zu arbeiten aufgehört. Als Emily in den Kindergarten kam, konnte ich dich überreden, zwei Tage in der Woche bei mir in der Praxis zu arbeiten. Bei dir in der Praxis? Ja, dienstags und donnerstags. Du erledigst die Telefonate und die Korrespondenz und machst mir die Ablage. Das klingt ja sehr anspruchsvoll. Sie hatte nicht sarkastisch sein wollen und war froh, dass er sich an ihrer Bemerkung nicht störte. Du hast die Arbeit hauptsächlich übernommen, damit wir beide mehr Zeit miteinander verbringen konnten. Auf die Weise wussten wir, dass wir zwei Tage in der Woche auf jeden Fall zusammen sein können. An den anderen Tagen operiere ich. Das klingt ja nach einer perfekten Ehe. Naja, nichts im Leben ist perfekt. Er machte eine kleine Pause. Wir hatten unsere Differenzen und Reibereien, genau wie alle anderen Ehepaare, aber insgesamt gesehen hatten wir, glaube ich, beide das Gefühl, dass unsere Beziehung etwas Besonderes war. Sie sehnte sich danach, ihm zu glauben. Wo wohnen wir? In Beacon Hill? Er lächelte. Nein, die Großstadt erschien uns für Kinder nicht gerade ideal. Wir haben ein sehr hübsches Haus in Newton. Sie wusste, dass Newton ein gepflegter Vorort von Boston war, mit dem Auto knapp 20 Minuten von der Stadtmitte entfernt. Hast du nicht Lust, nach Hause zu fahren? fragte er. Jetzt? Er berührte leicht ihre Arme. Sie verspürte ein Kribbeln, das sich über ihre Haut bis in den Nacken fortpflanzte. Tut mir leid, dass wir in diesen Stau geraten sind, sagte er, als sei er für die endlose Schlange von Autos verantwortlich, die im Schneckentempo den Highway entlangkrochen. Wahrscheinlich hat es irgendwo davon einen Unfall gegeben, meinte Jane sachlich. Was ihr wirklich durch den Kopf ging, verschwieg sie. Dass ihr alles willkommen war, was ihre Rückkehr in ihr bisheriges Leben verzögerte. Ein Leben, für das sie noch immer überhaupt kein Gefühl hatte. Erzähl mir etwas von dir, bat sie. Was möchtest du denn wissen? Alles. Er lächelte warm und entspannt. Hm. Lass mich überlegen. Ich bin in Weston geboren und aufgewachsen. Das ist keine zehn Minuten von unserem heutigen Wohnort entfernt. Ich hatte eine glückliche Kindheit, fügte er lachend hinzu. Ist es etwa das, was du wissen möchtest? Genau. Warst du ein Einzelkind? Ich hatte einen Bruder. Lebt er nicht mehr? Nein, er starb, als ich noch auf der Highschool war. Im Grunde fuhr er fort, ehe sie weitere Fragen stellen konnte, habe ich meinen Bruder nie gekannt. Er war vier Jahre älter als ich und kam schwerstbehindert zur Welt. Er musste gleich nach der Geburt in ein Heim. Oh, das tut mir leid. Gott, das ist alles so lange her, er zuckte die Achseln. Und wie gesagt, er gehörte eigentlich nie wirklich zu meinem Leben. Als ich zur Welt kam, hatten sich meine Eltern schon einigermaßen damit abgefunden, dass er niemals zu Hause leben würde. Sie konzentrierten ihre ganze Liebe und Zuwendung auf mich. Ich wurde das typische Einzelkind, das alles bekommt, was es haben will. Erzähl mir von deinen Eltern. Mein Vater war Wissenschaftler. Er ist jetzt im Ruhestand. Aber als ich noch ein Kind war, war er von seiner Arbeit völlig absorbiert. Dafür war meine Mutter eine richtige Glucke. Ein Moment lang schien er sich in Erinnerungen zu verlieren. Mein Vater sagte oft, wenn er meiner Mutter freie Hand gelassen hätte, hätte sie mich wahrscheinlich bis zu meinem fünften Lebensjahr gestillt. Aber sie hat es nicht getan. Nicht, dass ich wüsste. Aber zusammen gebadet haben wir bestimmt, bis ich in der zweiten Grundschulklasse war. Er grinste breit. Daran erinnere ich mich genau. Du solltest wahrscheinlich so lange wie möglich ihr Baby bleiben, meinte Jane. Wegen deines Bruders. Ja, vermutlich hat uns sein Schicksal alle weit mehr beeinflusst, als uns klar war. Ich meine, ganz zweifellos ist mein Bruder der Grund dafür, dass ich Medizin studiert und mich dann auf Kinderchirurgie spezialisiert habe. Ich habe in meiner Praxis fast nur mit Kindern zu tun, die an schweren Behinderungen oder Missbildungen leiden. Kurz und gut fuhr er nach einer langen Pause fort. Ich wurde in Harvard angenommen und war überglücklich, weil das bedeutete, dass ich nicht in einen anderen Staat musste. Harvard war schon teuer genug, obwohl ich sogar ein ganz gutes Stipendium bekam. Unerwartet lachte er, sah einen Moment lang aus wie ein Teenager. Hey, das ist richtig toll. Ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr über das ganze Zeug gesprochen. Es ist, als fingen wir ganz von vorn an. Erzähl mir von unserer ersten Verabredung. Wie haben wir uns kennengelernt? Wir wurden verkuppelt. Und war es Liebe auf den ersten Blick? Von wegen. Wir haben einander gehasst. Gehasst, verabscheut, verachtet. Sie wollte sich von ihrer Überraschung nichts anmerken lassen. Irgendwie scheinen wir doch zu einer Einigung gekommen zu sein. Und dann haben wir geheiratet und lebten glücklich und zufrieden bis an unser seliges Ende. Ich hoffe, dass es so sein wird, sagte er aufrichtig. Erzähl mir noch was. Er warf den Kopf zurück, als suche er an der Wagendecke nach Einfällen. Also, du bist eine unheimlich engagierte Frau. Wenn es darum geht, ein Unrecht gut zu machen, bist du immer da, sagte er mit unverholener Bewunderung. Augenblicklich sah sie vor sich ein blutbespritztes blaues Kleid und eine Plastiktüte voller 100-Dollar-Scheine. Hatte sie sich diese Gegenstände zugelegt, während sie damit beschäftigt gewesen war, Unrecht gut zu machen? War sie vielleicht ein irregeleiteter, moderner Robin Hood, der von den reichen nahm, um den Armen zu geben? Und was tun wir so, wenn wir zusammen sind? fragte sie, das blutige Bild verscheuchend. Wir spielen Tennis, wir gehen ins Kino, ins Theater. Du hast mich sogar für klassische Konzerte begeistert. Wir treffen uns mit Freunden und wenn wir die Zeit dazu haben, reisen wir gern. Wohin? Naja, in den letzten Jahren haben wir keinen richtigen Urlaub mehr gemacht, aber vor vier Jahren waren wir im Orient. Erzähl mir von unseren Freunden, sagte sie. Soll ich sie nach Beliebtheitsgrad aufzählen? Er lachte und sie lachte mit ihm, fand das einen herrlichen Einfall. Okay, dann lass mal sehen. Die ersten auf der Liste wären Howard und Peggy Rose, die den Sommer über in Südfrankreich sind wie jedes Jahr. Dann kommen wahrscheinlich die Tenenbombs, Peter und Sarah, die wir beim Tennis jedes Mal schlagen, die das aber immer sehr gelassen hinnehmen. Dann die Carnies, David und Susan, sie sind beide Ärzte. Dann Ian und Janet Hart und Eve und Ross McDormitt. Sagt dir irgendeiner, dieser Namen etwas? Sie schüttelte den Kopf. Und Freundinnen, fragte sie? Meine oder deine? Fangen wir mit meinen an, meinte sie, sein Lächeln erwidert. Habe ich überhaupt welche? Ein paar. Lorraine Appleby, du hast damals mit ihr zusammengearbeitet und Diane, äh, ich kann mir ihren Nachnamen einfach nicht merken. Sie dachte an den Zettel, den sie in der Manteltasche gefunden hatte. Ist auch eine Pet dabei? fragte sie und wartete gespannt. Er überlegte einen Moment. Nein, von einer Pet weiß ich nicht, sagte er dann. Warum? Hat der Name Pet irgendeine Bedeutung für dich? Nur ein Name, Luxi. Er zuckte die Achseln, als sei eine Person namens Pet für sie beide nicht von Belang. Vielleicht hatte er ja recht. Wer konnte wissen, wie lange dieser Zettel schon in ihrer Manteltasche gesteckt hatte? Hier ist unsere Straße, sagte er. Forest Street stand auf dem Schild. Die Straße war ihr so unbekannt wie die anderen zuvor. Zu beiden Seiten standen Holzhäuser, eins grau mit einer großen Glasveranda, ein anderes blau, fast ganz hinter einer Gruppe mächtiger alter Eichen versteckt. Da sind wir, er streckte den Arm aus. Das dritte Haus nach der Ecke. Ein schönes Haus, in einer schönen Gegend. Ein gut aussehender, allgemein respektierter Ehemann, ein schwarzer BMW neuesten Baujahrs. Sie hätte es schlechter treffen können. Was also hatte sie veranlasst, ihr Glück in der Flucht und im Vergessen zu suchen? Was hatte sie aus ihrem komfortablen Haus in dieser höchst komfortablen Gegend getrieben? Wer ist das? fragte sie, als sie im Garten des Hauses gegenüber eine Frau in alten Bermuda-Shorts sah, die dabei war, den Rasen zu wässern. Der Anblick von Michaels Wagen hatte die Frau so fasziniert, dass sie völlig vergaß, was sie tat und den Schlauch direkt auf ihre eigene Haustür richtete. Michael hob den Arm zu einer Geste, die Gruß und beruhigendes Abwinken zugleich war. Als wollte er die Frau wissen lassen, dass er alles im Griff hatte. Sie heißt Carol. Carol Bishop, sagte er. Sie ist mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern vor ein paar Jahren aus New York hergezogen. Ihr alter Vater lebt auch noch bei ihnen. Leider ist ihr Mann letzten Herbst wieder ausgezogen. Er steuerte den Wagen in die Einfahrt. Das sagt ihr wohl alles nichts. Nein. Du und Daniel habt jede Woche ein paar Mal morgens zusammen gejoggt. Daniel ist ihr Mann. War ihr Mann, korrigierte er sich, oder wird zumindest bald ihr Mann gewesen sein. Ich jogge? Ab und zu. Seit Daniel weggezogen ist, bist du allerdings nicht mehr viel gelaufen. Warum hast du sie so angestarrt? Wie denn? Ich glaube, du weißt genau wie. Ich hatte den Eindruck, du wolltest ihr zu verstehen geben, dass alles in Ordnung ist. Er schüttelte den Kopf. Dir entgeht aber auch gar nichts, hm? In seinem Ton mischten sich Bewunderung und Erstaunen. Sie weiß wohl von meinem Verschwinden. Ja, sie weiß Bescheid, sagte er, und betätigte die Fernsteuerung, die an der Sonnenblende seines Wagens befestigt war. Das Garagentor schwang langsam in die Höhe. Dahinter kam ein silbergrauer Hunder Prälude zum Vorschein. Ihre Aufmerksamkeit wechselte von der Nachbarin zu dem Auto in der Garage. Ist das mein Wagen? Ja. Sie hatte ihn also nicht irgendwo auf der Straße stehen lassen. Er war sicher und wohlbehalten zu Hause, so wie sie selbst eigentlich sicher und wohlbehalten hätte zu Hause sein müssen. Michael fuhr langsam in die Garage. Ein Moment lang hatte sie das Gefühl, in eine Gruft zu fahren. Jane atmete einmal tief durch und zwang sich, den Blick in das kleine Vestibül zu richten, dessen Tapete ein Muster aus zarten roten Streublumen hatte. Die Treppe, die nach oben führte, war weiß gestrichen und genau wie der Eingang mit einem blassgrünen Teppich ausgelegt. Insgesamt ein hübsches Entree. Es war ein einladendes Haus, das den Besucher freundlich empfing. Noch einmal holte sie Atem, wagte vorsichtig den ersten Schritt und trat ein. Licht war ihr erster Eindruck. Von überall schien es ins Haus zu strömen, durch die großen Fenster des Esszimmers auf der rechten Seite, durch das riesige Oberlicht, das aus dem ersten Stockwerk hinunterblickte. Hinter der Treppe verengte sich der Eingang zu einem Flur, der zu den Räumen im hinteren Teil des Hauses führte. Wie wär's mit einem Rundgang, meinte Michael, ohne zu fragen, ob sie irgendetwas wiedererkenne. Sie nickte und folgte ihm in das geräumige Esszimmer mit der rot-weiß gestreiften Tapete, die gewagt war, aber dennoch nicht aufdringlich wirkte. Der Esstisch hatte eine lichtgrüne Marmorplatte, die acht Stühle darum herum hatten rot-weiß gestreifte Bezüge. In einer Glasvitrine glänzte ein Servis aus feinem Porzellan mit einem rot-weißen Blumenmuster und am großen Fenster standen mehrere üppige Grünpflanzen in orientalischen Töpfen. Es ist alles sehr schön, sagte sie und fragte sich, ob sie diese Töpfe von ihrer Reise in den Orient mitgebracht hatten. Das Wohnzimmer, in das Michael sie als nächstes führte, nahm die ganze Längsseite des Hauses ein. Eine schinsbezogene Couch-Garnitur gruppierte sich vor dem großen offenen Kamin, neben dem rechts ein hohes Bücherregal stand, während links die Stereoanlage ihren Platz hatte. An der Wand gegenüber stand ein glänzendes Ebenholzklavier. Zögernd trat Jane näher, legte ihre Finger auf die Tasten und klimperte eine Melodie von Chopin. Die zarten Klänge überraschten sie. Sie sah zu ihren Fingern hinunter, die sofort tollpatschig und vergesslich wurden. Ihr Klavierspiel war offenbar eine Reflexhandlung, die näherer Betrachtung nicht standhalten konnte. Ihr Blick fiel auf die Fotografien, die auf dem Klavier standen. Unter ihnen waren drei Gruppenaufnahmen von Kindern, die nach Größe in Reihe und Glied aufgestellt waren und in die Kamera lächelten. Auf der kleinen Tafel, die einer der Jungen in der vorderen Reihe hielt, stand Arlington Private School. Sie ist die zweite von links, sagte Michael. Er deutete auf ein zartes kleines Mädchen mit langem braunen Haar und großen Augen. Sie war ganz in Gelb gekleidet und schien ungefähr drei oder vier Jahre alt zu sein. Das war im Kindergarten vorher fort. Er nahm das nächste Foto, zeigte auf dasselbe kleine Mädchen, das diesmal in rosa und weiß gekleidet war und einen Pferdeschwanz trug. Das war in der Vorschule. Sie ist groß, bemerkte Jane und hörte, wie brüchig ihre Stimme klang. Ja, sie muss immer in der letzten Reihe stehen. Sie nahm das dritte und letzte Bild, entdeckte diesmal ohne Mühe ihre Tochter, ganz in schwarz-weiß mit offenem Haar, das Lächeln nicht mehr ganz so strahlend wie in den Jahren zuvor, der Blick eher befangen und scheu. Mein Kind, dachte Jane, aber sie fühlte nichts. Die sechsjährige Emily Whitaker war nichts weiter als eines von mehreren niedlichen kleinen Mädchen auf einem Klassenfoto. Die Erkenntnis trieb ihr die Tränen in die Augen. Sie begann so heftig zu zittern, dass Michael ihr das Bild aus der Hand nahm und sie vom Klavier wegführte. Er legte ihr den Arm um die Taille und führte sie aus dem Wohnzimmer durch den Flur in den rückwärtigen Teil des Hauses. Sie kam an einer Toilette und eine Reihe Einbauschränke vorüber, ehe sie die Küche erreichten, einen großen, sonnigen Raum mit Blick auf den Garten. Wie schön, sagte sie und trat an das große Fenster, um in den Garten hinaus zu blicken. Auf der rechten Seite bemerkte sie eine Tür, die nach draußen führte und musste den Impuls niederkämpfen, hinzulaufen, sie aufzureißen und zu fliehen. Das ist noch gar nichts. Durch eine Tür auf der linken Seite der Küche führte er sie in den nächsten Raum. Der Wintergarten der gnädigen Frau, verkündete er stolz. Sie trat in ein Wunderland aus Glas und Grün. Wir haben das vor drei Jahren angebaut, bemerkte er, während sie sich in der Mitte des Raumes langsam im Kreis drehte, um alles aufzunehmen. So einen schönen Raum habe ich noch nie gesehen, sagte sie und wusste, dass es wahr war, ganz gleich, was sie sonst gesehen und vergessen haben mochte. Draußen läutete es. Wer kann das sein? fragte Jane. Michael stand auf. Ich glaube, ich ahne es. Widerstreben folgte Jane ihm aus dem Wintergarten hinaus durch die Küche zurück in den Flur. Sie blieb zurück, als er zur Haustür ging und wartete im Schatten der Treppe, während er öffnete und zurück trat. Wie geht es ihr? fragte die Frau, die hereinkam. Sie ist durcheinander, antwortete Michael und führte die Frau ins Wohnzimmer. Sie erinnert sich an nichts. Mein Gott, an gar nichts? Er schüttelte den Kopf. Hat sie sich hingelegt? Nein. Ich bin hier, sagte Jane zu Carol Bishop, die immer noch die alten Bermudas anhatte, unter der ihre fleischigen Knie zu sehen waren. Carol Bishop war etwa Mitte 40, klein, sicher nicht größer als 1,55 Meter und zu dick. Sobald sie Jane sah, wich alle Farbe aus ihrem runden Gesicht, das einen Ausdruck zwischen Besorgnis und Ängstlichkeit zeigte. Michael hat mir von deiner Amnesie erzählt, bemerkte sie und warf Michael einen hilfesuchenden Blick zu. Ich habe Carol vom Krankenhaus aus angerufen und ihr in aller Kürze erklärt, was los ist, warf Michael schnell ein. Ich dachte, du würdest dich weniger bedroht fühlen, wenn noch jemand hier ist. Ich kann mir vorstellen, dass dir das alles ziemlich Angst macht, meinte Carol. Es ist mehr Verwirrung als Angst, sagte Jane. Ich wollte nur, ich wüsste, warum das passiert ist. Sie begann unruhig im Zimmer hin und her zu gehen. Ich habe das Gefühl, wenn ich das erst einmal weiß, klärt sich alles andere von selbst. Du kannst dich an gar nichts erinnern? Nein. Vielleicht kann ich dir helfen, erbot sich Carol und zog Jane mit sich zum Sofa, wo sie sich mit ihr setzte. Ich heiße Carol Bishop. Wir sind Nachbarn seit ungefähr drei Jahren. Wir waren gerade erst eingezogen, da kamst du mit einem tollen Schokoladenkuchen zu uns, den du selbst gebacken hattest. Du sagtest, es wäre deine Spezialität. Es war wirklich der beste Schokoladenkuchen, den ich je gegessen habe. Du hast mir sogar das Rezept gegeben und ich habe den Kuchen seit dem x-mal gebacken. Sie schluckte mehrmals und starrte zu Boden, ehe sie fortfuhr. Natürlich bin ich ziemlich allein, seit Daniel ausgezogen ist. Es ist erstaunlich, wie schnell die sogenannten guten Freunde verschwinden, wenn der Ehemann weggeht. Daniel war mein Mann, fügte sie erklärend hinzu. Du bist mehrmals in der Woche morgens mit ihm joggen gegangen. Weißt du davon noch irgendetwas? Nein, nichts. Ich wollte, ich könnte dieses Schwein so leicht vergessen. Carol seufzte so tief, dass ihr üppiger Busen zitterte. Er ist Ende Oktober ausgezogen. Ich konnte ihn partout nicht dazu überreden, die Kinder mitzunehmen, scherzte sie. Dann nimm wenigstens den Köter, habe ich ihn angefleht, oder meinen Vater. Aber er meinte, wenn ich das Haus behalten wolle, wäre ich auch für das Inventar zuständig. Und das war's dann auch schon. Jetzt bist du auf dem Laufenden. Sie fuhr sich mit der Hand durch die kurzen, blonden Locken. Du kannst mir ruhig Fragen stellen, wenn du willst. Du siehst ja, dass ich nicht gerade eine reservierte Person bin. Ich habe keine Geheimnisse. Jane blickte auf Carols Hände und bemerkte, dass die Frau noch immer Verlobungs- und Ehering trug. Ich weiß nicht, was ich fragen soll, gestand sie nach einer längeren Pause. Carol sah von Jane zu Michael und dann zurück zu Jane. Ich wollte dir nur sagen, dass ich jederzeit für dich da bin, wenn du etwas brauchst, wenn du irgendwelche Fragen hast. Danke. Ich könnte euch etwas zu essen rüberbringen, bot Carol an. Also wenn ihr Hunger bekommen solltet, dann meldet euch. Das werden wir tun. Michael ging zur Tür. Carol nahm Janes Hand in die Irre und senkte die Stimme. Du bist in guten Händen, versicherte sie. Du könntest dir keinen besseren Mann wünschen. Sie kämpfte gegen plötzlich aufsteigende Tränen. Es wird bestimmt alles wieder gut werden, Jane. Verlass dich einfach auf Michael. Jane blieb reglos auf dem Sofa sitzen, während Carol mit Michael in den Flur hinausging. Du rufst an, wenn du mich brauchen solltest, hörte sie Carol fragen, ehe die Haustür geschlossen wurde. Sie scheint sehr nett zu sein, sagte sie, als Michael ins Wohnzimmer zurückkam. Ja, das ist sie. Es ist sicher nicht einfach für sie, die Kinder und ihren alten Vater versorgen zu müssen. Ja, sie hat's nicht leicht, ständig zwischen diesen beiden Polen jonglieren zu müssen, Jane nickte. Ihr fiel eine Episode aus einer Serie ein, die genau das zum Thema gehabt hatte. Das Leben von Frauen, die zwischen den Forderungen ihrer Kinder und den Bedürfnissen ihrer alten Eltern hin- und hergerissen, kaum zu sich selbst kamen. Gehörte auch sie zu diesen Frauen? Ihr Vater war gestorben, als sie 13 Jahre alt gewesen war, hatte Michael ihrem Krankenhaus erzählt. Aber was war mit ihrer Mutter? Lebte sie noch in Connecticut oder war sie vielleicht in die Gegend von Boston gezogen, um ihrer einzigen Tochter näher zu sein? Oder vielleicht hatte sie das sonnige Kalifornien vorgezogen und Sohn Tommy war derjenige, der in der Zwickmühle zwischen Familie und Mutter saß. Lebt meine Mutter noch in Connecticut? fragte sie. Doch Michael, der sich in einen Sessel gesetzt hatte, antwortete nicht, sondern starrte gedankenverloren und zum Fenster hinaus. Michael, sagte sie in der Annahme, er hätte sie nicht gehört. Lebt meine Mutter noch in Connecticut? Er schüttelte den Kopf und drückte die gefalteten Hände an den Mund. Michael? Da erst sah er sie an und sie begriff augenblicklich, dass ihre Mutter tot war. Wann ist sie gestorben? Letztes Jahr. Wie alt war sie? 63. Das ist aber jung, bemerkte sie, ohne die Spur einer inneren Verbundenheit zu dieser Frau zu fühlen, die sie geboren hatte und nun tot war. Ja, stimmte er ihr zu. Woran ist sie gestorben? Er zögerte nur kurz. Sie hatte einen Unfall. Was für ein Unfall? Erzähl es mir. Er wandte sich ihr ganz zu, ehe er begann. Deine Mutter war ein paar Wochen bei uns zu Besuch. Wir wollten sie eigentlich überreden, nach Boston zu ziehen, aber sie wollte nichts davon wissen. Kurz und gut, eines Nachmittags wollte sie nach Boston hineinfahren, um noch ein paar Dinge einzukaufen, ehe sie wieder nach Hause fuhr. Und du? Er brach ab und begann von Neuem. Du hattest an dem Tag mit Emily zu tun. Ich glaube, es ging um irgendein Schulprojekt. Wieder verstummte er und setzte ein drittes Mal neu an. Sie nahm deinen Wagen. Mein Honda? Nein, du hattest einen Volvo, einen dunkelgrünen, erläuterte er, ohne dass sie danach zu fragen brauchte. Sie nahm deinen Wagen und fuhr los. Wieder hielt er inne, nicht willens oder vielleicht auch nicht fähig, gleich fortzufahren. Jane war nicht sicher, ob er ihr oder sich selbst den Schmerz dessen, was kommen musste, ersparen wollte. Weiter. Es passierte gar nicht weit von hier. Irgend so ein Kerl überfuhr ein Stoppschild und brauste mit 80 Sachen in ihren Wagen hinein. Sie war sofort tot. Er stand aus seinem Sessel auf und kam zu ihr. Sie sah, dass seine Augen feucht waren. Ihr selbst schossen die Tränen in die Augen, aber nicht Tränen des Schmerzes, sondern des Zorns und der Frustration. Wie konnte sie etwas so tiefgreifendes wie den Tod ihrer Mutter vergessen? Wieso ergriff die schlimme Geschichte, die Michael ihr eben erzählt hatte, sie überhaupt nicht? Habe ich mich mit meiner Mutter gut verstanden? Er nickte. Du warst untröstlich nach ihrem Tod. Jane sprang plötzlich auf. Ach verdammt, warum kann ich mich nicht erinnern? Das wird schon kommen, Jane, versicherte er, bemüht sie zu beruhigen. Wenn es an der Zeit ist. Du hattest Angst davor, mir das zu erzählen, sagte sie herausfordernd. Warum? Ich fürchtete, es würde dich aufregen. Nein, das war es nicht. Bitte sag mir die Wahrheit. Er sah zum Flur hinüber, als hoffte er, Carol Bishop würde wieder erscheinen, um ihm zu helfen. Der Unfall, sagte er stockend, er geschah vor fast genau einem Jahr. Was willst du damit sagen? Glaubst du, der Jahrestag des Todes meiner Mutter könnte die Amnesie ausgelöst haben? Ich halte es jedenfalls für eine Möglichkeit, ja. Du warst sehr erregt. Du konntest nicht schlafen. Du warst rastlos und unruhig. Das war der Grund, weshalb ich dir vorschlug, für ein paar Tage wegzufahren und deinen Bruder zu besuchen. Nur erklärte es nicht die Blutflecken auf ihrem Kleid und nicht die geldgefüllten Manteltaschen. Sie war plötzlich unglaublich müde. Ich glaube, du brauchst jetzt erst mal Ruhe, sagte Michael fürsorglich. Komm, drängte er sie sanft. Ich pack dich ins Bett. Hm? Er führte sich die Treppe hinauf zu ihrem Schlafzimmer. Es war ein wohltuend ruhiger Raum in matten Grün- und Lila-Tönen. Das breite Himmelbett stand in der Mitte, rechts war das große Fenster, links ein langer Wandschrank mit Spiegeltüren, die das Grün des Gartens hereinholten, sodass man den Eindruck hatte, sich in einem Raum ohne Grenzen und Mauern zu befinden. Jane fand es unmöglich, ihrem Spiegelbild auszuweichen. Obwohl sie sich anstrengte, sich ganz auf die Chagall-Lithographien zu konzentrieren, die die Wand gegenüber dem Bett schmückten, kehrte ihr Blick immer wieder zu den Spiegeln zurück. Was siehst du? fragte Michael unerwartet, und sie sah sich zusammenzucken. Ein verängstigtes kleines Mädchen, antwortete sie. Sie versuchte, sich ihrem Spiegelbild zu stellen, aber sie konnte es nicht. Beinahe zornig zog sie sämtliche Türen des langen Schranks auf und entledigte sich so wenigstens fürs Erste ihres Bildes. Die Kleider ihres vergangenen Lebens sprangen ihr entgegen. Einige Stücke waren sehr modisch und elegant. Andere wirkten viel zu mädchenhaft für eine Frau in ihrem Alter. Sie hatte beim Einkaufen offensichtlich ihre guten und ihre schlechten Tage. Eine hohe Kommode mit Schubladen trennte ihren Kleiderschrank von dem ihres Mannes. Sie zog die Laden eine nach der anderen auf, bewunderte die zarte Unterwäsche aus Seide und Satin, schob hastig einen Strapsgürtel aus schwarzer Spitze nach hinten, ehe Michael ihn sah. Ziehe ich so etwas tatsächlich an? fragte sie sich beinahe peinlich berührt. Sie hatte Strumpfhosen angehabt, als sie sich in Bostons Straßen herumirrend wiedergefunden hatte. Vielleicht hatte sie ein Fäbel für Reizwäsche im Schlafzimmer. Wahrscheinlicher war, dass Michael ein Fäbel dafür hatte. Sie senkte den Blick zum Schrankboden und zählte zwölf Paar Schuhe, ehe sie sich stark genug fühlte, ihn anzusehen. Mach dir keine Sorgen, Jane, sagte er sofort. Ich schlafe im Gästezimmer, bis du es wieder anders willst. Ich kann doch im Gästezimmer schlafen, entgegnete sie rasch. Nein, sagte er entschieden, das ist dein Zimmer. Unser Zimmer, korrigierte sie. Ja, bald wieder. Hab Vertrauen. Er nahm ein langes, weißes Baumwollnachthemd von einem Bügel. Dein Lieblingsnachthemd. Er legte es auf das Bett. Zieh dich ruhig schon aus, das Bad ist gleich nebenan. Er wies auf eine Tür jenseits der Reihe offener Schranktüren. Ich gehe inzwischen runter und mache uns eine Tasse Tee. Er war weg, ehe sie sagen konnte, ach ja, das wäre schön. Langsam ließ sie sich auf das Bett sinken, mit der einen Hand den Pfosten am Fußende des Bettes umfassend, mit der anderen zu dem weißen Baumwollnachthemd greifend, das neben ihr lag. Sie musterte es aufmerksam, erstaunt, dass eine Frau, der es Spaß machte, sich in schwarzer Reizwäsche zu produzieren, an so einem jungfräulich-keuschen Ding gefallen finden konnte und es auch noch zu ihrem Lieblingsnachthemd erkoren hatte. Ach was, sagte sie schließlich laut, immer noch besser, als im Mantel zu schlafen. Zwei Minuten später war sie aus ihren Kleidern und in das bodenlange Baumwollhemd geschlüpft. Sie meinte Michael, die Treppe heraufkommen zu hören, aber als sie zur Tür blickte, sah sie niemanden. Sie stand auf, setzte sich wieder, richtete ihre Aufmerksamkeit auf den Nachttisch. Sie überlegte, ob sie den Wecker stellen, die Lampe einschalten, telefonieren sollte und zog schließlich, nur um irgendetwas zu tun, die obere Schublade des Nachttisches auf. Sie sah sofort und wusste auf Anhieb, was es war. Alle privaten Telefonbücher haben eine gewisse Ähnlichkeit. Dieses hier hatte die Größe eines Schulheftes und einen Stoffeinband mit Paisley-Muster. Sie nahm es langsam heraus und kam sich dabei vor wie ein Hausgast, der heimlich schnüffelt. Sie legte es auf ihren Schoß und ließ es mehrere Sekunden ungeöffnet, ehe sie den Mut fand, einen Blick hineinzuwerfen. Nun stell dich doch nicht so an, sagte sie sich ungeduldig. Es ist doch dein Buch. Klapp es auf. Was ist denn los mit dir? Wovor hast du Angst? Es ist doch nichts weiter als ein Verzeichnis von Namen. Namen, die nichts bedeuten, sagte sie sich, während sie das Buch unter A aufschlug. Lorraine Appleby las sie und erinnerte sich, dass Michael sie ihr als eine ihrer Freundinnen genannt hatte. Arlington Private School stand direkt darunter. Arlington Private School? Natürlich, Emilys Schule. Na bitte, ist doch ganz einfach, sagte sie sich mutiger werdend und blätterte zu B, wo sie auf den Namen Diane Brewster stieß. Das musste die andere Freundin sein, die Diane, deren Nachnamen sich Michael nicht merken konnte. Rasch hatte sie auch die anderen Namen gefunden, die er aufgezählt hatte. David und Susan Carney, Janet und Ian Hart, Eve und Ross McDermott, Howard und Peggy Rose, Sarah und Peter Tennenbaum. Alle waren sie da, schwarz auf weiß, in alphabetischer Ordnung. Sie fand einen Eintrag für ihren Bruder, Tommy Lawrence, Montgomery Street San Diego und merkte, wie ihre Hände zu zittern begannen, als sie noch einmal zu R blätterte. Sie hatte ihn beim ersten Mal nicht gesehen, wieso also erwartete sie, ihn jetzt zu finden. Wer immer Pat Rutherford war, er oder sie, war allenfalls eine oberflächliche Bekanntschaft, nicht einmal bedeutsam genug, um in ihrem privaten Telefonbuch Platz zu finden. Sie blätterte noch in dem Buch, als Michael zurückkam. Na, was Interessantes entdeckt, fragte er und stellte das Tablett mit zwei Tassen Tee und einem Teller Kekse auf den kleinen runden Tisch beim Fenster. Jane legte das Buch in die Schublade zurück und stand auf, um sich zu ihm an den Tisch zu setzen. Sie lehnte sich in ihrem Sessel zurück und nahm dankbar die Tasse entgegen, die er ihr reichte. Vielleicht sollte ich meinen Bruder anrufen, sagte sie, nachdem sie den ersten Schluck Tee getrunken hatte. Er macht sich doch sicher Sorgen. Das habe ich schon erledigt. Ich habe mit ihm gesprochen und ihm gesagt, dass alles in Ordnung ist. Es reicht, wenn du ihn morgen anrufst, sagte er. Und sie lächelte erleichtert. Der Tee schmeckt gut, sagte sie und dachte, als sie sein Lächeln sah, wie leicht es war, ihn glücklich zu machen. Spezialität des Hauses. Hier, nimm die. Er reichte ihr zwei kleine weiße Tabletten. Was ist das? Ein leichtes Sedativum. Ein Sedativum? Wozu? Ich habe keine Schlafprobleme. Nur zur Entspannung. Jane musterte mit zusammengekniffenen Augen die zwei kleinen Tabletten, die schwer auf ihrer offenen Hand lagen. Dr. Melloff hat es verschrieben, erklärte er ohne eine Spur von Ungeduld oder Gereiztheit. Sie sollen dir nur helfen, dich zu entspannen, Jane. Es ist ein ganz leichtes Mittel, wirklich. Ohne weitere Einwände schob sie die Tabletten in den Mund und spülte sie mit dem Rest ihres Tees hinunter. Ist doch ein Plätzchen, drängte er. Sie sind wirklich gut. Paula hat sie am Freitag gebacken. Paula? Paula Marinelli. Sie kommt ein paar Mal in der Woche zum Saubermachen. Ich habe sie gebeten, jeden Tag zu kommen, bis es dir wieder besser geht. Bis ich wieder weiß, wer ich bin, meinst du? Okay, bis du wieder weißt, wer du bist, stimmte er lachend zu. Sie nahm einen großen Bissen von ihrem Plätzchen und eine Kaskade von Bröseln rieselte auf den Teppich. Ach, du lieber Himmel, bin ich immer so ungeschickt? Sie bückte sich hastig, um die Krumen aufzusammeln und wurde von einem so heftigen Schwindel überfallen, dass sie beinahe das Gleichgewicht verloren hätte. Hoppla! Augenblicklich war er bei ihr, half ihr auf die Beine und führte sie zum Bett. Du musst total erschöpft sein, sagte er, während er die Daundecke zurückschlug und ihr ins Bett half. Im nächsten Moment war sie eingeschlafen. Sie träumte. Sie stand auf einer großen Wiese. Hinter ihr war ein niedriges Gebäude. Es hätte ein Motel sein können, aber es hatte kein Schild, das darüber Aufschluss gab. Plötzlich war Michael neben ihr. Hast du Lust auf einen Spaziergang? fragte er. Sie nickte und schmiegte sich an ihn. Nein, nein, schallte irgendwo hinter ihnen eine Stimme. Du darfst da nicht gehen. Die Wiese ist voller Kobras. Sie wirbelte herum. Michael war fort. Eine riesige Schlange, den Kopf auf langem Hals zum Angriff erhoben, lag zusammengerollt zu ihren bloßen Füßen. Sie fuhr erschrocken zurück und fiel in die Wiese, in der die Kobras warteten. Sie nahm wahr, dass sie sich wie auf Kommando alle gleichzeitig aufrichteten. Ein herrschwankender Leiber zwischen hohen gelblichen Gräsern, das ihr drohend näher rückte. Mit blitzschnellen Schlägen peitschten die Zungen der Schlangen ihre Beine und sie sah, wie die Riesenschlange sich aufrichtete, um sie anzugreifen. Sie schrie laut. Jane, hörte sie ihn rufen. Was ist los? Komm, Jane, wach auf! Zaghaft öffnete sie die Augen. Ich hatte einen schrecklichen Traum, begann sie mit kleiner Stimme. Überall wimmelte es von Schlangen. Ich hatte wahnsinnige Angst. Sie merkte, dass sie von Kopf bis Fuß schweißgebadet war und löste sich aus seinen Armen. Ich bin klatschnass. Bleib liegen. Ich hole einen Waschlappen. Ich bin gleich wieder da. Immer noch zitternd unter den Nachwehen der Angst blieb sie im Bett sitzen, bis Michael zurückkam. Die Traumbilder begannen sich aufzulösen. Atme tief durch, riet Michael, während er ihr mit dem kühlen, feuchten Lappen die Stirn wischte. Ja, so ist es richtig. Schön durchatmen. Versuch dich zu entspannen. Jetzt ist der Spuk vorbei. Es war so fürchterlich. Ich weiß. Er sprach so sanft mit ihr, als wäre sie eine seiner kleinen Patientinnen. Aber jetzt ist alles wieder gut. Plötzlich spürte sie einen Stich und glaubte, die Schlangen wären in ihr Bett eingedrungen. Mit einem Aufschrei fuhr sie in die Höhe und sah gerade noch, wie die Viper sich eilig zurückzog. Es ist nur eine Spritze, damit du ruhig und ohne Albträume schlafen kannst, sagte Michael beruhigend. Er legte die Spritze aus der Hand und nahm sie in die Arme. Du brauchst dringend Schlaf, Jane. Er küsste sie und strich eine feuchte Haarsträhne aus ihrer Stirn. Das ist jetzt das Beste für dich. Langsam ließ er sie in die Kissen niedersinken. Sie sah ihm im Halbdunkel ins Gesicht, sah die Angst und die Einsamkeit, die er so tapfer zu verbergen versuchte und sehnte sich danach, die Arme nach ihm auszustrecken, um ihn zu berühren, ihn an sich zu ziehen, sich von ihm halten zu lassen. Unter halbgeschlossenen Lidern sah sie, wie er die Hand hob, um sich das Haar aus der Stirn zu streichen. Und da sah sie die lange, frische Narbe, die sich unmittelbar oberhalb des Haaransatzes, der normalerweise von seinem Haar verborgen war, durch seine Kopfhaut zog. Was hast du da für eine Verletzung am Kopf, wollte sie fragen. Aber ehe sie die Worte herauspressen konnte, füllte Dunkelheit sie ein und sie fiel in den traumlosen Schlaf, den er versprochen hatte. Sonnenschein sickerte durch die Ritzen der Fensterläden, als sie erwachte. Sie setzte sich langsam auf, lehnte sich auf die Ellbogen gestützt an das Kopfteil des Bettes und wartete darauf, dass ihr Blick klar werden und das Summen in ihren Ohren aufhören würde. Dann schwang sie die Beine aus dem Bett, um aufzustehen. Das Zimmer drehte sich. Sie schwankte so heftig, dass sie zu stürzen fürchtete. Sie hatte den Eindruck, dass ihr Kopf völlig gefühllos war, betäubt, erstarrt. Sie rieb sich die Arme und spürte wieder den Einstich der Nadel, die unversehens ihre Haut durchbohrte. In der Erwartung, Michael an ihrem Bett zu finden, öffnete sie die Augen, aber es war niemand da. Sie blickte zum Wecker auf dem Nachttisch und schaffte es mit Mühe, die Ziffern zu erkennen. Zehn nach zehn, rief sie ungläubig. Hatte sie tatsächlich mehr als zwölf Stunden geschlafen? Wo ist Michael? fragte sie sich, während sie ins Badezimmer wankte. Vielleicht war er unten und machte das Frühstück. Vielleicht verstand er sich aufs Kaffeekochen genauso gut wie aufs Teekochen. Vielleicht briet er Schinken und Eier, um sie ihr ans Bett zu bringen. Sofort hob sich ihre Stimmung, verdüsterte sich aber gleich wieder, als ihr klar wurde, wie abhängig sie sich bereits fühlte. Sie putzte sich die Zähne und überlegte, ob sie sich ankleiden sollte. Aber sie war zu müde, um sich auch nur das Nachthemd über den Kopf zu ziehen. Außerdem spielte es ja sowieso keine Rolle. Sie hatte nicht die Absicht auszugehen. Mit einem energischen Ruck warf sie den Kopf zurück, um sich aus der Lethargie zu reißen, die ihren Körper gefangen hielt, aber durch die heftige Bewegung wurde ihr nur von Neuem schwindelig. Mit Mühe und Not schaffte sie es bis zum Bett und ließ sich darauf niederfallen. Ich bleibe einfach noch ein paar Minuten liegen und ruhe mich aus, flüsterte sie in das Lachsrosa Laken, das Letzte, was sie sah, ehe sie in Bewusstlosigkeit versank. Als sie die Augen wieder öffnete, war fast eine Stunde vergangen. Du meine Güte, murmelte sie, straffte die Schultern und stemmte sich in die Höhe. Als sie diesmal aufstand, blieb der Boden unter ihren Füßen ruhig. Die Schwindelgefühle waren weg. Nur eine vage Niedergeschlagenheit war geblieben. Sie sagte sich, das sei immerhin besser als Angst und Schrecken. Du machst Fortschritte, sagte sie laut und sah ihr Spiegelbild lächeln. In ungewollter Nachahmung Michaels strich sie sich eine Haarsträhne aus der Stirn und hielt abrupt inne, als sie sich an die frische Narbe erinnerte, die sie am vergangenen Abend an seinem Kopf gesehen hatte. Was hatte die Narbe zu bedeuten? Hatte sie überhaupt Bedeutung? Vielleicht hatte er sich einer kleinen Operation unterziehen müssen, vielleicht war er gestürzt und hatte sich den Kopf aufgeschlagen. Das Bild ihres blutverschmierten Kleides drängte sich ihr auf. Kopfwunden pflegten stark zu bluten. War es möglich, dass das Blut auf ihrem Kleid Michaels Blut war? Sie verwarf den Gedanken, so rasch, wie er gekommen war. Vielleicht hatte er gar keine Narbe. Vielleicht war es nur ihre Einbildung gewesen. Sie war fast hysterisch vor Angst aus ihrem Albtraum erwacht. Sie war verwirrt und es war dunkel gewesen. Wenn ihre Fantasie Wiesen voller Giftschlangen hervorbringen konnte, warum dann nicht auch eine Narbe, die gar nicht vorhanden war? Wie auch immer. Es war ein Leichtes, die Wahrheit herauszufinden. Sie brauchte sich Michael nur genau anzusehen und wenn die Narbe wirklich da war, würde sie ihn fragen, wie er zu ihr gekommen war. Ganz einfach. Das Leben war wirklich sehr einfach, wenn man erst einmal auf den Dreh gekommen war. Sie ging zu den Fenstern hinüber, klappte die Läden auf, starrte in den Garten hinunter und fragte sich, wo Michael so lange blieb. Schlief er etwa noch? Sie hörte ihren Magen knurren und lachte froh, dass manches sich niemals änderte. Nun, wenn Michael ihr das Frühstück nicht ans Bett brachte, musste sie eben in die Küche hinuntergehen und es sich selbst machen. Vielleicht sogar ihn mit einem Frühstück im Bett überraschen. Sie wandte sich zur Tür und schrie auf. Die Frau, die dort stand, war jung und tief gebräunt. Sie war mittelgroß, vielleicht 1,65 Meter, mit schwarzem Haar, das aus dem Gesicht gekämmt und im Nacken zu einem langen Zopf geflochten war. Oh, das tut mir leid. Ihre Stimme war erstaunlich kräftig. Ich wollte sie nicht erschrecken. Jane starrte die Frau an. Sie schätzte sie auf Ende 20. Das runde Gesicht war nicht hübsch im landläufigen Sinn. Man hätte es eher apart genannt, unter Umständen sogar geheimnisvoll. Die Augen waren unergründlich und so dunkel wie das Haar. Die Nase über dem großen, rot gemalten Mund war lang und schmal. Ich bin Paula, sagte die Frau. Paula Marinelli. Sie wartete auf ein Zeichen des Erkennens. Als keines kam, fuhr sie zu sprechen fort. Ich komme zweimal in der Woche zum Saubermachen. Dr. Whitaker sagte, dass sie an einem Gedächtnisausfall leiden. Aber nur vorübergehend, versicherte Jane. Jedenfalls hat man mir das gesagt. Sie räusperte sich. Wo ist mein Mann überhaupt? Schläft er noch? Paula wirkte ehrlich schockiert. Aber nein! Dr. Whitaker ist heute schon in aller Früh in die Klinik gefahren. In die Klinik? Ja, ein Notfall. Jane nickte. Ach so, natürlich. Das kommt sich ja ziemlich häufig vor. Soll ich Ihnen das Frühstück heraufbringen? Nein, nein, ich möchte unten in der Küche essen. Paula musterte sie argwöhnisch. Dr. Whitaker sagte aber, dass Sie möglichst viel Ruhe haben sollen. Na, bis zur Küche hinunter werde ich es schon noch schaffen, erwiderte Jane. Wirklich, ich fühle mich ganz wohl. Sie ging nach unten. Machen Sie es sich bequem. Ich richte inzwischen das Frühstück, sagte Paula und führte Jane zu einem der Küchenstühle. Aber ich kann Ihnen doch helfen. Ich glaube, wie man Kaffee kocht, weiß ich noch. Der Kaffee ist schon fertig, sagte Paula und schenkte ihr ein. Wie trinken Sie ihn? Ich weiß nicht mehr genau, antwortete Jane. In den letzten Tagen habe ich ihn schwarz getrunken. Gut, dann schwarz. Paula stellte die dampfende Tasse vor Jane auf den Tisch und wartete auf weitere Anweisungen. Trinken Sie nicht auch eine Tasse? Später vielleicht. Was möchten Sie dazu haben? Rührei, Toast, Cornflakes? Toast wäre schön, sagte Jane, die der Frau möglichst nicht zur Last fallen wollte. Und dazu ein Glas Orangensaft, wenn es keine Mühe macht. Aber nein, natürlich nicht. Wie lange kommen Sie schon zu uns? fragte Jane, als Paula begann, die sowieso schon blitzblanke Arbeitsplatte abzuwischen. Ein gutes Jahr. Ich wollte, ich könnte mich erinnern. Es ist ganz normal, dass Sie sich nicht an mich erinnern, erklärte Paula. Ich bin immer dienstags und donnerstags hier, wenn Sie Ihrem Mann in der Praxis helfen. Wenn ich morgens komme, sind Sie immer schon weg und ich mache Schluss, ehe Sie zurück sind. Aber ich habe Sie doch eingestellt, meinte Jane. Nein, eingestellt hat mich Ihr Mann. Mein Mann? Jane war erstaunt. Sie hatte zwar noch immer keine Vorstellung von der Art der Beziehung zwischen ihr und Michael, dennoch fand sie es merkwürdig, dass er die Hausangestellten aussuchte. Ich lernte Ihren Mann im Krankenhaus kennen, teilte Paula ihr in sachlichem Ton mit. Er hat meine Tochter operiert. Ach, Sie haben eine Tochter? Ja, Christine. Sie wird jetzt bald fünf. Dank Dr. Whittaker. Sie meinen, er hat ihr das Leben gerettet? Sie hatte spinale Aneurysmen. Eines Tages, als sie unten im Hof mit den anderen Kindern spielte, fing sie plötzlich furchtbar zu weinen an und jammerte, sie könne nicht mehr gehen. Ich raste mit ihr ins Krankenhaus, wo man die Aneurysmen feststellte. Ihr Mann operierte sie. Die Operation dauerte acht Stunden und ein paar Tage lang schwebte sie in Lebensgefahr. Ohne ihren Mann wäre sie gestorben. Aber jetzt geht es ihr wieder gut? Sie muss einen Stützkonsert tragen, wahrscheinlich für immer, aber sie lässt sich davon kaum einschränken. Noch Toast? Wie bitte? Ob Sie noch etwas Toast möchten? Jane sah mit Überraschung, dass sie die beiden Scheiben Toast aufgegessen hatte. Ähm, nein, danke. Es hat wunderbar geschmeckt. Wo ist Ihre Tochter jetzt? Toast fragte sie mit einem Blick zum Flur, als erwarte sie, das Kind dort zu sehen. Meine Mutter kümmert sich um sie. Damit sie sich um mich kümmern können, das tue ich doch gern. In ein, zwei Tagen komme ich hier bestimmt wieder allein zurecht. Nein, nein, ich bleibe, bis alles wieder normal ist, erklärte Paula in einem Ton, der keinen Widerspruch duldete. Aber wie kam es eigentlich dazu, dass mein Mann sie einstellte, fragte Jane, zu ihrer ursprünglichen Frage zurückkehrend. Paula räumte den Tisch ab und begann, das Geschirr abzuwaschen. Ihr Mann, sagte sie, während sie einen der Teller mehrmals mit klarem Wasser spülte, ist sehr empfindsam für die Nöte anderer Menschen. Er wusste, dass ich Christines Operation niemals hätte bezahlen können. Darum veranlasste er, dass der größte Teil der Kosten von einer wohltätigen Organisation übernommen wurde, mit der er zu tun hat. Und dann bot er mir die Arbeit hier bei ihnen an. Und ihr eigener Mann? Konnte der nicht helfen? fragte Jane, die genau spürte, dass Paula in Michael verliebt war und ahnte, dass Michael von Paulas Gefühlen keine Ahnung hatte. Ich war nie verheiratet. Paula machte sich daran, das Geschirr zu trocknen, das sie gerade gespült hatte. Ich wollte ihnen auch nur sagen, wie großartig sich ihr Mann mir gegenüber verhalten hat. Er hat mein Kind gerettet und er hat mich gerettet. Er half mir, in einer Abendschule unterzukommen und er besorgte Christine einen Platz in einer Sonderschule für behinderte Kinder. Sie stellte das Geschirr in die Schränke. Anfangs wartete ich immer auf den Haken bei der Sache. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass jemand so nett ist und aus reiner Uneigennützigkeit hilft. Bin ja mal gespannt, was er dafür haben will, dachte ich. Aber der Haken zeigte sich nicht. Er wollte mir wirklich nur helfen. Sie holte einmal tief Atem. Er ist ein wunderbarer Mensch. Ich würde alles für ihn tun. Wissen Sie, was er sich am Kopf getan hat? hörte Jane sich fragen. Sie meinen die Narbe? Jane nickte. Eines von den Kindern hat was nach ihm geworfen, erklärte Paula kopfschüttelnd. Er hat einen Haufen Spielsachen in seinem Sprechzimmer, Puppen und Autos und so, damit die Kinder die Nervosität verlieren. Aber in dem Fall hat es anscheinend nicht gewirkt. Eins von den Kindern hat ein Spielzeugflugzeug nach ihm geworfen, so eins mit einer ganz spitzen Schnauze. Er sagte, er hätte es kommen sehen, aber er konnte nicht mehr schnell genug ausweichen. Es waren fast 40 Stiche nötig, um die Wunde zu nähen. Das klingt ja abscheulich. Ja, aber Sie wissen ja, wie er ist. Von jammern hält er nichts. Möchten Sie jetzt wieder rauf ins Bett? Jane schüttelte den Kopf. Ich möchte mich gern in den Wintergarten setzen. Paula stützte sie, als sie ins Nebenzimmer hinüberging. Obwohl Jane sich kräftig genug fühlte, um den Weg allein zu machen, ließ sie es sich gefallen. Sie wusste, dass Protest zwecklos gewesen wäre. Paula half ihr so behutsam in die Polster, als wäre sie aus Porzellan. Ich hole ihnen eine Decke, sagte sie, und war verschwunden, ehe Jane sie davon abhalten konnte. Sie hatte eine Pflegerin, ob sie es wollte oder nicht. Sie würde umsorgt und bemuttert werden, ob es ihr gefiel oder nicht. Michael und Paula waren entschlossen, dafür zu sorgen, dass es ihr besser ging. Sie gewöhnte sich besser daran, je eher, desto besser. Besser heute als morgen. Paula war in Ausbund ein Fleiß. Wenn sie nicht kochte, machte sie sauber. Wenn sie nicht sauber machte, goss sie die Pflanzen. Wenn sie nicht die Pflanzen goss, schüttelte sie die Betten auf oder mahnte Jane, dass es Zeit war, ein Schläfchen zu machen oder Zeit, ihre Tabletten zu nehmen. Zeit zu verschwinden, hätte Jane ihr gern gesagt, die sich von der Tüchtigkeit dieser Frau bedrängt und eingeengt fühlte. Lieber Gott, bin ich so eine Frau, fragte sie sich, eine Frau, die sogar auf die Zugehfrau eifersüchtig ist und ihren Fleiß und ihre Fürsorge nicht zu schätzen weiß? Kein Wunder, dass ich deprimiert bin, sagte sie sich. Ich bin eine ganz kleinliche, widerliche Person. Sie versuchte, sich die junge Frau vorzustellen, die mit dem Staubsauger von Zimmer zu Zimmer wanderte. Dem Ton des Dröhnens nachzuurteilen, war sie jetzt wahrscheinlich gerade in Michaels Arbeitszimmer, sehr besorgt darum, dem verehrten Dr. Whittaker alles recht zu machen. Wie lange hatte sie schon gewusst, dass Paula an Michael verliebt war? Und wie sehr hatte ihr das zu schaffen gemacht? Konnte sie es Paula ernstlich übel genommen haben? War es nicht ganz natürlich, dass man den Arzt anschwärmte, der dem eigenen Kind das Leben gerettet hatte, noch dazu, wenn er ein so attraktiver und liebenswerter Mann war wie Michael? Dennoch flößte die Frau ihr Unbehagen ein. Konnte Paula etwas mit ihrer Amnesie zu tun haben? Na klar, dachte sie. Du wolltest sie umbringen. Und jetzt rächt sie sich, indem sie dir dein Haus von oben bis unten sauber macht, eine ganz verschlagene Person, das. Sie starrte ins Leere. Ich sollte mich schämen, dachte sie. Wenn jemand ein schweres Leben hat, dann ist es Paula, eine ledige Mutter mit einem behinderten Kind, ohne Geld und ohne Aussichten. Aber sie stellt sich dem Leben. Ich hingegen, eine wohlhabende Frau mit einem liebevollen Mann und einem gesunden Kind, fliehe vor dem Leben, sitze hier herum, suhle mich im Selbstmitleid. Was ist denn? Sie fuhr schreckhaft zusammen, als sie plötzlich Michaels Stimme hörte. Geht es dir nicht gut? Hast du Schmerzen? Nein, nein, es geht mir gut, versicherte sie hastig und sprang auf. Ich bin so froh, dass du da bist. Im nächsten Moment lag sie in seinen Armen. Du hast mir gefehlt, flüsterte sie halb verlegen. Sie war wie erlöst, ihn zu sehen. Das ist schön. Er küsste sie auf die Stirn. Das hatte ich mir erhofft. Er trat einen Schritt zurück und sah sie prüfend an, ohne sie jedoch loszulassen. Was ist los? Ist etwas passiert? Hat Paula sich nicht richtig um dich gekümmert? Nein, nein, das ist es nicht, antwortete Jane und fragte sich gleichzeitig, was es denn eigentlich war. Vielleicht habe ich einfach zu viel erwartet. Ich weiß nicht, ich dachte wahrscheinlich, sobald ich wieder zu Hause wäre, würde die Erinnerung wiederkommen. Das kommt schon, du musst nur ein bisschen Geduld haben. Wie war dein Tag? fragte sie mit einem befangenen Lachen. Er nahm sie wieder in die Arme. Lang und anstrengend, erstrich er über das Haar. Es tut mir so leid, dass ich heute Morgen schon in aller Frühe weg musste. Ich hatte eigentlich freinehmen wollen, aber es kam ein Notfall nach dem anderen und jedes Mal, wenn ich anrief, sagte mir Paula, du schliefest. Jane stieß einen laut aus, der halb Lachen, halb Prusten der Geringschätzung war. Ich habe wirklich unheimlich viel geschlafen, das müssen die Tabletten sein. Nein, so schläfrig können die Tabletten dich nicht machen, meinte er. Ich glaube eher, du bist erschöpfter, als dir bewusst ist. Oh, hallo, wie geht's denn? Kann ich einen Moment reinkommen? Carol Bishop wich in den Flur zurück, um Jane hereinzulassen. Aber natürlich, komm nur rein. Möchtest du eine Tasse Kaffee? Wie geht es dir? Nicht schlecht, look Jane, die sich hundeelend fühlte. Sie folgte Carol in die Küche, die wie ihre eigene im rückwärtigen Teil des Hauses lag. Ich habe nicht angerufen, weil ich euch nicht stören wollte. Michael sagte, er würde sich melden, wenn ihr etwas brauchen solltet. Ich brauche nichts, außer einem klaren Kopf, dachte Jane. Ich werde bestens versorgt. Ich bin eine Gefangene in meinem eigenen Haus, hätte sie gern gesagt, tat es aber nicht, da sie wusste, wie melodramatisch das klingen würde und wie unfair es gewesen wäre. Beinahe eine Woche war vergangen, seit Michael sie aus dem Krankenhaus nach Hause geholt hatte. Sie hatte in dieser Zeit kaum etwas anderes getan als essen und schlafen. Wenn sie nicht schlief, musste sie sich anstrengen, wach zu bleiben. Und wenn sie wach war, musste sie gegen die Depression kämpfen. Je länger sie wach blieb, desto tiefer wurde die Depression. Das einzige Mittel, ihr zu entfliehen, war zu schlafen. Sie hatte es sogar geschafft, einen Termin zu verschlafen, den Michael bei einem führenden Bostoner Psychiater für sie vereinbart hatte. Aus kollegialem Entgegenkommen hatte der vielbeschäftigte Arzt ihr eine Stunde eingeräumt. Doch als Michael nach Hause gekommen war, um sie abzuholen, nachdem er selbst seinen ganzen Terminkalender über den Haufen geworfen hatte, hatte er sie nicht wach bekommen können. Es musste ein neuer Termin vereinbart werden, diesmal jedoch mit einer Wartezeit von sechs Wochen, da der Psychiater nicht bereit war, ihr ein zweites Mal eine Extrawurst zu braten. Aber in sechs Wochen, dachte Jane flehendlich, würde sie seine Hilfe doch gewiss nicht mehr brauchen. Da musste dieser Albtraum vorbei sein. Ich weiß nicht mehr, wie du deinen Kaffee trinkst, sagte Carol. Schwarz, und vielen Dank, dass du es vergessen hast. Carol lachte. Warte nur, bis du in meinem Alter bist. Da wirst du merken, dass dein Zustand nichts Besonderes ist. Es gibt Tage, da kann ich mich an überhaupt nichts erinnern. Ich muss mir alles aufschreiben. Überall liegen Zettel herum. Sie koste Jane eine Tasse Kaffee ein. Ich mache jeden Morgen eine Riesenkanne, bemerkte sie mit einer Geste zur Kaffeemaschine. Und lasse sie einfach den ganzen Tag stehen. Also, Prost. Sie hob ihre Tasse und stieß mit Jane an, als tränken sie Champagner. Dann zog sie sich einen Stuhl heran und setzte sich Jane gegenüber. Eine Weile schwiegen sie beide und Jane nutzte die Gelegenheit, sich umzusehen. Die Küche hatte etwa die gleiche Größe wie ihre eigene, aber sie hätte dringend einen frischen Anstrich gebraucht und die Brandflecken auf Tisch und Arbeitsplatte wirkten auch nicht gerade gepflegt. Das Radio an der Wand neben dem Telefon dudelte. Magst du Country Music? fragte Jane zerstreut. Leidenschaftlich, antwortete Carol. Allein die Texte. Ich hole mir einen Penner als Gartenzwerg ins Haus. Das muss man doch mögen. Jane lachte und war froh und erstaunt, es zu hören. Sie hatte seit Tagen nicht mehr gelacht. Michael war die meiste Zeit nicht da und Paula sprühte nicht gerade vor Witz. Sie sah durch das Fenster in den Garten hinaus, wo der große Hund der Familie einem Eichhörnchen hinterherjagte und es hätte sie nicht gewundert, irgendwo im Gebüsch Paula lauern zu sehen. Es war fast zwei Uhr. Im Allgemeinen hielt sie um diese Zeit ihren Mittagsschlaf. Aber diesmal hatte sie so getan, als schliefe sie schon, als Paula hereingekommen war, um ihr ihre Tabletten zu geben und hatte sich dann wie ein Kind, das etwas Verbotenes tut, aus dem Haus geschlichen. Wie lange würde es dauern, ehe Paula merkte, dass sie weg war? Das ganze Haus dröhnte plötzlich unter polternden Sprüngen auf der Treppe. Ich gehe jetzt, rief jemand aus dem Flur. Carol sprang auf. Einen Augenblick, Andrew. Andrew, komm sofort her. An der offenen Tür erschien ein halbwüchsiger, schlachsiger Junge, der anscheinend keinen Augenblick stillstehen konnte. Er wippte, er hüpfte, er schlenkerte mit Armen und Beinen, er vibrierte praktisch von Kopf bis Fuß. Was ist denn noch, Mama? Ich bin sowieso schon spät dran. Kannst du nicht guten Tag sagen? Oh, Tag, Mrs. Whittaker. Wie geht's? Gut, danke. Okay, Mama, ich muss los. Er war schon wieder im Flur, als Carol rief. Moment mal, du solltest doch mit deinem Großvater einen Spaziergang machen. Das kann ja Celine tun. Die Haustür wurde geöffnet und zugeschlagen. Carol sank resigniert in sich zusammen. Na klar, das kann ja Celine tun. Und wo ist die gute Celine? Natürlich nicht da. Sie musste dringend einen Einkaufsbummel machen und wird nachher viel zu erschöpft sein, um mit ihrem Großvater spazieren zu gehen, vorausgesetzt, sie gibt uns überhaupt die Ehre ihres Erscheinens. Carol! Eine dünne Altmännerstimme. Wo bist du? Carol schloss die Augen und legte den Kopf in den Nacken. Der Nächste, bitte. Ich bin in der Küche, Vater. Jane erkannte den gebrechlich wirkenden alten Mann, der trotz des schmutzigen Hemdes und der schlotternden grauen Flanellhose noch eine gewisse Würde ausstrahlte gleich wieder. Sie hatte ihn an ihrem ersten Abend zu Hause beobachtet, wie er versucht hatte, aus Carols Haus zu entfliehen und sie fühlte sich ihm augenblicklich zugetan. Sie konnte sich genau vorstellen, wie ihm zumute war. Ich hab Hunger, sagte er. Was ist mit dem Mittagessen? Du hast doch eben erst gegessen, Vater, erinnerte Carol ihn geduldig. Nein, behauptete er. Ich hab noch kein Mittagessen gehabt. Du hast mir nichts zu essen gegeben. Er warf einen argwöhnischen Blick auf Jane, als verdächtige er sie, ihm sein Mittagessen weggegessen zu haben. Und wer sind sie? Das ist Jane Whittaker, Vater. Sie wohnt im Haus gegenüber. Sie ist immer mit Daniel joggen gegangen. Du erinnerst dich doch an sie. Wenn ich mich erinnern würde, hätte ich nicht gefragt. Logisch, dachte Jane und lächelte. Ihr gefiel Carols Vater. Immerhin schienen sie einiges gemeinsam zu haben. Nimm's ihm nicht übel, sagte Carol entschuldigend. Er ist nicht immer so unhöflich. Carols Vater begann zu nicken, als führte er ein Gespräch, das nur er hören konnte. Zerstreut schob er seine Zahnprothese mit der Zunge nach vorn und zog sie wieder zurück, vorwärts und rückwärts im Takt mit dem weinerlichen Lied aus dem Radio. Glenn Campbell, der da irgendjemandem nachtrauerte, der auf immer und ewig gegangen war. Bitte hör auf, mit dem Gebiss zu wackeln, Vater. Carol sah Jane an. Das tut er nur, um mich zu ärgern. Wo ist mein Mittagessen? schimpfte der Alte. Carol holte einmal tief Atem und ging zum Kühlschrank. Was möchtest du haben? Ein Steak-Sandwich. Wir haben keine Steaks. Ich kann dir ein Salami-Brot machen. Ist dir das recht? Was hast du gesagt? Setz dich, Vater. Carols Vater setzte sich auf einen Stuhl. Mach ihr auch eins, erwies mit dem Daumen auf Jane. Sie ist zu mager. Nein, danke, sagte Jane hastig. Ich bin wirklich nicht hungrig. Er hat erst vor zwei Stunden gegessen, bemerkte Carol, während sie zwei Scheiben Brot mit Senf bestrich und dann ein Stück Salami in dünne Scheiben schnitt. Sie legte das zusammengeklappte Brot auf einen kleinen Teller, den sie ihrem Vater hinstellte. Das ist kein Steak-Sandwich. Nein, das ist Salami. Ich hab dir doch gesagt, dass wir keine Steaks im Haus haben, Vater. In ein paar Stunden gibt's sowieso Abendessen. Bis dahin musst du dich eben mit Salami zufrieden geben. Ich will aber keine Salami, erschüttelte zornig den Kopf. Werden Sie bloß nicht alt, sagte er zu Jane, stand von seinem Stuhl auf und schlurfte aus der Küche. Sie hörte seine schwerfälligen Schritte auf der Treppe, dann direkt über ihrem Kopf, als er die Tür zu seinem Zimmer zuschlug. Wie lange lebt dein Vater schon bei euch? Seit dem Tod meiner Mutter. Ungefähr sechs Jahre. Wie ist deine Mutter gestorben? Carols Stimme war leise, kaum hörbar. An Krebs? Was sonst? Im Magen fing es an und breitete sich dann im ganzen Körper aus. Das tut mir leid. Ja, es war schlimm. Ihre Augen wurden feucht. Ich weiß noch, wie ich sie ein paar Tage vor ihrem Tod im Krankenhaus besuchte. Sie hatte schreckliche Schmerzen, trotz der Mittel, die sie ihr gaben. Ich wollte, ich könnte mich an meine Mutter erinnern, sagte Jane und bemerkte den Ausdruck der Überraschung, der die Traurigkeit auf Carols Gesicht verdrängte. Michael hat mir von dem Unfall erzählt. Ach, wirklich? Ja, nicht viel, nur dass sie auf der Stelle tot war und dass es vor ungefähr einem Jahr passierte. Ein Jahr ist das schon wieder her, murmelte Carol. Wie schnell die Zeit vergeht. Du kannst dich überhaupt nicht an sie erinnern? Jane schüttelte den Kopf. Ich komme mir so, so untreu vor. Oh, das Gefühl kenne ich. Carol rückte mit ihrem Stuhl so nah an Jane heran, dass die Knie der beiden Frauen sich berührten. Ich liebe meinen Vater, aber in letzter Zeit habe ich manchmal das Gefühl, dass ich nur noch die Zeit absitze und darauf warte, dass er stirbt. Oh Gott, ich bin furchtbar. Du kennst mich noch nicht einmal, aber du musst mich für die schlimmste Person auf der Welt halten. Ich finde dich nicht schlimm. Ich finde dich menschlich. Carol lächelte dankbar. Deswegen stand ich dauernd bei dir vor der Tür, nachdem Daniel gegangen war. Du konntest mir immer etwas sagen, das mich aufgemuntert hat. Wann ist Daniel ausgezogen? Am 23. Oktober. Wir hatten keinen Krach, keine Auseinandersetzung. Es war überhaupt nichts, von dem man hätte sagen können, das war der Grund, das hat dazu geführt. Ich denke, er hatte einfach die Nase voll. Er hatte genug von meinem Vater, genug von seinen zwei Kindern und genug von mir. Er fand, er wäre noch jung genug, um den lebenslustigen Single zu spielen. Er kaufte sich eine Eigentumswohnung mitten in Boston, für die er mehr als eine Million Dollar bezahlte. Und jetzt schockt er auf dem Freedom Trail, statt durch die langweiligen Straßen von Newton Highlands. Er geht zu Fuß in die Praxis und trifft sich mit seinen Kindern, wenn er Lust dazu hat. Er führt genau das Leben, das ihm gefällt. Carol stand auf, ging zum Küchenschrank, schenkte sich noch eine Tasse Kaffee ein und nahm sich ein paar Kekse aus einer angeschlagenen Keramikdose. Möchtest du auch was? Jane schüttelte den Kopf. Es würde mich interessieren, sagte Carol, wie die Männer das schaffen. Ich meine, wie sie es schaffen, ihr Leben lang kleine Jungen zu bleiben. Sie schmeißen einfach alle Verantwortung hin und leben fröhlich in den Tag hinein. Und wir dürfen zu Hause rumhocken und darauf warten, dass unsere Schamhaare grau werden. Ist das vielleicht fair? Sie schob einen Keks in den Mund. Aber dich betrifft das ja nicht. Du bist mit dem idealen Mann verheiratet. Ja, er scheint wirklich nett zu sein, stimmte Jane zu und kam sich vor wie eine Idiotin. War das alles, was sie über den Mann zu sagen wusste, mit dem sie seit elf Jahren verheiratet war? Er scheint wirklich nett zu sein. Sie wandte sich Carol zu und bemerkte, dass die sie ansah, als wolle sie etwas sagen. Was ist, fragte sie. Carol zuckte zusammen und reagierte mit einem Anfall sinnloser Geschäftigkeit. Sie kam wieder zum Tisch, setzte sich, hob ihre Kaffeetasse, stellte sie wieder hin, ohne getrunken zu haben und schob sich das nächste Plätzchen in den Mund. Was ist, sagte sie Jane nachäffend. Wie meinst du das? Du sahst aus, als wolltest du mir etwas sagen. Carol schüttelte den Kopf. Nein, nichts. Bitte sag es mir. War es über Michael? Über die Beziehung zwischen ihm und mir? Wieder führte Carol ihre Tasse zum Mund und diesmal trank sie einen großen Schluck Kaffee. Ich finde, wenn du über deine Beziehung zu Michael fragen hast, solltest du mit ihm selbst sprechen. Ich weiß wirklich nichts darüber. Und wenn du etwas wüsstest, würdest du es mir dann sagen? Jane beobachtete Carol angespannt, während sie auf die Antwort wartete. Im Radio sangen Katie Lang und Roy Orbison ein Duett. Aus dem Garten schallte lautes Hundegebell. Ach, halt die Klappe, J.R., bellte Carol durch das geschlossene Fenster zurück und der Hund verstummte augenblicklich. Wäre das schön, wenn alle so folgsam wären, meinte sie seufzend. Komm, iss ein Plätzchen. Jane wollte sich gerade einen Keks nehmen, als sie lautes Klopfen an der Haustür hörte. Carol, rief der alte Mann von oben. Es ist jemand an der Tür. Carol war schon aufgesprungen. Das ist entweder Andrew, der was vergessen hat, oder Celine. Jane wusste noch, ehe Carol die Haustür erreichte, dass es weder Andrew noch Celine war. Ist Jane hier? hörte sie Paula in erregtem Ton fragen. Ja, antwortete Carol ruhig. Wir sitzen gerade beim Kaffee. Möchten sie auch eine Tasse? Ich war schon ganz außer mir vor Sorge, rief Paula, die sofort in die Küche rannte. Warum haben sie mir nicht gesagt, dass sie weggehen? fragte sie Jane atemlos. Ich dachte, das wäre nicht nötig, log Jane. Sie waren beschäftigt. Ich wollte sie nicht stören. Ich bin zu Tode erschrocken, als ich in ihr Zimmer kam und sie nicht da waren. Ich habe das ganze Haus von oben bis unten durchsucht, den Garten, die Garage. Aber jetzt, fuhr Paula mit einem Blick auf ihre Uhr fort, sollten wir wirklich nach Hause gehen. Sie müssen noch ein Stündchen schlafen, ehe ihr Mann heimkommt und ich weiß, unterbrach Jane, es ist Zeit für meine Tabletten. Jane atmete einmal tief durch und zwang sich, den Blick in das kleine Vestibül zu richten, dessen Tapete ein Muster aus zarten, roten Streublumen hatte. Die Treppe, die nach oben führte, war weiß gestrichen und genau wie der Eingang, mit einem blassgrünen Teppich ausgelegt. Insgesamt ein hübsches Entree. Es war ein einladendes Haus, das den Besucher freundlich empfing. Noch einmal holte sie Atem, wagte vorsichtig den ersten Schritt und trat ein. Licht, war ihr erster Eindruck. Von überall schien es ins Haus zu strömen, durch die großen Fenster des Wohnzimmers zur linken, durch die ebenso großen Fenster des Esszimmers auf der rechten Seite, durch das riesige Oberlicht, das aus dem ersten Stockwerk hinunterblickte. Hinter der Treppe verengte sich der Eingang zu einem Flur, der zu den Räumen im hinteren Teil des Hauses führte. Wie wär's mit einem Rundgang, meinte Michael, ohne zu fragen, ob sie irgendetwas wiedererkenne. Sie nickte und folgte ihm in das geräumige Esszimmer mit der rot-weiß gestreiften Tapete, die gewagt war, aber dennoch nicht aufdringlich wirkte. Der Esstisch hatte eine lichtgrüne Marmorplatte, die acht Stühle darum herum hatten rot-weiß gestreifte Bezüge. In einer Glasvitrine glänzte ein Servis aus feinem Porzellan mit einem rot-weißen Blumenmuster. Und am großen Fenster standen mehrere üppige Grünpflanzen, in orientalischen Töpfen. Es ist alles sehr schön, sagte sie, und fragte sich, ob sie diese Töpfe von ihrer Reise in den Orient mitgebracht hatten. Das Wohnzimmer, in das Michael sie als nächstes führte, nahm die ganze Längsseite des Hauses ein. Eine schinsbezogene Couch-Garnitur gruppierte sich vor dem großen offenen Kamin, neben dem rechts ein hohes Bücherregal stand, während links die Stereoanlage ihren Platz hatte. An der Wand gegenüber stand ein glänzendes Ebenholzklavier. Zögern trat Jane näher, legte ihre Finger auf die Tasten und klimperte eine Melodie von Chopin. Die zarten Klänge überraschten sie. Sie sah zu ihren Fingern hinunter, die sofort tollpatschig und vergesslich wurden. Ihr Klavierspiel war offenbar eine Reflexhandlung, die näherer Betrachtung nicht standhalten konnte. Ihr Blick fiel auf die Fotografien, die auf dem Klavier standen. Unter ihnen waren drei Gruppenaufnahmen von Kindern, die nach Größe in Reihe und Glied aufgestellt waren und in die Kamera lächelten. Auf der kleinen Tafel, die einer der Jungen in der vorderen Reihe hielt, stand Arlington Private School. Sie ist die zweite von links, sagte Michael. Er deutete auf ein zartes, kleines Mädchen mit langem braunen Haar und großen Augen. Sie war ganz in Gelb gekleidet und schien ungefähr drei oder vier Jahre alt zu sein. Das war im Kindergarten vorher fort. Er nahm das nächste Foto, zeigte auf dasselbe kleine Mädchen, das diesmal in rosa und weiß gekleidet war und einen Pferdeschwanz trug. Das war in der Vorschule. Sie ist groß, bemerkte Jane und hörte, wie brüchig ihre Stimme klang. Ja, sie muss immer in der letzten Reihe stehen. Sie nahm das dritte und letzte Bild, entdeckte diesmal ohne Mühe ihre Tochter, ganz in schwarz-weiß mit offenem Haar, das Lächeln nicht mehr ganz so strahlend wie in den Jahren zuvor, der Blick eher befangen und scheu. Mein Kind, dachte Jane, aber sie fühlte nichts. Die sechsjährige Emily Whittaker war nichts weiter als eines von mehreren niedlichen kleinen Mädchen auf einem Klassenfoto. Die Erkenntnis trieb ihr die Tränen in die Augen. Sie begann so heftig zu zittern, dass Michael ihr das Bild aus der Hand nahm und sie vom Klavier wegführte. Er legte ihr den Arm um die Taille und führte sie aus dem Wohnzimmer durch den Flur in den rückwärtigen Teil des Hauses. Sie kam an einer Toilette und eine Reihe Einbauschränke vorüber, ehe sie die Küche erreichten, einen großen, sonnigen Raum mit Blick auf den Garten. Wie schön, sagte sie und trat an das große Fenster, um in den Garten hinaus zu blicken. Auf der rechten Seite bemerkte sie eine Tür, die nach draußen führte und musste den Impuls niederkämpfen hinzulaufen, sie aufzureißen und zu fliehen. Das ist noch gar nichts. Durch eine Tür auf der linken Seite der Küche führte er sie in den nächsten Raum. Der Wintergarten der gnädigen Frau, verkündete er stolz. Sie trat in ein Wunderland aus Glas und Grün. Wir haben das vor drei Jahren angebaut, bemerkte er, während sie sich in der Mitte des Raumes langsam im Kreis drehte, um alles aufzunehmen. So einen schönen Raum habe ich noch nie gesehen, sagte sie und wusste, dass es wahr war, ganz gleich, was sie sonst gesehen und vergessen haben mochte. Draußen läutete es. Wer kann das sein? fragte Jane. Michael stand auf. Ich glaube, ich ahne es. Widerstrebend folgte Jane ihm aus dem Wintergarten hinaus durch die Küche zurück in den Flur. Sie blieb zurück, als er zur Haustür ging und wartete im Schatten der Treppe, während er öffnete und zurück trat. Wie geht es ihr? fragte die Frau, die hereinkam. Sie ist durcheinander, antwortete Michael und führte die Frau ins Wohnzimmer. Sie erinnert sich an nichts. Mein Gott, an gar nichts? Er schüttelte den Kopf. Hat sie sich hingelegt? Nein. Ich bin hier, sagte Jane zu Carol Bishop, die immer noch die alten Bermudas anhatte und der der ihre fleischigen Knie zu sehen waren. Carol Bishop war etwa Mitte 40, klein, sicher nicht größer als 1,55 Meter und zu dick. Sobald sie Jane sah, wich alle Farbe aus ihrem runden Gesicht, dass ein Ausdruck zwischen Besorgnis und Ängstlichkeit zeigte. Michael hat mir von deiner Amnesie erzählt, bemerkte sie und warf Michael einen hilfesuchenden Blick zu. Ich habe Carol vom Krankenhaus aus angerufen und ihr in aller Kürze erklärt, was los ist, warf Michael schnell ein. Ich dachte, du würdest dich weniger bedroht fühlen, wenn noch jemand hier ist. Ich kann mir vorstellen, dass dir das alles ziemlich Angst macht, meinte Carol. Es ist mehr Verwirrung als Angst, sagte Jane. Ich wollte nur, ich wüsste, warum das passiert ist. Sie begann unruhig im Zimmer hin und her zu gehen. Ich habe das Gefühl, wenn ich das erst einmal weiß, klärt sich alles andere von selbst. Du kannst dich an gar nichts erinnern? Nein. Vielleicht kann ich dir helfen, erbohlt sich Carol und zog Jane mit sich zum Sofa, wo sie sich mit ihr setzte. Ich heiße Carol Bishop. Wir sind Nachbarn seit ungefähr drei Jahren. Wir waren gerade erst eingezogen, da kamst du mit einem tollen Schokoladenkuchen zu uns, den du selbst gebacken hattest. Du sagtest, es wäre deine Spezialität. Es war wirklich der beste Schokoladenkuchen, den ich je gegessen habe. Du hast mir sogar das Rezept gegeben und ich habe den Kuchen seitdem x-mal gebacken. Sie schluckte mehrmals und starrte zu Boden, ehe sie fortfuhr. Natürlich bin ich ziemlich allein, seit Daniel ausgezogen ist. Es ist erstaunlich, wie schnell die sogenannten guten Freunde verschwinden, wenn der Ehemann weggeht. Daniel war mein Mann, fügte sie erklärend hinzu. Du bist mehrmals in der Woche morgens mit ihm joggen gegangen. Weißt du davon noch irgendetwas? Nein, nichts. Ich wollte, ich könnte dieses Schwein so leicht vergessen. Carol seufzte so tief, dass ihr üppiger Busen zitterte. Er ist Ende Oktober ausgezogen. Ich konnte ihn partout nicht dazu überreden, die Kinder mitzunehmen, scherzte sie. Dann nimm wenigstens den Köter, habe ich ihn angefleht, oder meinen Vater. Aber er meinte, wenn ich das Haus behalten wolle, wäre ich auch für das Inventar zuständig. Und das war's dann auch schon. Jetzt bist du auf dem Laufenden. Sie fuhr sich mit der Hand durch die kurzen blonden Locken. Du kannst mir ruhig Fragen stellen, wenn du willst. Du siehst ja, dass ich nicht gerade eine reservierte Person bin. Ich habe keine Geheimnisse. Jane blickte auf Carols Hände und bemerkte, dass die Frau noch immer Verlobungs- und Ehering trug. Ich weiß nicht, was ich fragen soll, gestand sie nach einer längeren Pause. Carol sah von Jane zu Michael und dann zurück zu Jane. Ich wollte dir nur sagen, dass ich jederzeit für dich da bin, wenn du etwas brauchst, wenn du irgendwelche Fragen hast. Danke. Ich könnte euch etwas zu essen rüberbringen, bot Carol an. Also wenn ihr Hunger bekommen solltet, dann meldet euch. Das werden wir tun. Michael ging zur Tür. Carol nahm Janes Hand in die Irre und senkte die Stimme. Du bist in guten Händen, versicherte sie. Du könntest dir keinen besseren Mann wünschen. Sie kämpfte gegen plötzlich aufsteigende Tränen. Es wird bestimmt alles wieder gut werden, Jane. Verlass dich einfach auf Michael. Jane blieb reglos auf dem Sofa sitzen, während Carol mit Michael in den Flur hinausging. Du rufst an, wenn du mich brauchen solltest, hörte sie Carol fragen, ehe die Haustür geschlossen wurde. Sie scheint sehr nett zu sein, sagte sie, als Michael ins Wohnzimmer zurückkam. Ja, das ist sie. Es ist sicher nicht einfach für sie, die Kinder und ihren alten Vater versorgen zu müssen. Ja, sie hat's nicht leicht, ständig zwischen diesen beiden Polen jonglieren zu müssen, Jane nickte. Ihr fiel eine Episode aus einer Serie ein, die genau das zum Thema gehabt hatte. Das Leben von Frauen, die zwischen den Forderungen ihrer Kinder und den Bedürfnissen ihrer alten Eltern hin- und hergerissen, kaum zu sich selbst kamen. Gehörte auch sie zu diesen Frauen? Ihr Vater war gestorben, als sie 13 Jahre alt gewesen war, hatte Michael ihrem Krankenhaus erzählt. Aber was war mit ihrer Mutter? Lebte sie noch in Connecticut oder war sie vielleicht in die Gegend von Boston gezogen, um ihrer einzigen Tochter näher zu sein? Oder vielleicht hatte sie das sonnige Kalifornien vorgezogen und Sohn Tommy war derjenige, der in der Zwickmühle zwischen Familie und Mutter saß. Lebt meine Mutter noch in Connecticut? fragte sie. Doch Michael, der sich in einen Sessel gesetzt hatte, antwortete nicht, sondern starrte gedankenverloren zum Fenster hinaus. Michael, sagte sie in der Annahme, er hätte sie nicht gehört. Lebt meine Mutter noch in Connecticut? Er schüttelte den Kopf und drückte die gefalteten Hände an den Mund. Michael? Da erst sah er sie an und sie begriff augenblicklich, dass ihre Mutter tot war. Wann ist sie gestorben? Letztes Jahr. Wie alt war sie? 63. Das ist aber jung, bemerkte sie, ohne die Spur einer inneren Verbundenheit zu dieser Frau zu fühlen, die sie geboren hatte und nun tot war. Ja, stimmte er ihr zu. Woran ist sie gestorben? Er zögerte nur kurz. Sie hatte einen Unfall. Was für ein Unfall? Erzähl es mir. Er wandte sich ihr ganz zu, ehe er begann. Deine Mutter war ein paar Wochen bei uns zu Besuch. Wir wollten sie eigentlich überreden, nach Boston zu ziehen, aber sie wollte nichts davon wissen. Kurz und gut eines Nachmittags wollte sie nach Boston hineinfahren, um noch ein paar Dinge einzukaufen, ehe sie wieder nach Hause fuhr. Und du... Er brach ab und begann von Neuem. Du hattest an dem Tag mit Emily zu tun. Ich glaube, es ging um irgendein Schulprojekt. Wieder verstummte er und setzte ein drittes Mal neu an. Sie nahm deinen Wagen. Mein Honda? Nein, du hattest einen Volvo, einen dunkelgrünen, erläuterte er, ohne dass sie danach zu fragen brauchte. Sie nahm deinen Wagen und fuhr los. Wieder hielt er inne, nicht willens oder vielleicht auch nicht fähig, gleich fortzufahren. Jane war nicht sicher, ob er ihr oder sich selbst den Schmerz dessen, was kommen musste, ersparen wollte. Weiter. Es passierte gar nicht weit von hier. Irgend so ein Kerl überfuhr ein Stoppschild und brauste mit 80 Sachen in ihren Wagen hinein. Sie war sofort tot. Er stand aus seinem Sessel auf und kam zu ihr. Sie sah, dass seine Augen feucht waren. Ihr selbst schossen die Tränen in die Augen, aber nicht Tränen des Schmerzes, sondern des Zorns und der Frustration. Wie konnte sie etwas so tiefgreifendes wie den Tod ihrer Mutter vergessen? Wieso ergriff die schlimme Geschichte, die Michael ihr eben erzählt hatte, sie überhaupt nicht? Habe ich mich mit meiner Mutter gut verstanden? Er nickte. Du warst untröstlich nach ihrem Tod. Jane sprang plötzlich auf. Ach verdammt, warum kann ich mich nicht erinnern? Das wird schon kommen, Jane, versicherte er, bemüht sie zu beruhigen. Wenn es an der Zeit ist. Du hattest Angst davor, mir das zu erzählen, sagte sie herausfordernd. Warum? Ich fürchtete, es würde dich aufregen. Nein, das war es nicht. Bitte sag mir die Wahrheit. Er sah zum Flur hinüber, als hoffte er, Carol Bishop würde wieder erscheinen, um ihm zu helfen. Der Unfall, sagte er stockend, er geschah vor fast genau einem Jahr. Was willst du damit sagen? Glaubst du, der Jahrestag des Todes meiner Mutter könnte die Amnesie ausgelöst haben? Ich halte es jedenfalls für eine Möglichkeit, ja. Du warst sehr erregt. Du konntest nicht schlafen. Du warst rastlos und unruhig. Das war der Grund, weshalb ich dir vorschlug, für ein paar Tage wegzufahren und deinen Bruder zu besuchen. Nur erklärte es nicht die Blutflecken auf ihrem Kleid und nicht die geldgefüllten Manteltaschen. Sie war plötzlich unglaublich müde. Ich glaube, du brauchst jetzt erstmal Ruhe, sagte Michael fürsorglich. Komm, drängte er sie sanft. Ich pack dich ins Bett. Er führte sich die Treppe hinauf zu ihrem Schlafzimmer. Es war ein wohltuend ruhiger Raum in matten Grün- und Lilatönen. Das breite Himmelbett stand in der Mitte rechts war das große Fenster, links ein langer Wandschrank mit Spiegeltüren, die das Grün des Gartens hereinholten, sodass man den Eindruck hatte, sich in einem Raum ohne Grenzen und Mauern zu befinden. Jane fand es unmöglich, ihrem Spiegelbild auszuweichen. Obwohl sie sich anstrengte, sich ganz auf die Chagall-Lithografien zu konzentrieren, die die Wand gegenüber dem Bett schmückten, kehrte ihr Blick immer wieder zu den Spiegeln zurück. Was siehst du? fragte Michael unerwartet und sie sah sich zusammenzucken. Ein verängstigtes kleines Mädchen, antwortete sie. Sie versuchte, sich ihrem Spiegelbild zu stellen, aber sie konnte es nicht. Beinahe zornig zog sie sämtliche Türen des langen Schranks auf und entledigte sich so wenigstens fürs Erste ihres Bildes. Die Kleider ihres vergangenen Lebens sprangen ihr entgegen. Einige Stücke waren sehr modisch und elegant. Andere wirkten viel zu mädchenhaft für eine Frau in ihrem Alter. Sie hatte beim Einkaufen offensichtlich ihre guten und ihre schlechten Tage. Eine hohe Kommode mit Schubladen trennte ihren Kleiderschrank von dem ihres Mannes. Sie zog die Laden eine nach der anderen auf, bewunderte die zarte Unterwäsche aus Seide und Satin, schob hastig einen Strapsgürtel aus schwarzer Spitze nach hinten, ehe Michael ihn sah. Ziehe ich so etwas tatsächlich an? fragte sie sich beinahe peinlich berührt. Sie hatte Strumpfhosen angehabt, als sie sich in Bostons Straßen herumirrend wiedergefunden hatte. Vielleicht hatte sie ein Fäbel für Reizwäsche im Schlafzimmer. Wahrscheinlicher war, dass Michael ein Fäbel dafür hatte. Sie senkte den Blick zum Schrankboden und zählte zwölf Paar Schuhe, ehe sie sich stark genug fühlte, ihn anzusehen. Mach dir keine Sorgen, Jane, sagte er sofort. Ich schlafe im Gästezimmer, bis du es wieder anders willst. Ich kann doch im Gästezimmer schlafen, entgegnete sie rasch. Nein, sagte er entschieden, das ist dein Zimmer. Unser Zimmer, korrigierte sie. Ja, bald wieder. Hab Vertrauen. Er nahm ein langes, weißes Baumwollnachthemd von einem Bügel. Dein Lieblingsnachthemd. Er legte es auf das Bett. Zieh dich ruhig schon aus, das Bad ist gleich nebenan. Er wies auf eine Tür jenseits der Reihe offener Schranktüren. Ich gehe inzwischen runter und mache uns eine Tasse Tee. Er war weg, ehe sie sagen konnte, ach ja, das wäre schön. Langsam ließ sie sich auf das Bett sinken, mit der einen Hand den Pfosten am Fußende des Bettes umfassend, mit der anderen zu dem weißen Baumwollnachthemd greifend, das neben ihr lag. Sie musterte es aufmerksam, erstaunt, dass eine Frau, der es Spaß machte, sich in schwarzer Reizwäsche zu produzieren, an so einem jungfräulich-keuschen Ding gefallen finden konnte und es auch noch zu ihrem Lieblingsnachthemd erkoren hatte. Ach was, sagte sie schließlich laut, immer noch besser als im Mantel zu schlafen. Zwei Minuten später war sie aus ihren Kleidern und in das bodenlange Baumwollhemd geschlüpft. Sie meinte Michael, die Treppe heraufkommen zu hören, aber als sie zur Tür blickte, sah sie niemanden. Sie stand auf, setzte sich wieder, richtete ihre Aufmerksamkeit auf den Nachttisch. Sie überlegte, ob sie den Wecker stellen, die Lampe einschalten, telefonieren sollte und zog schließlich, nur um irgendetwas zu tun, die obere Schublade des Nachttisches auf. Sie sah sofort und wusste auf Anhieb, was es war. Alle privaten Telefonbücher haben eine gewisse Ähnlichkeit. Dieses hier hatte die Größe eines Schulheftes und einen Stoffeinband mit Paisley-Muster. Sie nahm es langsam heraus und kam sich dabei vor wie ein Hausgast, der heimlich schnüffelt. Sie legte es auf ihren Schoß und ließ es mehrere Sekunden ungeöffnet, ehe sie den Mut fand, einen Blick hineinzuwerfen. Nun stell dich doch nicht so an, sagte sie sich ungeduldig. Es ist doch dein Buch. Klapp es auf. Was ist denn los mit dir? Wovor hast du Angst? Es ist doch nichts weiter als ein Verzeichnis von Namen. Namen, die nichts bedeuten, sagte sie sich, während sie das Buch unter A aufschlug. Lorraine Appleby las sie und erinnerte sich, dass Michael sie ihr als eine ihrer Freundinnen genannt hatte. Arlington Private School stand direkt darunter. Arlington Private School? Natürlich, Emilys Schule. Na bitte, ist doch ganz einfach, sagte sie sich mutiger werdend und blätterte zu B, wo sie auf den Namen Diane Brewster stieß. Das musste die andere Freundin sein, die Diane, deren Nachnamen sich Michael nicht merken konnte. Rasch hatte sie auch die anderen Namen gefunden, die er aufgezählt hatte. David und Susan Carney, Janet und Ian Hart, Eve und Ross McDermott, Howard und Peggy Rose, Sarah und Peter Tennenbaum. Alle waren sie da, schwarz auf weiß, in alphabetischer Ordnung. Sie fand einen Eintrag für ihren Bruder, Tommy Lawrence, Montgomery Street San Diego und merkte, wie ihre Hände zu zittern begannen, als sie noch einmal zu R blätterte. Sie hatte ihn beim ersten Mal nicht gesehen, wieso also erwartete sie, ihn jetzt zu finden. Wer immer Pat Rutherford war, er oder sie, war allenfalls eine oberflächliche Bekanntschaft, nicht einmal bedeutsam genug, um in ihrem privaten Telefonbuch Platz zu finden. Sie blätterte noch in dem Buch, als Michael zurückkam. Na, was Interessantes entdeckt, fragte er und stellte das Tablett mit zwei Tassen Tee und einem Teller Kekse auf den kleinen runden Tisch beim Fenster. Jane legte das Buch in die Schublade zurück und stand auf, um sich zu ihm an den Tisch zu setzen. Sie lehnte sich in ihrem Sessel zurück und nahm dankbar die Tasse entgegen, die er ihr reichte. Vielleicht sollte ich meinen Bruder anrufen, sagte sie, nachdem sie den ersten Schluck Tee getrunken hatte. Er macht sich doch sicher Sorgen. Das habe ich schon erledigt. Ich habe mit ihm gesprochen und ihm gesagt, dass alles in Ordnung ist. Es reicht, wenn du ihn morgen anrufst, sagte er. Und sie lächelte erleichtert. Der Tee schmeckt gut, sagte sie und dachte, als sie sein Lächeln sah, wie leicht es war, ihn glücklich zu machen. Spezialität des Hauses. Hier, nimm die. Er reichte ihr zwei kleine weiße Tabletten. Was ist das? Ein leichtes Sedativum. Ein Sedativum? Wozu? Ich habe keine Schlafprobleme. Nur zur Entspannung. Jane musterte mit zusammengekniffenen Augen die zwei kleinen Tabletten, die schwer auf ihrer offenen Hand lagen. Dr. Melloff hat es verschrieben, erklärte er ohne eine Spur von Ungeduld oder Gereiztheit. Sie sollen dir nur helfen, dich zu entspannen, Jane. Es ist ein ganz leichtes Mittel, wirklich. Ohne weitere Einwände schob sie die Tabletten in den Mund und spülte sie mit dem Rest ihres Tees hinunter. Ist doch ein Plätzchen, drängte er. Sie sind wirklich gut. Paula hat sie am Freitag gebacken. Paula? Paula Marinelli. Sie kommt ein paar Mal in der Woche zum Saubermachen. Ich habe sie gebeten, jeden Tag zu kommen, bis es dir wieder besser geht. Bis ich wieder weiß, wer ich bin, meinst du? Okay, bis du wieder weißt, wer du bist, stimmte er lachend zu. Sie nahm einen großen Bissen von ihrem Plätzchen und eine Kaskade von Bröseln rieselte auf den Teppich. Ach, du lieber Himmel, bin ich immer so ungeschickt? Sie bückte sich hastig, um die Krumen aufzusammeln und wurde von einem so heftigen Schwindel überfallen, dass sie beinahe das Gleichgewicht verloren hätte. Hoppla! Augenblicklich war er bei ihr, half ihr auf die Beine und führte sie zum Bett. Du musst total erschöpft sein, sagte er, während er die Daundecke zurückschlug und ihr ins Bett half. Im nächsten Moment war sie eingeschlafen. Sie träumte. Sie stand auf einer großen Wiese. Hinter ihr war ein niedriges Gebäude. Es hätte ein Motel sein können, aber es hatte kein Schild, das darüber Aufschluss gab. Plötzlich war Michael neben ihr. Hast du Lust auf einen Spaziergang? fragte er. Sie nickte und schmiegte sich an ihn. Nein, nein, schallte irgendwo hinter ihnen eine Stimme. Du darfst da nicht gehen. Die Wiese ist voller Kobras. Sie wirbelte herum. Michael war fort. Eine riesige Schlange, den Kopf auf langem Hals zum Angriff erhoben, lag zusammengerollt zu ihren bloßen Füßen. Sie fuhr erschrocken zurück und fiel in die Wiese, in der die Kobras warteten. Sie nahm wahr, dass sie sich wie auf Kommando alle gleichzeitig aufrichteten. Ein herrschwankender Leiber zwischen hohen gelblichen Gräsern, das ihr drohend näher rückte. Mit blitzschnellen Schlägen peitschten die Zungen der Schlangen ihre Beine und sie sah, wie die Riesenschlange sich aufrichtete, um sie anzugreifen. Sie schrie laut. Jane, hörte sie ihn rufen. Was ist los? Komm, Jane, wach auf! Zaghaft öffnete sie die Augen. Ich hatte einen schrecklichen Traum, begann sie mit kleiner Stimme. Überall wimmelte es von Schlangen. Ich hatte wahnsinnige Angst. Sie merkte, dass sie von Kopf bis Fuß schweißgebadet war und löste sich aus seinen Armen. Ich bin klatschnass. Bleib liegen. Ich hole einen Waschlappen. Ich bin gleich wieder da. Immer noch zitternd unter den Nachwehen der Angst blieb sie im Bett sitzen, bis Michael zurückkam. Die Traumbilder begannen sich aufzulösen. Atme tief durch, riet Michael, während er ihr mit dem kühlen, feuchten Lappen die Stirn wischte. Ja, so ist es richtig. Schön durchatmen. Versuch dich zu entspannen. Jetzt ist der Spuk vorbei. Es war so fürchterlich. Ich weiß. Er sprach so sanft mit ihr, als wäre sie eine seiner kleinen Patientinnen. Aber jetzt ist alles wieder gut. Plötzlich spürte sie einen Stich und glaubte, die Schlangen wären in ihr Bett eingedrungen. Mit einem Aufschrei fuhr sie in die Höhe und sah gerade noch, wie die Viper sich eilig zurückzog. Es ist nur eine Spritze, damit du ruhig und ohne Albträume schlafen kannst, sagte Michael beruhigend. Er legte die Spritze aus der Hand und nahm sie in die Arme. Du brauchst dringend Schlaf, Jane. Er küsste sie und strich eine feuchte Haarsträhne aus ihrer Stirn. Das ist jetzt das Beste für dich. Langsam ließ er sie in die Kissen niedersinken. Sie sah ihm im Halbdunkel ins Gesicht, sah die Angst und die Einsamkeit, die er so tapfer zu verbergen versuchte und sehnte sich danach, die Arme nach ihm auszustrecken, um ihn zu berühren, ihn an sich zu ziehen, sich von ihm halten zu lassen. Unter halbgeschlossenen Lidern sah sie, wie er die Hand hob, um sich das Haar aus der Stirn zu streichen. Und da sah sie die lange, frische Narbe, die sich unmittelbar oberhalb des Haaransatzes, der normalerweise von seinem Haar verborgen war, durch seine Kopfhaut zog. Was hast du da für eine Verletzung am Kopf, wollte sie fragen. Aber ehe sie die Worte herauspressen konnte, füllte Dunkelheit sie ein und sie fiel in den traumlosen Schlaf, den er versprochen hatte. Sonnenschein sickerte durch die Ritzen der Fensterläden, als sie erwachte. Sie setzte sich langsam auf, lehnte sich auf die Ellbogen gestützt an das Kopfteil des Bettes und wartete darauf, dass ihr Blick klar werden und das Summen in ihren Ohren aufhören würde. Dann schwang sie die Beine aus dem Bett, um aufzustehen. Das Zimmer drehte sich. Sie schwankte so heftig, dass sie zu stürzen fürchtete. Sie hatte den Eindruck, dass ihr Kopf völlig gefühllos war, betäubt, erstarrt. Sie rieb sich die Arme und spürte wieder den Einstich der Nadel, die unversehens ihre Haut durchbohrte. In der Erwartung, Michael an ihrem Bett zu finden, öffnete sie die Augen, aber es war niemand da. Sie blickte zum Wecker auf dem Nachttisch und schaffte es mit Mühe, die Ziffern zu erkennen. Zehn nach zehn, rief sie ungläubig. Hatte sie tatsächlich mehr als zwölf Stunden geschlafen? Wo ist Michael? fragte sie sich, während sie ins Badezimmer wankte. Vielleicht war er unten und machte das Frühstück. Vielleicht verstand er sich aufs Kaffeekochen genauso gut wie aufs Teekochen. Vielleicht briet er Schinken und Eier, um sie ihr ans Bett zu bringen. Sofort hob sich ihre Stimmung, verdüsterte sich aber gleich wieder, als ihr klar wurde, wie abhängig sie sich bereits fühlte. Sie putzte sich die Zähne und überlegte, ob sie sich ankleiden sollte. Aber sie war zu müde, um sich auch nur das Nachthemd über den Kopf zu ziehen. Außerdem spielte es ja sowieso keine Rolle. Sie hatte nicht die Absicht auszugehen. Mit einem energischen Ruck warf sie den Kopf zurück, um sich aus der Lethargie zu reißen, die ihren Körper gefangen hielt, aber durch die heftige Bewegung wurde ihr nur von Neuem schwindelig. Mit Mühe und Not schaffte sie es bis zum Bett und ließ sich darauf niederfallen. Ich bleibe einfach noch ein paar Minuten liegen und ruhe mich aus, flüsterte sie in das Lachsrosa Laken, das Letzte, was sie sah, ehe sie in Bewusstlosigkeit versank. Als sie die Augen wieder öffnete, war fast eine Stunde vergangen. Du meine Güte, murmelte sie, straffte die Schultern und stemmte sich in die Höhe. Als sie diesmal aufstand, blieb der Boden unter ihren Füßen ruhig. Die Schwindelgefühle waren weg. Nur eine vage Niedergeschlagenheit war geblieben. Sie sagte sich, das sei immerhin besser als Angst und Schrecken. Du machst Fortschritte, sagte sie laut und sah ihr Spiegelbild lächeln. In ungewollter Nachahmung Michaels strich sie sich eine Haarsträhne aus der Stirn und hielt abrupt inne, als sie sich an die frische Narbe erinnerte, die sie am vergangenen Abend an seinem Kopf gesehen hatte. Was hatte die Narbe zu bedeuten? Hatte sie überhaupt Bedeutung? Vielleicht hatte er sich einer kleinen Operation unterziehen müssen, vielleicht war er gestürzt und hatte sich den Kopf aufgeschlagen. Das Bild ihres blutverschmierten Kleides drängte sich ihr auf. Kopfwunden pflegten stark zu bluten. War es möglich, dass das Blut auf ihrem Kleid Michaels Blut war? Sie verwarf den Gedanken, so rasch, wie er gekommen war. Vielleicht hatte er gar keine Narbe. Vielleicht war es nur ihre Einbildung gewesen. Sie war fast hysterisch vor Angst aus ihrem Albtraum erwacht. Sie war verwirrt und es war dunkel gewesen. Wenn ihre Fantasie Wiesen voller Giftschlangen hervorbringen konnte, warum dann nicht auch eine Narbe, die gar nicht vorhanden war? Wie auch immer. Es war ein Leichtes, die Wahrheit herauszufinden. Sie brauchte sich Michael nur genau anzusehen und wenn die Narbe wirklich da war, würde sie ihn fragen, wie er zu ihr gekommen war. Ganz einfach. Das Leben war wirklich sehr einfach, wenn man erst einmal auf den Dreh gekommen war. Sie ging zu den Fenstern hinüber, klappte die Läden auf, starrte in den Garten hinunter und fragte sich, wo Michael so lange blieb. Schlief er etwa noch? Sie hörte ihren Magen knurren und lachte froh, dass manches sich niemals änderte. Nun, wenn Michael ihr das Frühstück nicht ans Bett brachte, musste sie eben in die Küche hinuntergehen und es sich selbst machen. Vielleicht sogar ihn mit einem Frühstück im Bett überraschen. Sie wandte sich zur Tür und schrie auf. Die Frau, die dort stand, war jung und tief gebräunt. Sie war mittelgroß, vielleicht 1,65 Meter, mit schwarzem Haar, das aus dem Gesicht gekämmt und im Nacken zu einem langen Zopf geflochten war. Oh, das tut mir leid. Ihre Stimme war erstaunlich kräftig. Ich wollte sie nicht erschrecken. Jane starrte die Frau an. Sie schätzte sie auf Ende 20. Das runde Gesicht war nicht hübsch im landläufigen Sinn. Man hätte es eher apart genannt, unter Umständen sogar geheimnisvoll. Die Augen waren unergründlich und so dunkel wie das Haar. Die Nase über dem großen, rot gemalten Mund war lang und schmal. Ich bin Paula, sagte die Frau. Paula Marinelli. Sie wartete auf ein Zeichen des Erkennens. Als keines kam, fuhr sie zu sprechen fort. Ich komme zweimal in der Woche zum Saubermachen. Dr. Whedaecker sagte, dass sie an einem Gedächtnisausfall leiden. Aber nur vorübergehend, versicherte Jane. Jedenfalls hat man mir das gesagt. Sie räusperte sich. Wo ist mein Mann überhaupt? Schläft er noch? Paula wirkte ehrlich schockiert. Aber nein, Dr. Whedaecker ist heute schon in aller Frühe in die Klinik gefahren. In die Klinik? Ja, ein Notfall. Jane nickte. Ach so, natürlich. Das kommt sich ja ziemlich häufig vor. Soll ich Ihnen das Frühstück heraufbringen? Nein, nein, ich möchte unten in der Küche essen. Paula musterte sie argwöhnisch. Dr. Whedaecker sagte aber, dass sie möglichst viel Ruhe haben sollen. Na, bis zur Küche hinunter werde ich es schon noch schaffen, erwiderte Jane. Wirklich, ich fühle mich ganz wohl. Sie ging nach unten. Machen Sie es sich bequem. Ich richte inzwischen das Frühstück, sagte Paula und führte Jane zu einem der Küchenstühle. Aber ich kann Ihnen doch helfen. Ich glaube, wie man Kaffee kocht, weiß ich noch. Der Kaffee ist schon fertig, sagte Paula und schenkte ihr ein. Wie trinken Sie ihn? Ich weiß nicht mehr genau, antwortete Jane. In den letzten Tagen habe ich ihn schwarz getrunken. Gut, dann schwarz. Paula stellte die dampfende Tasse vor Jane auf den Tisch und wartete auf weitere Anweisungen. Trinken Sie nicht auch eine Tasse? Später vielleicht. Was möchten Sie dazu haben? Rührei, Toast, Cornflakes? Toast wäre schön, sagte Jane, die der Frau möglichst nicht zur Last fallen wollte. Und dazu ein Glas Orangensaft, wenn es keine Mühe macht. Aber nein, natürlich nicht. Wie lange kommen Sie schon zu uns, fragte Jane, als Paula begann, die sowieso schon blitzblanke Arbeitsplatte abzuwischen. Ein gutes Jahr. Ich wollte, ich könnte mich erinnern. Es ist ganz normal, dass Sie sich nicht an mich erinnern, erklärte Paula. Ich bin immer dienstags und donnerstags hier, wenn Sie Ihrem Mann in der Praxis helfen. Wenn ich morgens komme, sind Sie immer schon weg und ich mache Schluss, ehe Sie zurück sind. Aber ich habe Sie doch eingestellt, meinte Jane. Nein, eingestellt hat mich Ihr Mann. Mein Mann? Jane war erstaunt. Sie hatte zwar noch immer keine Vorstellung von der Art der Beziehung zwischen ihr und Michael, dennoch fand sie es merkwürdig, dass er die Hausangestellten aussuchte. Ich lernte ihren Mann im Krankenhaus kennen, teilte Paula ihr in sachlichem Ton mit. Er hat meine Tochter operiert. Ach, Sie haben eine Tochter? Ja, Christine. Sie wird jetzt bald fünf. Dank, Dr. Whittaker. Sie meinen, er hat ihr das Leben gerettet? Sie hatte spinale Aneurysmen. Eines Tages, als sie unten im Hof mit den anderen Kindern spielte, fing sie plötzlich furchtbar zu weinen an und jammerte, sie könne nicht mehr gehen. Ich raste mit ihr ins Krankenhaus, wo man die Aneurysmen feststellte. Ihr Mann operierte sie. Die Operation dauerte acht Stunden und ein paar Tage lang schwebte sie in Lebensgefahr. Ohne ihren Mann wäre sie gestorben. Aber jetzt geht es ihr wieder gut? Sie muss einen Stützkonsert tragen, wahrscheinlich für immer, aber sie lässt sich davon kaum einschränken. Noch Toast? Wie bitte? Ob sie noch etwas Toast möchten? Jane sah mit Überraschung, dass sie die beiden Scheiben Toast aufgegessen hatte. Ähm, nein, danke. Es hat wunderbar geschmeckt. Wo ist ihre Tochter jetzt? fragte sie mit einem Blick zum Flur, als erwarte sie, das Kind dort zu sehen. Meine Mutter kümmert sich um sie. Damit sie sich um mich kümmern können, das tue ich doch gern. In ein, zwei Tagen komme ich hier bestimmt wieder allein zurecht. Nein, nein, ich bleibe, bis alles wieder normal ist, erklärte Paula in einem Ton, der keinen Widerspruch duldete. Aber wie kam es eigentlich dazu, dass mein Mann sie einstellte, fragte Jane, zu ihrer ursprünglichen Frage zurückkehrend. Paula räumte den Tisch ab und begann das Geschirr abzuwaschen. Ihr Mann, sagte sie, während sie einen der Teller mehrmals mit klarem Wasser spülte, ist sehr empfindsam für die Nöte anderer Menschen. Er wusste, dass ich Christines Operation niemals hätte bezahlen können. Darum veranlasste er, dass der größte Teil der Kosten von einer wohltätigen Organisation übernommen wurde, mit der er zu tun hat. Und dann bot er mir die Arbeit hier bei ihnen an. Und ihr eigener Mann? Konnte der nicht helfen? fragte Jane, die genau spürte, dass Paula in Michael verliebt war und ahnte, dass Michael von Paulas Gefühlen keine Ahnung hatte. Ich war nie verheiratet. Paula machte sich daran, das Geschirr zu trocknen, das sie gerade gespült hatte. Ich wollte ihnen auch nur sagen, wie großartig sich ihr Mann mir gegenüber verhalten hat. Er hat mein Kind gerettet und er hat mich gerettet. Er half mir, in einer Abendschule unterzukommen und er besorgte Christine einen Platz in einer Sonderschule für behinderte Kinder. Sie stellte das Geschirr in die Schränke. Anfangs wartete ich immer auf den Haken bei der Sache. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass jemand so nett ist und aus reiner Uneigennützigkeit hilft. Bin ja mal gespannt, was er dafür haben will, dachte ich. Aber der Haken zeigte sich nicht. Er wollte mir wirklich nur helfen. Sie holte einmal tief Atem. Er ist ein wunderbarer Mensch. Ich würde alles für ihn tun. Wissen Sie, was er sich am Kopf getan hat? hörte Jane sich fragen. Sie meinen die Narbe? Jane nickte. Eines von den Kindern hat was nach ihm geworfen, erklärte Paula kopfschüttelnd. Er hat einen Haufen Spielsachen in seinem Sprechzimmer, Puppen und Autos und so, damit die Kinder die Nervosität verlieren. Aber in dem Fall hat es anscheinend nicht gewirkt. Eins von den Kindern hat ein Spielzeugflugzeug nach ihm geworfen, so eins mit einer ganz spitzen Schnauze. Er sagte, er hätte es kommen sehen, aber er konnte nicht mehr schnell genug ausweichen. Es waren fast 40 Stiche, um die Wunde zu nähen. Das klingt ja abscheulich. Ja, aber Sie wissen ja, wie er ist. Von jammern hält er nichts. Möchten Sie jetzt wieder rauf ins Bett? Jane schüttelte den Kopf. Ich möchte mich gern in den Wintergarten setzen. Paula stützte sie, als sie ins Nebenzimmer hinüberging. Obwohl Jane sich kräftig genug fühlte, um den Weg allein zu machen, ließ sie es sich gefallen. Sie wusste, dass Protest zwecklos gewesen wäre. Paula half ihr so behutsam in die Polster, als wäre sie aus Porzellan. Ich hole ihnen eine Decke, sagte sie, und war verschwunden, ehe Jane sie davon abhalten konnte. Sie hatte eine Pflegerin, ob sie es wollte oder nicht. Sie würde umsorgt und bemuttert werden, ob es ihr gefiel oder nicht. Michael und Paula waren entschlossen, dafür zu sorgen, dass es ihr besser ging. Sie gewöhnte sich besser daran, je eher, desto besser. Besser heute als morgen. Paula war ein Ausbund an Fleiß. Wenn sie nicht kochte, machte sie sauber. Wenn sie nicht sauber machte, goss sie die Pflanzen. Wenn sie nicht die Pflanzen goss, schüttelte sie die Betten auf oder mahnte Jane, dass es Zeit war, ein Schläfchen zu machen oder Zeit, ihre Tabletten zu nehmen. Zeit zu verschwinden, hätte Jane ihr gern gesagt, die sich von der Tüchtigkeit dieser Frau bedrängt und eingeengt fühlte. Lieber Gott, bin ich so eine Frau, fragte sie sich, eine Frau, die sogar auf die Zugehfrau eifersüchtig ist und ihren Fleiß und ihre Fürsorge nicht zu schätzen weiß? Kein Wunder, dass ich deprimiert bin, sagte sie sich. Ich bin eine ganz kleinliche, widerliche Person. Sie versuchte, sich die junge Frau vorzustellen, die mit dem Staubsauger von Zimmer zu Zimmer wanderte. Dem Ton des Dröhnens nachzuurteilen, war sie jetzt wahrscheinlich gerade in Michaels Arbeitszimmer, sehr besorgt darum, dem verehrten Dr. Whittaker alles recht zu machen. Wie lange hatte sie schon gewusst, dass Paula an Michael verliebt war? Und wie sehr hatte ihr das zu schaffen gemacht? Konnte sie es Paula ernstlich übel genommen haben? War es nicht ganz natürlich, dass man den Arzt anschwärmte, der dem eigenen Kind das Leben gerettet hatte, noch dazu, wenn er ein so attraktiver und liebenswerter Mann war wie Michael? Dennoch flößte die Frau ihr Unbehagen ein. Konnte Paula etwas mit ihrer Amnesie zu tun haben? Na klar, dachte sie, du wolltest sie umbringen und jetzt rächt sie sich, indem sie dir dein Haus von oben bis unten sauber macht, eine ganz verschlagene Person das. Sie starrte ins Leere. Ich sollte mich schämen, dachte sie. Wenn jemand ein schweres Leben hat, dann ist es Paula, eine ledige Mutter mit einem behinderten Kind, ohne Geld und ohne Aussichten, aber sie stellt sich dem Leben. Ich hingegen, eine wohlhabende Frau mit einem liebevollen Mann und einem gesunden Kind, fliehe vor dem Leben, sitze hier herum, suhle mich im Selbstmitleid. Was ist denn? Sie fuhr schreckhaft zusammen, als sie plötzlich Michaels Stimme hörte. Geht es dir nicht gut? Hast du Schmerzen? Nein, nein, es geht mir gut, versicherte sie hastig und sprang auf. Ich bin so froh, dass du da bist. Im nächsten Moment lag sie in seinen Armen. Du hast mir gefehlt, flüsterte sie halb verlegen. Sie war wie erlöst, ihn zu sehen. Das ist schön. Er küsste sie auf die Stirn. Das hatte ich mir erhofft. Er trat einen Schritt zurück und sah sie prüfend an, ohne sie jedoch loszulassen. Was ist los? Ist etwas passiert? Hat Paula sich nicht richtig um dich gekümmert? Nein, nein, das ist es nicht, antwortete Jane und fragte sich gleichzeitig, was es denn eigentlich war. Vielleicht habe ich einfach zu viel erwartet. Ich weiß nicht, ich dachte wahrscheinlich, sobald ich wieder zu Hause wäre, würde die Erinnerung wiederkommen. Das kommt schon, du musst nur ein bisschen Geduld haben. Wie war dein Tag? fragte sie mit einem befangenen Lachen. Er nahm sie wieder in die Arme. Lang und anstrengend, erstrich er über das Haar. Es tut mir so leid, dass ich heute Morgen schon in aller Frühe weg musste. Ich hatte eigentlich frei nehmen wollen, aber es kam ein Notfall nach dem anderen und jedes Mal, wenn ich anrief, sagte mir Paula, du schliefest. Jane stieß einen laut aus, der halb Lachen, halb Prusten der Geringschätzung war. Ich habe wirklich unheimlich viel geschlafen, das müssen die Tabletten sein. Nein, so schläfrig können die Tabletten dich nicht machen, meinte er. Ich glaube eher, du bist erschöpfter, als dir bewusst ist. Oh hallo, wie geht's denn? Kann ich einen Moment reinkommen? Carol Bishop wich in den Flur zurück, um Jane hereinzulassen. Aber natürlich, komm nur rein. Möchtest du eine Tasse Kaffee? Wie geht es dir? Nicht schlecht, gluckte Jane, die sich hundeelend fühlte. Sie folgte Carol in die Küche, die wie ihre eigene im rückwärtigen Teil des Hauses lag. Ich habe nicht angerufen, weil ich euch nicht stören wollte. Michael sagte, er würde sich melden, wenn ihr etwas brauchen solltet. Ich brauche nichts, außer einem klaren Kopf, dachte Jane. Ich werde bestens versorgt. Ich bin eine Gefangene in meinem eigenen Haus, hätte sie gern gesagt, tat es aber nicht, da sie wusste, wie melodramatisch das klingen würde und wie unfair es gewesen wäre. Beinahe eine Woche war vergangen, seit Michael sie aus dem Krankenhaus nach Hause geholt hatte. Sie hatte in dieser Zeit kaum etwas anderes getan, als essen und schlafen. Wenn sie nicht schlief, musste sie sich anstrengen, wach zu bleiben. Und wenn sie wach war, musste sie gegen die Depression kämpfen. Je länger sie wach blieb, desto tiefer wurde die Depression. Das einzige Mittel, ihr zu entfliehen, war zu schlafen. Sie hatte es sogar geschafft, einen Termin zu verschlafen, den Michael bei einem führenden Bostoner Psychiater für sie vereinbart hatte. Aus kollegialem Entgegenkommen hatte der vielbeschäftigte Arzt ihr eine Stunde eingeräumt. Doch als Michael nach Hause gekommen war, um sie abzuholen, nachdem er selbst seinen ganzen Terminkalender über den Haufen geworfen hatte, hatte er sie nicht wach bekommen können. Es musste ein neuer Termin vereinbart werden. Diesmal jedoch mit einer Wartezeit von sechs Wochen, da der Psychiater nicht bereit war, ihr ein zweites Mal eine Extrawurst zu braten. Aber in sechs Wochen, dachte Jane flehentlich, würde sie seine Hilfe doch gewiss nicht mehr brauchen. Da musste dieser Albtraum vorbei sein. Ich weiß nicht mehr, wie du deinen Kaffee trinkst, sagte Carol. Schwarz, und vielen Dank, dass du es vergessen hast. Carol lachte. Warte nur, bis du in meinem Alter bist. Da wirst du merken, dass dein Zustand nichts Besonderes ist. Es gibt Tage, da kann ich mich an überhaupt nichts erinnern. Ich muss mir alles aufschreiben. Überall liegen Zettel herum. Sie kost Jane eine Tasse Kaffee ein. Ich mache jeden Morgen eine Riesenkanne, bemerkte sie mit einer Geste zur Kaffeemaschine. Und lasse sie einfach den ganzen Tag stehen. Also, Prost. Sie hob ihre Tasse und stieß mit Jane an, als tränken sie Champagner. Dann zog sie sich einen Stuhl heran und setzte sich Jane gegenüber. Eine Weile schwiegen sie beide und Jane nutzte die Gelegenheit, sich umzusehen. Die Küche hatte etwa die gleiche Größe wie ihre eigene, aber sie hätte dringend einen frischen Anstrich gebraucht und die Brandflecken auf Tisch und Arbeitsplatte wirkten auch nicht gerade gepflegt. Das Radio an der Wand neben dem Telefon dudelte. Magst du Country Music? fragte Jane zerstreut. Leidenschaftlich, antwortete Carol. Allein die Texte. Ich hole mir einen Penner als Gartenzwerg ins Haus. Das muss man doch mögen. Jane lachte und war froh und erstaunt es zu hören. Sie hatte seit Tagen nicht mehr gelacht. Michael war die meiste Zeit nicht da und Paula sprühte nicht gerade vor Witz. Sie sah durch das Fenster in den Garten hinaus, wo der große Hund der Familie einem Eichhörnchen hinterher jagte und es hätte sie nicht gewundert, irgendwo im Gebüsch Paula lauern zu sehen. Es war fast zwei Uhr. Im Allgemeinen hielt sie um diese Zeit ihren Mittagsschlaf. Aber diesmal hatte sie so getan, als schliefe sie schon, als Paula hereingekommen war, um ihr ihre Tabletten zu geben und hatte sich dann wie ein Kind, das etwas Verbotenes tut, aus dem Haus geschlichen. Wie lange würde es dauern, ehe Paula merkte, dass sie weg war? Das ganze Haus dröhnte plötzlich unter polternden Sprüngen auf der Treppe. Ich gehe jetzt, rief jemand aus dem Flur. Carol sprang auf. Einen Augenblick, Andrew, Andrew, komm sofort her. An der offenen Tür erschien ein halbwüchsiger, schlagsiger Junge, der anscheinend keinen Augenblick stillstehen konnte. Er wippte, er hüpfte, er schlenkerte mit Armen und Beinen, er vibrierte praktisch von Kopf bis Fuß. Was ist denn noch, Mama? Ich bin sowieso schon spät dran. Kannst du nicht guten Tag sagen? Oh, Tag, Mrs. Whitaker, wie geht's? Gut, danke. Okay, Mama, ich muss los. Er war schon wieder im Flur, als Carol rief. Moment mal, du solltest doch mit deinem Großvater einen Spaziergang machen. Das kann ja Celine tun. Die Haustür wurde geöffnet und zugeschlagen. Carol sank resigniert in sich zusammen. Na klar, das kann ja Celine tun. Und wo ist die gute Celine? Natürlich nicht da. Sie musste dringend einen Einkaufsbummel machen und wird nachher viel zu erschöpft sein, um mit ihrem Großvater spazieren zu gehen, vorausgesetzt, sie gibt uns überhaupt die Ehre ihres Erscheinens. Carol, eine dünne Altmännerstimme. Wo bist du? Carol schloss die Augen und legte den Kopf in den Nacken. Der Nächste, bitte. Ich bin in der Küche, Vater. Jane erkannte den gebrechlich wirkenden alten Mann, der trotz des schmutzigen Hemdes und der schlotternden grauen Flanellhose noch eine gewisse Würde ausstrahlte, gleich wieder. Sie hatte ihn an ihrem ersten Abend zu Hause beobachtet, wie er versucht hatte, aus Carols Haus zu entfliehen und sie fühlte sich ihm augenblicklich zugetan. Sie konnte sich genau vorstellen, wie ihm zumute war. Ich hab Hunger, sagte er. Was ist mit dem Mittagessen? Du hast doch eben erst gegessen, Vater, erinnerte Carol ihn geduldig. Nein, behauptete er. Ich hab noch kein Mittagessen gehabt. Du hast mir nichts zu essen gegeben. Er warf einen argwöhnischen Blick auf Jane, als verdächtige er sie, ihm sein Mittagessen weggegessen zu haben. Und wer sind sie? Das ist Jane Whittaker, Vater. Sie wohnt im Haus gegenüber. Sie ist immer mit Daniel joggen gegangen. Du erinnerst dich doch an sie. Wenn ich mich erinnern würde, hätte ich nicht gefragt. Logisch, dachte Jane und lächelte. Ihr gefiel Carols Vater. Immerhin schienen sie einiges gemeinsam zu haben. Nimm's ihm nicht übel, sagte Carol entschuldigend. Er ist nicht immer so unhöflich. Carols Vater begann zu nicken, als führte er ein Gespräch, das nur er hören konnte. Zerstreut schob er seine Zahnprothese mit der Zunge nach vorn und zog sie wieder zurück, vorwärts und rückwärts, im Takt mit dem weinerlichen Lied aus dem Radio. Glenn Campbell, der da irgendjemandem nachtrauerte, der auf immer und ewig gegangen war. Bitte hör auf, mit dem Gebiss zu wackeln, Vater. Carol sah Jane an. Das tut er nur, um mich zu ärgern. Wo ist mein Mittagessen? schimpfte der Alte. Carol holte einmal tief Atem und ging zum Kühlschrank. Was möchtest du haben? Ein Steak-Sandwich. Wir haben keine Steaks. Ich kann dir ein Salami-Brot machen. Ist dir das recht? Was hast du gesagt? Setz dich, Vater. Carols Vater setzte sich auf einen Stuhl. Mach ihr auch eins, erwies mit dem Daumen auf Jane. Sie ist zu mager. Nein, danke, sagte Jane hastig. Ich bin wirklich nicht hungrig. Er hat erst vor zwei Stunden gegessen, bemerkte Carol, während sie zwei Scheiben Brot mit Senf bestrich und dann ein Stück Salami in dünne Scheiben schnitt. Sie legte das zusammengeklappte Brot auf einen kleinen Teller, den sie ihrem Vater hinstellte. Das ist kein Steak-Sandwich. Nein, das ist Salami. Ich hab dir doch gesagt, dass wir keine Steaks im Haus haben, Vater. In ein paar Stunden gibt's sowieso Abendessen. Bis dahin musst du dich eben mit Salami zufrieden geben. Ich will aber keine Salami, erschüttelte zornig den Kopf. Werden Sie bloß nicht alt, sagte er zu Jane, stand von seinem Stuhl auf und schlurfte aus der Küche. Sie hörte seine schwerfälligen Schritte auf der Treppe, dann direkt über ihrem Kopf, als er die Tür zu seinem Zimmer zuschlug. Wie lange lebt dein Vater schon bei euch? Seit dem Tod meiner Mutter. Ungefähr sechs Jahre. Wie ist deine Mutter gestorben? Carols Stimme war leise, kaum hörbar. An Krebs? Was sonst? Im Magen fing es an und breitete sich dann im ganzen Körper aus. Das tut mir leid. Ja, es war schlimm. Ihre Augen wurden feucht. Ich weiß noch, wie ich sie ein paar Tage vor ihrem Tod im Krankenhaus besuchte. Sie hatte schreckliche Schmerzen trotz der Mittel, die sie ihr gaben. Ich wollte, ich könnte mich an meine Mutter erinnern, sagte Jane und bemerkte den Ausdruck der Überraschung, der die Traurigkeit auf Carols Gesicht verdrängte. Michael hat mir von dem Unfall erzählt. Ach, wirklich? Ja, nicht viel, nur dass sie auf der Stelle tot war und dass es vor ungefähr einem Jahr passierte. Ein Jahr ist das schon wieder her, murmelte Carol. Wie schnell die Zeit vergeht. Du kannst dich überhaupt nicht an sie erinnern? Jane schüttelte den Kopf. Ich komme mir so, so untreu vor. Oh, das Gefühl kenne ich. Carol rückte mit ihrem Stuhl so nah an Jane heran, dass die Knie der beiden Frauen sich berührten. Ich liebe meinen Vater, aber in letzter Zeit habe ich manchmal das Gefühl, dass ich nur noch die Zeit absitze und darauf warte, dass er stirbt. Oh Gott, ich bin furchtbar. Du kennst mich noch nicht einmal, aber du musst mich für die schlimmste Person auf der Welt halten. Ich finde dich nicht schlimm. Ich finde dich menschlich. Carol lächelte dankbar. Deswegen stand ich dauernd bei dir vor der Tür, nachdem Daniel gegangen war. Du konntest mir immer etwas sagen, das mich aufgemuntert hat. Wann ist Daniel ausgezogen? Am 23. Oktober. Wir hatten keinen Krach, keine Auseinandersetzung. Es war überhaupt nichts, von dem man hätte sagen können, das war der Grund, das hat dazu geführt. Ich denke, er hatte einfach die Nase voll. Er hatte genug von meinem Vater, genug von seinen zwei Kindern und genug von mir. Er fand, er wäre noch jung genug, um den lebenslustigen Single zu spielen. Er kaufte sich eine Eigentumswohnung mitten in Boston, für die er mehr als eine Million Dollar bezahlte. Und jetzt schockt er auf dem Freedom Trail, statt durch die langweiligen Straßen von Newton Highlands. Er geht zu Fuß in die Praxis und trifft sich mit seinen Kindern, wenn er Lust dazu hat. Er führt genau das Leben, das ihm gefällt. Carol stand auf, ging zum Küchenschrank, schenkte sich noch eine Tasse Kaffee ein und nahm sich ein paar Kekse aus einer angeschlagenen Keramikdose. Möchtest du auch was? Jane schüttelte den Kopf. Es würde mich interessieren, sagte Carol, wie die Männer das schaffen. Ich meine, wie sie es schaffen, ihr Leben lang kleine Jungen zu bleiben. Sie schmeißen einfach alle Verantwortung hin und leben fröhlich in den Tag hinein. Und wir dürfen zu Hause rumhocken und darauf warten, dass unsere Schamhaare grau werden. Ist das vielleicht fair? Sie schubb einen Keks in den Mund. Aber dich betrifft das ja nicht. Du bist mit dem idealen Mann verheiratet. Ja, er scheint wirklich nett zu sein, stimmte Jane zu und kam sich vor wie eine Idiotin. War das alles, was sie über den Mann zu sagen wusste, mit dem sie seit elf Jahren verheiratet war? Er scheint wirklich nett zu sein. Sie wandte sich Carol zu und bemerkte, dass die sie ansah, als wolle sie etwas sagen. Was ist, fragte sie. Carol zuckte zusammen und reagierte mit einem Anfall sinnloser Geschäftigkeit. Sie kam wieder zum Tisch, setzte sich, hob ihre Kaffeetasse, stellte sie wieder hin, ohne getrunken zu haben und schob sich das nächste Plätzchen in den Mund. Was ist, sagte sie Jane nachäffend. Wie meinst du das? Du sahst aus, als wolltest du mir etwas sagen. Carol schüttelte den Kopf. Nein, nichts. Bitte sag es mir. War es über Michael? Über die Beziehung zwischen ihm und mir? Wieder führte Carol ihre Tasse zum Mund und diesmal trank sie einen großen Schluck Kaffee. Ich finde, wenn du über deine Beziehung zu Michael Fragen hast, solltest du mit ihm selbst sprechen. Ich weiß wirklich nichts darüber. Und wenn du etwas wüsstest, würdest du es mir dann sagen? Jane beobachtete Carol angespannt, während sie auf die Antwort wartete. Im Radio sangen Katie Lang und Roy Orbison ein Duett. Aus dem Garten schallte lautes Hundegebell. Ach, halt die Klappe, J.R., bellte Carol durch das geschlossene Fenster zurück und der Hund verstummte augenblicklich. Wäre das schön, wenn alle so folgsam wären, meinte sie seufzend. Komm, ist ein Plätzchen. Jane wollte sich gerade einen Keks nehmen, als sie lautes Klopfen an der Haustür hörte. Carol, rief der alte Mann von oben, es ist jemand an der Tür. Carol war schon aufgesprungen. Das ist entweder Andrew, der was vergessen hat, oder Celine. Jane wusste noch, ehe Carol die Haustür erreichte, dass es weder Andrew noch Celine war. Ist Jane hier? hörte sie Paula in erregtem Ton fragen. Ja, antwortete Carol ruhig. Wir sitzen gerade beim Kaffee. Möchten Sie auch eine Tasse? Ich war schon ganz außer mir vor Sorge, rief Paula, die sofort in die Küche rannte. Warum haben Sie mir nicht gesagt, dass Sie weggehen? fragte sie Jane atemlos. Ich dachte, das wäre nicht nötig, log Jane. Sie waren beschäftigt. Ich wollte Sie nicht stören. Ich bin zu Tode erschrocken, als ich in Ihr Zimmer kam und Sie nicht da waren. Ich habe das ganze Haus von oben bis unten durchsucht, den Garten, die Garage. Aber jetzt, fuhr Paula mit einem Blick auf ihre Uhr fort, sollten wir wirklich nach Hause gehen. Sie müssen noch ein Stündchen schlafen, ehe Ihr Mann heimkommt und ich weiß, unterbracht Jane, es ist Zeit für meine Tabletten. Sie erwachte mit Kopfschmerzen. Der dumpfe Schmerz wurzelte in ihrem Nacken und verästelte sich durch den ganzen Kopf, einem winterlichen Baum gleich, dessen kahle Äste und Zweige jeden feinsten Nerv erreichten. Sogar die Zähne taten ihr weh. Ein ganz normaler Tag im Paradies, dachte sie und versuchte, die Beine aus dem Bett zu schwingen. Sie waren so schwer, als hätte jemand, während sie schlief, Bleigewichte an ihnen befestigt. Sie seufzte. Am liebsten wäre sie sofort wieder ins Bett gekrochen. Wozu überhaupt aufstehen? Sie fühlte sich erbärmlich und würde sich mit fortschreitender Tageszeit nur noch erbärmlicher fühlen. Gleich würde Paula erscheinen, um nachher zu sehen, ihr weitere Tabletten zu verabreichen, ihr das Frühstück zu machen. Dann würde sie wieder schlafen. Sie blickte zur Schlafzimmertür und wartete darauf, dass ihre Gefängniswärterin erscheinen würde, aber es kam niemand. Du bist ungerecht, sagte sie laut zu ihrem Spiegelbild. Paula ist nicht deine Gefängniswärterin. Du selbst bist es. Sie starrte die Fremde im Spiegel an, sah zu, wie sie widerwillig das weiße Nachthemd auszog. Einen steht jedenfalls fest, sagte die Fremde zu ihr. Geschmack hast du überhaupt keinen. Der Fetzen da ist ungefähr so sexy wie eine Zwangsjacke. Die im Übrigen sowieso das angemessenere Kleidungsstück für mich wäre, fügte sie in Gedanken hinzu. Warum ziehst du das Ding dann immer wieder an, fragte ihr Blick das Spiegelbild. Weil es jedes Mal, wenn ich es in den Wäschekorb werfe, prompt gewaschen wird und am Abend wieder frisch und jungfräulich auf meinem Bett ausgebreitet liegt. Und es ist einfacher, es brav anzuziehen, als Widerstand zu leisten. Und es ist ein sicherer Schutz, gestand sie sich ein. Sie brauchte keine Angst zu haben, dass es bei Michael Regungen hervorrufen würde, mit denen sie noch gar nicht umgehen konnte. Dieser Fummel war so brav, dass sie darin wahrscheinlich nicht mal Casanova höchstpersönlich angemacht hätte. Na, was ist, fragte sie die Frau im Spiegel. Die zuckte mit den Schultern. Flittchen, sagte Jane und lachte. Beinahe schuldbewusst drehte sie sich zur Tür in der Erwartung, Paulas missbilligendes Gesicht zu sehen. Aber nein, heute war ja Samstag. An den Wochenenden hatte Paula frei. Sie und Michael würden allein sein. Sie kannte ihn heute nicht besser als vor einer Woche. Sie wusste einiges über ihn, gewiss. Sie wusste Einzelheiten aus seinem Leben, aus ihrem gemeinsamen Leben. Sie wusste, dass er liebevoll und einfühlsam und geduldig war. Einfach alles, was man sich von einem Ehemann wünschen konnte. Vielleicht brauchte sie gar nicht mehr zu wissen. Sie zog einen der Schränke auf und kramte in der obersten Schublade nach dem schwarzen Strumpfhalter. Sie hielt ihn sich vor den Körper und sah mit Befriedigung den schockierten Ausdruck im Gesicht der Frau im Spiegel. Das Ding würde ihn wahrscheinlich ganz schön heiß machen. Und? Willst du das? fragte ihr Spiegelbild lautlos. Willst du ihn heiß machen? Überleg es dir lieber genau, ehe du so etwas anzettelst. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich will, sagte Jane zornig. Sie legte den Strumpfhalter wieder in die Schublade und stieß sie heftig zu. Ich kann keinen klaren Gedanken fassen. Mein Kopf fühlt sich an, als wäre er voller Wackersteine. Sie hob die Hände zum Hinterkopf und grob die Fingernägel so tief in die Kopfhaut, dass es schmerzte. Mein Kopf tut so weh, rief sie weinend. Mein Kopf tut so weh. Und ich kann nicht denken und bin die ganze Zeit müde. Verdammt nochmal, was ist nur mit mir los? Es musste an den Tabletten liegen. Trotz Michaels Versicherung, dass es ein sehr mildes Mittel sei, war es offensichtlich zu stark für sie. Sie war wahrscheinlich an eine längere Einnahme von Medikamenten nicht gewöhnt. Die Tabletten waren schuld an ihrer Desorientierung und Depressionen an der ständigen Müdigkeit und dem Gefühl der Aussichtslosigkeit. Aber jedes Mal, wenn sie Michael darauf ansprach, jedes Mal, wenn sie fragte, ob es wirklich notwendig wäre, sie zu nehmen, sagte er ihr, dass Dr. Melloff sie ausdrücklich verschrieben und angeordnet hatte, dass sie sie wenigstens mehrere Wochen lang nehmen solle. Aber hatte Dr. Melloff das wirklich verordnet? Hey, was soll das heißen? fragte sie ihr Spiegelbild, bestürzt über diesen Gedanken. Was willst du damit sagen? Dass Michael dich belügt? Dass Dr. Melloff nie ein Medikament verschrieben hat? Dass Michael dich mit Paulas Hilfe absichtlich unter Drogen setzt, damit du dauernd müde und deprimiert bist? Aber warum? Weil ich offensichtlich verrückt bin, lautete die Antwort. Kein normaler Mensch käme auf die Idee, mit seinem eigenen Spiegelbild zu streiten. Du kannst die Wahrheit ganz leicht herausfinden, sagte die Frau im Spiegel zu ihr. Du brauchst nur Dr. Melloff anzurufen. Was? Ruf Dr. Melloff an. Er hat dir doch gesagt, dass du dich jederzeit an ihn wenden kannst. Ruf ihn an und frag, ob er dir ein Medikament verschrieben hat. Aber wie denn? Ist doch ganz einfach. Du hebst den Telefonhörer ab und wählst. Jane drehte den Kopf zum Telefon auf ihrem Nachttisch. War es wirklich so einfach? War das alles, was sie zu tun brauchte, abheben und wählen? Ihre Hand war schon auf dem Weg zum Telefon, als sie innehielt. Und wenn nun Michael hereinkam? Wieder blickte Jane zum Telefon neben dem Bett. Heb ab und wähl, sagte sie laut. Zaghaft langte sie hinüber und hob den Hörer ab. Sie hörte kein Amtszeichen. Ihr Blick folgte dem Kabel zur Steckdose in der Wand. Das Kabel war nicht eingesteckt. Es lag zusammengerollt wie eine schlafende Schlange direkt unter der Dose. Michael musste den Stecker herausgezogen haben, damit sie nicht vom Läuten des Telefons gestört wurde, wenn sie schlief. Er war nur um ihr Wohl besorgt, wie er das jeden Tag seit ihrer Heimkehr unzählige Male bewiesen hatte. Und sie war drauf und dran, ihm seine liebevolle Fürsorge mit misstrauischer Schnüffelei zu vergelten. Sie bückte sich, hielt sich am Bett fest, als plötzlicher Schwindel sie überkam und steckte das Telefonkabel ein. Das Amtszeichen schrillte ihr durchdringend mit scharfem Vorwurf ins Ohr. Und jetzt? Jetzt rufst du die Auskunft an, befahl sie sich. Sie setzte sich aufs Bett und tippte 411. Welchen Ort wollen Sie? fragte eine Telefonistin beinahe sofort. Boston, antwortete sie genauso prompt. Das städtische Krankenhaus. Es folgte eine Pause. Die menschliche Stimme wurde durch einen Automaten ersetzt, der die Nummer zweimal wiederholte, während sie in der Schublade des Nachttischs nach ihrem Adressbuch wühlte. Ein Moment bitte, drängte sie den Automaten. Ich möchte mir die Nummer gern aufschreiben. Wo ist denn nur das Buch? Sie erinnerte sich ganz genau das Buch mit dem Paisley-Muster Seite um Seite durchgegangen zu sein, nachdem sie aus dem Krankenhaus gekommen war. Aber jetzt war es nicht mehr da. Ach bitte, könnten Sie das noch einmal wiederholen, bat sie und gab die Suche auf, um sich ganz auf die Nummer zu konzentrieren, die der Automat durchsagte. Na wunderbar, jetzt rede ich schon mit Maschinen. Sie wählte die Nummer sofort und konnte nur hoffen, dass sie sie richtig im Kopf behalten hatte. Städtisches Krankenhaus Boston, meldete sich eine Stimme. Würden Sie mich bitte mit Dr. Mellow verbinden? Bitte? Könnten Sie etwas lauter sprechen? Welchen Arzt suchen Sie? Dr. Mellow, wiederholte Jane lauter. Ich glaube nicht, dass Dr. Mellow heute im Haus ist, aber bleiben Sie einen Moment dran, ich versuch's mal bei ihm. Ach ja, natürlich, heute ist Samstag. Samstags ist er sicher nicht da. Jane wollte schon auflegen, als sie seine Stimme hörte. Dr. Mellow? Am Apparat, was kann ich für Sie tun? Hier spricht Jane Whitaker. Es kam keine Reaktion. Jane Whitaker, die Frau von Dr. Michael Whitaker. Aber ja, natürlich, Jane. Er sprach ihren Namen mit besonderem Nachdruck, als wäre er froh, von ihr zu hören. Normalerweise bin ich samstags nicht hier. Darum erwarte ich auch keine Anrufe. Wie geht es Ihnen denn? Sie müssen entschuldigen, dass ich Sie störe. Aber wieso denn? Ich freue mich, von Ihnen zu hören. Ist alles in Ordnung? Ich weiß nicht genau. Ich habe einige Male mit Ihrem Mann gesprochen. Er sagte mir, dass er Ihren Termin mit dem Psychiater verschieben musste. Das stimmt, bestätigte sie. Ich wusste gar nicht, dass Sie mit meinem Mann gesprochen haben. Ich hoffe, Sie nehmen mir meine Neugier nicht übel. Und Ihr Mann macht sich verständlicherweise Sorgen. Deshalb vereinbarten wir, in Verbindung zu bleiben. Was kann ich für Sie tun, Jane? Es geht um die Tabletten, die Sie mir verschrieben haben, Dr. Melloff, begann sie und erwartete beinahe, dass er indigniert sagen würde, was für Tabletten? Ich habe keine Tabletten verschrieben. Aber er sagte nichts. Ich wollte gern wissen, was für ein Mittel das eigentlich ist. Soweit ich mich erinnere, habe ich Ativan verschrieben. Haben Sie einen Moment Geduld, dann sehe ich mal nach. Es folgten mehrere Sekunden tiefer Stille. Dr. Melloff hatte ihr also doch ein Medikament verschrieben. Michael befolgte lediglich seine Anweisungen. Ja, Ativan, sagte Dr. Melloff, als er wieder an den Apparat kam. Die Basissubstanz ist Lorazepam. Ich weiß nicht, ob Ihnen das etwas sagt, aber im Wesentlichen handelt es sich um ein sehr mildes Beruhigungsmittel. Valium nicht unähnlich, aber nicht auf gleiche Weise Sucht erzeugend. Aber warum muss ich denn überhaupt etwas nehmen? Ein leichtes Beruhigungsmittel wirkt erfahrungsgemäß bei hysterischer Amnesie sehr gut. Er machte eine kurze Pause und Jane glaubte, ihn lächelnd zu sehen. Schauen Sie, Jane, Sie stehen unter starker seelischer Belastung. Sie können sich nicht erinnern, wer Sie sind. Sie sind mit einem Mann verheiratet, den Sie nicht kennen. Sie sind von lauter Fremden umgeben. Das muss Ängste auslösen, die möglicherweise das Erinnerungsvermögen zusätzlich blockieren. Das Ativan soll diesen Ängsten entgegenwirken und der Erinnerung den Weg freimachen. Aber ich bin ständig entsetzlich müde und deprimiert. Das ist in einer solchen Situation nichts Ungewöhnliches. Je länger dieser Zustand andauert, desto mehr drückt das auf Ihre Stimmung. Das ist ganz normal. Darum ist ja das Ativan so wichtig. Und was Ihre Müdigkeit angeht, nun, ich glaube, Ihr Körper versucht Ihnen ein Zeichen zu geben, dass er Schlaf braucht, nämlich. Kämpfen Sie nicht dagegen an, Jane. Hören Sie auf das, was Ihr Körper Ihnen sagt. Sie glauben also nicht, dass die Depressionen und die Müdigkeit von dem Mittel kommen? Ativan enthält nichts, was Depressionen verursachen könnte. Möglich, dass es Sie ein bisschen müde macht, denn Sie sind ja leicht untergewichtig. Aber das müsste aufhören, wenn Ihr Körper sich daran gewöhnt hat. Aber ich fühle mich irgendwie so ohnmächtig, als hätte ich überhaupt keine Kontrolle. Sie brach ab, als sie Michaels Schritte auf der Treppe hörte. Aber ich will Sie nicht länger aufhalten, sagte sie hastig. Ich habe Sie schon lange genug gestört. Ich bin froh, dass ich da war, als Sie anriefen. Ach, Jane, wenn Ihr Mann gerade in der Nähe ist, würde ich gern einen Moment mit ihm sprechen. Michael stand an der offenen Tür. Er ist hier, er sagte sie ins Telefon, hielt Ihrem Mann dann den Hörer hin. Dr. Melloff, sagte sie mit klopfendem Herzen. Er möchte dich sprechen. Michael machte ein angemessen verwundertes Gesicht, als er ihr den Hörer aus der Hand nahm. Er sieht so verwirrt aus, wie ich bin, dachte Jane und fragte sich wieder, was sie veranlasst hatte, Dr. Melloff anzurufen. Hatte sie allen Ernstes den Verdacht gehabt, ihr Mann verabreiche ihr Drogen, die sie gar nicht brauchte? Wieso? Dieser Mann war nur gut zu ihr gewesen. Er war so geduldig und hilfsbereit. War sie vielleicht gegen teilnahmsvolle Männer allergisch? Lag da ihr Problem? Das ergab wirklich Sinn. Wo ist mein Adressbuch? fragte sie, nachdem Michael aufgelegt hatte. Sie sah ihm an, dass er verletzt war und versuchte, seinem Blick auszuweichen. Er versteht nicht, warum ich Dr. Melloff angerufen habe und was kann ich ihm sagen, wenn ich es doch selbst nicht verstehe? Es lag hier. Sie zog die obere Schublade des Nachttischs auf und jetzt ist es weg. Ich weiß nicht, wo es ist, sagte er einfach. Es lag hier, als ich vom Krankenhaus nach Hause kam. Warum insistierte sie? Warum machte sie aus einer Maus einen Elefanten? Weil Angriff die beste Verteidigung war, weil sie so ihren Anruf bei Dr. Melloff nicht erklären musste. Dann muss es auch dort sein, sagte er. Es ist aber nicht da, schau doch selbst nach. Ich brauche nicht nachzuschauen. Wenn du mir sagst, dass es nicht da ist, glaube ich dir. Wenn du mir sagen würdest, dass Dr. Melloff mir ein Medikament verschrieben hat, würde es mir nicht im Traum einfallen, dir hinterher zu schnüffeln, übersetzte sich Jane seine Bemerkung und wurde zornig. Paula muss es weggetan haben, rief sie anklagend, während sie vor dem Bett hin und her rannte. Warum hätte sie es wegtun sollen? Keine Ahnung, aber letzte Woche war es noch hier und jetzt ist es weg. Folglich muss es jemand weggenommen haben. Ich frage Paula am Montag danach. Ihr Verhalten verletzte ihn offensichtlich, aber er bemühte sich, ruhig zu bleiben. Ich verstehe sowieso nicht, wozu du das Buch jetzt brauchst. Vielleicht möchte ich eine Freundin anrufen, gab sie heftig zurück und war sich bewusst, wie irrational das klang. Vielleicht möchte ich endlich anfangen, mein Leben wieder zusammen zu glauben. Vielleicht habe ich es satt, den ganzen Tag hier eingesperrt zu sein und mich von dieser Nazifrau. Nazifrau? Paula? Mein Gott, was hat sie denn getan? Nichts, schrie Jane, jetzt völlig außer sich. Nichts konnte den Wortschwall zurückhalten, der über die Lippen stürzte, als wäre er viel zu lange mit Gewalt eingedämmt worden. Sie macht ja immer alles ganz richtig. Sie ist die reinste Maschine. Sie bewacht mich wie der große Bruder. Ich kann nicht mal ins Bad gehen, ohne dass sie mir hinterher rennt. Sie lässt mich nicht ans Telefon, wenn es läutet. Sie erzählt meinen Freunden, ich wäre verreist. Warum lässt sie mich nicht mit den Leuten sprechen? Wenn du mit deinen Freundinnen sprechen willst, brauchst du es mir nur zu sagen. Ich rufe sie auf der Stelle an und bitte sie herzukommen. Jane dachte einen Moment über den Vorschlag nach. Die Vorstellung, mit Menschen zu sprechen, die praktisch Fremde für sie waren, die Vorstellung, ihnen von Angesicht zu Angesicht gegenüber zu treten, machte ihr Angst. Sie spürte, wie ihr Herz zu rasen begann. Er hatte recht. Es war viel zu belastend. Wen würde sie denn anrufen? Und was würde sie sagen? Nein, jetzt nicht, antwortete sie ihm. Verzeih mir bitte. Ich bin einfach so verwirrt und durcheinander. In der folgenden Woche hatte Jane wieder einen Traum. Sie stand mit einem kleinen Mädchen, von dem sie wusste, dass es ihre Tochter war, am Rand einer kleinen Schlittschuhbahn im Newton Center. Sie standen Seite an Seite. Emily in ihrem rosa-roten Schneeanzug, die neuen weißen Schlittschuhe an den Füßen, Jane in einem Parka mit Kapuze und dicken Winterstiefeln und sie wollten gerade aufs Eis gehen, als eine strenge Männerstimme sie aufhielt. Entschuldigen Sie, aber ohne Schlittschuhe dürfen Sie nicht auf die Eisbahn. Jane sah zu ihren Füßen hinunter, dann aufwärts in das rotwangige Gesicht des jungen Mannes. Aber ich möchte doch nur meine Tochter auf der Bahn herumführen. Sie müssen Schlittschuhe anhaben, tut mir leid, aber das ist Vorschrift. Jane merkte, dass ihr langsam der Hut hochging. Ich möchte mich wirklich nicht mit Ihnen streiten. Können wir uns nicht friedlich einigen? Es ist doch kein Mensch auf der Bahn und ich verstehe nicht, was so schlimm daran ist, wenn ich... Ohne Schlittschuhe dürfen Sie nicht aufs Eis. So einfach ist das, Lady. Bei dem Wort Lady hätte Jane ihm am liebsten eine Ohrfeige gegeben, aber sie beherrschte sich. Ach, kommen Sie, drängte sie den jungen Mann und versteckte die geballten Fäuste in den Taschen ihres Parkers. Sie können doch meine kleine Tochter nicht so enttäuschen. Sie hat sich die ganze Woche aufs Schlittschuhlaufen gefreut. Der junge Mann zuckte mit den Achseln. Vorschrift ist Vorschrift, Lady, da ist nichts zu machen. Er wandte sich ab und ging davon. Arschloch, brummte Jane nicht allzu gedämpft. Was haben Sie gesagt? Danach ging alles sehr schnell. Der junge Mann drehte sich herum, kam zurück, packte sie vorn an ihrem Parka und schüttelte sie, während er sie gleichzeitig mit Beschimpfungen überschüttete. Emily schrie wie am Spieß. Leute liefen zusammen, der junge Mann ließ sie hastig los. Tut mir leid, ich habe die Beherrschung verloren. Ich verstehe schon, Vorschrift ist Vorschrift. Damit zog sie sich mit schlotternden Knien eilig zur nächsten Bank zurück. Emily wagte sich allein auf die Eisbahn und kam ganz gut zurecht. Am Abend versuchte Michael mit ihr zu reden. Herrgott noch mal, Jane, warum reagierst du immer gleich so gereizt? Eines Tages bringt dich so ein Kerl noch um. Tut mir ja leid, Michael, aber der Mensch hat mich so wütend gemacht. Alles in Ordnung? Was? Jane kämpfte sich aus den Nebeln der Erinnerung empor und sah Michaels Gesicht vor sich. Ich habe gerade noch einmal durchgespielt, was damals an der Eisbahn passiert ist. Und? Fällt dir noch mehr ein? Sie schüttelte den Kopf, überlegte flüchtig, was für ein Tag war, wie viele Tage vergangen waren, seit ihr die Erinnerung an den Zwischenfall auf der Eisbahn wiedergekommen war. Ich muss jetzt in die Klinik. Paula ist unten, wenn du sie brauchst. Wie spät ist es? Fast acht. Morgens? Er küsste sie auf die Stirn. Morgens. Wenn du doch hierbleiben könntest, sagte sie und verachtete sich wegen des jammernden Tons ihrer Stimme. Ich fühle mich so allein, wenn du nicht da bist. Ich kriege dann Angst. Du brauchst keine Angst zu haben, Jane. Du bist zu Hause. Und dir kommen immer mehr Erinnerungen. Das ist doch ein gutes Zeichen. Aber innerlich bin ich dauernd in Panik. Ich fühle mich völlig aus der Bahn geworfen und so schwach. Geh doch heute mal ein bisschen an die frische Luft, meinte Michael. Er stand vom Bett auf und blickte zu ihr hinunter. Sag Paula, sie soll einen Spaziergang mit dir machen. Ich glaube nicht, dass ich weit kommen würde. Dann nehmt den Wagen. Die frische Luft wird dir bestimmt guttun. Ich verstehe einfach nicht, wieso ich die ganze Zeit so schlapp bin. Ich muss jetzt wirklich gehen, Liebes. In knapp einer Stunde kommt mein erster Patient. Die Worte folgten ihr wie ein Echo, als sie aus dem Bett zum Badezimmer torkelte. Sie brauchte ihre ganze Konzentration nur, um einen Fuß vor den anderen zu setzen. Und als sie endlich im Bad war, konnte sie sich nicht mehr erinnern, was sie dort eigentlich wollte. Was ist nur los mit mir? Fragte sie ihr Bild im Spiegel über dem Waschbecken. Sie sah den dünnen Speichelfaden, der ihr aus einem Mundwinkel ran und wischte ihn zornig weg. Und war es Einbildung? Oder hatten ihre Züge tatsächlich etwas Unheimliches, beinahe Maskenhaftes? Sie spritzte sich kaltes Wasser ins Gesicht und kehrte, ohne sich abzutrocknen, ins Schlafzimmer zurück. Sie kroch wieder in ihr Bett und drückte das Kopfkissen an ihre feuchte Wange. Jane warf sich auf den Rücken und bekam sofort krampfartige Zuckungen. Sie atmete tief durch, um die Muskeln zu beruhigen und zu entspannen und wusste doch, dass die Anfälle stärker waren als sie. Sie versuchte, sich auf andere Dinge zu konzentrieren. Sie blickte auf und sah Paulas ernstes Gesicht über sich. Sie schrie leise auf und sofort krampften sich die Muskeln in ihrem Rücken wieder zusammen. Der leise Aufschrei wurde zum Schmerzensschrei. Ist es wieder der Rücken? Paula war an die Krämpfe offensichtlich gewöhnt, dachte Jane und nickte kaum fähig, den Kopf vom Kissen zu heben. Sie sollten versuchen, aufzustehen und sich ein bisschen zu bewegen. Gymnastik wäre gut. Bei der Vorstellung gymnastischer Übungen wurde Jane beinahe übel. Nein, ich glaube nicht, dass das so besonders gut wäre. Dr. Whittaker meint, wir sollten ein bisschen an die frische Luft gehen. Er hat gesagt, ich soll einen Spaziergang mit Ihnen machen. Fahren wir lieber mit dem Auto, entgegnete Jane, die sich an den zweiten, weit sympathischeren Vorschlag erinnerte. Mit hoffnungsvollem Blick sah sie Paula an. Glauben Sie, dass ich vielleicht die Grippe habe oder sowas? Vielleicht dachte, sie waren alle so auf ihre Amnesie fixiert, dass sie andere naheliegende Gründe für ihren gegenwärtigen Zustand völlig übersahen. Es konnte doch sein, dass das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun hatte. Es konnte doch sein, dass sie schlicht und einfach krank war. Paula legte Jane sofort die Hand auf die Stirn. Sie sind wirklich ein bisschen heiß, meinte sie. Aber das ist kein Wunder, wenn man den ganzen Tag im Bett liegt. In den Worten schwang ein vorwurfsvoller Unterton mit. Jane kam sich vor wie ein kleines Mädchen, das von der Kinderfrau zurecht gewesen wurde. Ich werde versuchen, aufzustehen. Aber nehmen Sie lieber erst ihre Tabletten und schon hielt Paula ihr in der einen Hand die zwei kleinen weißen Tabletten hin, in der anderen ein Glas Wasser. Würde mich nicht wundern, wenn sie nebenbei als Zauberkünstlerin auftritt, dachte Jane, die langsam die beiden Tabletten auf ihre eigene Hand legte und sie so intensiv betrachtete, als erwarte sie, dass sie gleich anfangen würden zu sprechen. Nehmen Sie sie, sagte Paula hastig, als im anderen Zimmer das Telefon klingelte, das Michael irgendwann in der vergangenen Woche hinausgestellt hatte. Ich komme gleich wieder. Sie stellte das Glas auf den Nachttisch und eilte aus dem Zimmer. Wenn es für mich ist, dann möchte ich drangehen, ganz gleich, wer es ist, rief Jane ihr nach, erhielt jedoch keine Antwort. Vergiss es, sagte sie zu ihrem Bild in den Spiegeln gegenüber dem Bett. Sie strich sich das Haar aus dem Gesicht und versuchte, die Muskeln ihres Mundes zu einem Lächeln zu zwingen. Aber sie gehorchten ihr nicht. Du wirst lächeln, sagte sie im Befehlston. Und legte die Finger an die Mundwinkel, um sie hochzuziehen. Die weißen Tabletten fielen ihr aus der Hand auf dem blassgrünen Teppich unter ihren Füßen. Ach, du lieber Himmel, euch hatte ich ja ganz vergessen. Jane ließ sich auf alle Viere hinunter, um die Tabletten aufzuheben. Als sie den Kopf wiederhob, sah sie sich in der Spiegelwand. Frau als Hund, dachte sie verwundert und fragte sich, wie es so weit mit ihr hatte kommen können. Konzentrieren Sie sich, hörte sie Paula sagen. Konzentrier dich, wiederholte sie für sich. Als du in den Straßen von Boston herumirrtest, fühltest du dich wohl. Du fühltest dich gesund, als du im Lennox Hotel warst. Auf dem Polizeirevier und im Krankenhaus warst du körperlich völlig in Ordnung. Es ging dir auch noch gut, als Michael dich nach Hause brachte. Erst nachdem du angefangen hast, diese blöden, kleinen, weißen Tabletten zu nehmen, die angeblich so gut verträglich und so heilsam sind, wurdest du schlapp und lethargisch, fingst an zu sabbern und verlorst den Appetit. Das ist doch verrückt, sagte sie laut. Selbst als plötzlich mein Gedächtnis weg war, ist mir der Appetit nicht vergangen. Sie musterte die zwei kleinen, runden, leicht gewölbten, weißen Tabletten mit den gezackten Rändern mehrere Sekunden lang, ehe sie die Tür zu ihrem Schrank aufzog und sie ganz vorn in einen schwarzen Schuh schob, der dort auf dem Boden stand. Ob andere Leute wohl auch so interessante Schuhe haben wie ich, ging es ihr flüchtig durch den Kopf. Sie richtete sich mühsam auf und schleppte sich zum Nachttisch, wo sie hastig das Glas Wasser leerte, ehe Paula zurückkehrte. Das war meine Mutter, sagte Paula unaufgefordert, als sie wieder ins Zimmer kam. Alles in Ordnung? Christine hatte sich in den Kopf gesetzt, ein bestimmtes Kleid anzuziehen und meine Mutter konnte es nicht finden. Sie wollte nur fragen, ob ich weiß, wo es ist. Und? Jane wollte das Gespräch nicht versickern lassen. Sie war dankbar für alles, was ihr das Gefühl gab, ein halbwegs normales menschliches Wesen zu sein. Paula zuckte mit den Achseln. Aus dem Kleid ist Christine schon lange herausgewachsen. Ich weiß nicht, wie sie plötzlich darauf kommt. Sie runzelte die Stirn. In letzter Zeit fällt ihr dauernd irgendeine Verrücktheit ein. Aber das gehört vielleicht dazu, wenn man fünf Jahre alt ist. Jane nickte und versuchte, sich an Emily zu erinnern, als diese fünf gewesen war. Sofort kam ihr das Bild eines kleinen Mädchens im rosa-roten Schneeanzug, das Hand in Hand mit ihrem Rand einer kleinen ovalen Eisbahn stand. Michael hatte gesagt, der Zwischenfall hätte sich vor etwa anderthalb Jahren ereignet. Emily wäre also tatsächlich fünf gewesen. Was für ausgefallene Ideen hatte sie wohl damals in ihrem kleinen Kopf gehabt? Und was für Ideen ging ihr gerade jetzt vielleicht durch den Sinn? Denkt sie an mich? fragte sich Jane. Macht sie sich Gedanken darüber, warum aus ein paar Tagen bei den Großeltern Wochen werden? Warum ich sie nicht anrufe? Glaubt sie womöglich, ich hätte sie verlassen? Wird sie sich überhaupt noch an mich erinnern, wenn ich mich endlich wieder an sie erinnere? Ich möchte meine Tochter anrufen, erklärte sie unvermittelt. Das müssen sie mit ihrem Mann besprechen, wenn er heimkommt. Ich brauche meinen Mann nicht, um Erlaubnis zu fragen, wenn ich meine Tochter anrufen möchte. Aber es wäre doch schlimm, wenn sie in ihrem gegenwärtigen Zustand etwas täten, was ihre Tochter erschrecken und sie von neuem durcheinander bringen würde. Wieso soll es sie erschrecken, mit ihrer Mutter zu sprechen? Paula zögerte. Naja, sie sind doch nicht die Mutter, die sie in Erinnerung hat. Janes Entschlossenheit kam ins Wanken. Paulas Argument war nicht so einfach von der Hand zu weisen. Außerdem konnte sie wohl kaum darauf bestehen, ihre Tochter anzurufen, wenn sie nicht einmal genau wusste, wo das Kind sich aufhielt und unter was für einer Telefonnummer es zu erreichen war. Paula, sagte sie abrupt, als Paula sich bückte, um das Bett zu machen. Sie sah, wie Paulas Schultern sich strafften und ihre Arme herabfielen. Wo haben sie mein Adressbuch hingelegt? Paula warf einen Blick über die Schulter, ohne ihre Haltung zu ändern. Ich habe es gar nicht in der Hand gehabt. Es lag aber in meinem Nachttisch. Und jetzt ist es verschwunden. Ich habe es nie gesehen, erklärte Paula. Es war in der Nachttischschublade und jetzt ist es verschwunden, wiederholte Jane störrisch. Fragen Sie doch Ihren Mann danach, wenn er nach Hause kommt, entgegnete Paula ebenso störrisch. Am besten mache ich mir eine Liste sämtlicher Dinge, die ich mit ihm besprechen muss. Jane gab sich keine Mühe, den Sarkasmus in ihrer Stimme zu verbergen. Sie sind ja heute Morgen ganz schön aufmüpfig, bemerkte Paula. Vielleicht ist das ein gutes Zeichen. Sie beugte sich wieder über das Bett, um das Laken zu glätten. Ziehen Sie sich doch inzwischen an. Dann können wir nachher ein bisschen rausfahren. Es klang mehr nach Befehl als nach Vorschlag und Jane hielt es für das Beste nicht zu widersprechen. Paula konnte sehr hartnäckig sein. Außerdem wollte sie ja wirklich endlich mal hinaus. Hatte sie nicht Michael und Paula ständig damit in den Ohren gelegen? Wann war ihr die Lust dazu vergangen? Und wieso war sie ihr vergangen? Sie öffnete ihren Schrank und sah hinein, als wolle sie ein Kleid für den Ausflug aussuchen. In Wirklichkeit blickte sie zum Boden hinunter, zu dem schwarzen Lackschuh, in dem die Tabletten versteckt waren. Mensch, komm schon, verdammte Kiste, gib jetzt bloß nicht den Geist auf. Jane hüllte sich in diplomatisches Schweigen und wartete darauf, dass Paula sich beruhigen würde. Es war schon der zweite derartige Ausbruch im Lauf ihrer Ausfahrt, zu der sie erst vor zehn Minuten aufgebrochen waren. Sie starrte zum Fenster hinaus. Eine Gruppe von vielleicht zwölf Kindern marschierte auf dem Bürgersteig vorbei. Alle hatten die kleinen Fäuste fest um ein Seil gelegt, an dessen vorderem und hinterem Ende mehrere junge Frauen gingen. Die Kinder waren sechs oder sieben Jahre alt, die Mädchen waren in der Überzahl. Wäre dieser Sommer normal verlaufen, wäre dann auch Emily in dieser lachenden kleinen Seilschaft mitmarschiert? Jane verspürte eine tiefe Sehnsucht. Ich kann mich vielleicht nicht an dich erinnern, mein Liebes, dachte sie und wandte sich von den Kindern ab, aber ich weiß, dass ich dich brauche und ich glaube, auch du brauchst mich. Sie beschloss Michael zu bitten, Emily unbedingt nach Hause zu holen. Halt, schrie sie plötzlich und Paula trat sofort hart auf die Bremse. Der Motor stotterte vorwurfsvoll und war kurz vor dem Absaufen. Was zum Teufel, das ist Emilies Schule. Jane sprang aus dem Wagen und rannte auf das schlichte einstückige Schulhaus zu. Kommen Sie wieder in den Wagen, Jane. Beim Klang von Paulas Stimme blieb Jane abrupt stehen, doch sie kehrte nicht zum Wagen zurück. Selbst wenn sie es gewollt hätte, hätte sie sich nicht von der Stille rühren können. Ihre Füße schienen wie festgenagelt. Sie zitterte am ganzen Körper. Irgendetwas wälzte sich einer gewaltigen Flutwelle gleich, auf sie zugewann an Kraft und Geschwindigkeit und sie konnte weder zurückweichen noch zur Seite springen. Sie stand gelähmt, mehr vor Staunen als vor Furcht, und ließ sich von der Erinnerung überfluten. Okay, habt ihr alle eure Fahrkarten? Jane lauschte der schrillen Stimme der Lehrerin, die sich in ihr Bewusstsein drängte. Sie sah sich selbst im oberen Stockwerk der South Station mitten in einer großen Schar Kinder, ihren Lehrern und einer Handvoll Eltern alle müde nach einem aufregenden Nachmittag im Kindermuseum in Boston. Rasch zählte sie die Köpfe der acht Kinder, die, Emily eingeschlossen, ihrer Obhut anvertraut waren. Denkt daran, dass der Zug für alle da ist, fuhr die Lehrerin fort. Also kein Drängeln und Schieben und möglichst leise bitte. Seid ihr alle soweit? Plötzlich erschien ein Mann, klein und vierschrötig, den Kopf nach vorn geschoben, den Blick zu Boden gerichtet und stürmte wie ein gereizter Stier mitten durch die Kinderschar. Mit beiden Armen stieß er die Kinder, die ihm im Weg standen, zur Seite. Ein kleines Mädchen fiel taumelnd gegen ein anderes Kind und beide begannen zu weinen. Ein kleiner Junge erhielt einen Schlag mitten ins Gesicht. Der Mann jedoch, wütend über die Invasion des Bahnsteigs, den er offenbar als sein Privatrevier betrachtete, drängte sich rücksichtslos und unversöhnlich weiter zwischen den jetzt verängstigten Kindern durch, während Lehrer und Eltern in hilflosem Zorn zusahen. Er hatte schon fast den Ausgang erreicht, als Janes Stimme ihn einholte. »He, Sie!« schrie sie und rannte ihm nach, wobei sie ihre große Handtasche wie ein Baseballschläger durch die Luft schwang. Sie zielte auf seinen Hinterkopf und hörte den dumpfen Aufprall der Tasche auf seinem Schädel. Es war schlagartig, mucksmäuschenstill geworden. Jane musterte mit einem raschen Blick die stummen Zuschauer. Lehrer und Eltern standen mit offenen Mündern und aufgerissenen Augen da. Die Kinder starrten sie beinahe mit Hochachtung an. Aber vielleicht war es auch einfach Angst, dachte Jane, die es selbst mit der Angst zu tun bekam, als der Mann wütend herumfuhr. »Oh Mist«, dachte sie, »jetzt macht er mich fertig.« Der Mann jedoch etwa 50, muskulös, das Gesicht von Wut entstellt, schrie nur, »Was ist denn in Sie gefahren? Sind Sie verrückt geworden?« Dann rannte er weiter. »Bin ich vielleicht wirklich verrückt?« fragte sich Jane. »Wieso bin immer ich diejenige, die sich solche Sachen leistet? Keiner sonst ist dem Kerl nachgelaufen. Keiner sonst hat versucht, die Kinder zu beschützen.« Ihr Blick suchte die Blicke der anderen Erwachsenen, die zugegen waren, aber nirgends stieß sie auf eine Reaktion. Es war, als hätten sie alle Angst davor, etwas zu sagen oder zu tun, das sie neuerlich in Rage bringen könnte. Nur eine Frau, eine Mutter, die schützend den Arm um ein kleines Mädchen gelegt hatte, zeigte etwas wie Anerkennung. Selbst Emily hielt sich von ihr fern, als fühle sie sich für das unerhörte Benehmen ihrer Mutter verantwortlich. »Was ist?« fragte jemand hinter ihr. »Wie?« Die Flutwelle sank in sich zusammen. Jane stand wieder auf dem Trocknen und schluckte an den bitteren Resten ihrer Erinnerungen. Sie drehte sich um und sah Paulas beunruhigtes Gesicht, sah in ihren Augen den gleichen Blick wie in den Augen der Eltern und Lehrer der Arlington Private School. »Glauben Sie, dass ich verrückt bin?« fragte sie Paula. Die trat automatisch einen Schritt zurück. »Sie haben es im Moment sehr schwer.« Danach habe ich nicht gefragt. »Aber es ist die einzige Antwort, die ich Ihnen geben kann.« Beide Frauen vermieden es, einander direkt anzusehen. »Kommen Sie, Jane. Steigen Sie wieder ein. Wir fahren nach Hause.« Auf dem Weg zur Haustür wurde sie von einer kräftigen Männerstimme aufgehalten. »Jane!« Sie drehte sich um. »Michael!« dachte sie. Doch statt Michael sah sie einen sympathisch wirkenden Fremden mit dunkelbraunem Haar und einem ungezwungenen Lächeln, der ihr aus Carols Vorgarten zuwinkte. »Hätte sie ihn kennen müssen?« Ehe Paula sie zurückhalten konnte, rannte Jane los und lief über die Straße. Paula konnte ihr nur hilflos nachsehen. »Hallo!« rief sie, als der lächelnde Fremde näher kam, um sie zu begrüßen. »Es ist schön, dich zu sehen«, sagte er. Aber dann gefror sein Lächeln und seine Stimme wurde besorgt. »Bist du krank? Du siehst nicht sehr gut aus.« Jane war ihm dankbar für die Untertreibung. »Ich war krank, aber langsam geht es mir besser.« »Hoffentlich war es nichts Ernstes.« »Ach, nur so ein mysteriöser Virus«, erklärte Jane, die sich erinnerte, was Michael seiner Sekretärin erzählt hatte. »Ich bin schon auf dem Weg der Besserung.« »Mit wem sprach sie da? Wer war dieser Mann? Und wieso kümmerte ihn ihr Befinden?« »Da bist du wohl in letzter Zeit nicht viel gelaufen, hm?« »Gelaufen?« »Nein.« Danach war mir weiß Gott nicht zumute. »Höchstens zum Davonlaufen«, dachte sie, sagte es aber nicht. »Ich bin heute zum ersten Mal seit über einer Woche wieder auf. Dann habe ich ja doppeltes Glück gehabt, dass ich gerade heute hergekommen bin. Ehrlich gesagt, ich bin in der letzten Zeit auch nicht viel gelaufen, bekannte er offensichtlich bestrebt, das Gespräch zu verlängern. Aber ich fange jetzt wieder an.« Er blickte auf seine Füße. »So ein Neuanfang hat wahrscheinlich immer seine Schwierigkeiten.« Endlich eine Aussage, mit der sie sich identifizieren konnte. Der Mann konnte nur ihr früherer Joggingpartner sein, Carols abtrünniger Ehemann Daniel. »Und wie geht's dir so, Daniel?« »Na hör mal, was soll die förmliche Anrede?« Er schien ehrlich verletzt. »Was?« »Na ja, ich weiß, dass Carol Daniel vorzieht. Und du hast wahrscheinlich in letzter Zeit viel mit Carol geredet. Aber das heißt doch noch lange nicht, dass du mich jetzt auch Daniel nennen musst. Sag doch Danny, wie immer.« Jane lächelte. »Okay, Danny.« »Das ist schon viel besser, als ich dich Daniel sagen hörte, dachte ich schon, du magst mich nicht mehr.« »Ich werde dich immer mögen.« War das wahr? »Ja.« »Irgendwie spürte sie, dass es so war.« »Na, ich kann dir nur sagen, wenn man sich scheiden lässt, merkt man schnell, wer die wahren Freunde sind. Du hast keine Ahnung, wie viele von unseren sogenannten Freunden von heute auf morgen verschwunden sind, nachdem ich mich von Carol getrennt hatte.« »Es ist schon hart.« »Aber deinetwegen habe ich ein ganz schlechtes Gewissen gehabt, fuhr er fort. Ich hätte dir ja wenigstens auf Wiedersehen sagen können. Mindestens ein halbes Dutzend Mal wollte ich dich anrufen. Aber irgendwie war es für mich, als hätten wir schon voneinander Abschied genommen. Ich hatte dir schließlich oft genug mein Herz ausgeschüttet und dir vorgejammert, wie schlecht es mir ging. Du hast gewusst, was mit mir los war.« Er schwieg einen Moment. »Und ich wusste, dass dir ziemlich klar war, was ich für dich empfunden habe.« Kurzes Schweigen. »Was hätte ich da noch viel sagen sollen?« Er zögerte einen Moment, dann neigte er sich näher zu ihr und strich mit beiden Händen ihre bloßen Arme hinauf und hinunter. »Aber ich glaube, ich habe dir nie gesagt, wie viel du mir bedeutet hast, wie sehr du mir geholfen hast. Ich weiß, dass du die Art meines Abgangs nicht in Ordnung fandst, aber du hast mich wenigstens nie verurteilt. Und dafür war ich dir dankbar. Ich bin es immer noch.« Er machte eine Pause, schien seine nächsten Worte genau zu überlegen. »Du fehlst mir«, begann er. »Ich denke sehr viel an dich. Ich habe mich oft gefragt, ob du auch ohne mich noch läufst. Er sah sie aufmerksam an und sie erkannte Teilnahme und Besorgnis in seinem Gesicht. Es tut mir wirklich leid, dass es dir nicht gut geht. Es ist ein bisschen mehr als das. Wie meinst du das?« Jane zuckte mit den Achseln, überlegte, wie sie anfangen sollte, als sie aus dem Augenwinkel die Tür von Carols Haus aufgehen und Andrew herauskommen sah. Unter einem Arm trug ihr einen zusammengerollten Schlafsack, in der anderen Hand einen großen Seesack aus Leinen. Jane schüttelte den Kopf. Dies war nicht der geeignete Moment für vertrauliche Geständnisse. »Fährst du mit Andrew weg?« fragte sie stattdessen. »Ich fahre ihn ins Ferienlager.« Carol trat hinter ihrem Sohn aus dem Haus, schlang beide Arme um ihn, sodass er sich kaum noch bewegen konnte. »Den ganzen Tag brüllt sie ihn nur an und dann kann sie ihn nicht gehen lassen, bemerkte Daniel. Und Jane war sich nicht sicher, ob er von Andrew sprach oder von sich. »Und was ist mit Celine?« »Die ist schon am Samstag gefahren.« »Sie fahren nicht ins selbe Lager?« »Nein, Celine ist an den Manitou-See gefahren.« »Weißt du das nicht mehr?« »Du warst doch diejenige, die das Lager empfohlen hat.« Jane brach der Schweiß aus. »Ach ja, natürlich. Ich weiß gar nicht, was ich heute im Kopf habe.« Daniel sah sie besorgt an und strich ihr mit einer Hand wieder über den Arm. »Ist dir nicht gut?« »Du bist plötzlich so blass geworden. Vielleicht solltest du dich lieber wieder hinlegen.« »Nein, nein, mir geht's gut.« Auf gar keinen Fall wollte sie sich wieder hinlegen, nur das nicht. »Ich bin wahrscheinlich nur noch ein bisschen wackelig auf den Beinen.« Sie musste lernen, bei solchen Begegnungen mit Fremden aus der Vergangenheit so wenig wie möglich zu sagen. Je zurückhaltender sie war, desto mehr verrieten sie ihr, desto mehr erfuhr sie, desto weniger Fehler konnte sie machen. »Hey, Dad, wo soll ich die Sachen hin tun?« Andrew stand schon beim Wagen seines Vaters. »Tag, Mrs. Whittaker.« »Hallo, Andrew«, sagte Jane. »Ich glaube, im Kofferraum ist noch Platz. Wenn nicht, leg sie einfach auf den Rücksitz.« »Das ist wohl deine neue Lebensphilosophie?« fragte Carol im Näherkommen ätzend. »Lieg sie einfach auf den Rücksitz.« Peinlich berührt wandte Jane sich ab. Sie fühlte sich irgendwie schuldig, aber sie wusste nicht, weshalb. Sie sah zu, wie Andrew den Kofferraum öffnete und sein Gepäck hineinlegte. »Können wir nicht wenigstens ein paar Minuten in normalem Ton miteinander reden?« Daniels Stimme war ruhiger als Carols, wenn auch nicht weniger zornig. Jane war nicht erpicht darauf, in einen Streit hineingezogen zu werden. Vielleicht war dies der rechte Moment zum Rückzug. Vielleicht konnte sie wirklich ein bisschen Ruhe gebrauchen, ehe Michael kam. »Es ist wahrscheinlich besser, ich gehe jetzt.« »Aber du wirst dich doch von einem kleinen Ehekrach nicht abschrecken lassen.« Carols Ton war herausfordernd. »Ich bin immer noch ein bisschen schlapp.« »Natürlich. Du hast dir auch so viel durchgemacht.« In Carols Stimme schwang ein hässlicher Unterton, den Jane nie zuvor gehört hatte. Es war, als greife ihre Wut auf Daniel auf alles und jeden in der Nähe über. »Es war wirklich aufmerksam von dir, dich extra vom Krankenlager zu erheben, um guten Tag zu sagen. Du hast wahrscheinlich die ganze Woche am Schlafzimmerfenster gelauert und darauf gewartet, dass Daniel aufkreuzt.« Jane kam gerade nach Hause, als ich nach draußen ging, bemerkte Daniel. »Na, so ein Zufall. Aber du hast ja schon immer ein Talent dafür gehabt, alles so einzurichten, dass es dir in den Kram passt. Stimmt's?« Jane war nicht sicher, ob die Bemerkung an sie oder an Daniel gerichtet war. Carol, muss das sein? »Oh, ich fange erst an, warte nur ab.« »Klingt verlockend, aber ich muss jetzt unseren Sohn ins Ferienlager fahren.« »Wie angenehm, wenn man immer einen guten Grund zum Abhauen hat.« »Carol, ich weiß nicht, was mit dir los ist, aber tröste dich. Gleich bin ich weg und dann siehst du mich frühestens im Herbst wieder.« »Hauptsache, mein monatlicher Scheck kommt pünktlich.« Daniel seufzte resigniert. Jane ahnte den inneren Widerstreit. Sollte er reagieren, alles auf sich beruhen lassen, zurückschlagen oder darüber hinweggehen? Er wollte gerade etwas sagen, als Andrew ihn rief. »Komm schon, Dad, fahren wir endlich.« »Die Stimme der Vernunft«, bemerkte Daniel und wandte sich Jane zu. »Gib gut auf dich Acht.« »Mein Gott, nun gib ihr schon einen Kuss, vor mir brauchst du keine Hemmungen zu haben«, zischte Carol. Sie drängte sich an ihnen vorbei, um ihren sich windenden Sohn noch einmal fest in die Arme zu nehmen. »Ruf mich an, wenn du etwas brauchst«, sagte Daniel. »Danke, vielleicht tue ich das.« »Ganz bestimmt wird sie das tun«, warf Carol ein. »Jane ist in letzter Zeit ja so bedürftig, nicht wahr, Jane?« »Komm schon, Dad.« »Schöne Ferien, Andrew«, rief Jane dem Jungen zu, der sichtlich ungeduldig war. »Fahr vorsichtig«, fügte sie zu Daniel gewandt hinzu. Daniel nickte und setzte sich an Steuer. Jane sah dem Wagen nach, der aus der Einfahrt auf die Straße hinausfuhr. Daniel winkte ein letztes Mal, dann schoss das Auto davon. Selbst als es außer Sicht war, hätte Jane sich am liebsten nicht umgedreht. Carols feindseliger Blick brannte ihr förmlich Löcher in den Rücken. »Was ist denn eigentlich los?«, fragte sie, nachdem sie schließlich doch den Mut gefunden hatte, sich der Frau zuzuwenden, die sie bisher für ihre Freundin gehalten hatte. Carol lachte bitter. »Du scheinst mich für eine komplette Idiotin zu halten.« »Wieso? Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest.« »Stimmt ja. Du hast ja alles vergessen, wie praktisch.« »Bitte kannst du mir nicht sagen, wieso du plötzlich so wütend auf mich bist?« »Welchen Grund sollte ich haben, wütend auf dich zu sein?« »Ich weiß es nicht.« »Hah, sieh mal an, du weißt es nicht.« »Nein, als wir das letzte Mal miteinander sprachen, habe ich von Wut nichts gemerkt. Ich dachte, wir wären Freundinnen.« »Ist das nicht komisch?« »Genau das dachte ich auch.« »Ja, aber was ist denn inzwischen passiert?« »Hatt es dich geärgert, dass ich mit Daniel gesprochen habe?« »Warum sollte mich das ärgern?« »Ich weiß es nicht. Vielleicht fühlst du dich verraten.« »Verraten? Hey, das ist eine interessante Wortwahl, findest du nicht?« »Carol, ich verstehe gar nichts. Bitte hör endlich auf, in Rätseln zu sprechen.« »Ach, du magst Rätsel nicht?« »Komisch. Ich dachte immer, Leute, die gern Spielchen spielen, mögen auch Rätsel. Naja, da sieht man mal wieder, dass man keinen Menschen so gut kennt, wie man ihn zu kennen glaubt.« »Bitte sag mir endlich, was ich deiner Meinung nach verbrochen habe.« »Oh, es geht hier nicht um Meinungen, sondern um Tatsachen. Und du kannst mir glauben, dass ich nichts lieber täte, als dir alles ins Gesicht zu sagen. Aber ich habe ein Versprechen gegeben. Und im Gegensatz zu gewissen anderen Leuten bin ich jemand, der sich an seine Versprechen hält. Du hast ein Versprechen gegeben? Wem denn? Und was hast du versprochen?« »Carol!« »Carol, komm schnell rein!« Die zittrige alte Stimme war schrill vor Angst. Carols Vater erschien an der Tür. »Es brennt!« schrie er wild gestikulierend. »Es brennt in der Küche!« »Um Gottes Willen!« Carol rannte zum Haus und wäre beinahe über den Hund gestürzt, der ihr laut bellend entgegensprang. »Wegg da,« schrie sie und verschwand im selben Moment im Haus, als der Rauchmelder zu heulen begann. Konnte es wirklich wahr sein? Hatte sie mit dem Mann ihrer Nachbarin ein Verhältnis gehabt? Daniel hatte draußen im Vorgarten andeutungsweise von seinen Gefühlen für sie gesprochen. War es möglich, dass sie diese Gefühle erwidert hatte? Dass sie beide sich von ihren Gefühlen hatten hinreißen lassen? Und hatte das schlechte Gewissen ihn dann dazu verleitet, seiner Frau alles zu beichten? Hatte er vielleicht gerade sein Geständnis abgelegt, als sie, Jane und Paula nach Hause gekommen waren? War das der Grund für Carols plötzliche Verwandlung? War etwa Daniel der Quell all ihrer Probleme? Vielleicht hatte Michael das Verhältnis entdeckt, hatte sie irgendwo zusammen ertappt? Vielleicht hatte es eine Auseinandersetzung gegeben und sie hatte mit dem nächstbesten Gegenstand auf Michael eingeschlagen. War es möglich, dass sie ihren eigenen Mann wegen eines Verhältnisses mit einem anderen hatte töten wollen? Hatte es dieses Verhältnis wirklich gegeben oder war es ein Hirngespinst Carols? Was war Realität und was nicht? Jane rannte die Treppe zum Schlafzimmer hinauf. Nein, nein, das kann nicht wahr sein. Das gibt es nicht. Bitte beruhigen Sie sich doch, ehe Ihr Mann nach Hause kommt, flehte Paula. Was bin ich nur für eine Frau? Welcher Frau würde es einfallen, einen Mann wie Michael mit dem Ehemann der Nachbarin zu betrügen? Jane wartete auf eine Antwort von Paula. Aber Paula sagte kein Wort. Wie eine Wahnsinnige rannte sie ins Schlafzimmer und schlug mit den Fäusten auf ihr Spiegelbild ein. Wer bist du verdammt nochmal? Was hast du mit deinem Leben angestellt? Wie viele andere Männer hast du noch gehabt? Wie viele Verhältnisse? Von wie vielen anderen Männern weiß Michael, oh Gott, schau dich doch an, wie du aussiehst, zum Kotzen. Warum antwortest du mir nicht, verdammt? Ich hole ihre Tabletten. Ich will keine Tabletten. Ich will nur raus hier. Jane starrte angeekelt ihr Spiegelbild an. Ich will gar nicht mehr wissen, wer du bist. Sie klatschte der Frau im Spiegel die flache Hand ins Gesicht. Ich will mich nicht erinnern, ich will nur weg. Weg von dir, so weit wie möglich. Und wenn ich diesmal abhaue, mache ich es richtig. Sie riss die Schranktüren auf, während Paula nach unten eilte. Ich muss hier weg, ich muss hier raus, fort von allem. Wie eine Rasende riss sie an den Kleidern im Schrank, zerrte sie von den Bügeln, schleuderte sie im ganzen Zimmer herum. Eine nach der anderen wurden die Blusen herausgezogen, vom Bügel gerissen, weggeworfen, dann die Röcke und die Kleider und zuletzt die Hosen. Sie leerte sämtliche Schubladen, schmiss Schals und Nachthemden durch das Zimmer, trampelte auf ihrer Unterwäsche herum, trat mit den Füßen nach zarten Dessous. Du Gottverdammtes Ding, schrie sie und packte das weiße Baumwollnachthemd, um es in Fetzen zu reißen. Das alles hier ist überhaupt nicht mein Zeug. Das alles hat mit mir überhaupt nichts zu tun. Das bin ich nicht. Im nächsten Moment lag sie auf den Knien und langte in die hintersten Ecken des Schrankes, zog die Schuhe heraus, riss die letzten Kleider von den Bügeln. Zum Teufel mit dir, schrie sie. Zum Teufel, hast du mich verstanden? Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Du bist eine Irre, eine Wahnsinnige bist du. Sie kickte strampelnd die Schuhe hoch in die Luft. Dann sprang sie wieder auf und streckte sich nach dem obersten Bord im Schrank, auf dem alte Hüte und Sweatshirts lagen, Reisetaschen und Kartons. Mit einer einzigen wilden Bewegung fegte sie alle Sachen vom Bord. So machen verrückte Hausputz, kreischte sie, als ein Karton ihren Kopf traf, ehe er zu Boden fiel. Der Deckel sprang auf, eine dunkelbraune Handtasche rollte heraus und blieb zu ihren Füßen liegen. Mit einem Schlag hatte die Raserei ein Ende. So erregt Jane vorher gewesen war, so ruhig war sie jetzt. Langsam, beinahe bedächtig ging sie in die Knie und griff nach der Handtasche. Sie hielt den Atem an, obwohl sie nicht hätte sagen können, warum, und öffnete die Tasche. Ein paar Papiertücher waren darin, ein Hausschlüssel, Autoschlüssel und eine rostbraune Brieftasche. Sie klappte sie auf. Es war alles da. Ihr Führerschein, ihre Sozialversicherungskarte, ihre Kreditkarten, ihre ganze Identität, versteckt in einem Karton ganz oben im Schrank. Warum? Wenn sie wirklich vorgehabt hatte, ihren Bruder in San Diego zu besuchen, hätte sie dann diese Dinge nicht mitgenommen? Wäre sie ohne alle Ausweispapiere ohne Führerschein nach Kalifornien geflogen? Wäre sie ohne ihre Handtasche aus dem Haus gegangen? Vielleicht hatte sie in Wirklichkeit nie vorgehabt, ihren Bruder zu besuchen. Aber warum behauptete Michael es dann? Warum hatte er den Ärzten und der Polizei diese Geschichte erzählt? Warum hätte er lügen sollen? Um sie zu schützen? Oder sich selbst? Jetzt weiß ich, dass du verrückt bist, flüsterte sie, unfähig, den plötzlichen Verdacht ins Auge zu sehen. Du bist total ausgerastet. Als sie zur Tür blickte, sah sie Michael und Paula Seite an Seite. Furcht und Besorgnis auf den Gesichtern. Was geht hier vor, Michael? fragte sie und hielt hoch, was sie in der Handtasche gefunden hatte. Bleibt ganz ruhig, sagte Michael, während Paula ihren Arm packte und ausstreckte. Nein, bitte, rief Jane, aber es war zu spät. Die Nadel hatte schon ihre Haut durchbohrt. Schweißgebadet schreckte Jane aus einem Traum hoch, indem sie eine Gruppe Skinheads mit einem der Stofftiere ihrer Tochter in Schach gehalten hatte. Ihr war speiübel. Der Arm tat ihr weh und sie schaffte es nicht gleich, die Augen zu öffnen. Als es ihr schließlich gelang, drehte sich das Zimmer wie ein Karussell um sie und sie musste sie sofort wieder schließen. Keine Panik, rief sie sich zu und geriet dennoch in Panik. Es ist alles gut. Du bist doch zu Hause in deinem Bett. Du wirst doch vom Besten aller Ehemänner bestens versorgt. Sollte sie ihn wirklich betrogen haben? Carol glaubt wirklich, dass ich mit ihrem Mann ein Verhältnis hatte und doch war sie bei der ersten Begegnung und bei Janes späterem Besuch in ihrem Haus freundlich, offen und hilfsbereit gewesen. Da waren weder Zorn noch Groll zu spüren gewesen. Keinerlei Feindseligkeit. Das musste bedeuten, dass sie von Janes Verrat erst später erfahren hatte. Entweder hatte Daniel gebeichtet, um sein Gewissen zu erleichtern oder ein anderer hatte ihr davon erzählt. Und wer? Jane wusste die Antwort. Es sprach alles dafür, dass Michael derjenige gewesen war, der Carol von der Sache erzählt hatte. Eines stand fest. Wenn Michael Carol wirklich von der angeblichen Affäre zwischen Jane und Daniel erzählt hatte, so gab es nur zwei Möglichkeiten. Entweder sagte die Wahrheit oder er log. Die Innenseite ihres linken Arms begann zu puckern und sie suchte mit den Augen die Quelle des Schmerzes. Sie erinnerte sich, wie Paula ihren Arm ausgestreckt gehalten hatte, während Michael ihr das Beruhigungsmittel injizierte. Wie oft hatte er sie seitdem gespritzt? Wie lange hatten sie sie betäubt gehalten? Mühsam stand sie auf, kämpfte den Brechreiz nieder, hielt sich am Bettpfosten fest und schleppte sich zur Tür. Aus der Küche schallte Paulas Stimme zu ihr herauf. Sprach sie mit Michael? Jane lauschte angestrengt, aber sie konnte nur Paulas Stimme hören. Wahrscheinlich war sie am Telefon. Wie viele ihrer Freundinnen hatten in den letzten Wochen versucht, sie zu erreichen. Wem alles hatten Paula und Michael weiß gemacht, sie wäre in San Diego bei ihrem Bruder. In der Erwartung des Chaos wütend verstreuter Kleider und Schuhe vorzufinden, das sie angerichtet hatte, taumelte sie ins Schlafzimmer zurück, aber hier war alles fein säuberlich aufgeräumt. Sie schleppte sich zum Schrank und zog die Spiegeltüren auf. Alle ihre Kleider hingen sauber und erdrett auf ihren Bügeln. Schuhe, die quer durchs Zimmer geflogen waren, standen jetzt wie brave Soldaten in Reih und Glied. Pullover, die sie hierhin und dorthin geschleudert hatte, lagen akkurat gefaltet übereinander. Nur der Karton, der ihr während ihres Wutanfalls auf den Kopf gefallen und aus dem die Handtasche mit all ihren Papieren herausgefallen war, nur dieser Karton fehlte. Hatte er überhaupt existiert? Oder hatte sie sich die ganze Szene vielleicht nur eingebildet? Oder sollte Michael sie von Anfang an belogen haben? Er hatte der Polizei erklärt, er habe das Verschwinden seiner Frau nicht angezeigt, weil er geglaubt habe, sie sei zu Besuch bei ihrem Bruder in San Diego. Er hatte Jane erzählt, sie hätte ihren Bruder mit ihrem Besuch überraschen wollen, darum sei ihr Bruder nicht beunruhigt gewesen, als sie nicht angekommen war. Er hatte behauptet, ihren Bruder nach ihrer Heimkehr aus dem Krankenhaus angerufen zu haben, um ihm zu versichern, dass kein Anlass zur Sorge bestehe. Aber hätte ihr Bruder sich wirklich durch ein paar wohlüberlegte Worte beruhigen lassen? Ein hysterischer Zwang zur Flucht aus der Realität, verbunden mit totalem Gedächtnisverlust, war doch nicht so alltägliches wie eine Grippe. Hätte ihr Bruder sich bei einer solchen Nachricht nicht ins nächste Flugzeug gesetzt, um nach ihr zu sehen? Hätte er nicht wenigstens darauf bestanden, mit ihr selbst zu sprechen? Und wenn er tatsächlich hier angerufen und immer wieder zu hören bekommen hatte, sie schlafe oder fühle sich nicht wohl oder sei nicht fähig, ans Telefon zu kommen, hätte das seine Besorgnis nicht noch gesteigert? Das lässt sich ganz leicht feststellen, dachte sie und blickte zur Tür, als sie auf der Treppe Paula Schritte hörte. Du brauchst ihn nur anzurufen. Sie kroch wieder ins Bett, schloss die Augen und stellte sich schlafend, als Paula zur Tür hereinkam. Geh wieder, flehte sie im Stillen, als sie merkte, dass Paula sich dem Bett näherte. Du siehst doch, dass ich schlafe. Sie fühlte, wie Paula ihren schmerzenden Arm unter der Bettdecke hervorzog und mit der Innenseite nach oben auf der Bettkante ausstreckte. Sie roch den Alkohol, fühlte etwas Kaltes und Feuchtes auf der Haut. Das klirren splitternden Porzellans weckte sie. Ach, das tut mir leid, Dr. Whittaker. Entschuldigen Sie, ich werde ihn selbstverständlich ersetzen. Machen Sie sich nichts draus, es ist ja nur ein Teller. Sie haben sich doch nicht geschnitten. Nein, nein, warten Sie, ich kehre die Scherben zusammen. Jane quälte sich aus dem Bett und tappte schwankend mit der Übelkeit kämpfend zur Treppe. Sie musste zum Telefon. Sie musste ihren Bruder in San Diego anrufen. Sie musste es jetzt tun, während Michael sich mit Paulas Problemen beschäftigte. Ehe es Zeit für die nächste Spritze war. Lautlos zog sie sich am Geländer entlang zu Michaels Arbeitszimmer. Sobald sie am Schreibtisch saß, griff sie zum Telefon. Sie drückte den Hörer ans Ohr. Mit zitternden Fingern tippte sie die Nummer der Auskunft. Welchen Ort wünschen Sie? Die Frau brüllte förmlich. Jane drückte den Hörer fest ans Ohr. Sie selbst flüsterte, San Diego, die Nummer von Tommy Lawrence. Würden Sie bitte etwas lauter sprechen? Jane neigte den Kopf wie zum Gebet und nuschelte. Ich möchte San Diego, die Nummer von Tommy Lawrence. San Diego, sagten Sie San Diego? Ja, verdammt nochmal, ja. Ich habe hier einen Eintrag für Thomas Lawrence in der South County Road und einen für Tom Lawrence in der Montgomery Street. Denk nach, nachbefahl eine Stimme. Versuch dich an die Adresse zu erinnern, die in deinem kleinen Buch stand. Jane schloss die Augen, beschwor das Bild ihres privaten Telefonbuchs und blätterte zur entsprechenden Seite. Sie sah den Namen ihres Bruders, die Adresse darunter. Montgomery Street, rief sie lauter als beabsichtigt. Ich glaube, es ist der in der Montgomery Street. Aber schon hatte der Automat die Telefonistin abgelöst. Sie tippte die Nummer, merkte, dass sie die Vorwahl vergessen hatte und musste von vorn anfangen. Irgendwo läutete ein Telefon. Jemand sagte Hallo. Jane. Wer? Ich kann sie kaum hören. Jane, wiederholte Jane lauter. Jane, Tommys Schwester? Ja. Sie begann zu weinen. Ich habe deine Stimme gar nicht erkannt. Bist du erkältet? Mir geht's nicht besonders gut, begann Jane. Diese Frau musste Tommys Frau Eleanor sein. Du hörst dich schrecklich an. Was ist das? Die Grippe? Nein. Irgend so ein mysteriöser Virus, antwortete Jane mit sinkendem Mut. Wie geht's euch denn so? Ach, wie immer. Jeremy hat gerade eine Erkältung hinter sich. Dein Bruder jammert über seinen Rücken und ich drehe mich im Kreis, weil ich nicht weiß, was ich alles packen soll. Ihr verreist? Nach Spanien, du weißt doch. Ich dachte, du rufst an, um uns gute Reise zu wünschen. Ich muss meinen Bruder sprechen. Der ist im Büro, kommt frühestens in einer Stunde. Du musst mir die Wahrheit sagen. Hast du in letzter Zeit mit Michael gesprochen? Michael? Nein, ich. Und Tommy? Ich glaube nicht, wenigstens hat er nichts davon erzählt. Er hat nichts davon gesagt, dass Michael angerufen und gefragt hat, ob ich bei euch bin? Wie kommst du denn darauf? Weil er das der Polizei erzählt hat. Wer hat was der Polizei erzählt? Jane, was redest du da eigentlich? Bitte hör mir zu. Ich hör dir ja zu. Ihr schwamm der Kopf. Ihre Gedanken rasten. Sie hörte die Stimmen näher kommen, dann nichts mehr. Sie fixierte die Tür. Immer noch nichts. Sie hatte so viel zu sagen, so wenig Zeit, es zu sagen. Mir ist etwas passiert. Was? Was ist dir passiert? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht erklären. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Jane, ich verstehe kein Wort. Bitte hör mir einfach zu. Unterbrich mich nicht. Ich habe große Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren. Sie geben mir dauernd Medikamente. Was? Wer gibt dir Medikamente? Michael und Paula. Wer ist Paula? Sie sollten mir eigentlich helfen, damit ich mich erinnern kann. Aber sie machen mich nur immer kränker. Und jetzt geben sie mir Spritzen. Jane, ist Michael da? Kann ich mit ihm sprechen? Nein. Jane wusste, dass sie zu laut gesprochen hatte. Du musst mir zuhören. Michael hat mich angelogen. Er hat der Polizei gesagt, ich wäre zu Besuch bei meinem Bruder in San Diego. Er hat zu mir gesagt, ich hätte Tommy überraschen wollen. Aber dann fand ich meine Handtasche mit allen Papieren. Und ohne Papiere hätte ich doch überhaupt nicht nach San Diego reisen können. Er hat gelogen, als ich fragte, warum er die Polizei nicht gleich nach meinem Verschwinden alarmiert hat. Langsam, Jane, langsam. Was heißt nach deinem Verschwinden? Ich verstehe das alles nicht. Kannst du noch mal von vorn anfangen? Nein, verdammt noch mal, ich habe keine Zeit. Gleich werden sie raufkommen, um mir die nächste Spritze zu geben. Eleanor, bitte, du musst mir helfen. Du musst mit meinem Bruder reden. Er muss herkommen und mich holen. Ellie? Eine Männerstimme schaltete sich in das Gespräch ein und im selben Moment sah Jane Paula ins Zimmer treten. Ellie, hier spricht Michael. Michael, was ist denn bei euch los? Das Gespräch rauschte an Jane vorbei. Sie wusste, dass es keinen Sinn hatte, noch etwas zu sagen. Paula kam mit der Spritze in der Hand auf sie zu. Es tut mir leid, dass du da hineingezogen worden bist, sagte Michael. Ich wollte euch nicht unnötig beunruhigen. Ja, aber was ist eigentlich bei euch los? Ich wollte, ich wüsste es. weinte Michael. Plötzlich kriege ich diesen verrückten Anruf. Ich habe ihre Stimme überhaupt nicht erkannt. Und dann erzählt sie mir irgendeine irre Geschichte, dass sie verschwunden ist, ihr Gedächtnis verloren, hat Medikamente bekommt. Das stimmt. Wir geben ihr Medikamente, erklärte Michael, um sie ruhig zu stellen. Das hat ihr Arzt uns geraten. Ihr Arzt? Jane hatte eine Art Zusammenbruch. Meiner Meinung nach hat es mit dem Unfall zu tun. Wenn es nicht bald besser wird, sagte Michael schwer atmend mit leiser Stimme, muss ich mich vielleicht mit dem Gedanken vertraut machen, sie einweisen zu lassen. Sie musste weg von hier. Als sie die Decken abwarf, entdeckte sie, dass sie noch Kleider anhatte. Das war gut so. Sie hätte wahrscheinlich nicht die Kraft gehabt, sich anzuziehen. Nur ihre Füße waren nackt, aber in ein paar Schuhe war sie schnell hineingeschlöpft. Ihre Zehen berührten den Teppich und das schrecklich vertraute Schwindelgefühl drohte sie zu überwältigen. Nimm dich zusammen, ermahnte sie sich. Konzentrier dich auf das, was du tun musst. Konzentrier dich darauf, aus diesem Haus zu verschwinden, solange du noch kannst. Und was willst du tun, wenn du hier raus bist? Immer schön der Reihe nach. Jetzt musst du erst mal hier rauskommen. Jane zog die Schranktür auf und schob die Füße in schwarze Lackschuhe. Was tun Sie da? Beim Klang von Paulas Stimme erstarrte sie. Ich muss zur Toilette, log sie, und nahm sich eisern zusammen, um ruhig zu bleiben und nicht umzukippen. Na, da finden Sie die aber nicht. Paulas Hände berührten ihre Schultern und lenkten sie sachte schiebend in die richtige Richtung. Da geht's hin, immer geradeaus. Sie gab Jane einen letzten kleinen Stoß, wie man das vielleicht mit einem Kind tut, das gerade laufen lernt. Und dann ließ sie sie los. Ich glaube, allein schaffe ich's nicht, Jane taumelte. Sofort war Paula an ihrer Seite. Um Gottes Willen, was ist das? schrie Jane laut und wies auf die Badewanne. Was denn? Paula neigte sich zur Wanne hinunter. Jane rempelte sie mit aller Kraft an und Paula fiel stolpernd vornüber. Sie warf die Arme nach vorn, um sich abzustützen und schrie halb in der Wanne hängend laut auf, mehr vor Schreck als vor Schmerz. Aber da stürzte Jane schon aus dem Bad, knallte die Tür hinter sich zu und zerrte den Nachttisch samt Lampe von ihrem Bett vor die Tür, obwohl ihr klar war, dass Paula kaum Mühe haben würde, darüber hinweg zu klettern und ihr nachzusetzen. Sie hoffte, es würde sie wenigstens so lange aufhalten, dass sie aus dem Haus entwischen konnte. Sie flog förmlich die Treppe hinunter, stolperte, stürzte und rappelte sich hastig wieder auf, als sie Paula oben aus dem Bad kommen hörte. Ohne einen Blick zurück rannte sie zur Haustür. »Jane«, rief Paula, die die Treppe erreicht hatte. »Was soll das? Wo wollen Sie hin?« Jane schlug krachend die Tür hinter sich zu, entdeckte auf der Straßenseite gegenüber Carols Wagen und betete zu Gott, er möge nicht abgeschlossen sein. Sie riss an der hinteren Tür und hätte vor Dankbarkeit beinahe geweint, als sie aufsprang. Sie kroch hinein, zog die Tür leise hinter sich zu und kauerte an die Rücklehne des Vordersitzes gelehnt auf dem Boden nieder. Ihr Herz schlug zum Zerspringen und ihr Magen krampfte sich so heftig zusammen, dass sie Angst hatte, sie würde sich übergeben müssen. Sie hörte Paula rufen, stellte sich vor, wie sie auf der Suche nach ihr die Straße hinauf und hinunter blickte, um das Haus herum nach hinten lief und schließlich in zorniger Resignation aufgab. »Was jetzt?« »Würde Paula ins Haus zurückkehren?« »Michael anrufen?« »Wie viel Zeit bleibt mir?« fragte sich Jane. »Und was soll ich tun?« Ohne aufblicken zu müssen, spürte sie, dass jemand durch das Wagenfenster zu ihr hinunterspähte. Aus und vorbei. Geschnappt. Sie holte tief Atem, lehnte sich an das abgeschabte Leder des Rücksitzes und zwang sich, den Blick zum Fenster zu heben. Carols Vater musterte sie so neugierig, als wäre sie ein exotischer Vogel in einem Glaskäfig. Sie hörte Schritte, dann Carols Stimme. »Vater, was tust du hier?« Sie hob die Hand, legte den Finger an die Lippen und sah den alten Mann dabei beschwörend an. Er grinste breit mit zahnlosem Mund. »Vater, wir können jetzt noch nicht fahren, komm wieder rein. Du hast noch nicht mal fertig gefrühstückt. Dein Toast wird ganz kalt.« Carols Vater richtete sich gerade auf und sein Gesicht verfinsterte sich bei der Vorstellung von kaltem Toast. Dann drehte er sich um und ging zum Haus. »Carol«, hörte Jane Paula rufen. »Haben Sie Jane gesehen?« Mit jedem Wort kam die Stimme näher. »Jane?« »Nein, warum?« »Sie hat mich in die Badewanne gestoßen und ist aus dem Haus gerannt. Ich hätte mir bei dem Aufprall beinahe das Handgelenk gebrochen. Du lieber Himmel, das hört sich ja an, als hätte sie jetzt völlig durchgedreht. Wenn Sie sie sehen sollten oder sie sich bei Ihnen meldet, würden Sie mich dann sofort rufen? »Aber natürlich.« »Danke.« »Vater, komm jetzt wieder rein!« Jane hörte, wie die Haustür geschlossen wurde. Einen Augenblick später fiel etwas weiter weg eine zweite Tür zu. Waren Sie jetzt beide weg? Langsam und vorsichtig richtete sie sich auf und spähte über den unteren Rand der Fensterscheibe. Es war niemand da. Behutsam stieß sie die Wagentür auf und kroch gebückt zum Bürgersteig hinaus. Und weiter? Wohin wollte sie? Sie hatte kein Geld. Sie hatte in ihrer kopflosen Flucht alles stehen und liegen gelassen. Wie gehabt, dachte sie. Jetzt irre ich also wieder einmal ohne Handtasche und ohne Papiere durch die Gegend. Nur weiß ich diesmal, wer ich bin, auch wenn ich mich noch immer nicht daran erinnern kann. Ich bin Jane Whittaker. »Lauf, Jane, lauf«, dachte sie, während sie geduckt die Straße hinunterhastete, den Oberkörper so tief, dass ihre Finger fast das Pflaster berührten, einem Affen ähnlicher als einem menschlichen Wesen. An der Walnut Street wandte sie sich nach Norden, ohne sich eine Verschnaufpause zu gönnen. Sie wusste, wenn sie jetzt anhielt und sei es nur für ein paar Sekunden, würde alle Kraft sie verlassen und sie würde sich einfach hier an der Straße zusammenrollen und einschlafen. »Was ich jetzt brauche, ist ein Taxi«, dachte sie, und versuchte mit den Zähnen die Steinchen oder was immer es war, das in ihrem rechten Schuh herumrollte, wegzuschieben. »Nur habe ich im Gegensatz zu meinem letzten spektakulären Fluchtversuch diesmal kein Geld mitgenommen.« Sie griff in ihre Hosentaschen. »Nichts.« »Weit und breit kein 100-Dollar-Schein zu sehen.« Jetzt blieb sie doch stehen. Wenn sie schon dazu verdammt war, zu Fuß zu gehen, dann wenigstens bequem. Natürlich nur relativ betrachtet, sagte sie sich, während sie ihren rechten Schuh auszog und ausschüttete. Zwei kleine weiße Tabletten fielen heraus. Ihre Tabletten. Die Tabletten, die Michael und Paula ihr täglich eingaben. Die Tabletten, die sie versteckt hatte. Sie bückte sich und hob sie auf, blieb auf den Asphalt gestützt einen Moment in der Hocke, bis sie die Kraft fand, sich wieder aufzurichten. Dann steckte sie die Tabletten in die Hosentasche und ging weiter, bis ihr plötzlich einfiel, dass Paula vielleicht beschlossen hatte, mit dem Auto nach ihr zu fahnden. Hastig suchte sie Schutz hinter einer Reihe von Bäumen. Mehrere Straßenecken weiter sah sie eine breite, belebte Straße, die wie eine Hauptstraße aussah. Wenn sie es bis dahin schaffte, was dann? Was wollte sie tun? Zur Polizei gehen? Um ihnen was zu erzählen? Sie starrte das Schild mehrere Sekunden lang an, ehe ihr seine Bedeutung aufging. Apotheke, stand da in großen, blaugoldenen Lettern. Wie von selbst trugen ihre Füße sie zur Tür. Sie musste ausweichen, um einem herauskommenden Kunden Platz zu machen, ehe sie den Laden betreten konnte. Sie fühlte sich plötzlich sehr schwach und benommen und betete, dass sie es bis zum Ladentisch schaffen würde, ohne ohnmächtig zu werden. Ja bitte? fragte der Mann hinter der erhöhten Theke und blickte über den Rand seiner Brille zu ihr hinunter. Ist Ihnen nicht gut? fragte er erschrocken. Gibt es hier vielleicht irgendwo einen Stuhl? Schon im nächsten Moment saß sie auf dem Boden, die Beine lang von sich ausgestreckt, die Arme schlaff an den Seiten herabhängend. Der Apotheker kam hinter dem Ladentisch hervor und kniete neben ihr nieder, tätschelte ihr die Hand und rief seinem Mitarbeiter zu, er solle ein Glas Wasser bringen. Da, trinken Sie. Er drückte ihr das Glas an die Lippen. Sie ließ das Wasser an ihren Mund rinnen und kämpfte gegen das Verlangen, einfach die Augen zu schließen und sich fallen zu lassen. Es ist wahrscheinlich die Hitze, sagte sie, unsicher, ob sie laut genug gesprochen hatte, um gehört zu werden. Sie sind aber für dieses Wetter auch ein bisschen zu warm gekleidet, wenn ich das mal sagen darf. Es soll heute 40 Grad werden. Meinen Sie, Sie können aufstehen? Jane schüttelte den Kopf. Ich möchte lieber noch einen Moment sitzen bleiben. Ich habe hinten einen Stuhl. Wir können Sie doch nicht hier auf dem Boden sitzen lassen. Kommen Sie. Sie können mir Gesellschaft leisten, bis Sie sich wieder erholt haben. Er schob ihr die Arme unter die Achseln und zog sie hoch. Jane spürte, dass jemand hinter sie trat und sie anschob. Als sie sich umdrehte, sah sie direkt in Paulas höflich lächelndes Gesicht. Nein! Oh, entschuldigen Sie, habe ich Ihnen wehgetan? fragte das junge Mädchen erschrocken. Es war gar nicht Paula, wie Jane jetzt erkannte. Sind Sie krank? fragte der Apotheker besorgt, als er sie zu dem Stuhl hinter dem Ladentisch führte. Jane begann lautlos zu weinen. Sie ließ sich auf den Stuhl fallen und griff mit zitternder Hand in ihre Hosentasche, um die zwei kleinen weißen Tabletten herauszuziehen. Können Sie mir sagen, was für Tabletten das sind? Ich meine, ohne, dass Sie sie erst zur Analyse wegschicken müssen. Der Apotheker nahm die Tabletten aus ihrer geöffneten Hand und drehte sie mehrmals hin und her, um sie sich genau anzusehen. Woher haben Sie die? Wissen Sie, was das für ein Mittel ist? Ich glaube, ich weiß es, ja. Ativan? Ativan? Oh nein, das ist kein Ativan. Das sieht mir eher nach Haldol aus. Und was ist das? Ein Mittel, von dem man lieber die Finger lassen sollte. Er kniff die Augen zusammen. Haben Sie etwa diese Tabletten genommen, ohne Rezept? Sie nickte schuldbewusst. Kein Wunder, dass Sie beinahe ohnmächtig geworden wären. Wie viele davon haben Sie denn genommen? Nur zwei. Um Gottes Willen, Haldol gibt man bei Psychosen. Was? Haldol ist gewissermaßen ein letztes Mittel. Man gibt es Leuten, die an schweren Depressionen leiden. Wenn das aber jemand nimmt, der keine Depressionen hat, kann das Mittel sie hervorrufen. Das heißt also, wenn jemand, der eigentlich gar nicht an Depressionen leidet, Haldol nimmt, dann bekommt er Depressionen? Wenn man Haldol lange genug ohne triftigen Grund nimmt, ist man am Ende nur noch eine menschliche Hülle. Ganz abgesehen davon, dass das Mittel sämtliche Symptome der Parkinson'schen Krankheit hervorrufen kann. Schluckbeschwerden, Krämpfe, Zittern. Es stellen sich sämtliche Symptome, psychisch schwerkranker Menschen ein. Er schüttelte den Kopf. Ein Glück, dass sie nur zwei von den Dingern genommen haben, sonst... Er brach ab und musterte sie aufmerksam. Sie haben wirklich nicht mehr geschluckt? Sie lächelte beinahe erleichtert. Sie war nicht verrückt. Die Tabletten, die Michael ihr jeden Tag gab, waren nicht die Tabletten, die Dr. Mellow verschrieben hatte. Kein Wunder, dass sie ständig so deprimiert war. Kein Wunder, dass sie morgens kaum aus dem Bett kam, dass sie sich kaum noch auf den Beinen halten konnte. Ich brauche die Tabletten wieder, sagte sie dem Apotheker beinahe ruhig, und ich muss auf dem schnellsten Weg ins städtische Krankenhaus Boston. Können Sie mir das Geld für ein Taxi leihen? Sie erwachte mit Kopfschmerzen. Der dumpfe Schmerz wurzelte in ihrem Nacken und verästelte sich durch den ganzen Kopf, einem winterlichen Baum gleich, dessen kahle Äste und Zweige jeden feinsten Nerv erreichten. Sogar die Zähne taten ihr weh. Ein ganz normaler Tag im Paradies, dachte sie, und versuchte, die Beine aus dem Bett zu schwingen. Sie waren so schwer, als hätte jemand, während sie schlief, Bleigewichte an ihnen befestigt. Sie seufzte. Am liebsten wäre sie sofort wieder ins Bett gekrochen. Wozu überhaupt aufstehen? Sie fühlte sich erbärmlich und würde sich mit fortschreitender Tageszeit nur noch erbärmlicher fühlen. Gleich würde Paula erscheinen, um nachher zu sehen, ihr weitere Tabletten zu verabreichen, ihr das Frühstück zu machen. Dann würde sie wieder schlafen. Sie blickte zur Schlafzimmertür und wartete darauf, dass ihre Gefängniswärterin erscheinen würde, aber es kam niemand. Du bist ungerecht, sagte sie laut zu ihrem Spiegelbild. Paula ist nicht deine Gefängniswärterin. Du selbst bist es. Sie starrte die Fremde im Spiegel an, sah zu, wie sie widerwillig das weiße Nachthemd auszog. Ein steht jedenfalls fest, sagte die Fremde zu ihr. Geschmack hast du überhaupt keinen. Der Fetzen da ist ungefähr so sexy wie eine Zwangsjacke, die im Übrigen sowieso das angemessenere Kleidungsstück für mich wäre, fügte sie in Gedanken hinzu. Warum ziehst du das Ding dann immer wieder an, fragte ihr Blick das Spiegelbild. Weil es jedes Mal, wenn ich es in den Wäschekorb werfe, prompt gewaschen wird und am Abend wieder frisch und jungfräulich auf meinem Bett ausgebreitet liegt. Und es ist einfacher, es brav anzuziehen, als Widerstand zu leisten. Und es ist ein sicherer Schutz, gestand sie sich ein. Sie brauchte keine Angst zu haben, dass es bei Michael Regungen hervorrufen würde, mit denen sie noch gar nicht umgehen konnte. Dieser Fummel war so brav, dass sie darin wahrscheinlich nicht mal Casanova höchstpersönlich angemacht hätte. Na, was ist, fragte sie die Frau im Spiegel. Die zuckte mit den Schultern. Flittchen, sagte Jane und lachte. Beinahe schuldbewusst drehte sie sich zur Tür in der Erwartung, Paulas missbilligendes Gesicht zu sehen. Aber nein, heute war ja Samstag. An den Wochenenden hatte Paula frei. Sie und Michael würden allein sein. Sie kannte ihn heute nicht besser als vor einer Woche. Sie wusste einiges über ihn gewiss. Sie wusste Einzelheiten aus seinem Leben, aus ihrem gemeinsamen Leben. Sie wusste, dass er liebevoll und einfühlsam und geduldig war. Einfach alles, was man sich von einem Ehemann wünschen konnte. Vielleicht brauchte sie gar nicht mehr zu wissen. Sie zog einen der Schränke auf und kramte in der obersten Schublade nach dem schwarzen Strumpfhalter. Sie hielt ihn sich vor den Körper und sah mit Befriedigung den schockierten Ausdruck im Gesicht der Frau im Spiegel. Das Ding würde ihn wahrscheinlich ganz schön heiß machen. Und? Willst du das? fragte ihr Spiegelbild lautlos. Willst du ihn heiß machen? Überleg es dir lieber genau, ehe du so etwas anzettelst. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich will, sagte Jane zornig. Sie legte den Strumpfhalter wieder in die Schublade und stieß sie heftig zu. Ich kann keinen klaren Gedanken fassen. Mein Kopf fühlt sich an, als wäre er voller Wackersteine. Sie hob die Hände zum Hinterkopf und grub die Fingernägel so tief in die Kopfhaut, dass es schmerzte. Mein Kopf tut so weh, rief sie weinend. Mein Kopf tut so weh. Und ich kann nicht denken und bin die ganze Zeit müde. Verdammt nochmal, was ist nur mit mir los? Es musste an den Tabletten liegen. Trotz Michaels Versicherung, dass es ein sehr mildes Mittel sei, war es offensichtlich zu stark für sie. Sie war wahrscheinlich an eine längere Einnahme von Medikamenten nicht gewöhnt. Die Tabletten waren schuld an ihrer Desorientierung und Depressionen an der ständigen Müdigkeit und dem Gefühl der Aussichtslosigkeit. Aber jedes Mal, wenn sie Michael darauf ansprach, jedes Mal, wenn sie fragte, ob es wirklich notwendig wäre, sie zu nehmen, sagte er ihr, dass Dr. Melloff sie ausdrücklich verschrieben und angeordnet hatte, dass sie sie wenigstens mehrere Wochen lang nehmen solle. Aber hatte Dr. Melloff das wirklich verordnet? Hey, was soll das heißen? fragte sie ihr Spiegelbild, bestürzt über diesen Gedanken. Was willst du damit sagen? Dass Michael dich belügt? Dass Dr. Melloff nie ein Medikament verschrieben hat? Dass Michael dich mit Paulas Hilfe absichtlich unter Drogen setzt, damit du dauernd müde und deprimiert bist? Aber warum? Weil ich offensichtlich verrückt bin, lautete die Antwort. Kein normaler Mensch käme auf die Idee, mit seinem eigenen Spiegelbild zu streiten. Du kannst die Wahrheit ganz leicht herausfinden, sagte die Frau im Spiegel zu ihr. Du brauchst nur Dr. Melloff anzurufen. Was? Ruf Dr. Melloff an. Er hat dir doch gesagt, dass du dich jederzeit an ihn wenden kannst. Ruf ihn an und frag, ob er dir ein Medikament verschrieben hat. Aber wie denn? Ist doch ganz einfach. Du hebst den Telefonhörer ab und wählst. Jane drehte den Kopf zum Telefon auf ihrem Nachttisch. War es wirklich so einfach? War das alles, was sie zu tun brauchte, abheben und wählen? Ihre Hand war schon auf dem Weg zum Telefon, als sie innehielt. Und wenn nun Michael hereinkam? Wieder blickte Jane zum Telefon neben dem Bett. Heb ab und wähl, sagte sie laut. Zaghaft langte sie hinüber und hob den Hörer ab. Sie hörte kein Amtszeichen. Ihr Blick folgte dem Kabel zur Steckdose in der Wand. Das Kabel war nicht eingesteckt. Es lag zusammengerollt wie eine schlafende Schlange direkt unter der Dose. Michael musste den Stecker herausgezogen haben, damit sie nicht vom Läuten des Telefons gestört würde, wenn sie schlief. Er war nur um ihr Wohl besorgt, wie er das jeden Tag seit ihrer Heimkehr unzählige Male bewiesen hatte. Und sie war drauf und dran, ihm seine liebevolle Fürsorge mit misstrauischer Schnüffelei zu vergelten. Sie bückte sich, hielt sich am Bett fest, als plötzlicher Schwindel sie überkam und steckte das Telefonkabel ein. Das Amtszeichen schrillte ihr durchdringend mit scharfem Vorwurf ins Ohr. Und jetzt? Jetzt rufst du die Auskunft an, befahl sie sich. Sie setzte sich aufs Bett und tippte 411. Welchen Ort wollen Sie? fragte eine Telefonistin beinahe sofort. Boston, antwortete sie genauso prompt. Das städtische Krankenhaus. Es folgte eine Pause. Die menschliche Stimme wurde durch einen Automaten ersetzt, der die Nummer zweimal wiederholte, während sie in der Schublade des Nachttischs nach ihrem Adressbuch wühlte. Einen Moment bitte, drängte sie den Automaten. Ich möchte mir die Nummer gern aufschreiben. Wo ist denn nur das Buch? Sie erinnerte sich ganz genau das Buch mit dem Paisley-Muster Seite um Seite durchgegangen zu sein, nachdem sie aus dem Krankenhaus gekommen war. Aber jetzt war es nicht mehr da. Ach bitte, könnten Sie das noch einmal wiederholen, bat sie und gab die Suche auf, um sich ganz auf die Nummer zu konzentrieren, die der Automat durchsagte. Na wunderbar, jetzt rede ich schon mit Maschinen. Sie wählte die Nummer sofort und konnte nur hoffen, dass sie sie richtig im Kopf behalten hatte. Städtisches Krankenhaus Boston, meldete sich eine Stimme. Würden Sie mich bitte mit Dr. Mellow verbinden? Bitte? Könnten Sie etwas lauter sprechen? Welchen Arzt suchen Sie? Dr. Mellow, wiederholte Jane lauter. Ich glaube nicht, dass Dr. Mellow heute im Haus ist, aber bleiben Sie einen Moment dran, ich versuch's mal bei ihm. Ach ja, natürlich. Heute ist Samstag. Samstags ist er sicher nicht da. Jane wollte schon auflegen, als sie seine Stimme hörte. Dr. Mellow? Am Apparat, was kann ich für Sie tun? Hier spricht Jane Whitaker. Es kam keine Reaktion. Jane Whitaker, die Frau von Dr. Michael Whitaker. Aber ja, natürlich, Jane. Nein, er sprach Ihren Namen mit besonderem Nachdruck, als wäre er froh, von ihr zu hören. Normalerweise bin ich samstags nicht hier. Darum erwarte ich auch keine Anrufe. Wie geht es Ihnen denn? Sie müssen entschuldigen, dass ich Sie störe. Aber wieso denn? Ich freue mich, von Ihnen zu hören. Ist alles in Ordnung? Ich weiß nicht genau. Ich habe einige Male mit Ihrem Mann gesprochen. Er sagte mir, dass er Ihren Termin mit dem Psychiater verschieben musste. Das stimmt, bestätigte sie. Ich wusste gar nicht, dass Sie mit meinem Mann gesprochen haben. Ich hoffe, Sie nehmen mir meine Neugier nicht übel. Und Ihr Mann macht sich verständlicherweise Sorgen. Deshalb vereinbarten wir, in Verbindung zu bleiben. Was kann ich für Sie tun, Jane? Es geht um die Tabletten, die Sie mir verschrieben haben, Dr. Meloff, begann sie und erwartete beinahe, dass er indigniert sagen würde, was für Tabletten? Ich habe keine Tabletten verschrieben. Aber er sagte nichts. Ich wollte gern wissen, was für ein Mittel das eigentlich ist. Soweit ich mich erinnere, habe ich Ativan verschrieben. Haben Sie einen Moment Geduld, dann sehe ich mal nach. Es folgten mehrere Sekunden tiefer Stille. Dr. Meloff hatte ihr also doch ein Medikament verschrieben. Michael befolgte lediglich seine Anweisungen. Ja, Ativan, sagte Dr. Meloff, als er wieder an den Apparat kam. Die Basissubstanz ist Lorazepam. Ich weiß nicht, ob Ihnen das etwas sagt, aber im Wesentlichen handelt es sich um ein sehr mildes Beruhigungsmittel, Valium nicht unähnlich, aber nicht auf gleiche Weise suchterzeugend. Aber warum muss ich denn überhaupt etwas nehmen? Ein leichtes Beruhigungsmittel wirkt erfahrungsgemäß bei hysterischer Amnesie sehr gut. Er machte eine kurze Pause und Jane glaubte, ihn lächelnd zu sehen. Schauen Sie, Jane, Sie stehen unter starker seelischer Belastung. Sie können sich nicht erinnern, wer Sie sind. Sie sind mit einem Mann verheiratet, den Sie nicht kennen. Sie sind von lauter Fremden umgeben. Das muss Ängste auslösen, die möglicherweise das Erinnerungsvermögen zusätzlich blockieren. Das Ativan soll diesen Ängsten entgegenwirken und der Erinnerung den Weg freimachen. Aber ich bin ständig entsetzlich müde und deprimiert. Das ist in einer solchen Situation nichts Ungewöhnliches. Je länger dieser Zustand andauert, desto mehr drückt das auf Ihre Stimmung. Das ist ganz normal. Darum ist ja das Ativan so wichtig. Und was Ihre Müdigkeit angeht, nun, ich glaube, Ihr Körper versucht, Ihnen ein Zeichen zu geben, dass er Schlaf braucht, nämlich. Kämpfen Sie nicht dagegen an, Jane. Hören Sie auf das, was Ihr Körper Ihnen sagt. Sie glauben also nicht, dass die Depressionen und die Müdigkeit von dem Mittel kommen? Ativan enthält nichts, was Depressionen verursachen könnte. Möglich, dass es Sie ein bisschen müde macht, denn Sie sind ja leicht untergewichtig, aber das müsste aufhören, wenn Ihr Körper sich daran gewöhnt hat. Aber ich fühle mich irgendwie so ohnmächtig, als hätte ich überhaupt keine Kontrolle. Sie brach ab, als sie Michaels Schritte auf der Treppe hörte. Aber ich will Sie nicht länger aufhalten, sagte sie hastig. Ich habe Sie schon lange genug gestört. Ich bin froh, dass ich da war, als Sie anriefen. Ach, Jane, wenn Ihr Mann gerade in der Nähe ist, würde ich gern einen Moment mit ihm sprechen. Michael stand an der offenen Tür. Er ist hier, sagte sie ins Telefon, hielt ihrem Mann dann den Hörer hin. Dr. Melloff, sagte sie mit klopfendem Herzen, er möchte dich sprechen. Michael machte ein angemessen verwundertes Gesicht, als er ihr den Hörer aus der Hand nahm. Er sieht so verwirrt aus, wie ich bin, dachte Jane und fragte sich wieder, was sie veranlasst hatte, Dr. Melloff anzurufen. Hatte sie allen Ernstes den Verdacht gehabt, ihr Mann verabreiche ihr Drogen, die sie gar nicht brauchte? Wieso? Dieser Mann war nur gut zu ihr gewesen. Er war so geduldig und hilfsbereit. War sie vielleicht gegen teilnahmsvolle Männer allergisch? Lag da ihr Problem? Das ergab wirklich Sinn. Wo ist mein Adressbuch? fragte sie, nachdem Michael aufgelegt hatte. Sie sah ihm an, dass er verletzt war und versuchte, seinem Blick auszuweichen. Er versteht nicht, warum ich Dr. Melloff angerufen habe und was kann ich ihm sagen, wenn ich es doch selbst nicht verstehe? Es lag hier. Sie zog die obere Schublade des Nachttischs auf und jetzt ist es weg. Ich weiß nicht, wo es ist, sagte er einfach. Es lag hier, als ich vom Krankenhaus nach Hause kam. Warum insistierte sie? Warum machte sie aus einer Maus einen Elefanten? Weil Angriff die beste Verteidigung war, weil sie so ihren Anruf bei Dr. Melloff nicht erklären musste. Dann muss es auch dort sein, sagte er. Es ist aber nicht da, schau doch selbst nach. Ich brauche nicht nachzuschauen. Wenn du mir sagst, dass es nicht da ist, glaube ich dir. Wenn du mir sagen würdest, dass Dr. Melloff mir ein Medikament verschrieben hat, würde es mir nicht im Traum einfallen, dir hinterher zu schnüffeln, übersetzte sich Jane seine Bemerkung und wurde zornig. Paula muss es weggetan haben, rief sie anklagend, während sie vor dem Bett hin und her rannte. Warum hätte sie es wegtun sollen? Keine Ahnung, aber letzte Woche war es noch hier und jetzt ist es weg. Folglich muss es jemand weggenommen haben. Ich frage Paula am Montag danach. Ihr Verhalten verletzte ihn offensichtlich, aber er bemühte sich, ruhig zu bleiben. Ich verstehe sowieso nicht, wozu du das Buch jetzt brauchst. Vielleicht möchte ich eine Freundin anrufen, gab sie heftig zurück und war sich bewusst, wie irrational das klang. Vielleicht möchte ich endlich anfangen, mein Leben wieder zusammen zu glauben. Vielleicht habe ich es satt, den ganzen Tag hier eingesperrt zu sein und mich von dieser Nazifrau... Nazifrau? Paula? Mein Gott, was hat sie denn getan? Nichts, schrie Jane, jetzt völlig außer sich. Nichts konnte den Wortschwall zurückhalten, der über die Lippen stürzte, als wäre er viel zu lange mit Gewalt eingedämmt worden. Sie macht ja immer alles ganz richtig. Sie ist die reinste Maschine. Sie bewacht mich wie der große Bruder. Ich kann nicht mal ins Bad gehen, ohne dass sie mir hinterher rennt. Sie lässt mich nicht ans Telefon, wenn es läutet. Sie erzählt meinen Freunden, ich wäre verreist. Warum lässt sie mich nicht mit den Leuten sprechen? Wenn du mit deinen Freundinnen sprechen willst, brauchst du es mir nur zu sagen. Ich rufe sie auf der Stelle an und bitte sie herzukommen. Jane dachte einen Moment über den Vorschlag nach. Die Vorstellung, mit Menschen zu sprechen, die praktisch Fremde für sie waren, die Vorstellung, ihnen von Angesicht zu Angesicht gegenüber zu treten, machte ihr Angst. Sie spürte, wie ihr Herz zu rasen begann. Er hatte recht. Es war viel zu belastend. Wen würde sie denn anrufen? Und was würde sie sagen? Nein, jetzt nicht, antwortete sie ihm. Verzeih mir bitte. Ich bin einfach so verwirrt und durcheinander. In der folgenden Woche hatte Jane wieder einen Traum. Sie stand mit einem kleinen Mädchen, von dem sie wusste, dass es ihre Tochter war, am Rand einer kleinen Schlittschuhbahn im Newton Center. Sie standen Seite an Seite. Emily in ihrem rosa-roten Schneeanzug, die neuen weißen Schlittschuhe an den Füßen, Jane in einem Parka mit Kapuze und dicken Winterstiefeln und sie wollten gerade aufs Eis gehen, als eine strenge Männerstimme sie aufhielt. Entschuldigen Sie, aber ohne Schlittschuhe dürfen Sie nicht auf die Eisbahn. Jane sah zu ihren Füßen hinunter, dann aufwärts in das rotwangige Gesicht des jungen Mannes. Aber ich möchte doch nur meine Tochter auf der Bahn herumführen. Sie müssen Schlittschuhe anhaben, tut mir leid, aber das ist Vorschrift. Jane merkte, dass ihr langsam der Hut hochging. Ich möchte mich wirklich nicht mit Ihnen streiten. Können wir uns nicht friedlich einigen? Es ist doch kein Mensch auf der Bahn und ich verstehe nicht, was so schlimm daran ist, wenn ich... Ohne Schlittschuhe dürfen Sie nicht aufs Eis, so einfach ist das, Lady. Bei dem Wort Lady hätte Jane ihm am liebsten eine Ohrfeige gegeben, aber sie beherrschte sich. Ach kommen Sie, drängte sie den jungen Mann und versteckte die geballten Fäuste in den Taschen ihres Parkers. Sie können doch meine kleine Tochter nicht so enttäuschen. Sie hat sich die ganze Woche aufs Schlittschuhlaufen gefreut. Der junge Mann zuckte mit den Achseln. Vorschrift ist Vorschrift, Lady, da ist nichts zu machen. Er wandte sich ab und ging davon. Arschloch, brummte Jane nicht allzu gedämpft. Was haben Sie gesagt? Danach ging alles sehr schnell. Der junge Mann drehte sich herum, kam zurück, packte sie vorn an ihrem Parker und schüttelte sie, während er sie gleichzeitig mit Beschimpfungen überschüttete. Emily schrie wie am Spieß. Leute liefen zusammen, der junge Mann ließ sie hastig los. Tut mir leid, ich habe die Beherrschung verloren. Ich verstehe schon, Vorschrift ist Vorschrift. Damit zog sie sich mit schlotternden Knien eilig zur nächsten Bank zurück. Emily wagte sich allein auf die Eisbahn und kam ganz gut zurecht. Am Abend versuchte Michael mit ihr zu reden. Herrgott noch mal, Jane, warum reagierst du immer gleich so gereizt? Eines Tages bringt dich so ein Kerl noch um. Tut mir ja leid, Michael, aber der Mensch hat mich so wütend gemacht. Alles in Ordnung? Was? Jane kämpfte sich aus den Nebeln der Erinnerung empor und sah Michaels Gesicht vor sich. Ich habe gerade noch einmal durchgespielt, was damals an der Eisbahn passiert ist. Und, fällt dir noch mehr ein? Sie schüttelte den Kopf, überlegte flüchtig, was für ein Tag war, wie viele Tage vergangen waren, seit ihr die Erinnerung an den Zwischenfall auf der Eisbahn wiedergekommen war. Ich muss jetzt in die Klinik. Paula ist unten, wenn du sie brauchst. Wie spät ist es? Fast acht. Morgens? Er küsste sie auf die Stirn. Morgens. Wenn du doch hierbleiben könntest, sagte sie und verachtete sich wegen des jammernden Tons ihrer Stimme. Ich fühle mich so allein, wenn du nicht da bist. Ich kriege dann Angst. Du brauchst keine Angst zu haben, Jane, du bist zu Hause und dir kommen immer mehr Erinnerungen. Das ist doch ein gutes Zeichen. Aber innerlich bin ich dauernd in Panik. Ich fühle mich völlig aus der Bahn geworfen und so schwach. Geh doch heute mal ein bisschen an die frische Luft, meinte Michael. Er stand vom Bett auf und blickte zu ihr hinunter. Sag Paula, sie soll einen Spaziergang mit dir machen. Ich glaube nicht, dass ich weit kommen würde. Dann nehmt den Wagen. Die frische Luft wird dir bestimmt guttun. Ich verstehe einfach nicht, wieso ich die ganze Zeit so schlapp bin. Ich muss jetzt wirklich gehen, Liebes. In knapp einer Stunde kommt mein erster Patient. Die Worte folgten ihr wie ein Echo, als sie aus dem Bett zum Badezimmer torkelte. Sie brauchte ihre ganze Konzentration nur um einen Fuß vor den anderen zu setzen und als sie endlich im Bad war, konnte sie sich nicht mehr erinnern, was sie dort eigentlich wollte. Was ist nur los mit mir? fragte sie ihr Bild im Spiegel über dem Waschbecken. Sie sah den dünnen Speichelfaden, der ihr aus einem Mundwinkel ran und wischte ihn zornig weg. Und war es Einbildung oder hatten ihre Züge tatsächlich etwas Unheimliches, beinahe Maskenhaftes? Sie spritzte sich kaltes Wasser ins Gesicht und kehrte ohne sich abzutrocknen ins Schlafzimmer zurück. Sie kroch wieder in ihr Bett und drückte das Kopfkissen an ihre feuchte Wange. Jane warf sich auf den Rücken und bekam sofort krampfartige Zuckungen. Sie atmete tief durch, um die Muskeln zu beruhigen und zu entspannen und wusste doch, dass die Anfälle stärker waren als sie. Sie versuchte, sich auf andere Dinge zu konzentrieren. Sie blickte auf und sah Paulas ernstes Gesicht über sich. Sie schrie leise auf und sofort krampften sich die Muskeln in ihrem Rücken wieder zusammen. Der leise Aufschrei wurde zum Schmerzensschrei. Ist es wieder der Rücken? Paula war an die Krämpfe offensichtlich gewöhnt, dachte Jane und nickte kaum fähig, den Kopf vom Kissen zu heben. Sie sollten versuchen, aufzustehen und sich ein bisschen zu bewegen. Gymnastik wäre gut. Bei der Vorstellung gymnastischer Übungen wurde Jane beinahe übel. Nein, ich glaube nicht, dass das so besonders gut wäre. Dr. Whittaker meint, wir sollten ein bisschen an die frische Luft gehen. Er hat gesagt, ich soll einen Spaziergang mit ihnen machen. Fahren wir lieber mit dem Auto, entgegnete Jane, die sich an den zweiten, weit sympathischeren Vorschlag erinnerte. Mit hoffnungsvollem Blick sah sie Paula an. Glauben Sie, dass ich vielleicht die Grippe habe oder sowas? Vielleicht dachte, sie waren alle so auf ihre Amnesie fixiert, dass sie andere naheliegende Gründe für ihren gegenwärtigen Zustand völlig übersahen. Es konnte doch sein, dass das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun hatte. Es konnte doch sein, dass sie schlicht und einfach krank war. Paula legte Jane sofort die Hand auf die Stirn. Sie sind wirklich ein bisschen heiß, meinte sie. Aber das ist kein Wunder, wenn man den ganzen Tag im Bett liegt. In den Worten schwang ein vorwurfsvoller Unterton mit. Jane kam sich vor wie ein kleines Mädchen, das von der Kinderfrau zurechtgewiesen wurde. Ich werde versuchen, aufzustehen. Aber nehmen Sie lieber erst Ihre Tabletten und schon hielt Paula ihr in der einen Hand die zwei kleinen weißen Tabletten hin, in der anderen ein Glas Wasser. Würde mich nicht wundern, wenn sie nebenbei als Zauberkünstlerin auftritt, dachte Jane, die langsam die beiden Tabletten auf ihre eigene Hand legte und sie so intensiv betrachtete, als erwarte sie, dass sie gleich anfangen würden zu sprechen. Nehmen Sie sie, sagte Paula hastig, als im anderen Zimmer das Telefon klingelte, dass Michael irgendwann in der vergangenen Woche hinausgestellt hatte. Ich komme gleich wieder. Sie stellte das Glas auf den Nachttisch und eilte aus dem Zimmer. Wenn es für mich ist, dann möchte ich drangehen, ganz gleich, wer es ist, rief Jane ihr nach, erhielt jedoch keine Antwort. Vergiss es, sagte sie zu ihrem Bild in den Spiegeln gegenüber dem Bett. Sie strich sich das Haar aus dem Gesicht und versuchte, die Muskeln ihres Mundes zu einem Lächeln zu zwingen. Aber sie gehorchten ihr nicht. Du wirst lächeln, sagte sie im Befehlston und legte die Finger an die Mundwinkel, um sie hochzuziehen. Die weißen Tabletten fielen ihr aus der Hand auf dem blassgrünen Teppich unter ihren Füßen. Ach, du lieber Himmel, euch hatte ich ja ganz vergessen. Jane ließ sich auf alle Viere hinunter, um die Tabletten aufzuheben. Als sie den Kopf wieder hob, sah sie sich in der Spiegelwand. Frau als Hund, dachte sie verwundert, und fragte sich, wie es so weit mit ihr hatte kommen können. Konzentrieren Sie sich, hörte sie Paula sagen. Konzentrier dich, wiederholte sie für sich. Als du in den Straßen von Boston herumirrtest, fühltest du dich wohl. Du fühltest dich gesund, als du im Lennox Hotel warst. Auf dem Polizeirevier und im Krankenhaus warst du körperlich völlig in Ordnung. Es ging dir auch noch gut, als Michael dich nach Hause brachte. Erst nachdem du angefangen hast, diese blöden kleinen weißen Tabletten zu nehmen, die angeblich so gut verträglich und so heilsam sind, wurdest du schlapp und lethargisch, fingst an zu sabbern und verlorst den Appetit. Das ist doch verrückt, sagte sie laut. Selbst als plötzlich mein Gedächtnis weg war, ist mir der Appetit nicht vergangen. Sie musterte die zwei kleinen, runden, leicht gewölbten weißen Tabletten mit den gezackten Rändern mehrere Sekunden lang, ehe sie die Tür zu ihrem Schrank aufzog und sie ganz vorn in einen schwarzen Schuh schob, der dort auf dem Boden stand. Ob andere Leute wohl auch so interessante Schuhe haben wie ich, ging es ihr flüchtig durch den Kopf. Sie richtete sich mühsam auf und schleppte sich zum Nachttisch, wo sie hastig das Glas Wasser leerte, ehe Paula zurückkehrte. Das war meine Mutter, sagte Paula unaufgefordert, als sie wieder ins Zimmer kam. Alles in Ordnung? Christine hatte sich in den Kopf aufgesetzt, ein bestimmtes Kleid anzuziehen und meine Mutter konnte es nicht finden. Sie wollte nur fragen, ob ich weiß, wo es ist. Und? Jane wollte das Gespräch nicht versickern lassen. Sie war dankbar für alles, was ihr das Gefühl gab, ein halbwegs normales, menschliches Wesen zu sein. Paula zuckte mit den Achseln. Aus dem Kleid ist Christine schon lange herausgewachsen. Ich weiß nicht, wie sie plötzlich darauf kommt. Sie runzelte die Stirn. In letzter Zeit fällt ihr dauernd irgendeine Verrücktheit ein. Aber das gehört vielleicht dazu, wenn man fünf Jahre alt ist. Jane nickte und versuchte, sich an Emily zu erinnern, als diese fünf gewesen war. Sofort kam ihr das Bild eines kleinen Mädchens im rosa-roten Schneeanzug, das Hand in Hand mit ihrem Rand einer kleinen ovalen Eisbahn stand. Michael hatte gesagt, der Zwischenfall hätte sich vor etwa anderthalb Jahren ereignet. Emily wäre also tatsächlich fünf gewesen. Was für ausgefallene Ideen hatte sie wohl damals in ihrem kleinen Kopf gehabt? Und was für Ideen ging ihr gerade jetzt vielleicht durch den Sinn? Denkt sie an mich? fragte sich Jane. Macht sie sich Gedanken darüber, warum aus ein paar Tagen bei den Großeltern Wochen werden? Warum ich sie nicht anrufe? Glaubt sie womöglich, ich hätte sie verlassen? Wird sie sich überhaupt noch an mich erinnern, wenn ich mich endlich wieder an sie erinnere? Ich möchte meine Tochter anrufen, erklärte sie unvermittelt. Das müssen sie mit ihrem Mann besprechen, wenn er heimkommt. Ich brauche meinen Mann nicht, um Erlaubnis zu fragen, wenn ich meine Tochter anrufen möchte. Aber es wäre doch schlimm, wenn sie in ihrem gegenwärtigen Zustand etwas täten, was ihre Tochter erschrecken und sie von Neuem durcheinander bringen würde. Wieso soll es sie erschrecken, mit ihrer Mutter zu sprechen? Paula zögerte. Naja, sie sind doch nicht die Mutter, die sie in Erinnerung hat. Janes Entschlossenheit kam ins Wanken. Paulas Argument war nicht so einfach, von der Hand zu weisen. Außerdem konnte sie wohl kaum darauf bestehen, ihre Tochter anzurufen, wenn sie nicht einmal genau wusste, wo das Kind sich aufhielt und unter was für einer Telefonnummer es zu erreichen war. Paula, sagte sie abrupt, als Paula sich bückte, um das Bett zu machen. Sie sah, wie Paulas Schultern sich straften und ihre Arme herabfielen. Wo haben sie mein Adressbuch hingelegt? Paula warf einen Blick über die Schulter, ohne ihre Haltung zu ändern. Ich habe es gar nicht in der Hand gehabt. Es lag aber in meinem Nachttisch. Und jetzt ist es verschwunden. Ich habe es nie gesehen, erklärte Paula. Es war in der Nachttischschublade und jetzt ist es verschwunden, wiederholte Jane störrisch. Fragen Sie doch Ihren Mann danach, wenn er nach Hause kommt, entgegnete Paula ebenso störrisch. Am besten mache ich mir eine Liste sämtlicher Dinge, die ich mit ihm besprechen muss. Jane gab sich keine Mühe, den Sarkasmus in ihrer Stimme zu verbergen. Sie sind ja heute Morgen ganz schön aufmüpfig, bemerkte Paula. Vielleicht ist das ein gutes Zeichen. Sie beugte sich wieder über das Bett, um das Laken zu glätten. Ziehen Sie sich doch inzwischen an. Dann können wir nachher ein bisschen rausfahren. Es klang mehr nach Befehl als nach Vorschlag und Jane hielt es für das Beste nicht zu widersprechen. Paula konnte sehr hartnäckig sein. Außerdem wollte sie ja wirklich endlich mal hinaus. Hatte sie nicht Michael und Paula ständig damit in den Ohren gelegen? Wann war ihr die Lust dazu vergangen? Und wieso war sie ihr vergangen? Sie öffnete ihren Schrank und sah hinein, als wolle sie ein Kleid für den Ausflug aussuchen. In Wirklichkeit blickte sie zum Boden hinunter, zu dem schwarzen Lackschuh, in dem die Tabletten versteckt waren. Mensch, komm schon, verdammte Kiste, gib jetzt bloß nicht den Geist auf. Jane hüllte sich in diplomatisches Schweigen und wartete darauf, dass Paula sich beruhigen würde. Es war schon der zweite derartige Ausbruch im Lauf ihrer Ausfahrt, zu der sie erst vor zehn Minuten aufgebrochen waren. Sie starrte zum Fenster hinaus. Eine Gruppe von vielleicht zwölf Kindern marschierte auf dem Bürgersteig vorbei. Alle hatten die kleinen Fäuste fest um ein Seil gelegt, an dessen vorderem und hinterem Ende mehrere junge Frauen gingen. Die Kinder waren sechs oder sieben Jahre alt, die Mädchen waren in der Überzahl. Wäre dieser Sommer normal verlaufen, wäre dann auch Emily in dieser lachenden kleinen Seilschaft mitmarschiert? Jane verspürte eine tiefe Sehnsucht. Ich kann mich vielleicht nicht an dich erinnern, mein Liebes, dachte sie und wandte sich von den Kindern ab, aber ich weiß, dass ich dich brauche und ich glaube, auch du brauchst mich. Sie beschloss Michael zu bitten, Emily unbedingt nach Hause zu holen. Halt, schrie sie plötzlich und Paula trat sofort hart auf die Bremse. Der Motor stotterte vorwurfsvoll und war kurz vor dem Absaufen. Was zum Teufel, das ist Emilys Schule! Jane sprang aus dem Wagen und rannte auf das schlichte, einstöckige Schulhaus zu. Kommen Sie wieder in den Wagen, Jane! Beim Klang von Paulas Stimme blieb Jane abrupt stehen, doch sie kehrte nicht zum Wagen zurück. Selbst wenn sie es gewollt hätte, hätte sie sich nicht von der Stelle rühren können. Ihre Füße schienen wie festgenagelt. Sie zitterte am ganzen Körper. Irgendetwas wälzte sich einer gewaltigen Flutwelle gleich, auf sie zugewann an Kraft und Geschwindigkeit und sie konnte weder zurückweichen noch zur Seite springen. Sie stand gelähmt, mehr vor Staunen als vor Furcht und ließ sich von der Erinnerung überfluten. Okay, habt ihr alle eure Fahrkarten? Jane lauschte der schrillen Stimme der Lehrerin, die sich in ihr Bewusstsein drängte. Sie sah sich selbst im oberen Stockwerk der South Station, mitten in einer großen Schar Kinder, ihren Lehrern und einer Handvoll Eltern, alle müde nach einem aufregenden Nachmittag im Kindermuseum in Boston. Rasch zählte sie die Köpfe der acht Kinder, die, Emily eingeschlossen, ihrer Obhut anvertraut waren. Denkt daran, dass der Zug für alle da ist, fuhr die Lehrerin fort. Also kein Drängeln und Schieben und möglichst leise bitte. Seid ihr alle soweit? Plötzlich erschien ein Mann, klein und vier schrötig, den Kopf nach vorn geschoben, den Blick zu Boden gerichtet und stürmte wie ein gereizter Stier mitten durch die Kinderschar. Mit beiden Armen stieß er die Kinder, die ihm im Weg standen, zur Seite. Ein kleines Mädchen fiel taumelnd gegen ein anderes Kind und beide begannen zu weinen. Ein kleiner Junge erhielt einen Schlag mitten ins Gesicht. Der Mann jedoch, wütend über die Invasion des Bahnsteigs, den er offenbar als sein Privatrevier betrachtete, drängte sich rücksichtslos und unversöhnlich weiter zwischen den jetzt verängstigten Kindern durch, während Lehrer und Eltern in hilflosem Zorn zusahen. Er hatte schon fast den Ausgang erreicht, als Janes Stimme ihn einholte. »He, Sie!« schrie sie und rannte ihm nach, wobei sie ihre große Handtasche wie einen Baseballschläger durch die Luft schwang. Sie zielte auf seinen Hinterkopf und hörte den dumpfen Aufprall der Tasche auf seinem Schädel. Es war schlagartig, mucksmäuschenstill geworden. Jane musterte mit einem raschen Blick die stummen Zuschauer. Lehrer und Eltern standen mit offenen Mündern und aufgerissenen Augen da. Die Kinder starrten sie beinahe mit Hochachtung an. »Aber vielleicht war es auch einfach Angst«, dachte Jane, die es selbst mit der Angst zu tun bekam, als der Mann wütend herumfuhr. »Oh Mist«, dachte sie, »jetzt macht er mich fertig.« Der Mann jedoch, etwa fünfzig, muskulös, das Gesicht von Wut entstellt, schrie nur, »was ist denn in sie gefahren? Sind sie verrückt geworden?« Dann rannte er weiter. »Bin ich vielleicht wirklich verrückt?« fragte sich Jane. »Wieso bin immer ich diejenige, die sich solche Sachen leistet?« »Keiner sonst ist dem Kerl nachgelaufen.« »Keiner sonst hat versucht, die Kinder zu beschützen.« Ihr Blick suchte die Blicke der anderen Erwachsenen, die zugegen waren, aber nirgends stieß sie auf eine Reaktion. Es war, als hätten sie alle Angst davor, etwas zu sagen oder zu tun, das sie neuerlich in Rage bringen könnte. Nur eine Frau, eine Mutter, die schützend den Arm um ein kleines Mädchen gelegt hatte, zeigte etwas wie Anerkennung. Selbst Emily hielt sich von ihr fern, als fühle sie sich für das unerhörte Benehmen ihrer Mutter verantwortlich. »Was ist?« fragte jemand hinter ihr. »Wie?« Die Flutwelle sank in sich zusammen. Jane stand wieder auf dem Trocknen und schluckte an den bitteren Resten ihrer Erinnerungen. Sie drehte sich um und sah Paulas beunruhigtes Gesicht, sah in ihren Augen den gleichen Blick wie in den Augen der Eltern und Lehrer der Arlington Private School. »Glauben Sie, dass ich verrückt bin?« fragte sie Paula. Die trat automatisch einen Schritt zurück. »Sie haben es im Moment sehr schwer.« »Danach habe ich nicht gefragt.« »Aber es ist die einzige Antwort, die ich Ihnen geben kann.« Beide Frauen vermieden es, einander direkt anzusehen. »Kommen Sie, Jane. Steigen Sie wieder ein. Wir fahren nach Hause.« Auf dem Weg zur Haustür wurde sie von einer kräftigen Männerstimme aufgehalten. »Jane!« Sie drehte sich um. »Michael!« dachte sie. Doch statt Michael sah sie einen sympathisch wirkenden Fremden mit dunkelbraunem Haar und einem ungezwungenen Lächeln, der ihr aus Carols Vorgarten zuwinkte. »Hätte sie ihn kennen müssen?« Ehe Paula sie zurückhalten konnte, rannte Jane los und lief über die Straße. Paula konnte ihr nur hilflos nachsehen. »Hallo!« rief sie, als der lächelnde Fremde näher kam, um sie zu begrüßen. »Es ist schön, dich zu sehen«, sagte er. Aber dann gefror sein Lächeln und seine Stimme wurde besorgt. »Bist du krank?« »Du siehst nicht sehr gut aus.« Jane war ihm dankbar für die Untertreibung. »Ich war krank.« »Aber langsam geht es mir besser.« »Hoffentlich war es nichts Ernstes.« »Ach, nur so ein mysteriöser Virus«, erklärte Jane, die sich erinnerte, was Michael seiner Sekretärin erzählt hatte. »Ich bin schon auf dem Weg der Besserung.« »Mit wem sprach sie da?« »Wer war dieser Mann?« »Und wieso kümmerte ihn ihr Befinden?« »Da bist du wohl in letzter Zeit nicht viel gelaufen, hm?« »Gelaufen?« »Nein.« Danach war mir Weißgott nicht zumute. »Höchstens zum Davonlaufen«, dachte sie, sagte es aber nicht. »Ich bin heute zum ersten Mal seit über einer Woche wieder auf.« »Dann habe ich ja doppeltes Glück gehabt, dass ich gerade heute hergekommen bin.« »Ehrlich gesagt, ich bin in der letzten Zeit auch nicht viel gelaufen«, bekannte er offensichtlich bestrebt, das Gespräch zu verlängern. »Aber ich fange jetzt wieder an.« Er blickte auf seine Füße. »So ein Neuanfang hat wahrscheinlich immer seine Schwierigkeiten.« Endlich eine Aussage, mit der sie sich identifizieren konnte. Der Mann konnte nur ihr früherer Joggingpartner sein, Carols abtrünniger Ehemann Daniel. »Und wie geht's dir so, Daniel?« »Na hör mal, was soll die förmliche Anrede?« Er schien ehrlich verletzt. »Was?« »Na ja, ich weiß, dass Carol Daniel vorzieht. Und du hast wahrscheinlich in letzter Zeit viel mit Carol geredet. Aber das heißt doch noch lange nicht, dass du mich jetzt auch Daniel nennen musst.« »Sag doch Danny, wie immer.« Jane lächelte. »Okay, Danny.« »Das ist schon viel besser. Als ich dich Daniel sagen hörte, dachte ich schon, du magst mich nicht mehr.« »Ich werde dich immer mögen.« »War das wahr?« »Ja.« »Irgendwie spürte sie, dass es so war.« »Na, ich kann dir nur sagen, wenn man sich scheiden lässt, merkt man schnell, wer die wahren Freunde sind. Du hast keine Ahnung, wie viele von unseren sogenannten Freunden von heute auf morgen verschwunden sind, nachdem ich mich von Carol getrennt hatte.« »Es ist schon hart.« »Aber deinetwegen habe ich ein ganz schlechtes Gewissen gehabt, fuhr er fort.« »Ich hätte dir ja wenigstens auf Wiedersehen sagen können. Mindestens ein halbes Dutzend Mal wollte ich dich anrufen. Aber irgendwie war es für mich, als hätten wir schon voneinander Abschied genommen.« »Ich hatte dir schließlich oft genug mein Herz ausgeschüttet und dir vorgejammert, wie schlecht es mir ging. Du hast gewusst, was mit mir los war.« Er schwieg einen Moment. »Und ich wusste, dass dir ziemlich klar war, was ich für dich empfunden habe.« Kurzes Schweigen. »Was hätte ich da noch viel sagen sollen?« Er zögerte einen Moment, dann neigte er sich näher zu ihr und strich mit beiden Händen ihre bloßen Arme hinauf und hinunter. »Aber ich glaube, ich habe dir nie gesagt, wie viel du mir bedeutet hast, wie sehr du mir geholfen hast. Ich weiß, dass du die Art meines Abgangs nicht in Ordnung fandst, aber du hast mich wenigstens nie verurteilt. Und dafür war ich dir dankbar. Ich bin es immer noch.« Er machte eine Pause, schien seine nächsten Worte genau zu überlegen. »Du fehlst mir,« begann er. »Ich denke sehr viel an dich. Ich habe mich oft gefragt, ob du auch ohne mich noch läufst.« Er sah sie aufmerksam an und sie erkannte Teilnahme und Besorgnis in seinem Gesicht. »Es tut mir wirklich leid, dass es dir nicht gut geht.« »Es ist ein bisschen mehr als das.« »Wie meinst du das?« Jane zuckte mit den Achseln, überlegte, wie sie anfangen sollte, als sie aus dem Augenwinkel die Tür von Carols Haus aufgehen und Andrew herauskommen sah. Unter einem Arm trug ihr einen zusammengerollten Schlafsack, in der anderen Hand einen großen Seesack aus Leinen. Jane schüttelte den Kopf. Dies war nicht der geeignete Moment für vertrauliche Geständnisse. »Fährst du mit Andrew weg?« fragte sie stattdessen. »Ich fahre ihn ins Ferienlager.« Carol trat hinter ihrem Sohn aus dem Haus, schlang beide Arme um ihn, sodass er sich kaum noch bewegen konnte. »Den ganzen Tag brüllt sie ihn nur an, und dann kann sie ihn nicht gehen lassen,« bemerkte Daniel. Und Jane war sich nicht sicher, ob er von Andrew sprach oder von sich. »Und was ist mit Celine?« »Die ist schon am Samstag gefahren.« »Sie fahren nicht ins selbe Lager?« »Nein, Celine ist an den Manitou-See gefahren.« »Weißt du das nicht mehr?« »Du warst doch diejenige, die das Lager empfohlen hat.« Jane brach der Schweiß aus. »Ach ja, natürlich. Ich weiß gar nicht, was ich heute im Kopf habe.« Daniel sah sie besorgt an und strich ihr mit einer Hand wieder über den Arm. »Ist dir nicht gut?« »Du bist plötzlich so blass geworden. Vielleicht solltest du dich lieber wieder hinlegen.« »Nein, nein, mir geht's gut.« Auf gar keinen Fall wollte sie sich wieder hinlegen, nur das nicht. »Ich bin wahrscheinlich nur noch ein bisschen wackelig auf den Beinen.« Sie musste lernen, bei solchen Begegnungen mit Fremden aus der Vergangenheit so wenig wie möglich zu sagen. Je zurückhaltender sie war, desto mehr verrieten sie ihr, desto mehr erfuhr sie, desto weniger Fehler konnte sie machen. »Hey, Dad, wo soll ich die Sachen hin tun?« Andrew stand schon beim Wagen seines Vaters. »Tag, Mrs. Whittaker.« »Hallo, Andrew«, sagte Jane. »Ich glaube, im Kofferraum ist noch Platz. Wenn nicht, leg sie einfach auf den Rücksitz.« »Das ist wohl deine neue Lebensphilosophie?« fragte Carol im Näherkommen ätzend. »Lieg sie einfach auf den Rücksitz.« Peinlich berührt wandte Jane sich ab. Sie fühlte sich irgendwie schuldig, aber sie wusste nicht, weshalb. Sie sah zu, wie Andrew den Kofferraum öffnete und sein Gepäck hineinlegte. »Können wir nicht wenigstens ein paar Minuten in normalem Ton miteinander reden?« Daniels Stimme war ruhiger als Carols, wenn auch nicht weniger zornig. Jane war nicht erpicht darauf, in einen Streit hineingezogen zu werden. Vielleicht war dies der rechte Moment zum Rückzug. Vielleicht konnte sie wirklich ein bisschen Ruhe gebrauchen, ehe Michael kam. »Es ist wahrscheinlich besser, ich gehe jetzt.« »Aber du wirst dich doch von einem kleinen Ehekrach nicht abschrecken lassen.« Carols Ton war herausfordernd. »Ich bin immer noch ein bisschen schlapp.« »Natürlich, du hast ja auch so viel durchgemacht.« In Carols Stimme schwang ein hässlicher Unterton, den Jane nie zuvor gehört hatte. Es war, als greife ihre Wut auf Daniel auf alles und jeden in der Nähe über. »Es war wirklich aufmerksam von dir, dich extra vom Krankenlager zu erheben, um guten Tag zu sagen. Du hast wahrscheinlich die ganze Woche am Schlafzimmerfenster gelauert und darauf gewartet, dass Daniel aufkreuzt.« Jane kam gerade nach Hause, als ich nach draußen ging, bemerkte Daniel. »Na, so ein Zufall. Aber du hast ja schon immer ein Talent dafür gehabt, alles so einzurichten, dass es dir in den Kram passt. Stimmt's?« Jane war nicht sicher, ob die Bemerkung an sie oder an Daniel gerichtet war. »Carol, muss das sein?« »Oh, ich fange erst an, wart nur ab.« »Klingt verlockend, aber ich muss jetzt unseren Sohn ins Ferienlager fahren.« »Wie angenehm, wenn man immer einen guten Grund zum Abhauen hat.« »Carol, ich weiß nicht, was mit dir los ist, aber tröste dich. Gleich bin ich weg und dann siehst du mich frühestens im Herbst wieder.« »Hauptsache, mein monatlicher Scheck kommt pünktlich.« Daniel seufzte resigniert. Jane ahnte den inneren Widerstreit. Sollte er reagieren, alles auf sich beruhen lassen, zurückschlagen oder darüber hinweggehen. Er wollte gerade etwas sagen, als Andrew ihn rief. »Komm schon, Dad, fahren wir endlich.« »Die Stimme der Vernunft«, bemerkte Daniel und wandte sich Jane zu. »Gib gut auf dich Acht.« »Mein Gott, nun gib ihr schon einen Kuss. Vor mir brauchst du keine Hemmungen zu haben«, zischte Carol. Sie drängte sich an ihnen vorbei, um ihren sich windenden Sohn noch einmal fest in die Arme zu nehmen. »Ruf mich an, wenn du etwas brauchst.« sagte Daniel. »Danke. Vielleicht tue ich das.« »Ganz bestimmt wird sie das tun«, warf Carol ein. »Jane ist in letzter Zeit ja so bedürftig, nicht wahr, Jane?« »Komm schon, Dad.« »Schöne Ferien, Andrew«, rief Jane dem Jungen zu, der sichtlich ungeduldig war. »Fahr vorsichtig«, fügte sie zu Daniel gewandt hinzu. Daniel nickte und setzte sich an Steuer. Jane sah dem Wagen nach, der aus der Einfahrt auf die Straße hinausfuhr. Daniel winkte ein letztes Mal, dann schoss das Auto davon. Selbst als es außer Sicht war, hätte Jane sich am liebsten nicht umgedreht. Carols feindseliger Blick brannte ihr förmlich Löcher in den Rücken. »Was ist denn eigentlich los?«, fragte sie, nachdem sie schließlich doch den Mut gefunden hatte, sich der Frau zuzuwenden, die sie bisher für ihre Freundin gehalten hatte. Carol lachte bitter. »Du scheinst mich für eine komplette Idiotin zu halten.« »Wieso? Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest.« »Stimmt ja. Du hast ja alles vergessen. Wie praktisch.« »Bitte kannst du mir nicht sagen, wieso du plötzlich so wütend auf mich bist?« »Welchen Grund sollte ich haben, wütend auf dich zu sein?« »Ich weiß es nicht.« »Ha, sieh mal an, du weißt es nicht.« »Nein. Als wir das letzte Mal miteinander sprachen, habe ich von Wut nichts gemerkt. Ich dachte, wir wären Freundinnen. Ist das nicht komisch? Genau das dachte ich auch. Ja, aber was ist denn inzwischen passiert? Hat es dich geärgert, dass ich mit Daniel gesprochen habe?« »Warum sollte mich das ärgern?« »Ich weiß es nicht. Vielleicht fühlst du dich verraten.« »Verraten? Hey, das ist eine interessante Wortwahl, findest du nicht?« »Carol.« »Ich verstehe gar nichts. Bitte hör endlich auf, in Rätseln zu sprechen.« »Ach, du magst Rätsel nicht?« »Komisch. Ich dachte immer, Leute, die gern Spielchen spielen mögen auch Rätsel.« Naja, da sieht man mal wieder, dass man keinen Menschen so gut kennt, wie man ihn zu kennen glaubt. »Bitte sag mir endlich, was ich deiner Meinung nach verbrochen habe.« »Oh, es geht hier nicht um Meinungen, sondern um Tatsachen. Und du kannst mir glauben, dass ich nichts lieber täte, als dir alles ins Gesicht zu sagen. Aber ich habe ein Versprechen gegeben. Und im Gegensatz zu gewissen anderen Leuten bin ich jemand, der sich an seine Versprechen hält.« »Du hast ein Versprechen gegeben? Wegen wem denn? Und was hast du versprochen?« »Carol!« »Carol, komm schnell rein!« Die zittrige alte Stimme war schrill vor Angst. Carols Vater erschien an der Tür. »Es brennt!« schrie er wild gestikulierend. »Es brennt in der Küche!« »Um Gottes Willen!« Carol rannte zum Haus und wäre beinahe über den Hund gestürzt, der ihr laut bellend entgegensprang. »Weg da, J.R.« schrie sie und verschwand im selben Moment im Haus, als der Rauchmelder zu heulen begann. Konnte es wirklich wahr sein? Hatte sie mit dem Mann ihrer Nachbarin ein Verhältnis gehabt? Daniel hatte draußen im Vorgarten andeutungsweise von seinen Gefühlen für sie gesprochen. War es möglich, dass sie diese Gefühle erwidert hatte? Dass sie beide sich von ihren Gefühlen hatten hinreißen lassen? Und hatte das schlechte Gewissen ihn dann dazu verleitet, seiner Frau alles zu beichten? Hatte er vielleicht gerade sein Geständnis abgelegt, als sie, Jane und Paula nach Hause gekommen waren? War das der Grund für Carols plötzliche Verwandlung? War etwa Daniel der Quell all ihrer Probleme? Vielleicht hatte Michael das Verhältnis entdeckt, hatte sie irgendwo zusammen ertappt. Vielleicht hatte es eine Auseinandersetzung gegeben und sie hatte mit dem nächstbesten Gegenstand auf Michael eingeschlagen. War es möglich, dass sie ihren eigenen Mann wegen eines Verhältnisses mit einem anderen hatte töten wollen? Hatte es dieses Verhältnis wirklich gegeben oder war es ein Hirngespinst, Carols? Was war Realität und was nicht? Jane rannte die Treppe zum Schlafzimmer hinauf. Nein, nein, das kann nicht wahr sein. Das gibt es nicht. Bitte beruhigen Sie sich doch, ehe Ihr Mann nach Hause kommt, flehte Paula. Was bin ich nur für eine Frau? Welcher Frau würde es einfallen, einen Mann wie Michael mit dem Ehemann der Nachbarin zu betrügen? Jane wartete auf eine Antwort von Paula, aber Paula sagte kein Wort. Wie eine Wahnsinnige rannte sie ins Schlafzimmer und schlug mit den Fäusten auf ihr Spiegelbild ein. Wer bist du verdammt nochmal? Was hast du mit deinem Leben angestellt? Wie viele andere Männer hast du noch gehabt? Wie viele Verhältnisse? Von wie viel anderen Männern weiß Michael, oh Gott, schau dich doch an, wie du aussiehst, zum Kotzen. Warum antwortest du mir nicht, verdammt? Ich hole ihre Tabletten. Ich will keine Tabletten. Ich will nur raus hier. Jane starrte angeekelt ihr Spiegelbild an. Ich will gar nicht mehr wissen, wer du bist. Sie klatschte der Frau im Spiegel die flache Hand ins Gesicht. Ich will mich nicht erinnern, ich will nur weg. Weg von dir, so weit wie möglich. Und wenn ich diesmal abhaue, mache ich es richtig. Sie riss die Schranktüren auf, während Paula nach unten eilte. Ich muss hier weg, ich muss hier raus, fort von allem. Wie eine Rasende riss sie an den Kleidern im Schrank, zerrte sie von den Bügeln, schleuderte sie im ganzen Zimmer herum. Eine nach der anderen wurden die Blusen herausgezogen, vom Bügel gerissen, weggeworfen, dann die Röcke und die Kleider und zuletzt die Hosen. Sie leerte sämtliche Schubladen, schmiss Schals und Nachthemden durch das Zimmer, trampelte auf ihrer Unterwäsche herum, trat mit den Füßen nach zarten Dessous. Du gottverdammtes Ding, schrie sie, und packte das weiße Baumwollnachthemd, um es in Fetzen zu reißen. Das alles hier ist überhaupt nicht mein Zeug, das alles hat mit mir überhaupt nichts zu tun, das bin ich nicht. Im nächsten Moment lag sie auf den Knien und langte in die hintersten Ecken des Schrankes, zog die Schuhe heraus, riss die letzten Kleider von den Bügeln. Zum Teufel mit dir, schrie sie, zum Teufel, hast du mich verstanden? Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, du bist eine Irre, eine Wahnsinnige bist du. Sie kickte strampelnd die Schuhe hoch in die Luft. Dann sprang sie wieder auf und streckte sich nach dem obersten Bord im Schrank, auf dem alte Hüte und Sweatshirts lagen, Reisetaschen und Kartons. Mit einer einzigen wilden Bewegung fegte sie alle Sachen vom Bord. So machen verrückte Hausputz, kreischte sie, als ein Karton ihren Kopf traf, ehe er zu Boden fiel. Der Deckel sprang auf, eine dunkelbraune Handtasche rollte heraus und blieb zu ihren Füßen liegen. Mit einem Schlag hatte die Raserei ein Ende. So erregt Jane vorher gewesen war, so ruhig war sie jetzt. Langsam, beinahe bedächtig, ging sie in die Knie und griff nach der Handtasche. Sie hielt den Atem an, obwohl sie nicht hätte sagen können, warum, und öffnete die Tasche. Ein paar Papiertücher waren darin, ein Hausschlüssel, Autoschlüssel und eine rostbraune Brieftasche. Sie klappte sie auf. Es war alles da. Ihr Führerschein, ihre Sozialversicherungskarte, ihre Kreditkarten, ihre ganze Identität. Versteckt in einem Karton ganz oben im Schrank. Warum? Wenn sie wirklich vorgehabt hatte, ihren Bruder in San Diego zu besuchen, hätte sie dann diese Dinge nicht mitgenommen? Wäre sie ohne alle Ausweispapiere, ohne Führerschein nach Kalifornien geflogen? Wäre sie ohne ihre Handtasche aus dem Haus gegangen? Vielleicht hatte sie in Wirklichkeit nie vorgehabt, ihren Bruder zu besuchen. Aber warum behauptete Michael es dann? Warum hatte er den Ärzten und der Polizei diese Geschichte erzählt? Warum hätte er lügen sollen? Um sie zu schützen? Oder sich selbst? Jetzt weiß ich, dass du verrückt bist, flüsterte sie, unfähig, den plötzlichen Verdacht ins Auge zu sehen. Du bist total ausgerastet. Als sie zur Tür blickte, sah sie Michael und Paula Seite an Seite, Furcht und Besorgnis auf den Gesichtern. Was geht hier vor, Michael? fragte sie und hielt hoch, was sie in der Handtasche gefunden hatte. Bleib ganz ruhig, sagte Michael, während Paula ihren Arm packte und ausstreckte. Nein, bitte, rief Jane, aber es war zu spät. Die Nadel hatte schon ihre Haut durchbohrt. Schweißgebadet schreckte Jane aus einem Traum hoch, indem sie eine Gruppe Skinheads mit einem der Stofftiere ihrer Tochter in Schach gehalten hatte. Ihr war speiübel. Der Arm tat ihr weh und sie schaffte es nicht gleich, die Augen zu öffnen. Als es ihr schließlich gelang, drehte sich das Zimmer wie ein Karussell um sie und sie musste sie sofort wieder schließen. Keine Panik, rief sie sich zu und geriet dennoch in Panik. Es ist alles gut. Du bist doch zu Hause in deinem Bett. Du wirst doch vom Besten aller Ehemänner bestens versorgt. Sollte sie ihn wirklich betrogen haben? Carol glaubt wirklich, dass ich mit ihrem Mann ein Verhältnis hatte und doch war sie bei der ersten Begegnung und bei Janes späterem Besuch in ihrem Haus freundlich, offen und hilfsbereit gewesen. Da waren weder Zorn noch Groll zu spüren gewesen. Keinerlei Feindseligkeit. Das musste bedeuten, dass sie von Janes Verrat erst später erfahren hatte. Entweder hatte Daniel gebeichtet, um sein Gewissen zu erleichtern oder ein anderer hatte ihr davon erzählt. Und wer? Jane wusste die Antwort. Es sprach alles dafür, dass Michael derjenige gewesen war, der Carol von der Sache erzählt hatte. Eines stand fest. Wenn Michael Carol wirklich von der angeblichen Affäre zwischen Jane und Daniel erzählt hatte, so gab es nur zwei Möglichkeiten. Entweder sagt er die Wahrheit oder er log. Die Innenseite ihres linken Arms begann zu puckern und sie suchte mit den Augen die Quelle des Schmerzes. Sie erinnerte sich, wie Paula ihren Arm ausgestreckt gehalten hatte, während Michael ihr das Beruhigungsmittel injizierte. Wie oft hatte er sie seitdem gespritzt? Wie lange hatten sie sie betäubt gehalten? Mühsam stand sie auf, kämpfte den Brechreiz nieder, hielt sich am Bettpfosten fest und schleppte sich zur Tür. Aus der Küche schallte Paulas Stimme zu ihr herauf. Sprach sie mit Michael? Jane lauschte angestrengt, aber sie konnte nur Paulas Stimme hören. Wahrscheinlich war sie am Telefon. Wie viele ihrer Freundinnen hatten in den letzten Wochen versucht, sie zu erreichen. Wem alles hatten Paula und Michael weiß gemacht, sie wäre in San Diego bei ihrem Bruder. In der Erwartung, das Chaos wütend verstreuter Kleider und Schuhe vorzufinden, das sie angerichtet hatte, taumelte sie ins Schlafzimmer zurück, aber hier war alles fein säuberlich aufgeräumt. Sie schleppte sich zum Schrank und zog die Spiegeltüren auf. Alle ihre Kleider hingen sauber und erdrett auf ihren Bügeln. Schuhe, die quer durchs Zimmer geflogen waren, standen jetzt wie brave Soldaten in Reih und Glied. Pullover, die sie hierhin und dorthin geschleudert hatte, lagen akkurat gefaltet übereinander. Nur der Karton, der ihr während ihres Wutanfalls auf den Kopf gefallen und aus dem die Handtasche mit all ihren Papieren herausgefallen war, nur dieser Karton fehlte. Hatte er überhaupt existiert? Oder hatte sie sich die ganze Szene vielleicht nur eingebildet? Oder sollte Michael sie von Anfang an belogen haben? Er hatte der Polizei erklärt, er habe das Verschwinden seiner Frau nicht angezeigt, weil er geglaubt habe, sie sei zu Besuch bei ihrem Bruder in San Diego. Er hatte Jane erzählt, sie hätte ihren Bruder mit ihrem Besuch überraschen wollen. Darum sei ihr Bruder nicht beunruhigt gewesen, als sie nicht angekommen war. Er hatte behauptet, ihren Bruder nach ihrer Heimkehr aus dem Krankenhaus angerufen zu haben, um ihm zu versichern, dass kein Anlass zur Sorge bestehe. Aber hätte ihr Bruder sich wirklich durch ein paar wohlüberlegte Worte beruhigen lassen? Ein hysterischer Zwang zur Flucht aus der Realität, verbunden mit totalem Gedächtnisverlust, war doch nicht so alltägliches wie eine Grippe. Hätte ihr Bruder sich bei einer solchen Nachricht nicht ins nächste Flugzeug gesetzt, um nach ihr zu sehen? Hätte er nicht wenigstens darauf bestanden, mit ihr selbst zu sprechen? Und wenn er tatsächlich hier angerufen und immer wieder zu hören bekommen hatte, sie schlafe oder fühle sich nicht wohl oder sei nicht fähig, ans Telefon zu kommen, hätte das seine Besorgnis nicht noch gesteigert? Das lässt sich ganz leicht feststellen, dachte sie und blickte zur Tür, als sie auf der Treppe Paula Schritte hörte. Du brauchst ihn nur anzurufen. Sie kroch wieder ins Bett, schloss die Augen und stellte sich schlafend, als Paula zur Tür hereinkam. Geh wieder, flehte sie im Stillen, als sie merkte, dass Paula sich dem Bett näherte. Du siehst doch, dass ich schlafe. Sie fühlte, wie Paula ihren schmerzenden Arm unter der Bettdecke hervorzog und mit der Innenseite nach oben auf der Bettkante ausstreckte. Sie roch den Alkohol, fühlte etwas Kaltes und Feuchtes auf der Haut. Das klirren, splitternden Porzellans weckte sie. Ach, das tut mir leid, Dr. Whittaker. Entschuldigen Sie, ich werde ihn selbstverständlich ersetzen. Machen Sie sich nichts draus, es ist ja nur ein Teller. Sie haben sich doch nicht geschnitten. Nein, nein, warten Sie, ich kehre die Scherben zusammen. Jane quälte sich aus dem Bett und tappte schwankend mit der Übelkeit kämpfend zur Treppe. Sie musste zum Telefon. Sie musste ihren Bruder in San Diego anrufen. Sie musste es jetzt tun, während Michael sich mit Paulas Problemen beschäftigte. Ehe es Zeit für die nächste Spritze war. Lautlos zog sie sich am Geländer entlang zu Michaels Arbeitszimmer. Sobald sie am Schreibtisch saß, griff sie zum Telefon. Sie drückte den Hörer ans Ohr. Mit zitternden Fingern tippte sie die Nummer der Auskunft. Welchen Ort wünschen Sie? Die Frau brüllte förmlich. Jane drückte den Hörer fest ans Ohr. Sie selbst flüsterte San Diego, die Nummer von Tommy Lawrence. Würden Sie bitte etwas lauter sprechen? Jane neigte den Kopf wie zum Gebet und nuschelte. Ich möchte San Diego, die Nummer von Tommy Lawrence. San Diego, sagten Sie San Diego? Ja, verdammt noch mal ja. Ich habe hier einen Eintrag für Thomas Lawrence in der South County Road und einen für Tom Lawrence in der Montgomery Street. Denk nach, befahl eine Stimme. Versuch, dich an die Adresse zu erinnern, die in deinem kleinen Buch stand. Jane schloss die Augen, beschwor das Bild ihres privaten Telefonbuchs und blätterte zur entsprechenden Seite. Sie sah den Namen ihres Bruders, die Adresse darunter. Montgomery Street, rief sie lauter als beabsichtigt. Ich glaube, es ist der in der Montgomery Street. Aber schon hatte der Automat die Telefonistin abgelöst. Sie tippte die Nummer, merkte, dass sie die Vorwahl vergessen hatte und musste von vorn anfangen. Irgendwo läutete ein Telefon. Jemand sagte Hallo. Jane. Wer? Ich kann sie kaum hören. Jane, wiederholte Jane lauter. Jane, Tommys Schwester? Ja. Sie begann zu weinen. Ich habe deine Stimme gar nicht erkannt. Bist du erkältet? Mir geht's nicht besonders gut, begann Jane. Diese Frau musste Tommys Frau Eleanor sein. Du hörst dich schrecklich an. Was ist das? Die Grippe? Nein, irgend so ein mysteriöser Virus. antwortete Jane mit sinkendem Mut. Wie geht's euch denn so? Ach, wie immer. Jeremy hat gerade eine Erkältung hinter sich. Dein Bruder jammert über seinen Rücken und ich drehe mich im Kreis, weil ich nicht weiß, was ich alles packen soll. Ihr verreist? Nach Spanien, du weißt doch. Ich dachte, du rufst an, um uns gute Reise zu wünschen. Ich muss meinen Bruder sprechen. Der ist im Büro, kommt frühestens in einer Stunde. Du musst mir die Wahrheit sagen. Hast du in letzter Zeit mit Michael gesprochen? Michael? Nein, ich. Und Tommy? Ich glaube nicht, wenigstens hat er nichts davon erzählt. Er hat nichts davon gesagt, dass Michael angerufen und gefragt hat, ob ich bei euch bin? Wie kommst du denn darauf? Weil er das der Polizei erzählt hat. Wer hat was der Polizei erzählt? Jane, was redest du da eigentlich? Bitte hör mir zu. Ich höre dir ja zu. Ihr schwamm der Kopf. Ihre Gedanken rasten. Sie hörte die Stimmen näher kommen, dann nichts mehr. Sie fixierte die Tür. Immer noch nichts. Sie hatte so viel zu sagen, so wenig Zeit es zu sagen. Mir ist etwas passiert. Was? Was ist dir passiert? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht erklären. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Jane, ich verstehe kein Wort. Bitte hör mir einfach zu. Unterbrich mich nicht. Ich habe große Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren. Sie geben mir dauernd Medikamente. Was? Wer gibt dir Medikamente? Michael und Paula. Wer ist Paula? Sie sollten mir eigentlich helfen, damit ich mich erinnern kann. Spritzen. Jane, ist Michael da? Kann ich mit ihm sprechen? Nein. Jane wusste, dass sie zu laut gesprochen hatte. Du musst mir zuhören. Michael hat mich angelogen. Er hat der Polizei gesagt, ich wäre zu Besuch bei meinem Bruder in San Diego. Er hat zu mir gesagt, ich hätte Tommy überraschen wollen. Aber dann fand ich meine Handtasche mit allen Papieren. Und ohne Papiere hätte ich doch überhaupt nicht nach San Diego reisen können. Er hat gelogen, als ich fragte, warum er die Polizei nicht gleich nach meinem Verschwinden alarmiert hat. Langsam, Jane, langsam. Was heißt nach deinem Verschwinden? Ich verstehe das alles nicht. Kannst du nochmal von vorn anfangen? Nein, verdammt nochmal, ich habe keine Zeit. Gleich werden sie raufkommen, um mir die nächste Spritze zu geben. Eleanor, bitte, du musst mir helfen, du musst mit meinem Bruder reden, er muss herkommen und mich holen. Ellie? Eine Männerstimme schaltete sich in das Gespräch ein und im selben Moment sah Jane Paula ins Zimmer treten. Ellie, hier spricht Michael. Michael, was ist denn bei euch los? Das Gespräch rauschte an Jane vorbei. Sie wusste, dass es keinen Sinn hatte, noch etwas zu sagen. zogen worden bist, sagte Michael. Ich wollte euch nicht unnötig beunruhigen. Ja, aber was ist eigentlich bei euch los? Ich wollte, ich wüsste es, weinte Michael. Plötzlich kriege ich diesen verrückten Anruf. Ich habe ihre Stimme überhaupt nicht erkannt. Und dann erzählt sie mir irgendeine irre Geschichte, dass sie verschwunden ist, ihr Gedächtnis verloren hat, Medikamente bekommt. Das stimmt. Wir geben ihr Medikamente, erklärte Michael, um sie ruhig zu stellen. Das hat ihr Arzt uns geraten. Ihr Arzt? Jane hatte eine Art Zusammenbruch. Meiner Meinung nach hat es mit dem Unfall zu tun. Wenn es nicht bald besser wird, sagte Michael schwer atmend mit leiser Stimme, muss ich mich vielleicht mit dem Gedanken vertraut machen, sie einweisen zu lassen. Sie musste weg von hier. Als sie die Decken abwarf, entdeckte sie, dass sie noch Kleider anhatte. Das war gut so. Sie hätte wahrscheinlich nicht die Kraft gehabt, sich anzuziehen. Nur ihre Füße waren nackt, aber in ein paar Schuhe war sie schnell hineingeschlüpft. Ihre Zehen berührten den Teppich und das schrecklich vertraute Schwindelgefühl drohte sie zu überwältigen. Nimm dich zusammen, ermahnte sie sich. immer schön der Reihe nach. Jetzt musst du erst mal hier raus kommen. Jane zog die Schranktür auf und schob die Füße in schwarze Lackschuhe. Was tun sie da? Beim Klang von Paulas Stimme erstarrte sie. Ich muss zur Toilette log sie und nahm sich eisern zusammen, um ruhig zu bleiben und nicht umzukippen. Na da finden sie die aber nicht. Paulas Hände berührten ihre Schultern und lenkten sie sachte schiebend in die richtige Richtung. Da geht's hin, immer gerade aus. Sie gab Jane einen letzten kleinen Stoß, wie man das vielleicht mit einem Kind tut, das gerade laufen lernt. Dann ließ sie sie los. Ich glaube allein schaffe ich's nicht, Jane taumelte. Sofort war Paulas an an und Paula fiel stolpernd vornüber. Sie warf die Arme nach vorn, um sich abzustützen und schrie halb in der Wanne hängend laut auf, mehr vor Schreck als vor Schmerz. Aber da stürzte Jane schon aus dem Bad, knallte die Tür hinter sich zu und zerrte den Nachttisch samt Lampe von ihrem Bett vor die Tür, obwohl ihr klar war, dass Paula kaum stolperte, stürzte und rappelte sich hastig wieder auf, als sie Paula oben aus dem Bad kommen hörte. Ohne einen Blick zurück rannte sie zur Haustür. Jane, rief Paula, die die Treppe erreicht hatte. Was soll das? Wo wollen sie hin? Jane schlug krachend die Tür hinter sich zu, entdeckte auf der Straßenseite gegenüber Carols Wagen und betete zu Gott, er möge nicht abgeschlossen sein. Sie riss an der hinteren an die Rücklehne des Vordersitzes gelehnt auf den Boden nieder. Ihr Herz schlug zum Zerspringen und ihr Magen krampfte sich so heftig zusammen, dass sie Angst hatte, sie würde sich übergeben müssen. Sie hörte Paula rufen, stellte sich vor, wie sie auf der Suche nach ihr die Straße hinauf und hinunter blickte, um das Haus herum nach hinten lief und schließlich in zorniger Und was soll ich tun? Ohne aufblicken zu müssen, spürte sie, dass jemand durch das Wagenfenster zu ihr hinunterspähte. Aus und vorbei. Geschnappt. Sie holte tief Atem, lehnte sich an das abgeschabte Leder des Rücksitzes und zwang sich, den Blick zum Fenster zu heben. Carols Vater musterte sie so neugierig, als wäre sie ein exotischer Vogel in einem Glaskäfig. Sie hörte Schritte, dann Carols Stimme. Vater, was tust du hier? Sie hob die Hand, legte den Finger an die Lippen und sah den alten Mann dabei beschwörend an. Er grinste breit mit zahnlosem Mund. Vater, wir können jetzt noch nicht fahren, komm wieder rein, du hast noch nicht mal fertig gefrühstückt, dein Toast wird ganz kalt. Carols Vater richtete sich gerade auf und sein Gesicht verfinsterte sich bei der Vorstellung von kaltem Toast. Dann drehte er sich um und ging zum Haus. Carol, hörte Jane Paula rufen. Haben Sie Jane gesehen? Mit jedem Wort kam die Stimme näher. Jane? Nein, warum? Sie hat mich in die Badewanne gestoßen und ist aus dem Haus gerannt. Ich hätte mir bei dem Aufprall beinahe das Handgelenk gebrochen. Du lieber Himmel, das hört sich an, als hätte sie jetzt völlig durchgedreht. Wenn Sie sie sehen sollten oder sie sich bei ihnen meldet, würden sie mich dann sofort rufen? Aber natürlich. Danke. Vater, komm jetzt wieder rein. Jane hörte, wie die Haustür geschlossen wurde. Einen Augenblick später fiel etwas weiter weg eine zweite Tür zu. Waren sie jetzt beide weg? Langsam und vorsichtig richtete sie sich auf und spähte über den unteren Rand der Fensterscheibe. Es war niemand da. Behutsam stieß sie die Wagentür auf und kroch gebückt zum Bürgersteig hinaus. Und weiter? Wohin wollte sie? Sie hatte kein Geld. Sie hatte in ihrer kopflosen Flucht alles stehen und liegen gelassen. Wie gehabt, dachte sie. Jetzt irre ich also wieder einmal ohne Handtasche und ohne nicht daran erinnern kann. Ich bin Jane Whitaker. Lauf Jane, lauf, dachte sie, während sie geduckt die Straße hinunter hastete, den Oberkörper so tief, dass ihre Finger fast das Pflaster berührten, einem Affen ähnlicher als einem menschlichen Wesen. An der Walnut Street wandte sie sich nach Norden, ohne sich eine Verschnaufpause zu gönnen. Sie wusste, wenn sie jetzt anhielt und sei es nur für ein paar Sekunden, würde alle Kraft sie verlassen und sie würde sich einfach hier an der Straße zusammenrollen und einschlafen. Was ich jetzt brauche, ein Taxi, dachte sie, und versuchte mit den Zehen die Steinchen oder was immer es war, das in ihrem rechten Schuh herumrollte, wegzuschieben. Nur habe ich im Gegensatz zu meinem letzten spektakulären Fluchtversuch diesmal kein Geld mitgenommen. Sie griff in ihre Hosentaschen. Nichts. Weit und breit kein 100-Dollar-Schein zu sehen. Jetzt blieb sie doch stehen. Wenn sie schon dazu verdammt war, zu Fuß zu gehen, dann wenigstens bequem. Natürlich nur relativ betrachtet, sagte sie sich, während sie ihren rechten Schuh auszog und ausschüttete. Zwei kleine weiße Tabletten fielen steckt hatte. Sie bückte sich und hob sie auf, blieb auf den Asphalt gestützt einen Moment in der Hocke, bis sie die Kraft fand, sich wieder aufzurichten. Dann steckte sie die Tabletten in die Hosentasche und ging weiter, bis ihr plötzlich einfiel, dass Paula vielleicht beschlossen hatte, mit dem Auto nach ihr zu fahnden. Hastig suchte sie Schutz hinter einer Reihe von Bäumen. Mehrere Straßenecken weiter sah sie eine breite, belebte Straße, die wie eine Hauptstraße aussah. Wenn sie es bis dahin schaffte, was dann? Was wollte sie tun? Zur Polizei gehen? Um ihnen was zu erzählen? Sie starrte das Schild mehrere Sekunden lang an, ehe ihr seine Bedeutung aufging. Apotheke stand da in großen, blaugoldenen Lettern. Wie von selbst trugen ihre Füße sie zur Tür. Sie musste ausweichen, um einem herauskommenden Kunden Platz zu machen, ehe sie den Laden betreten konnte. Sie fühlte sich plötzlich sehr schwach und benommen und betete, dass sie es bis zum Ladentisch schaffen würde, ohne ohnmächtig zu werden. Ja, bitte? fragte der Mann hinter der erhöhten Theke und blickte über den Rand seiner Brille zu ihr hinunter. Ist ihn sich ausgestreckt die arme schlaff an den Seiten herabhängt. Der Apotheker kam hinter dem Ladentisch hervor und kniete neben ihr nieder, tätschelte ihr die Hand und rief seinem Mitarbeiter zu, er solle ein Glas Wasser bringen. Da, trinken sie, er drückte ihr das Glas an die Lippen. Sie ließ das Wasser in ihren Mund drinnen und kämpfte gegen das Verlangen, einfach wird da auch ein bisschen zu warm gekleidet, wenn ich das mal sagen darf. Es soll heute 40 Grad werden. Meinen Sie, Sie können aufstehen? Jane schüttelte den Kopf. Ich möchte lieber noch einen Moment sitzen bleiben. Ich habe hinten einen Stuhl. Wir können sie doch nicht hier auf dem Boden sitzen lassen. Kommen sie. Sie können mir Gesellschaft leisten, bis sie sich wieder erholt haben. sah sie direkt in Paulas höflich lächelndes Gesicht. Nein! Oh, entschuldigen Sie, habe ich Ihnen wehgetan? fragte das junge Mädchen erschrocken. Es war gar nicht Paula, wie Jane jetzt erkannte. Sind Sie krank? fragte der Apotheker besorgt, als er sie zu dem Stuhl hinter dem Ladentisch führte. Jane begann lautlos zu weinen. Sie ließ sich auf den Stuhl fallen und griff wenn Sie mir sagen, was für Tabletten das sind? Ich meine, ohne, dass Sie sie erst zur Analyse wegschicken müssen. Der Apotheker nahm die Tabletten aus ihrer geöffneten Hand und drehte sie mehrmals hin und her, um sie sich genau anzusehen. Woher haben Sie die? Wissen Sie, was das für ein Mittel ist? Ich glaube, ich ein Mittel, von dem man lieber die Finger lassen sollte. Er kniff die Augen zusammen. Haben Sie etwa diese Tabletten genommen, ohne Rezept? Sie nickte schuldbewusst. Kein Wunder, dass sie beinahe ohnmächtig geworden wären. Wie viele davon haben sie denn genommen? Nur zwei. Um Gottes Willen, Haldol gibt man bei Psychosen. Was? Haldol ist gewissermaßen ein letztes Mittel. Man gibt es Leuten, die an schweren Depressionen leiden. Wenn das aber jemand nimmt, der keine Depressionen hat, kann das Mittel sie hervorrufen. Das heißt also, wenn jemand, der eigentlich gar nicht an Depressionen leidet, Haldol nimmt, dann bekommt er Depressionen? Wenn man Haldol lange genug ohne triftigen Grund nimmt, ist man am Ende nur noch eine menschliche Hülle. Ganz abgesehen davon, dass das Mittel sämtliche Symptome der Parkinson'schen Krankheit hervorrufen kann. Schluckbeschwerden, Krämpfe, Zittern, es stellen sich sämtliche Symptome psychisch schwer kranker Menschen ein. Er schüttelte den Kopf. Ein Glück, dass sie nur zwei von den Dingern genommen haben, sonst er brach ab und musterte sie aufmerksam. Sie haben wirklich nicht mehr geschluckt? Sie lächelte beinahe erleichtert. Sie war nicht verrückt. Die Tabletten, die Michael ihr jeden Tag gab, waren nicht die Tabletten, die Dr. Mellow verschrieben hatte. Kein Wunder, dass sie ständig so deprimiert war. Kein Wunder, dass sie morgens kaum aus dem Bett kam, dass sie sich kaum noch auf den Beinen halten konnte. Ich brauche die Tabletten wieder, sagte sie dem Apotheker beinahe ruhig, und ich muss auf dem schnellsten hinunter, die vor Dr. Mellows Zimmer wache saß und so tat, als wäre sie an ihrem Computer beschäftigt. Die junge Frau, deren Namensschild sie als Vicky Lewis auswies und die unter dem adretten weißen Kittel sicherlich perfekt gekleidet war, musterte Janes unpassenden Aufzug eingehend, ehe sie sagte, das geht leider nicht. Ich weiß, ich habe keinen Termin, aber ich warte gern. Darum geht es nicht, Dr. Mellows ist im Urlaub, er kommt erst in einigen Wochen zurück. Im Urlaub? Ja, beim Wildwasser Kanufahren oder wie man das nennt, jedem das seine, Vicky Lewis zuckte mit den Achseln. Wenn sie für später einen Termin ausmachen wollen, nein, ich kann nicht warten. Sie können zu Dr. Turner gehen oder einem der anderen Ärzte auf der Station. Nein, ich muss zu Dr. Mellows. Vicky Lewis blickte stirnrunzelnd auf den Bildschirm ihres Computers. Dann kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen. Ich kann Ihnen wie gesagt höchstens einen Termin für später geben. Aber bis dahin kann ich nicht warten. Jane hörte den plötzlichen schrillen Ton in ihrer Stimme, bemerkte den Ausdruck der Beunruhigung, der in Vicky Lewis geisterblassen Augen aufleuchtete und wusste, dass sie sich erst einmal setzen und überlegen musste, ehe sie noch etwas sagte oder vielleicht gar eine Dummheit machte. Kann ich mich einen Moment setzen? Wieder zuckte Vicky Lewis mit den Achseln. Jane ließ sich in einen unbequemen orangefarbenen Sessel an der gegenüberliegenden Wand sinken und holte mehrmals tief Atem, wobei sie sich bewusst war, dass die Sprechstundenhilfe sie misstrauisch beobachtete. die Jane offensichtlich gern loswerden wollte. Ich war vor ungefähr einem Monat bei ihm. War es tatsächlich einen Monat her? Sie war sich nicht mehr sicher, hatte jedes Zeitgefühl verloren. Ich kann Ihnen einen der Stationsärzte rufen. Ich glaube, Dr. Klinger ist da. Nein! Vicky Lewis fuhr zusammen bei der heftigen Reaktion und griff automatisch zum Telefon. Ich möchte nicht zu Dr. Klinger. Dr. Klinger mit seinen ausdruckslosen Augen und dem Mund, der nicht Klinger, dem es an Humor und Mitgefühl völlig fehlte. Ich möchte nur einen Augenblick hier sitzen bleiben, bis ich weiß, was ich tun soll. Bitte? Vicky Lewis wandte ihre Aufmerksamkeit wieder dem Computer zu. Und was tue ich jetzt? fragte sich Jane, mit den Tränen kämpfend. Sie hatte alles so genau geplant. Im Taxi hatte sie das bevorstehende Gespräch mit Dr. Mellow bis auf das letzte Wort ausgefeilt und geprobt. Sie hatte sich auf jede mögliche Entgegnung von ihm vorbereitet, genau gewusst, wie sie auf jede ungläubige Frage antworten würde. Das wär's dann wohl, sagte sie laut. Wie bitte? fragte Vicky Lewis unwirsch. Gibt es hier im Haus eine Bibliothek? fragte Jane. Bitte? Die Frage hatte sie offensichtlich nicht erwartet. Gibt es hier im Haus eine medizinische Fachbibliothek? Unten im zweiten Stock, antwortete Vicky Lewis, aber nur für das Personal. Danke. Jane stand auf und torkelte, eine Hand an die Wand gestützt aus dem Zimmer. Sie spürte Vicky Lewis' Blick in ihrem Rücken, bis sie die Tür hinter sich geschlossen hatte. Hallo, sagte sie zu der Frau, die offenbar die Bibliothekarin war. Ich bin Vicky Lewis, Dr. Mellofs Sekretärin. Er hat mich gebeten, während seiner Abwesenheit Verschiedenes für ihn nachzuschlagen. Natürlich in Ordnung. Jane atmete auf. Die Frau schien keinerlei Verdacht zu haben. Wenn nur alles andere auch so einfach wäre, dachte Jane. Sie hatte keine Ahnung, wie sie an die Informationen herankommen sollte, die sie suchte. Können Sie mir vielleicht helfen? fragte sie zaghaft. Die Bibliothekarin lächelte. Dazu bin ich ja da. Ich brauche ein umfassendes psychiatrisches Werk. Da haben wir hier eine ganze Menge. Die Frau klein und rundlich stand von ihrem Platz hinter dem Schreibtisch auf und führte Jane an mehreren hohen Büchergestellen vorbei zu einem Regal an der rückwärtigen Wand. Hier haben sie alle psychiatrischen Texte, wie sie sicherlich wissen, fügte sie hinzu, als wäre ihr eben eingefallen, dass die Sekretärin eines Neurologen sich da eigentlich auskennen müsste. Sie deutete auf einen besonders dicken und schweren Band. Da finden sie wahrscheinlich alles, was sie brauchen. Vielen Dank. Jane nahm den schweren Wälzer in beide Arme und sah sich suchend um. Da drüben, die Frau zeigte auf mehrere lange Tische. Sich mit den Fingern Luft zufächelnd ging sie zu ihrem Schreibtisch zurück, dann blieb sie plötzlich stehen. Wie war gleich noch ihr Name? Vicky Lewis, antwortete Jane leise Dr. Mellof Sekretärin. Natürlich, er ist im Urlaub, soviel ich weiß. Beim Wildwasser Kanufahren bestätigte Jane und kämpfte gegen das aufkommende Schwindelgefühl. Sehr abenteuerlich. Jedem das Seine hörte Jane sich sagen und zuckte mit den Achseln. Vielleicht war sie tatsächlich Vicky Lewis. Sie schwere Buch mit einem Knall auf den Tisch fallen, der einen in der Nähe sitzenden jungen Arzt aufschrecken ließ. Der junge Mann lächelte ihr flüchtig zu, ehe er sich wieder in seine Studien vertiefte. Die Bibliothekarin warf ihr einen Blick zu, zog dann eine Schublade ihres Schreibtisches auf und entnahm ihr ein Blatt, das wie eine Liste aussah. Prüft sie jetzt nach, ob Dr. Mellow wirklich eine Sekretärin namens Vicky Lewis hat? fragte sich Jane und senkte den Kopf hastig über ihr Buch, als die Frau wieder zu ihr herübersah. An die Arbeit befahl sie sich und fand nach kurzem Suchen die Amnesie unter A. Verstohlen sah sie zu der Bibliothekarin hinüber, aber die Frau war am Telefon und hatte sie nicht gehört. Konzentrier dich, sagte sie sich und wünschte die Wörter auf den Buchseiten würden endlich stillstehen. Die Amnesie wurde als teilweise oder totale Unfähigkeit beschrieben, sich an vergangene Erlebnisse und Erfahrungen zu erinnern. Sie konnte die Folge einer organischen Gehirnerkrankung aber auch emotionaler Störungen sein. Lag der Amnesie eine rein emotionale Störung zugrunde, so diente sie der Erfüllung spezifischer emotionaler Bedürfnisse und gab sich im Allgemeinen, wenn sie nicht mehr gebraucht wurde. Sie blätterte weiter zur hysterische Amnesie und sah rasch bestätigt, dass es sich hierbei um eine dissoziative Reaktion als Folge eines schweren seelischen Traumas handelte. Na, das ist doch inzwischen ein alter Hut, dachte sie, während sie den Rest des Absatzes überflog. Aber dann entdeckte sie den entscheidenden Satz. Auf einen vorübergehenden Verlust der Impulskontrolle, der beinahe zum Angriff auf das Leben eines geliebten Menschen geführt hätte, kann ein Verlust jeglicher Erinnerung an persönliche Lebensdaten folgen. Hatte sie Michael vielleicht wirklich töten wollen? Blitzartig fiel ihr ihre anfängliche Verwirrung im Lennox Hotel ein, als sie verzweifelt versucht hatte, sich zusammenzureimen, was ihr zugestoßen war. Sie erinnerte sich ihres Entsetzens, als sie erkennen musste, dass sie in der Tat fähig wäre, einen Menschen zu töten, als ihr bewusst geworden war, dass ihr eine solche Tat zuzutrauen war. Alles, was sie im vergangenen Monat über sich selbst erfahren hatte, bestätigte, dass sie ein heftig aufbrausendes Temperament hatte und beim geringsten Anlass explodieren konnte. Es war also durchaus möglich, dass sie versucht hatte, ihren treusorgenden und liebevollen Gatten zu töten. Aber warum? Weil er hinter ihr Verhältnis mit Daniel Bishop gekommen war? Nahm er nun Rache für ihren Verrat, indem er ihre psychische Gesundheit zerstörte? In dem Text hieß es weiter, dass diese Art des Erinnerungsverlusts durch Hypnose oder Suggestion relativ leicht zu beheben sei, insbesondere wenn die Behandlung in einem Setting stattfinde, das weitgehende Entlastung oder physische Entfernung aus der traumatischen Lebenssituation versprach. Vielleicht war ihre Rückkehr nach Hause an den Ort, an dem sie beinahe ein Verbrechen verübt hätte, größtenteils Schuld daran, dass ihre Erinnerungen sich nicht wieder einstellten. Ihren ersten Termin bei einem Psychiater hatte sie praktischerweise verschlafen und den zweiten Termin hatte Michael erst für einen Zeitpunkt sechs Wochen später vereinbart. Er hatte in den letzten Tagen mehrmals davon gesprochen, dass er einen Hypnotherapeuten mit ihr aufsuchen wolle, aber es war nur bei Worten geblieben. Jane schüttelte den Kopf und legte ihn einen Moment auf die Seiten des Buches nieder, die angenehm kühl ihre Wange berührten. Es war gut möglich, dass sie die Wahrheit niemals erfahren würde. Vielleicht sollte sie die Polizei bitten, sie hypnotisieren zu lassen. Mit diesem Entschluss hob sie den Kopf und sah sich dem brummigen Gesicht Dr. Klingers gegenüber, der schnurstracks auf sie zukam. »Mrs. Whittaker?« Er zog sich einen Stuhl heran und setzte sich ihr gegenüber. »Guten Tag, Dr. Klinger.« Sie fragte sich, ob er die Angst in ihrer Stimme hören konnte. »Ach, Sie erinnern sich an mich, wie schmeichelhaft.« Selbst Hysterikerinnen, die an Gedächtnisschwund leiden, müssen sich ab und zu an jemanden erinnern. Sie fand es irgendwie beruhigend, dass er nicht lächelte. »Und Sie brauchen mir nicht zu sagen, dass diese Bibliothek nur dem Krankenhauspersonal richten?« »Sie hatten hier offenbar etwas Wichtiges zu erledigen.« »Ich wollte ein paar Auskünfte.« »Über Ihren Zustand?« Er klappte die Vorderseite des Buches um und las den Titel. »Nein, über das Katalogisierungssystem der Library of Congress.« Ein Moment schien es, als nehme Dr. Klinger ihre Antwort ernst. »Ach so,« sagte er dann. Eine Prise Sarkasmus. Amnesiepatienten neigen zu Sarkasmus. Das steht auf Seite 133. »Was haben Sie sonst noch herausbekommen?« Sie zuckte mit den Achseln, so gelangweilt wie Vicky Lewis. »Wer hat Ihnen gesagt, dass ich hier unten bin?« »Mrs. Pape«, erwies auf die Bibliothekarin. Sie rief bei Dr. Mellow an, um sich nach Vicky Lewis zu erkundigen und hörte, dass sie selbst am Apparat war. Mrs. Lewis ahnte gleich, wer sich hinter ihrem Namen versteckt und rief mich an. Würden Sie mir glauben, wenn ich Ihnen sage, dass mein Mann versucht, mir zu schaden, dass er mich mit gefährlichen Medikamenten vollpumpt und mich in meinem eigenen Haus wie eine Gefangene hält?« Sein Gesichtsausdruck fiel, dass ich mich über Wasser halten kann, bis Dr. Mellow sein Kanu wieder an Land gezogen hat. Sie scherzen. »Heißt das, dass Sie mir das Geld nicht leihen werden?« Jane stieß ihren Stuhl zurück, um aufzustehen. Sie schaffte es im zweiten Anlauf. Einen Augenblick, auch Dr. Klinger sprang auf. »Was denn noch? Ich sehe doch, dass wir nicht weiterkommen und ich Dr. Klinger und griff in seine Hosentasche. Sie würden mir das Geld leihen? Viel habe ich nicht bei mir. Er zog seine Brieftasche heraus und entnahm ihr langsam mehrere Scheine. Mal sehen, was wir hier haben. Er begann die Scheine aus seiner Brieftasche abzuzählen. Also 20 30 35 45 47 47 Dollar und 22 Cent. Viel ist das nicht. Es ist eine ganze Menge, sie griff nach dem Geld und prompt fiel es ihm aus der Hand. Ach, wie dumm von mir. Augenblicklich beugte er sich hinunter und begann das Geld einzusammeln. Konnte er noch langsamer machen? Mit einem Schlag wurde Jane klar, dass man Michael bereits benachrichtigt hatte und Dr. Klinger nur versuchte, sie bis zu seiner Ankunft hinzuhalten. Vergessen sie es, sagte sie und versuchte sich an ihm vorbeizudrängen. Er hielt sie fest und sie sah seinen Mund Worte des Protests formen. Dann senkte er plötzlich die Arme und sein Mund entspannte sich zu einem erleichterten Lächeln. Und noch ehe sie Michael auf sich zukommen sah, wusste sie, dass sie verloren hatte. Komm mir ja nicht zu nahe, warnte Jane. Sie packte das schwere Buch und schwang es drohend. Michaels Stimme zitterte. Ich bin doch nicht gekommen, um dir wehzutun, Jane, sagte er kaum hörbar. Nein, nur um mir meine Tabletten zu geben, nicht wahr? Ich bin gekommen, um dich heimzuholen. Das kannst du gleich vergessen, Jane lachte, lass mich in Ruhe. Das kann ich nicht. Wieso nicht, was fürchtest du denn? Ich fürchte gar nichts, ich mache mir Sorgen. Weshalb? Um dich. Quatsch, Jane bemerkte aus dem Augenwinkel Bewegung und wirbelte herum. Bleiben Sie, wo Sie sind, rief sie, als sie sah, dass der junge Assistenzarzt versuchte, sich an sie heranzupirschen. Jane, das ist doch lächerlich. Jane sah den jungen Arzt beschwörend an, richtete den Blick dann auf die Bibliothekarin. Sie haben ja keine Ahnung, was dieser Mann seit Wochen mit mir macht, begann sie und Jane Whittaker sagte er und Jane hätte beinahe gesagt, freut mich sie kennenzulernen. Sie leidet an einer Form hysterischer Amnesie. Ihr Mann Dr. Michael Whittaker ist Chirurg an der Kinderklinik, fuhr er mit einer Kopfbewegung zu Michael fort und behandelt seine Frau mit einem milden Sedativum, das Dr. Mellow verordnet hat. Stimmt nicht, fuhr Jane dazwischen. Dr. Mellow hat mir Ativan verschrieben. Michael gibt mir Jane, bitte. Nein, ich weiß schon, dass du sie alle eingewickelt hast. Ich weiß, dass sie dich für einen Wohltäter der Menschheit halten, weil du ja so ein fantastischer Chirurg bist und alle dich bewundern. Und was bin ich denn schon im Vergleich dazu? Doch nur eine Verrückte, die sich nicht mal erinnern kann, wer sie ist. Aber so einfach ist das nicht. Ich weiß vielleicht nicht mehr, wer Und ich war auch nicht krank, jedenfalls nicht in dem Maß und in der Weise, wie ich jetzt krank bin. Die Frage ist also, wie bin ich so geworden? Was tut dieser edle Mensch mit mir, das mich so krank und elend macht? Womit stopft er mich voll? Jane brach ab, griff in ihre Hosentasche und zog die zwei kleinen weißen Tabletten heraus, die sie dem Apotheker gezeigt hatte. Sie hielt sie Dr. Klinger und dem Assistenzarzt hin. Ist das Ativan? Woher hast du die? fragte Michael. Ungläubigkeit in jedem Wort. Hast du sie aus meiner Tasche genommen? Ein Moment war Jane sprachlos. Ob ich sie genommen habe? rief sie dann. Willst du behaupten, dass du mir diese Tabletten nicht gegeben hast? Jane, können wir jetzt nicht nach Hause fahren und das alles in Ruhe besprechen? Du hast meine Frage nicht beantwortet. Willst du behaupten, dass du mir diese Tabletten nicht gegeben hast? Natürlich nicht. Du lügst? Wieder sah sie die anderen an. Bitte, glauben sie mir, er lügt. Weshalb sollte er lügen, Mrs. Whittaker? fragte Dr. Klinger. Weil etwas passiert ist, woran ich mich nicht erinnern soll, weil es in seinem Interesse ist, mich in einem Zustand zu halten, in dem ich gerade so dahin vegetiere. Weil alle glauben sollen, dass ich verrückt bin, damit er mich in irgendeine Anstalt einsperren lassen kann, wo ich mich niemals mehr erinnern werde, was geschehen ist und wo mir, falls ich mich doch erinnern sollte, sowieso niemand glauben würde. Jane, bitte, beschwor überzeugen, dass ich die Wahrheit sage und nicht verrückt bin. Du bringst ihn in Verlegenheit, Jane, bemerkte Michael leise. Und Jane konnte am roten Kopf des jungen Arztes erkennen, dass es stimmte. Können wir das alles nicht unter uns abmachen, wenigstens, bis Dr. Mellow wieder zurück ist? Bis Dr. Mellow zurückkommt, ist es längst zu spät. Jane begann auf den Fersen auf- und abzuwippen. Geh doch einfach weg und lass mich in Ruhe. Das kann ich nicht, Jane. Ich liebe dich. Trotz all ihres Misstrauens spürte Jane, dass er die Wahrheit sprach. Was war zwischen uns, Michael? Worüber haben wir an dem Tag gestritten, an dem ich verschwunden bin? Das Aufblitzen in Michaels Augen überzeugte Jane, dass sie recht hatte. Es war tatsächlich Jane ließ das schwere Buch auf den Tisch fallen. In diesem Buch steht, eine hysterische Amnesie als Folge eines vorübergehenden Verlusts der, sie müde sich, den genauen Wortlaut wiederzugeben, der Impulskontrolle auftreten kann, der beinahe zum Angriff auf das Leben eines geliebten Menschen geführt hätte. Siehst du, meinem Gedächtnis fehlt nichts, sagt mir die Wahrheit, Michael, drängte sie, als sie sah, dass die anderen im Raum neugierig geworden waren. Worüber haben wir gestritten? Wir haben nicht gestritten, behauptete er. Du lügst, Jane. Dr. Whittaker, mischte sich die Bibliothekarin ein, soll ich den Sicherheitsdienst rufen? Nein, schrie Jane. Nein, sagte auch Michael, noch nicht. Ich denke doch, dass ich mit meiner Frau vernünftig reden kann. Ich bin doch verrückt, schrie Jane ihn an. Wieso glaubst du, dass du mit mir vernünftig reden kannst? Weil ich dich kenne und weil ich dich liebe. Und warum wollte ich dich dann umbringen? Das wolltest du nicht. Wir haben nicht gestritten? Du hast mich nicht gepackt, geschüttelt vielleicht? Ich habe mir nicht den nächstbesten Gegenstand geschnappt und ihn dir an den Kopf gedonnert? Michael war sprachlos. Dann sag mir doch, fuhr Jane fort, die jetzt entschlossen war, nichts mehr zurück zu halten, wie das Blut auf mein Kleid gekommen ist. Blut? rief die Bibliothekarin erschrocken, um Gottes Willen. Das war doch dein Blut, stimmt's, Michael? Michael sagte nichts. Und woher kam das Geld, Michael? Die 10.000 Dollar, die ich in den Manteltaschen hatte. Wie ist das dahin gekommen? Woher hatte ich es? Sag es mir, Michael. Ich sehe dir an, Warum hast du von alledem vorher nichts gesagt? fragte Michael dann ruhig. Jane zuckte mit den Achseln und hatte das Gefühl, dass ihr eine ungeheure Last von den Schultern fiel. Sie hatte es geschafft. Sie musste dieses Geheimnis nicht länger mit sich herum schleppen. Es war heraus und alle hatten ihre Worte gehört. Könnten Sie uns bitte ein paar Minuten allein lassen, fragte Michael die anderen. Ich muss mit meiner Frau allein sprechen. Warum kannst du nicht in ihrem Beisein reden, fragte Jane, die plötzlich das beklemmende Gefühl hatte, dass das, was sie zu hören bekommen würde, ihr nicht gefallen würde. Ich könnte es, meinte Michael ruhig, aber ich glaube, das, was ich dir zu sagen habe, sollte unter uns bleiben, jedenfalls fürs Erste. Wenn fragen, wem du willst, auch der Polizei, wenn das dein Wunsch sein sollte. Es war wahrscheinlich ein Fehler von mir, dich schützen zu wollen. Ich habe dich offensichtlich zu lange von allem abgeschirmt. Ich gebe dem Sicherheitsdienst Bescheid, dass sie jemanden vor die Tür stellen, sagte Dr. Klinger, und weder Jane noch Michael protestierten. Verzeihen Sie, dass ich Sie hier so einfach verdränge, sagte Michael zu der Bibliothekarin. Ich wollte sowieso Kaffeepause machen. Danke. Vielleicht können Sie sich später noch einmal bei mir melden, sagte Dr. Klinger, als er Michael die Hand gab. Dann zog er sich widerstreben zurück, und der junge Assistenzarzt und die Bibliothekarin folgten ihm. Komm mir ja nicht zu nahe, warnte Jane, als die Tür sich hinter den Dreien geschlossen hatte, und Michael einen Schritt näher trat. Erzähl mir jetzt endlich, was an dem Tag passiert ist, an dem ich verschwand. Sag mir, was es mit dem Geld auf sich hat und mit dem Blut. Er sagte lange nichts. Jane ließ sich auf den hinter ihr stehenden Stuhl sinken. Bitte glaub mir, Jane, wenn ich dir nicht die ganze Wahrheit gesagt habe, dann nur, weil ich dachte, es wäre in deinem Interesse. Hätte ich gewusst, dass du von dem Blut und dem Geld weißt, dann hätte ich wahrscheinlich alles anders gemacht. Mein Gott, sagte er kopfschüttelnd, kein Wunder, dass du so verängstigt und misstrauisch bist. Mir wird jetzt so vieles klar. Ich kann verstehen, warum du mir gegenüber die ganze Zeit so argwöhnisch warst. Du gibst also zu, dass du mich belogen hast? Michael zog sich den Stuhl ihr gegenüber heraus und setzte sich. Ich wollte dir Kummer ersparen, Jane. Ich hoffte, deine Erinnerungen würden von selbst zurückkehren, sobald du fähig seist, der Realität ins Auge zu sehen. Ich wollte nicht der sein, der dir alles wieder ins Gedächtnis ruft. Vertrau mir, Jane. Ich wollte dir nicht wehtun. Dann erzähl mir jetzt alles. Ich muss mindestens ein Jahr zurückgehen begann er und hielt einen Moment inne, bis zu dem Unfall, bei dem deine Mutter ums Leben kam. Jane merkte, dass sie den Atem anhielt. Du hast sehr an deiner Mutter gehangen, setzte er von neuem an. Du konntest ihren Tod nicht akzeptieren, du warst voller Zorn und Bitterkeit. Du warst immer schon aufbrausend, aber nach dem Unfall neigtest du noch viel stärker zu heftigen Ausbrüchen. Nichts Ernstes, versicherte er hastig. Du hast Teller zerschmissen, Haarbürsten durchs Zimmer geschleudert, solche Dinge. Ich wollte dich überreden, eine Therapie zu machen, aber davon wolltest du nichts wissen. Ich beschloss abzuwarten und Geduld zu haben. Und nach einer Weile wurde es tatsächlich besser. Ungefähr sechs Monate lang sah es aus, als würde alles wieder in Ordnung kommen. Und dann? Michael schluckte. Je näher der Jahrestag des Unfalls rückte, desto erregter wurdest du. Du hast dich fast wahnsinnig gemacht. Es war beinahe so, als wäre der Unfall gerade erst geschehen. Du konntest nicht schlafen und wenn du mal schliefst, hattest du furchtbare Albträume. Du konntest dich nicht konzentrieren. Du sich suchend im Zimmer um, offenkundig nicht sicher, wie er fortfahren sollte. Was meinst du mit Schuldgefühl des Überlebenden? fragte Jane. Dann wolltest du auf den Friedhof, sagte er, ohne auf ihre Frage einzugehen. Sein Blick kehrte langsam zu ihr zurück. Ich versuchte dich davon abzubringen. Es war ein sehr kalter Tag, viel zu kalt für die Jahreszeit und du warst so elend, so niedergedrückter Stimmung, dass ich dich nicht allein gehen lassen wollte. Du hattest die ganze Nacht nicht geschlafen. Du hattest seit Tagen kaum etwas gegessen. Du warst wirklich kurz vor einem Zusammenbruch. Er schwieg einen Moment. Ich bat dich wenigstens bis zum Wochenende zu warten, dann hätte ich mit dir gehen können. Dann wärst du nicht allein gewesen, aber du wolltest nicht auf mich hören. Du sagtest, wärst lieber allein. Du wolltest nicht bis zum Wochenende warten. Dies sei der Jahrestag des Todes deiner Mutter und an diesem Tag müsstest du gehen. Schluss aus. Keine weitere Debatte. Ich schlug vor, meine Termine abzusagen, aber das machte dich nur wütend. Ich schaffe das schon allein, hast du mich angeschrien. Ich bin kein kleines Kind, das du an die Hand nehmen musst. Was hätte ich da noch tun können? Ich fuhr ins Krankenhaus. Ich wollte nicht, aber ich hatte ja keine Wahl. Ich fuhr ins Krankenhaus und du fuhrst zum Friedhof. Ich rief im Lauf des Morgens ein paar Mal an, um zu sehen, ob du wieder gut nach Hause gekommen warst. Aber ich erreichte dich nie. Ich begann unruhig zu werden. Dann rief Carol bei mir an. Carol Bishop? Ja, sie war sehr erregt. Sie sagte, sie hätte dich vorfahren sehen und sei hinüber gegangen, um dich etwas zu fragen und du seist völlig außer dir gewesen. Du hast nicht ein Wort mit ihr gesprochen. Sie sagte, sie hätte den Eindruck gehabt, du hättest gar nicht sprechen können, so außer dir warst du. Als rief mich deshalb im Krankenhaus an. Daraufhin bin ich sofort nach Hause gefahren. Als ich ankam, ich bin gefahren wie der Teufel, ich habe bestimmt nicht länger als eine Viertel Stunde gebraucht, warst du im Schlafzimmer beim Packen. Du hattest nicht einmal deinen Mantel ausgezogen. Ich wollte mit dir reden und fragte dich, was passiert sei, aber du hast mir gar nicht geantwortet. Du warst völlig hysterisch. Du hast mich angebrüllt und nach mir geschlagen. Ich habe dich festgehalten, vielleicht auch geschüttelt. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich unbedingt wissen wollte, was eigentlich passiert war. Aber du warst wie wahnsinnig. Du müsstest weg, hast du geschrien. Das wäre der größte Gefallen, den du mir tun könntest. Du wärst nur eine Last für mich und würdest mich am Ende genauso kaputt machen wie alles andere, was du je geliebt hast. Aber warum sollte ich so etwas sagen? Michael senkte den Kopf. Warum habe ich gesagt, ich würde dich genauso kaputt machen wie alles andere, was ich je geliebt habe? beharrte Jane. Michaels Gesicht spannte sich. Als er endlich sprach, klang seine Stimme heiser, wie erstickt. Nach dem Unfall warst du lange Zeit von deinem Schmerz völlig überwältigt, wie gelähmt. Du hast Dinge getan, die überhaupt nicht deine Art waren. Ich meine jetzt nicht die Wutanfälle und die Temperamentsausbrüche, fügte er erklärend hinzu und schwieg dann. Was meinst du dann? Unwillkürlich ballte er die Hände, die auf dem Tisch ruten, zu Fäusten. Du bist ein paar Mal in der Woche mit Daniel Bishop Joggen gegangen, wieder schwieg er. Plötzlich fingst du an, jeden Morgen zu laufen. Erst fand ich das großartig. Ich dachte, es wäre genau das Richtige für dich, um mit dem Aufruhr deiner Gefühle fertig zu werden. Aber irgendwann fandest du anscheinend, Jogging nicht genügt. Du und Daniel. Wir hatten ein Verhältnis, ergänzte Jane. Wie bist du dahinter gekommen? Michael dachte bitter. Du selbst hast es mir gesagt, ganz beiläufig, eines Nachts, als wir im Bett lagen. Er hob abwehrend die Hände. Ich will das jetzt alles nicht noch einmal aufwärmen. Aber ich muss es wissen. Was hast du getan? Das weiß ich wirklich nicht mehr, widerlachte er. Du siehst, du bist nicht die Einzige, die Dinge verdrängt, an die sie sich lieber nicht erinnern möchte. Ich habe dir sehr wehgetan, nicht wahr? Ja, aber du warst ja nicht du selbst, das war mir klar. Zumindest sagte ich mir das. Damals schlug ich dir zum ersten Mal eine Therapie vor, aber du wolltest wie gesagt nichts davon hören. Also beschloss ich mich in Geduld zu fassen und abzuwarten. Was hätte ich anderes tun können? Ich liebte dich. Ich wollte dich nicht verlieren. Ich war also beim Packen, als du nach Hause kamst. Ich versuchte mit dir zu reden, aber das hatte überhaupt keinen Sinn. Du bist aus dem Zimmer gestürmt wie eine Wahnsinnige und nach unten in den Wintergarten gerannt. Ich lief dir nach. Du ranntest herum wie ein Tier im Käfig und als ich noch einmal versuchte mit dir zu reden, fingst du an auf etwas gehabt hättest. Seit Daniel hättest du x andere gehabt und gerade eben kämst du aus dem Bett deines letzten Liebhabers. Pat Rutherford dachte Jane, die sich an den Namen auf dem Zettel erinnerte, den sie in ihrer Manteltasche gefunden hatte. Ihr war übel. Pat Rutherford, Zimmer 31, 12 Uhr 30. Hatte sie sich nach dem Besuch auf dem Friedhof mit Pat Rutherford im Zimmer 31 irgendeine Absteige getroffen? Hatte diese heimliche Zusammenkunft sie so erschüttert, dass sie danach geglaubt hatte, ihren Mann verlassen zu müssen, mehr um seinet als um ihrer selbst willen? Ich nehme an, ich habe die Beherrschung verloren, sagte Michael. Ich packte dich und schüttelte dich. Du hast nach mir getreten, es gab ein Handgemenge. Dann spürte ich plötzlich einen fürchterlichen Schmerz. Ich kippte um, das Blut strömte mir übers Gesicht. Ich wollte mich an dir festhalten, dann habe ich anscheinend das Bewusstsein verloren. Als ich ein paar Minuten später aufwachte, lag ich in einer Blutlache und du warst weg. Du hattest den Koffer deiner Handtasche alles zurückgelassen. Später entdeckte ich, dass du unser Girokonto bereits vorher schüttelte den Kopf. Ich hatte doch keine Ahnung, was geschehen war. Ich dachte, du wärst mit deinem Liebhaber durchgebrannt. Ich war verletzt und wütend dazu. Ich hielt es für das Beste abzuwarten, bis du dich meldest. Jane hatte Mühe, alles, was sie hörte, im Kopf zu behalten und mit dem zu vereinbaren, was sie schon wusste. Aber als die Polizei bei dir anrief, hast du gelogen. Du sagtest, ich wäre zu Besuch bei meinem Bruder. Ich kann das nicht erklären, das gebe ich zu. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe, es war mir einfach peinlich. Ich wollte diese ganze hässliche Geschichte nicht mit wildfremden Menschen erörtern. Es ging mir, ehrlich gesagt, auch um meinen guten Ruf. Aber als sie mir sagten, du seist im Krankenhaus und könntest dich nicht erinnern, wer du bist, wurde mir klar, wie ernst die Lage war. Und ich wusste, dass ich alles tun musste, um dir zu helfen. Und die Tabletten? Jane sah, Michael ihrem eindringlichen Blick am liebsten ausgewichen wäre und sah auch, dass er es nicht konnte. In den Monaten nach dem Unfall hattest du schwere Depressionen. Dein Arzt verordnete Haldol. Ich habe es Dr. Mellow gesagt. Als das Ativan keine Wirkung zeigte und du wieder in diese tiefe Depression rutschtest, meinte er, wir sollten es noch einmal mit Haldol versuchen. Jane stand auf, schwankend. Immer wieder an Tisch und Stühle stoßend ging sie auf und ab, nicht bereit, sich von Michael stützen zu lassen. Da stimmt etwas nicht. Da fehlt etwas, murmelte sie, hielt plötzlich inne und blieb reglos stehen. Was verschweigst du mir? Nichts, glaub mir, Jane, ich habe dir alles gesagt. Nein, das hast du nicht. Ich kenne dich gut genug, um zu merken, dass du mir etwas verschweigst. Sag es mir. Jane, bitte, ich habe genug gesagt. Sag es mir, Michael, schrie sie. Du hast gesagt, nach dem Tod meiner Mutter hätte ich Schuldgefühle gehabt. Du hast vom Schuldgefühl der Überlebenden gesprochen. Was soll das heißen? Weshalb sollte ich mich schuldig fühlen, wenn ich gar nicht mit im Auto saß? Wenn es nicht so war, dass ich bei dem Unfall davon kam und sie nicht? Sie senkte die Stimme zu einem Flüstern. War es so, Michael? saß ich mit im Auto? Michael neigte den Kopf. Du bist gefahren. Janes Knie gaben nach. Ein Moment taumelte sie, dann brach sie zusammen. Michael fiel vor ihr auf die Knie. Ich bin gefahren? stammelte sie. Ich war schuld an dem Unfall, bei dem meine Mutter ums Leben kam? Michael sprach langsam und wählte seine Worte mit Sorgfalt. Du hattest ihr versprochen, an diesem Morgen mit ihr zum Einkaufen zu fahren. Am Nachmittag musstest du zu irgendeiner Veranstaltung in Emilies Schule. Ich denke, du kamst ein bisschen in Hetze. Wie dem auch sei, vielleicht bist du etwas zu schnell gefahren. Vielleicht hast du beim Abbiegen nicht richtig aufgepasst. Ich weiß nicht genau, wie es passierte. Zeugen zufolge bogst du links ab, ohne geblinkt zu haben. Ein Auto, das aus der entgegengesetzten Richtung kam, prallte voll in deinen Wagen, auf der Beifahrerseite. Michael rutschte an ihre Seite und nahm sie in die Arme. Deine Mutter war auf der Stelle tot. Oh mein Gott, wie furchtbar. Natürlich machtest du dir schreckliche Vorwürfe, auch noch, nachdem die Polizei festgestellt hatte, dass der andere Fahrer die Schuld trug. Du quältest dich mit Selbst Vorwürfen. Ich hätte warten sollen, sagtest du immer wieder. Ich hätte nicht so ungeduldig sein dürfen. Niemand konnte dich trösten. Er sah sie an. Aber das geht nun viel zu lange, so Jane. Du musst aufhören, dir selbst die Schuld zu geben. Es war ein Unfall. Es war tragisch, gewiss, aber es ist geschehen und es ist vorbei, das Leben geht weiter. Jane spürte seine Tränen auf ihrer Wange und entzog sich hastig seiner Umarmung. Aber das ist noch immer nicht alles, nicht wahr? fragte sie scharf und beobachtete dabei aufmerksam sein Gesicht. Du verschweigst mir noch immer etwas. Nein. Doch! Lüg mich nicht an, Michael. Du musst aufhören, mich zu belügen. Bitte, flehte er. Hat der Rest nicht Zeit, bis du wieder Was hast du mir verschwiegen? Sekundenlang kämpfte er mit dem Wort, das ihm über die Lippen wollte. Als es sich schließlich von seiner Zunge löste, war es nur ein Hauch. Emily, seine Augen wurden feucht. Jane drückte die Hände auf ihren Magen. Der Name ihrer Tochter hatte sie wie ein Faustschlag getroffen. Nein, lieber Gott, nein! Sie saß auf dem Rücksitz, hinter deiner Mutter. aufgemacht, die Wucht des Aufpralls. Seine Stimme brach. Er setzte von Neuem an. Sie starb in deinen Armen, während du auf den Rettungswagen wartetest. Als es den Sanitätern endlich gelang, sie aus deinen Armen zu lösen, war dein Kleid vorn voller Blut. Jane schrie auf. Danach warst du wie von Sinnen. Das Jahr, das folgte, war die Hölle. Die außer mir wusste keiner, wie schlimm es war. Du warst wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde, Freunden und Nachbarn gegenüber wie immer, aber zu Hause völlig verändert. Er schluchzte kurz auf. Du warst alles, was mir geblieben war. Der Gedanke, ich könnte auch dich verlieren, war unerträglich. Er wischte sich die Augen mit dem Handrücken. Aber es wurde einfach zu viel, selbst für mich. Ich schäme mich, es einzugestehen. Er stand auf. Als ich nach Hause kam und dich beim Packen vorfand, versuchte ich vernünftig mit dir zu reden und dich aufzuhalten und in dem ganzen durcheinander schlugst du mir plötzlich die Vase auf den Kopf. Es war eine, die wir auf unserer Orientreise gekauft hatten. Sie war aus Messing und hatte lauter komische Buckel und Spitzen. Sie erwischte mich so, dass sie mich beinahe eskalpiert hätte. Ich brach zusammen und fiel gegen dich. Als du das Blut sahst, kam bei dir wahrscheinlich die Erinnerung an den Unfall wieder hoch und das war einfach zu viel. Du wurdest mit der Situation nicht mehr fertig. Und da bist du eben geflohen. Ich kann es dir nicht einmal übel nehmen. Unsere schüttelte den Kopf. Ich habe meine Mutter und meine Tochter getötet, murmelte sie. Es war ein Unfall, Jane. Aber sie sind beide tot. Ja. Und ich bin gefahren. Ja, aber es war nicht deine Schuld. Ungeduldig und in Hetze, das hast du doch gesagt, nicht? Das hast du gesagt, nach dem Unfall. Und ich muss es ja wissen. Ich habe überlebt. Wirklich? fragte Michael. Wie viele Leben sollen durch diesen Unfall noch zerstört werden, Jane? Sie blickte in das tränennasse Gesicht ihres Mannes, sah die Güte in seinen Augen, fühlte die Zärtlichkeit seiner Berührung und sagte nichts mehr. Sie wehrte sich nicht mehr gegen die Medikamente, sondern nahm brav alles, was man ihr gab. Die vertraute Taubheit stellte sich wieder ein, kroch ihr in Fingerspitzen und Zähnen, verschloss ihre Poren, ließ sich schließlich irgendwo hinter ihren Augen nieder, wo sie eine Art Pufferzone zwischen ihrem Hirn und der Außenwelt schuf. Diesmal war ihr jede unangenehme Nebenwirkung willkommen. Sie freute sich beinahe über die Muskelkrämpfe, die sie plagten, denn sie erschienen ihr als angemessene Bestrafung für den Schmerz, den sie verursacht hatte. Alles hatte jetzt einen Sinn. Das Geld, das Blut, Pat Rutherford. Die Tatsache, dass sein Name auf einen losen Zettel in ihrer Manteltasche geschrieben und nicht in ihr Adressbuch eingetragen war, wo Michael ihn vielleicht gesehen hätte. Anfangs hätte sie gern gewusst, ob er wohl versucht hatte, sie zu erreichen, ob es ihn überhaupt interessiert hatte, was aus ihr geworden war. Hatten sie vorgehabt, zusammen abzuhauen? Oder hatte sie an jenem Morgen ihr Verhältnis beendet? Die Fragen verflüchtigten sich unter der Wirkung der Medikamente. Sie war erleichtert. Wozu sollte sie sich mit Fragen herumschlagen, die sie doch nicht beantworten konnte? Selbst Michael konnte ihr nicht sagen, was vor ihrem Streit geschehen war, ehe sie ausgerastet war und versucht hatte, ihn mit einer orientalischen gewollt hatte, war für sie nicht mehr schockierend. Schließlich hatte sie ja auch ihre Mutter und ihre Tochter getötet. Sie erinnerte sich an ihr wachsendes Misstrauen gegenüber Michael. Sie war wirklich überzeugt gewesen, dass er ihr schaden wollte, dass er es bewusst darauf anlegte, ihren Geist zu zerstören. Dabei hatte er einzig und allein versucht, ihn zu retten. Sie saßen in Michaels Wagen auf einem großen Parkplatz in der St. James Avenue, gleich um die Ecke vom Greyhound Busbahnhof. Alles in Ordnung, Jane? Fühlst du dich wirklich kräftig genug, das anzupacken? Warum fragte er sie das? Der Einfall, sich ins Auto zu setzen und auf Schatzsuche nach Boston hinein zu fahren, stammte nicht von ihr. Michael hatte sie, als er sie am vergangenen Abend ins Bett gepackt hatte, ganz abgehoben hatte. Nachdem er mehrmals vorsichtig nachgehakt hatte, konnte sie sich schließlich erinnern, wo sie das Geld versteckt hatte. Kann ich nicht im Wagen warten? fragte Jane. Jedes Wort klang ihr so fremd in den Ohren, als spräche sie eine unbekannte Sprache. Woher nahm sie überhaupt die Kraft zu sprechen, wo sie sich doch nur im weichen Ledersitz des Wagens zusammenrollen und Der kleine Spaziergang wird dir gut tun. Du kannst nicht Tag für Tag immer nur herumsitzen. Du musst anfangen, wieder ein bisschen aktiv zu werden. Warum? wollte sie fragen, machte sich aber nicht die Mühe. Er stieg aus, kam um den Wagen herum und öffnete ihr die Tür, zog sie aus dem Wagen auf die Straße in ihrer dunkelblauen langen Hose und der weißen Bluse mit dem Matrosenkragen, die er zu einer Zwölfjährigen gepasst hätte, und mit dem ordentlich gebürsteten, straff zum Pferdeschwanz hochgebundenen Haar. Er lächelte ihr zu, während er sie auf die Straße hinaus lotste und ihr versicherte, dass sie es schaffen würde. Er wüsste es genau. Und dann gingen sie, ja, sie gingen tatsächlich, obwohl sie ihre Füße gar nicht spürte, um die Ecke zum Greyhound Busbahnhof. Die Sonne schien. Die Temperatur betrug angenehme 24 Grad, wenn man dem Mann im Radio glauben sollte. Sie glaubte ihm nicht. Es schien heißer zu sein, entschieden schwüler. Die Sonne brannte auf ihren Kopf hinunter und die Hitze schloss ihn ein wie ein glühender Helm. Sie wollte schreien, um sich schlagen, sich aus der Umklammerung befreien, jeder Protest eine Verschwendung kostbarer Energie gewesen wäre. Vorsichtig wie ein Fisch, der nach Luft schnappt, öffnete sie den Mund, um Sauerstoff in ihre Lungen zu ziehen, aber sie schluckte nur glühende Hitze, so als stünde sie direkt über einem dampfenden Wasserkessel. Ihre Zunge brannte und ihre Augen tränten. Alles in Ordnung? Möchtest du einen Moment ausruhen? Sie schüttelte den Kopf. Wozu rasten? Sie würden sich ja doch wieder in Bewegung setzen müssen. Der ganze blöde Ausflug würde nur umso länger dauern. Nein, je eher sie das Geld holten, das sie versteckt hatte, desto früher konnte sie sich wieder ins Auto setzen, desto früher würde sie nach Hause kommen in ihr Bett, zu den erlösenden Medikamenten, die ihr vergessen schenkten und ihr halfen, jeden Tag zu überstehen. Dass sie sich einmal gegen sie gewehrt hatte? Vorsichtig jetzt, achte auf die Stufe. Jane senkte den Kopf und beobachtete ihre Füße, die einer nach dem anderen die Schwelle zur großen Wartehalle überquerten. Wenig später stand sie an eine Wand von Schließfächern gelehnt und sah zerstreut zu, wie Michael und die Schalterangestellte ihre Schlüssel in die entsprechenden Schlüssellöcher erschoben. Sie sah, wie Michael die Schließfachtür aufzog, wie sein Lächeln breiter wurde, als er in das Fach griff, um die Wäschetüte aus dem Lennox Hotel herauszuziehen. Während die Angestellte an ihren Platz hinter der Theke zurückkehrte, um die Nachzahlung zu errechnen, öffnete Michael die Plastiktüte und Jane bemerkte den Ausdruck der Bestürzung, der über sein Gesicht flog, als sein Blick auf das zusammengeknüllte, blutverkrustete blaue Kleid fiel. Ihr schoss der Gedanke durch den Kopf, dass sie, abgesehen von allen anderen psychischen Defekten, offenbar an einem Identitätsproblem litt. Wie konnte ein und dieselbe Frau heute elegante N-Kleinkleider tragen und am nächsten Tag im putzigen Matrosenanzug herumlaufen? Sie wartete, während Michael bezahlte und ließ sich von ihm zum nächsten Abfalleimer schleppen, wo er vorsichtig das Kleid aus der Tüte nahm und in den Container fallen ließ. Er faltete die Tüte mit dem Geld, das sie ihm gestohlen hatte, zu einem säuberlichen kleinen Päckchen, das er so lässig unter den Arm klemmte, als wäre er es gewöhnt, große Barsummen auf diese Art und Weise zu befördern. Als sie wieder auf der Straße waren, glaubte sie, Michael würde sie zum Parkplatz zurückführen und mit der Selbstverständlichkeit, mit der ihm alles zu gelingen schien, ihren Wagen ausfindig machen und sie nach Hause fahren. Aber sie bogen nicht in die St. Avenue ein, sondern gingen weiter, vorbei an der Bolston Street zur Newbury Street. Wohin gehen wir? fragte sie und versuchte mit ihm Schritt zu halten. Ich habe meiner Frau doch einen Einkaufsbummel versprochen. Ach, Michael, ich glaube, das wird mir zu viel. Er schien sie nicht gehört zu haben. Weiter ging es die elegante Einkaufsstraße hinunter. Michael pfiff vor sich hin, tat so als bemerkte er ihre schlurfenen Schritte und ihr Unwohlsein überhaupt nicht, obwohl sie genau wusste, dass er nur versuchte, sie aus ihrer Lethargie zu reißen. So, da wären wir, sagte Michael, komm, wir gehen rein. Jane blickte eine breite Treppe hinauf zu einer Fassade hoher, blitzender Fenster, über denen in großen schwarzen Lettern der Name des Geschäftes angebracht war. Olivers stand dort und darunter kleiner, für sie kaum lesbar, weil die Buchstaben nicht aufhörten zu wackeln, seit mehr als 50 Jahren Juweliere von Rang. Was zum Teufel hatten sie hier zu suchen? Michael, ich kann nicht. Sie fühlte seine Hand auf ihrem Arm. Er begann sie die Stufen hinaufzuziehen. Ich bin todmüde, ich schaff das nicht, ich möchte mich nur hinlegen. Nur noch ein paar Stufen. Ich schaff das nicht. Na komm, gleich sind wir oben, siehst du, bravo. Ihre Füße fanden die letzte Stufe, doch die Muskeln in ihren Beinen kletterten weiter, spannten und entspannten sich in dem Rhythmus, auf den sie sich eingespielt hatten. Ich habe dir Brillanten versprochen und ich halte meine Versprechen. Brillanten? Wozu brauchte sie Brillanten? Selbstmord, dachte sie, und das Wort schallte in vielfältigem Echo durch ihren Kopf. Selbstmord, 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 Selbstmord. Wann war ihr der Gedanke zum ersten Mal gekommen? Wann war ihr zum ersten Mal eingefallen, dass dies die naheliegende Lösung aller Probleme war? Solange sie lebte, würde Michael niemals von ihr frei sein. Er würde immer in der Hoffnung leben, dass sie eines Tages wieder gesund werden, dass ihre Ehe gerettet werden könnte. Frei sein konnte er nur, wenn sie tot war. So einfach war das. Es war das Mindeste, was sie tun konnte. Und es war ja auch ganz einfach. Sie wusste, wo er die Medikamente aufbewahrte. Sie brauchte nur ein paar Tabletten zu viel zu nehmen. Jane, Michael winkte sie zum Ladentisch und zog sie fest an seine Seite. Siehst du etwas, das dir gefällt? Michael, ich brauche kein... Tu es für mich, sagte er. Und der Mann hinter dem Ladentisch lachte. Die Brille mit dem Schild Padrant und das wellige blonde Haar hüpften bei seinem Lachen auf und ab. Das höre ich wirklich zum ersten Mal, erklärte er. Die meisten Männer lassen sich nur heulend und zähneknirschend von ihren Frauen hier hereinschleppen. Also, was darf ich Ihnen zeigen, fragte der Mann, der sich als Joseph vorgestellt hatte. Wir suchen einen Trauring, sagte Michael. Ah, eine Hochzeit, wie schön. Wir haben eine große Auswahl. Dachten Sie an etwas Bestimmtes? Brillanten, sagte Michael schlicht. Brillanten. Der Juwelier wiederholte das Wort beinahe ehrfürchtig. Ein schönes Wort, finden Sie nicht? Er lachte und wieder hüpften Haar und Brille fröhlich auf und nieder. Michael stimmte in das Gelächter ein, aber Jane lachte nicht, lächelte nicht einmal. Kein Humor. Sie wusste, dass Joseph das dachte. Wieso will dieser gutaussehende, offensichtlich intelligente Mann diese humorlose Langweilerin heiraten, die Matrosen Blusen trägt und die edlen Dinge des Lebens nicht zu schätzen weiß? Sie an einen Solitär oder einen Memory Ring? Tja, wir sind schon elf Jahre verheiratet, sagte Michael und der Juwelier bezeigte nickend sein Beileid. Da wäre ein Memory Ring wohl das Richtige. Können Sie uns etwas zeigen? Aber selbstverständlich. Joseph sperrte die Glasvitrine auf und präsentierte ihnen auf dem Ladentisch eine Auswahl Brillantringe. Möchten Sie sich setzen, fragte er und schnalzte mit den Fingern laut nach seinem Verkäufer. Der trug gehorsam einen Stuhl herbei, auf den sich Jane sofort niederfallen ließ. Geht es Ihrer Frau nicht gut, Mr. Whittaker, Dr. Whittaker? Meine Frau war in den letzten Tagen nicht ganz auf der Höhe, erklärte Michael, aber jetzt geht es ihr langsam besser. Tut mir leid, dass sie krank war, sagte Joseph, schön, dass es ihr wieder besser geht, fügte er hinzu, sich plötzlich an Jane wendend, die über »Wie gefallen dir die Ringe, Jane?« Sie zwang sich, den hoffnungsvollen Glanz auf dem schwarzen Samttablett zu betrachten. »Sehr hübsch«, murmelte sie. »Das will ich doch hoffen«, sagte Joseph, offensichtlich irritiert von ihrer Lustlosigkeit. »Das sind alles erstklassige Steine. Wie wär's mit dem?« fragte Michael. Er zog einen Ring mit mittelgroßen, rundgeschliffenen Diamanten heraus. Der gefällt mir. Sie haben einen guten Blick, bemerkte der Juwelier. Das ist eines unserer schönsten Stücke. Probier ihn an, drängte Michael. Ach, mein Michael. Vielleicht gefällt ihr dieser hier besser, meinte Joseph. Er hielt einen Ring mit herzförmigen Brillanten hoch. Welcher gefällt ihr besser, Jane? Jane sagte gar nichts. Wozu auch? Sie bot Michael lediglich die Hand, sodass er ihr den Ring über den Finger schieben konnte. Was spielte es schon für eine Rolle, welchen Ring er aussuchte? Es war doch egal. Würde er ihr den Ring mit ins Grab geben? Er ist ein bisschen groß, bemerkte Michael, während er den Ring an ihrem Finger auf- und abschob. Das lässt sich leicht beheben. Wir werden mal sehen, welche Größe sie haben. Er nahm Janes Hand, um Maß zu nehmen. Fünfeinhalb rief er. Das ist sehr klein. Er mustete prüfend seinen Bestand. Mir scheint, da haben wir gar nichts da. Jedenfalls nicht mit Brillanten in der Größe, die sie sich bisher angesehen haben. Wir haben etwas mit kleineren Steinen. Ich hätte gern die größeren, unterbrach Michael, wenn die Qualität wirklich gut ist. Wir verkaufen nur Steine von erster Qualität, Dr. Whittaker. Tja, Ringe vors Gesicht. Welcher gefällt ihr besser? Jane machte die Augen zu und drehte den Kopf weg. Vielleicht hätte ihre Frau lieber einen anderen Stein. Ich habe sehr schöne Smaragde und Rubine. Nein, Brillanten entgegnete Michael. Ich denke, wir nehmen die Herzen, aber in der richtigen Größe. Das ist leicht zu machen. Wann können wir den Ring haben? Sagen wir in einer Woche? In Ordnung. Na, was meinst du, Schatz, ist dir das recht in einer Woche? Ich muss an die frische Luft, flüsterte Jane, obwohl es in Wahrheit in dem klimatisierten Laden weit angenehmer war als draußen. Aber sie musste hinaus, weg von diesen grau tapezierten Wänden und schwarz gefließten Böden, weg von dem welligen blonden Haar und der Schildpadbrille, weg von den erstklassigen Steinen, die sie an Glühwürmchen in einer Streichholz Schachtel erinnerten. Warte doch draußen auf der Treppe auf mich, schlug Michael vor. Natürlich, dachte Jane. Er weiß, dass ich viel zu schwach bin, um davon zu laufen. Dann erledige ich das hier. Der Verkäufer hilft ihnen, sagte Joseph, und schon kam sein langhaariger junger Mann, um Jane zur Tür zu führen. Er wird sich um sie kümmern, hörte Jane den Juwelier sagen, als sie hinausging. Und ich brauche allerdings eine Anzahlung. Kein Problem, hörte sie Michael antworten. Dann fiel die Tür hinter ihr zu. Sie hockte sich auf die oberste Stufe und stützte den Kopf in die Hände. Der arme Michael. Der arme liebe Michael. Unermüdlich bemühte er sich, sie aufzumuntern. unermüdlich versuchte er alles wieder in Ordnung zu bringen. Ging sogar so weit das Geld, das sie von ihrem gemeinsamen Konto gestohlen hatte, für einen Brillantring für sie auszugeben. Für einen Memoryring. Wie passend. Brillant glitzernde Erinnerungen für die Frau ohne Erinnerung. Nächste Woche sollte der Ring fertig sein. Aber da würde sie keine Erinnerung mehr brauchen. Da würde sie schon selbst in die Erinnerung eingegangen sein. In Memoriam Jane Whitaker. Sie blickte auf, als sie spürte, dass am Fuß der Treppe jemand stand und sie anstarrte. Entschuldigen Sie, sagte die Frau und stieg ein paar Stufen höher, ehe sie erneut stehen blieb. Sind Sie nicht Mrs. Whitaker? Emilys Mutter? Bei dem Namen schrie Jane leise auf. Oh, entschuldigen Sie, wiederholte die Frau. Ich wollte Sie nicht erschrecken. Sind Sie Mrs. Whitaker? Jane nickte stumm. Ich bin Anne Hallering Gimblett, sagte die Frau, und Jane versuchte, eine Verbindung zu dem Namen herzustellen. Sie erinnern sich wahrscheinlich nicht an mich, aber unsere Töchter waren in derselben Klasse. Ich war auf dem Ausflug mit, als sie diesem unverschämten alten Kerl ihre Handtasche auf den Kopf donnerten. Ich hatte immer vor, sie anzurufen und ihnen zu sagen, wie sehr genau wie alle anderen nur untätig dabei, während dieser Mensch unsere Kinder herumstieß und hatte nicht den Mut, etwas zu tun. Sie waren die Einzige, die sich das nicht gefallen ließ. Und dann danken wir anderen ihnen nicht einmal. Ich wollte sie anrufen, aber irgendwie kam mir immer was dazwischen. Sie kennen das ja sicher. Man nimmt sich etwas vor, aber wenn man es nicht gleich tut, wird blöd, sie. Und darum fuhr die Frau fort und streckte sich, um Jane die schlaffe Hand zu schütteln, möchte ich ihnen wenigstens jetzt sagen, dass ich sie großartig fand. Wenn so etwas noch einmal vorkommen sollte, warte ich nicht wieder sechs Monate, ehe ich mich melde. Sie ließ Janes Hand los und stieg rückwärts die wenigen Stufen zur Straße hinunter. Auf Wer war das? fragte er. Ach, irgendeine Frau mit einem komischen Namen, die meinte mich zu kennen, antwortete Jane matt. Und, kannte sie dich? Jane zuckte nur mit den Achseln. Michael half ihr auf und führte sie die Treppe zur Straße hinunter. Eine Bemerkung, die die Frau gemacht hatte, geisterte durch ihren Kopf, aber sie wusste, es würde sie ihre ganze Konzentration kosten, sich an das Gespräch zu erinnern und sie war viel zu müde. Und was machte es schon für einen Unterschied? Sie konzentrierte sich stattdessen darauf, einen Fuß vor den anderen zu setzen, während der Name der Frau bei jedem Schritt in ihrem Kopf wiederhalte, wie das rhythmische Geräusch eines langsam fahrenden Zugs. Anne Halloran Jimblatt wiederholte Jane stumm und fragte sich, wie Leute zu solchen Namen kamen. Halloran Jimblatt ratete es. Anne Halloran Jimblatt, Anne Halloran Jimblatt. Jane fuhr aus einem Traum hoch, in dem sie Emily durch ein endloses labyrinth grüner Hecken nachgejagt war. Michael, der neben ihr lag, seufzte, aber er erwachte nicht. Jane legte ihren Kopf wieder auf das Kissen und wartete auf die Wiederkehr des Schlafs, das vertraute Gefühl in weiche Tiefen zu sinken. Plötzlich befand sie sich in einem großen Kaufhaus. Emily war bei ihr. Zusammen gingen sie zu einer Verkaufstheke. Jane trug eine Wäschetüte aus Plastik mit einem Kleid, das sie zurückgeben wollte. Dieses Kleid hat Flecken, teilte sie der Verkäuferin mit, die eine rosa-rote Schleife im flammend roten Haar trug. Blutflecken nehmen Aber es hat doch Garantie auf Lebenszeit. Es gibt überhaupt keine Garantie. Jane sah sich suchend nach ihrer Tochter um und entdeckte, dass sie verschwunden war. Emily, rief sie laut, wo bist du? Und plötzlich stand sie vor einem offenen Grab und starrte durch die Dunkelheit zu Emily hinunter. Das Kind hockte angstgelähmt in der Grube und vor ihm wiegten sich Kobras mit hoch aufgerichteten Vorderleibern und drohend entblößten Giftzähnen. Als Jane sah, dass sie ihr Kind angreifen wollten, stürzte sie sich in die Grube hinunter, direkt auf die Schlangen. Nein, schrie sie so laut, dass Michael erwachte. Er nahm sie sofort in die Arme und begann sie sachte zu wiegen. Es ist ja gut, sagte er leise und beschwichtigend. Es ist ja gut, es war nur ein Traum. Jane sagte Schlangen, die sich in der Grube gewiegt hat, nur noch lebendiger. Möchtest du darüber sprechen? Jane schüttelte den Kopf. Was gab es da groß zu sagen? Sie hatte ihre Tochter verloren und in einem Grab voller Giftschlangen wiedergefunden. Aber das war nicht alles, erkannte Jane. Sie beugte sich vor und stützte die Arme auf die Knie. Da war noch etwas gewesen. Ich hole deine Tabletten, sagte Michael. Er stand auf, um ins Bad zu gehen. Da war noch etwas gewesen. Aber was? Jane bemühte sich, die Traumbilder festzuhalten, ehe sie verblassten. Im Kaufhaus fing sie an, dachte weiter zu dem Gespräch mit der Verkäuferin, hörte wieder ihren Protest, dass das Kleid schon vor sechs Monaten gekauft worden sei. Sechs Monate, dachte Jane. Was ist Newbury Street ein? Anne Halloran Jimblet, sagte sie sich stumm vor. Anne Halloran Jimblet hatte etwas von sechs Monaten gesagt. Was war es gewesen? Hier, nimm sie. Michael hielt ihr zwei kleine weiße Tabletten hin, die etwas anders geformt waren, als das Haldol, das sie sonst immer bekam. Seit wann gaben sie ihr etwas anderes? Sie nahm ihm die Tabletten ab und musterte den feinen Glanz der Umhüllung. Wenn nicht Haldol, was dann? Thorazin? Na und, was spielt das schon für eine Rolle? fragte sie sich, wie es ihr in letzter Zeit zur Gewohnheit geworden war. Mit der anderen Hand nahm sie das Glas, das Michael ihr reichte. Was hatte Anne Halloran Jimblet zu ihr gesagt? Sie hatte etwas von dem Ausflug erzählt, bei dem Jane diesem schlafen, ehe wir aufstehen müssen. Sie brauchte mehr Zeit. Wenn sie die Tabletten nahm, würde sie innerhalb von Minuten wieder total weggetreten sein. Sie brauchte diese Minuten aber, um die Sache durchzudenken. Ihr Unterbewusstsein wollte ihr etwas mitteilen. Es hatte sich durch Stumpfsinn und Betäubung gekämpft und sich in ihre Träume geschlichen, weil es ihr etwas Wichtiges mitzuteilen hatte. Und jetzt brauchte Tabletten auf ihre Zunge und hob das Glas Wasser zum Mund. Doch als es sich ihren Lippen näherte, kippte sie es nach vorn, sodass sich das Wasser über ihr Nachthemd ergoss. Sie spürte, wie die klatschnasse Baumwolle sich auf ihre Brüste klebte. Herr Gott, Jane, pass doch auf, was du tust. Michael riss ihr das Glas aus der Hand und wischte ihr das nasse Nachthemd mit einem Zipfel des ein neues Glas. Kaum war er weg, spielte Jane die beiden Tabletten in ihre Hand und schob sie unter die Matratze. Das nächste Mal warte ich nicht wieder sechs Monate, ehe ich mich melde. Sechs Monate. Michael kehrte mit einem frischen Glas Wasser zurück. Jane führte es vorsichtig zum Mund, neigte den Kopf in den Nacken, als schlucke sie die Tabletten und spülte das Sie bemühte sich ruhig zu atmen. Was hatte es zu bedeuten? Was hatte Anne Halloran Jimblatt gemeint, als sie gesagt hatte, das nächste Mal würde sie nicht wieder sechs Monate warten? Wenn seit ihrem letzten Zusammentreffen nur sechs Monate vergangen waren, dann hatte der Ausflug, von dem sie gesprochen hatte, im letzten Schuljahr stattgefunden. Aber das war ausgeschlossen, wenn Emily vor mehr als einem Emily war gar nicht umgekommen. Es sei denn, Emily war noch am Leben. Janes ganzer Körper zuckte vor Erregung. Sie fühlte, wie Michaels Hände ihre Taille fester umfassten. Wenn aber Emily gar nicht umgekommen war, wenn sie irgendwo noch am Leben war, weshalb hatte Michael ihr dann erzählt, sie wäre tot? Wenn Emily am Leben war, so hieß das, dass alles, was Michael flüsterte sie und entwand sich seiner Umarmung. Wenn wir aufstehen, möchte ich auf den Friedhof fahren. Ich möchte zu Dr. Melloff. Jane blickte zu der schwarzhaarigen hinunter, die vor Dr. Melloffs Zimmerwache saß und so tat, als wäre sie an ihrem Computer beschäftigt. Die junge Frau, deren Namensschild sie als Vicky Lewis auswies und die unter dem adretten weißen Kittel sicherlich perfekt gekleidet war, musterte Janes unpassenden Aufzug eingehend, ehe sie sagte, das geht leider nicht. Ich weiß, ich habe keinen Termin, aber ich warte gern. Darum geht es nicht, Dr. Melloff ist im Urlaub, er kommt erst in einigen Wochen zurück. Im Urlaub? Ja, beim Wildwasserkanufahren oder wie man das nennt, jedem das seine. Vicky Lewis zuckte mit den Achseln. Wenn Sie für später einen Termin ausmachen wollen, nein, ich kann nicht warten. Sie können zu Dr. Turner gehen oder einem der anderen Ärzte auf der Station. Nein, ich muss zu Dr. Melloff. Vicky Lewis blickte stirnrunzelnd auf den Bildschirm ihres Computers. Dann kann ich Ihnen leider nicht weiter helfen. Ich kann Ihnen wie gesagt höchstens einen Termin für später geben. Aber bis dahin kann ich nicht warten. Jane hörte aufleuchtete und wusste, dass sie sich erst einmal setzen und überlegen musste, ehe sie noch etwas sagte oder vielleicht gar eine Dummheit machte. Kann ich mich einen Moment setzen? Wieder zuckte Vicky Lewis mit den Achseln. Jane ließ sich in einen unbequemen orangefarbenen Sessel an der gegenüberliegenden Wand sinken und holte mehrmals tief Atem, wobei sie sich bewusst war, dass die Sprechstundenhilfe sie misstrauisch beobachtete. Sind Sie Patientin bei Dr. Mellor? fragte die junge Frau, die Jane offensichtlich gern loswerden wollte. Ich war vor ungefähr einem Monat bei ihm. War es tatsächlich ein Monat her? Sie war sich nicht mehr sicher, hatte jedes Zeitgefühl verloren. Ich kann Ihnen einen der Stationsärzte rufen. Ich glaube, und griff automatisch zum Telefon. Ich möchte nicht zu Dr. Klinger. Dr. Klinger mit seinen ausdruckslosen Augen und dem Mund, der nicht lächeln konnte. Dr. Klinger, dem es an Humor und Mitgefühl völlig fehlte. Ich möchte nur einen Augenblick hier sitzen bleiben, bis ich weiß, was ich tun soll. Bitte? Vicky Lewis wandte ihre Aufmerksamkeit wieder dem Computer zu. Und was tue ich jetzt fragte sich Jane mit den Tränen kämpfend. Sie hatte alles so genau geplant. Im Taxi hatte sie das bevorstehende Gespräch mit Dr. Mellow bis auf das letzte Wort ausgefeilt und geprobt. Sie hatte sich auf jede mögliche Entgegnung von ihm vorbereitet, genau gewusst, wie sie auf jede ungläubige Frage antworten würde. Das wär's dann wohl, sagte sie laut. Wie bitte? fragte Vicky Louise unwirsch. Gibt es hier im Haus eine Bibliothek? fragte Jane. Bitte? Die Frage hatte sie offensichtlich nicht erwartet. Gibt es hier im Haus eine medizinische Fachbibliothek? Unten im zweiten Stock antwortete Vicky Louise, aber nur für das Personal. Danke. Jane stand auf und torkelte, eine Hand an die Wand gestützt aus dem Zimmer. Sie spürte Vicky Louise Blick in ihrem Rücken, bis sie die Tür hinter sich geschlossen hatte. Hallo, sagte sie zu der Frau, die offenbar die Bibliothekarin war. Ich bin Vicky Louise, Dr. Melloff Sekretärin. Er hat mich gebeten, während seiner Abwesenheit Verschiedenes für ihn nachzuschlagen. Natürlich in Ordnung. Jane atmete auf. Die Frau schien keinerlei Verdacht zu haben. Wenn nur alles andere auch so einfach wäre, dachte Jane. Sie hatte keine Ahnung, wie sie an die Informationen herankommen sollte, die sie suchte. Können Sie mir vielleicht helfen? fragte sie zaghaft. Die Bibliothekarin lächelte. Dazu bin ich ja da. Ich brauche ein umfassendes psychiatrisches Werk. Da haben wir hier eine ganze Menge. Die Frau klein und rundlich stand von ihrem Platz hinter dem Schreibtisch auf und führte Jane an mehreren hohen Büchergestellen vorbei zu einem Regal an der rückwärtigen Wand. Hier haben sie alle psychiatrischen Texte. Wie sie sicherlich wissen, fügte sie hinzu, als wäre ihr eben eingefallen, dass die Sekretärin eines Neurologen sich da eigentlich auskennen müsste. Sie deutete auf einen besonders dicken und schweren Band. Da finden sie wahrscheinlich nicht alles, was sie brauchen. Vielen Dank. Jane nahm den schweren Wälzer in beide Arme und sah sich suchend um. Da drüben, die Frau zeigte auf mehrere lange Tische. Sich mit den Fingern Luft zufächelnd ging sie zu ihrem Schreibtisch zurück. Dann blieb sie plötzlich stehen. Wie war gleich noch ihr Name? Vicky Lewis, antwortete Jane leise Dr. Melhoffs Sekretärin. Natürlich, er ist im Urlaub, soviel ich weiß. Beim Wildwasser Kanufahren bestätigte Jane und kämpfte gegen das aufkommende Schwindelgefühl. Sehr abenteuerlich. Jedem das Seine hörte Jane sich sagen und zuckte mit den Achseln. Vielleicht war sie tatsächlich Vicky Lewis. schwere Buch mit einem Knall auf den Tisch fallen, der einen in der Nähe sitzenden jungen Arzt aufschrecken ließ. Der junge Mann lächelte ihr flüchtig zu, ehe er sich wieder in seine Studien vertiefte. Die Bibliothekarin warf ihr einen Blick zu, zog dann eine Schublade ihres Schreibtisches auf und entnahm ihr ein Blatt, das wie eine Liste aussah. Prüft sie jetzt nach, ob Dr. An die Arbeit befahl sie sich und fand nach kurzem Suchen die Amnesie unter A. Verstohlen sah sie zu der Bibliothekarin hinüber, aber die Frau war am Telefon und hatte sie nicht gehört. Konzentrier dich, sagte sie sich und wünschte die Wörter auf den Buchseiten würden endlich stillstehen. Die Amnesie wurde als teilweise oder totale Unfähigkeit beschrieben, sich an vergangene Erlebnisse und Erfahrungen zu erinnern. Sie konnte die Folge einer organischen Gehirnerkrankung aber auch emotionaler Störungen sein. Lag der Amnesie eine rein emotionale Störung zugrunde, so diente sie der Erfüllung spezifischer emotionaler Bedürfnisse und gab sich im Allgemeinen, wenn sie nicht mehr gebraucht wurde. Sie blätterte weiter zu hysterischer Amnesie und sah rasch bestätigt, dass es sich hierbei um eine dissoziative Reaktion als Folge eines schweren seelischen Traumas handelte. Na, das ist doch inzwischen ein alter Hut, dachte sie, während sie den Rest des Absatzes überflog. Aber dann entdeckte sie den entscheidenden Satz. Auf einen vorübergehenden Verlust der Impulskontrolle, der beinahe zum Angriff auf das Leben eines geliebten Menschen geführt hätte, kann ein Verlust jeglicher Erinnerung an persönliche Lebensdaten folgen. Hatte sie Michael vielleicht wirklich töten wollen? Blitzartig fiel ihr ihre anfängliche Verwirrung im Lennox Hotel ein, als sie verzweifelt versucht hatte, sich zusammenzureimen, was ihr zugestoßen war. Sie erinnerte sich ihres Entsetzens, als sie erkennen musste, dass sie in der Tat fähig wäre, einen Menschen zu töten, als ihr bewusst geworden war, dass ihr eine solche Tat zuzutrauen war. Alles, was sie im vergangenen Monat über sich selbst erfahren hatte, bestätigte, dass sie ein heftig aufbrausendes Temperament hatte und beim geringsten Anlass explodieren konnte. Es war also durchaus möglich, dass sie versucht hatte, ihren treusorgenden und liebevollen Gatten zu töten. Aber warum? Weil er hinter ihr Verhältnis mit Daniel Bishop gekommen war? Nahm er nun Rache für ihren Verrat, indem er ihre psychische Gesundheit zerstörte? In dem Text hieß es weiter, dass diese Art des Erinnerungsverlusts durch Hypnose oder Suggestion relativ leicht zu beheben sei, insbesondere wenn die Behandlung in einem Setting stattfinde, das weitgehende Entlastung oder physische Entfernung aus der traumatischen Lebenssituation versprach. Vielleicht war ihre Rückkehr nach Hause an den Ort, an dem sie beinahe ein Verbrechen verübt hätte, größtenteils Schuld daran, dass ihre Erinnerungen sich nicht wieder einstellten. Ihren ersten Termin bei einem Psychiater hatte sie praktischerweise verschlafen und den zweiten Termin hatte Michael erst für einen Zeitpunkt sechs Wochen später vereinbart. Er hatte in den letzten Tagen mehrmals davon gesprochen, dass er einen Hypnotherapeuten mit ihr aufsuchen wolle, aber es war nur bei Worten geblieben. Jane schüttelte den Kopf und legte ihn einen Moment auf die Seiten des Buches nieder, die angenehm kühl ihre Wange berührten. Es war gut möglich, dass sie die Wahrheit niemals erfahren würde. Vielleicht sollte sie die Polizei bitten, sie hypnotisieren zu lassen. Mit diesem Entschluss hob sie den Kopf und sah sich dem brummigen Gesicht Dr. Klingers gegenüber, der schnurstracks auf sie zukam. Mrs. Whittaker, erzog sich einen Stuhl heran und setzte sich ihr gegenüber. Guten Tag, Dr. Klinger. Sie fragte sich, ob er die Angst in ihrer Stimme hören konnte. Ach, sie erinnern sich an mich, wie schmeichelhaft. Selbst Hysterikerinnen, die an Gedächtnisschwund leiden, müssen sich ab und zu an jemanden erinnern. Sie fand es irgendwie beruhigend, dass er nicht lächelte. Und Bibliothek nur dem Krankenhauspersonal zugänglich ist, ich weiß es. Aber ich hatte keine Lust, mich danach zu richten. Sie hatten hier offenbar etwas Wichtiges zu erledigen. Ich wollte ein paar Auskünfte. Über ihren Zustand? Er klappte die Vorderseite des Buches um und las den Titel. Nein, über das Katalogisierungssystem der Library of Congress. Ein Moment schien es, als nehme Dr. Klinger ihre Antwort ernst. Ach so, sagte er dann. Eine Prise Sarkasmus. Amnesie-Patienten neigen zu Sarkasmus. Das steht auf Seite 133. Was haben Sie sonst noch herausbekommen? Sie zuckte mit den Achseln, so gelangweilt wie Vicky Lewis. Wer hat Ihnen gesagt, dass ich hier unten bin? Mrs. Pape, erwies auf die Bibliothekarin. Sie rief bei Dr. Meloff an, um sich nach Vicky Lewis zu erkundigen und hörte, dass sie selbst am Apparat war. Mrs. Lewis ahnte gleich, wer sich hinter ihrem Namen versteckt und rief mich an. Würden Sie mir glauben, wenn ich Ihnen sage, dass mein Mann versucht, mir zu schaden, dass er mich mit gefährlichen Medikamenten vollpumpt und mich in meinem eigenen Haus wie eine Gefangene hält? Sein dann wenigstens ein paar hundert Dollar leihen? Wie bitte? Nur so viel, dass ich mich über Wasser halten kann, bis Dr. Meloff sein Kanu wieder an Land gezogen hat. Sie scherzen. Heißt das, dass Sie mir das Geld nicht leihen werden? Jane stieß ihren Stuhl zurück, um aufzustehen. Sie schaffte es im zweiten Anlauf. Einen Augenblick, auch Dr. Klinger sprang auf. Was denn noch? Ich sehe doch, dass wir nicht weiterkommen und ich habe hier wirklich nichts zu suchen, schließlich gehöre ich nicht zum Personal. Vielleicht kann ich Ihnen doch helfen, stammelte Dr. Klinger und griff in seine Hosentasche. Sie würden mir das Geld leihen? Viel habe ich nicht bei mir. Er zog seine Brieftasche heraus und entnahm ihr langsam mehrere Scheine. Mal sehen, was wir hier haben. Er begann die Scheine aus seiner Brieftasche abzuzählen. Also 20, 30, 35, 45, 47, 47 Dollar und 22 Cents. Viel ist das nicht. Es ist eine ganze Menge, sagte sie. Ich bin Ihnen wirklich dankbar. Sie griff nach dem Geld und prompt fiel es ihm aus der Hand. Ach, wie dumm von mir. Augenblicklich beugte er sich hinunter und begann das Geld einzusammeln. Konnte er noch langsamer machen? Mit einem Schlag wurde Jane klar, dass man Michael bereits benachrichtigt hatte und Dr. Klinger nur versuchte, sie bis zu seiner Ankunft hinzuhalten. Vergessen Sie es, sagte sie und versuchte sich an ihm vorbeizudrängen. Er hielt sie fest und sie sah seinen Mund Worte des Protests formen. Dann senkte er plötzlich die Arme und sein Mund entspannte sich zu einem erleichterten Lächeln. Und noch ehe sie Michael auf sich zukommen sah, wusste sie, dass sie verloren hatte. Komm mir ja nicht zu nahe, warnte Jane. Sie packte das schwere Buch und schwang es drohend. Michaels Stimme zitterte. Ich bin doch nicht gekommen, um dir wehzutun, Jane, sagte er kaum hörbar. Nein, nur um mir meine Tabletten zu geben, nicht wahr? Ich bin gekommen, um dich heimzuholen. Das kannst du gleich vergessen, Jane lachte. Lass mich in Ruhe. Das kann ich nicht. Wieso nicht? Was fürchtest du denn? Ich fürchte gar nichts. Ich mache mir Sorgen. Weshalb? Um dich. Quatsch, Jane bemerkte aus dem Augenwinkel Bewegung und wirbelte herum. Bleiben Sie, wo Sie sind, rief sie, als sie sah, dass der junge Assistenzarzt versuchte, sich an sie heranzupirschen. Jane, das ist doch lächerlich. Jane sah den jungen Arzt beschwörend an, richtete den Blick dann auf die Bibliothekarin. Sie haben ja keine Ahnung, was dieser Mann seit Wochen mit mir macht, begann sie und brach ab, als Dr. Klinger den Assistenzarzt und die Bibliothekarin an seine Seite winkte. Das ist Jane Whittaker, sagte er, und Jane hätte beinahe gesagt, freut mich, sie kennenzulernen. Sie leidet an einer Form hysterischer Amnesie. Ihr Mann Dr. Michael Whittaker ist Chirurg an der Kinderklinik, fuhr er mit einer Kopfbewegung zu Michael fort und behandelt seine Frau mit einem milden Sedativum, das Dr. Mellow verordnet hat. Stimmt nicht, fuhr Jane dazwischen. Dr. Mellow hat mir Ativan verschrieben. Michael gibt mir dauernd Haldol. Er vergiftet mich. Er hält mich wie eine Gefangene. Jane, bitte. Nein, ich weiß schon, dass du sie alle eingewickelt hast. Ich weiß, dass sie dich für einen Wohltäter der Menschheit halten, weil du ja so ein fantastischer Chirurg bist und alle dich bewundern. Und was bin ich denn schon im Vergleich dazu? Doch nur eine Verrückte, die sich nicht mal erinnern kann, wer sie ist. Aber so einfach ist das nicht. Ich weiß vielleicht nicht mehr, wer ich bin, aber ich weiß, dass ich nicht verrückt bin, oder es jedenfalls nicht war, bevor diese ganze grauenhafte Geschichte begann. Und ich war auch nicht krank, jedenfalls nicht in dem Maß und in der Weise, wie ich jetzt krank bin. Die Frage ist also, wie bin ich so geworden? Was tut dieser edle Mensch mit mir, das mich so krank und elend macht? Womit stopft er mich voll? Jane brach ab, griff in ihre Hosentasche und zog die zwei kleinen weißen Tabletten heraus, die sie dem Apotheker gezeigt hatte. Sie hielt sie Dr. Klinger und dem Assistenzarzt hin. Ist das Ativan? Woher hast du die? fragte Michael. Ungläubigkeit in jedem Wort. Hast du sie aus meiner Tasche genommen? Ein Moment war Jane sprachlos. Ob ich sie genommen habe? rief sie dann. Willst du behaupten, dass du mir diese Tabletten nicht gegeben hast? Jane, können wir jetzt nicht nach Hause fahren und das alles in Ruhe besprechen? Du hast meine Frage nicht beantwortet. Willst du behaupten, dass du mir diese Tabletten nicht gegeben hast? Natürlich nicht. Du lügst. Wieder sah sie die anderen an. Bitte glauben sie mir. Er lügt. Weshalb sollte er lügen, Mrs. Whittaker? fragte Dr. Klinger. Weil etwas passiert ist, woran ich mich nicht erinnern soll. Weil es in seinem Interesse ist, mich in einem Zustand zu halten, in dem ich gerade so dahin vegetiere. Weil alle glauben sollen, dass ich verrückt bin, damit er mich in irgendeine Anstalt einsperren lassen kann, wo ich mich niemals mehr erinnern werde, was geschehen ist, und wo mir, falls ich mich doch erinnern sollte, sowieso niemand glauben würde. Jane, bitte, beschwor Michael, merkst du nicht, wie irrsinnig das klingt. Was soll ich denn tun, flehte sie den jungen Arzt an. Wie kann ich sie davon überzeugen, dass ich die Wahrheit sage und nicht verrückt bin? Du bringst ihn in Verlegenheit, Jane, bemerkte Michael leise, und Jane konnte am roten Kopf des jungen Arztes erkennen, dass es stimmte. Können wir das alles nicht unter uns abmachen, wenigstens bis Dr. Melloff wieder zurück ist. Bis Dr. Melloff zurückkommt, ist es längst zu spät. Jane begann auf den Fersen auf- und abzuwippen. Geh doch einfach weg und lass mich in Ruhe. Das kann ich nicht, Jane. Ich liebe dich. Trotz all ihres Misstrauens spürte Jane, dass er die Wahrheit sprach. Was war zwischen uns, Michael? Worüber haben wir an dem Tag gestritten, an dem ich verschwunden bin. Das Aufblitzen in Michaels Augen überzeugte Jane, dass sie recht hatte. Es war tatsächlich etwas geschehen. Sie hatten sich wirklich gestritten. Jane, können wir das nicht zu Hause besprechen? Jane ließ das schwere Buch auf den Tisch fallen. In diesem Buch steht, eine hysterische Amnesie als Folge eines vorübergehenden Verlusts der, sie müde sich, den genauen Wortlaut wiederzugeben, der Impulskontrolle auftreten kann, der beinahe zum Angriff auf das Leben eines geliebten Menschen geführt hätte. Siehst du, meinem Gedächtnis fehlt nichts, sag mir die Wahrheit, Michael, drängte sie, als sie sah, dass die anderen im Raum neugierig geworden waren. Worüber haben wir gestritten? Wir haben nicht gestritten, behauptete er. Du lügst, Jane. Dr. Whittaker, mischte sich die Bibliothekarin ein. Soll ich den Sicherheitsdienst rufen? Nein, schrie Jane. Nein, sagte auch Michael, noch nicht. Ich denke doch, dass ich mit meiner Frau vernünftig reden kann. Ich bin doch verrückt, schrie Jane ihn an. Wieso glaubst du, dass du mit mir vernünftig reden kannst? Weil ich dich kenne und weil ich dich liebe. Und warum wollte ich dich dann umbringen? Das wolltest du nicht. Wir haben nicht gestritten? Du hast mich nicht gepackt, geschüttelt vielleicht? Ich habe mir nicht den nächstbesten Gegenstand geschnappt und ihn dir an den Kopf gedonnert? Michael war sprachlos. Dann sag mir doch, fuhr Jane fort, die jetzt entschlossen war, nichts mehr zurückzuhalten, wie das Blut auf mein Kleid gekommen ist. Blut, rief die Bibliothekarin erschrocken, um Gottes Willen. Das war doch dein Blut, stimmt's Michael? Michael sagte nichts. Und woher kam das Geld Michael? Die 10.000 Dollar, die ich in den Manteltaschen hatte. Wie ist das dahin gekommen? Woher hatte ich es? Sag es mir Michael, ich sehe dir an, dass du genau weißt, wovon ich spreche. Ihren Worten folgte ein Moment atemloser Stille. Warum hast du von alledem vorher nichts gesagt? fragte Michael dann ruhig. Jane zuckte mit den Achseln und hatte das Gefühl, dass ihr eine ungeheure Last von den Schultern fiel. Sie hatte es geschafft. Sie musste dieses Geheimnis nicht länger mit sich herum schleppen. Es war heraus und alle hatten ihre Worte gehört. Könnten sie uns bitte ein paar Minuten allein lassen? fragte Michael die anderen. Ich muss mit meiner Frau allein sprechen. Warum kannst dass das, was sie zu hören bekommen würde, ihr nicht gefallen würde? Ich könnte es, meinte Michael ruhig, aber ich glaube, das, was ich dir zu sagen habe, sollte unter uns bleiben. Jedenfalls fürs Erste. Wenn du nachher anderer Meinung bist, kannst du ihnen alles selbst sagen. Du kannst es sagen, wem du willst, auch der Polizei, wenn das dein Wunsch sein sollte. Es war wahrscheinlich ein Fehler von mir, dich schützen zu wollen. Ich habe dich offensichtlich zu lange von allem abgeschirmt. Ich gebe dem Sicherheitsdienst Bescheid, dass sie jemanden vor die Tür stellen, sagte Dr. Klinger, und weder Jane noch Michael protestierten. Verzeihen Sie, dass ich Sie hier so einfach verdränge, sagte Michael zu der Bibliothekarin. Ich wollte sowieso Kaffeepause machen. Danke. Vielleicht können Sie sich später noch einmal bei mir melden, sagte Dr. Klinger, als er Michael die Hand gab. Dann zog er sich widerstrebend zurück, und der junge Assistenzarzt und die Bibliothekarin folgten ihm. Komm mir ja nicht zu nahe, warnte Jane, als die Tür sich hinter den Dreien geschlossen hatte, und Michael einen Schritt näher trat. Erzähl mir jetzt endlich, was an dem Tag passiert ist, an lange nichts. Jane ließ sich auf den hinter ihr stehenden Stuhl sinken. Bitte glaub mir, Jane, wenn ich dir nicht die ganze Wahrheit gesagt habe, dann nur, weil ich dachte, es wäre in deinem Interesse. Hätte ich gewusst, dass du von dem Blut und dem Geld weißt, dann hätte ich wahrscheinlich alles anders gemacht. Mein Gott, sagte er kopfschüttelnd. Kein Wunder, dass du so verängstigt und misstrauisch bist. Mir wird jetzt so vieles klar. Ich kann verstehen, warum du mir gegenüber die ganze Zeit so argwöhnisch warst. Du gibst also zu, dass du mich belogen hast? Michael zog sich den Stuhl ihr gegenüber heraus und setzte sich. Ich wollte dir Kummer ersparen, Jane. Ich hoffte, deine Erinnerungen würden von selbst zurückkehren, sobald du fähig es ruft. Vertrau mir, Jane. Ich wollte dir nicht wehtun. Dann erzähl mir jetzt alles. Ich muss mindestens ein Jahr zurückgehen, begann er und hielt einen Moment inne, bis zu dem Unfall, bei dem deine Mutter ums Leben kam. Jane merkte, dass sie den Atem anhielt. Du hast sehr an deiner Mutter gehangen, setzte er von neuem an. Du konntest ihren Tod nicht akzeptieren, du warst voller Zorn und Bitterkeit. Du warst immer schon aufbrausend, aber nach dem Unfall neigtest du noch viel stärker zu heftigen Ausbrüchen. Nichts Ernstes, versicherte er hastig. Du hast Teller zerschmissen, Haarbürsten durchs Zimmer geschleudert, solche Dinge. Ich wollte dich überreden, eine Therapie zu machen, aber davon wolltest du nichts wissen. Ich beschloss abzuwarten und Geduld zu haben. Und nach wieder in Ordnung kommen. Und dann? Michael schluckte. Je näher der Jahrestag des Unfalls rückte, desto erregter wurdest du. Du hast dich fast wahnsinnig gemacht. Es war beinahe so, als wäre der Unfall gerade erst geschehen. Du konntest nicht schlafen und wenn du mal schliefst, hattest du furchtbare Albträume. Du konntest dich nicht konzentrieren, du quältest dich mit Schuldgefühlen. Das Schuldgefühl des Überlebenden, würde man es in Büchern vermutlich nennen. Er sah sich suchend im Zimmer um, offenkundig nicht sicher, wie er fortfahren sollte. Was meinst du mit Schuldgefühl des Überlebenden, fragte Jane. Dann wolltest du auf den Friedhof, sagte er, ohne auf ihre Frage einzugehen. Sein Blick kehrte langsam zu ihr zurück. Ich versuchte dich davon zu niedergedrückter Stimmung, dass ich dich nicht allein gehen lassen wollte. Du hattest die ganze Nacht nicht geschlafen. Du hattest seit Tagen kaum etwas gegessen. Du warst wirklich kurz vor einem Zusammenbruch. Er schwieg einen Moment. Ich bat dich wenigstens bis zum Wochenende zu warten, dann hätte ich mit dir gehen können. Dann wärst du nicht allein gewesen, aber du wolltest nicht auf mich hören. Du sagtest, wärst lieber allein. Du wolltest nicht bis zum Wochenende warten. Dies sei der Jahrestag des Todes deiner Mutter und an diesem Tag müsstest du gehen. Schluss aus. Keine weitere Debatte. Ich schlug vor, meine Termine abzusagen, aber das machte dich nur wütend. Ich schaffe das schon allein, hast du mich angeschrien. Ich bin kein kleines Kind, das du an die Hand nehmen musst. Was hätte ich da noch tun können? Ich fuhr ins Krankenhaus. Ich wollte nicht, aber ich hatte ja keine Wahl. Ich fuhr ins Krankenhaus und du fuhrst zum Friedhof. Ich rief im Lauf des Morgens ein paar Mal an, um zu sehen, ob du wieder gut nach Hause gekommen warst. Aber ich erreichte dich nie. Ich begann unruhig zu werden. Dann rief Carol bei mir an. Carol Bishop? Ja, sie war sehr erregt. Sie sagte, sie hätte dich vorfahren sehen und sei hinüber gegangen, um dich etwas zu fragen und du seist völlig außer dir gewesen. Du hast nicht ein Wort mit ihr gesprochen. Sie sagte, sie hätte den Eindruck gehabt, du hättest gar nicht sprechen können, so außer dir warst du. Als sie dich beruhigen wollte, hast du sie einfach weggestoßen und bist ins Haus gerannt. Sie war natürlich sehr beunruhigt über dein Verhalten und rief mich deshalb im Krankenhaus an. Daraufhin bin ich sofort nach Hause gefahren. Als ich ankam, ich bin gefahren wie der Teufel, ich habe bestimmt nicht länger als eine Viertelstunde gebraucht, warst du im Schlafzimmer beim Packen. Du hattest nicht einmal deinen Mantel ausgezogen. Ich wollte mit dir reden und fragte dich, was passiert sei, aber du hast mir gar nicht geantwortet. Du warst völlig hysterisch. Du hast mich angebrüllt und nach mir geschlagen. Ich habe dich festgehalten, vielleicht auch geschüttelt. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich unbedingt wissen wollte, was eigentlich passiert war. Aber du warst wie wahnsinnig. Du müsstest weg, hast du geschrien. Das wäre der größte Gefallen, den du mir tun könntest. Du wärst nur eine Last für mich und würdest mich am Ende genauso kaputt machen wie alles andere, was du je geliebt hast. Aber warum sollte ich so etwas sagen? Michael senkte den Kopf. Warum habe ich gesagt, ich würde dich genauso kaputt machen wie alles andere, was ich je geliebt habe, beharrte Jane. Michaels Gesicht spannte sich. Als er endlich sprach, klang seine Stimme heiser, wie erstickt. Nach dem Unfall warst du lange Zeit von deinem Schmerz völlig überwältigt, wie gelähmt. Du hast Dinge getan, die überhaupt nicht deine Art waren. Ich meine jetzt nicht die Wutanfälle und die Temperamentsausbrüche fügte er erklärend hinzu und schwieg dann. Was meinst du dann? Unwillkürlich ballte er die Hände, die auf dem Tisch ruten, zu Fäusten. Du bist ein paar Mal in der Woche mit Daniel Bishop joggen gegangen, wieder schwieg er. Plötzlich fingst du an, jeden Morgen zu laufen. Erst fand ich das großartig. Ich dachte, es wäre genau das Richtige für dich, um mit dem Aufruhr deiner Gefühle fertig zu werden. Aber irgendwann wir hatten ein Verhältnis ergänzte Jane. Wie bist du dahinter gekommen? Michael dachte bitter. Du selbst hast es mir gesagt, ganz beiläufig, eines Nachts, als wir im Bett lagen. Er hob abwehrend die Hände. Ich will das jetzt alles nicht noch einmal aufwärmen. Aber ich muss es wissen. Was hast du getan? Das weiß ich wirklich nicht mehr, wieder lachte er. Du siehst, du bist nicht die Einzige, die Dinge verdrängt, an die sie sich lieber nicht erinnern möchte. Ich habe dir sehr weh getan, nicht wahr? Ja, aber du warst ja nicht du selbst, das war mir klar. Zumindest sagte ich mir das. Damals schlug ich dir zum ersten Mal eine Therapie vor, aber du wolltest wie gesagt nichts davon hören. Also beschloss ich mich in Geduld zu fassen und abzuwarten. Was hätte ich anderes tun können? Ich liebte dich. Ich wollte dich nicht verlieren. Ich war also beim Packen, als du nach Hause kamst. Ich versuchte mit dir zu reden, aber das hatte überhaupt keinen Sinn. Du bist aus dem Zimmer gestürmt wie eine Wahnsinnige und nach unten in den Wintergarten gerannt. Ich lief dir nach. Du ranntest herum wie ein Tier im Käfig und als ich noch einmal versuchte mit dir zu reden fingst du an auf mich ein zu schlagen und schriest ich wäre ein Idiot so an dir zu hängen ich wäre dümmer als dumm wenn ich allen ernstes glaubte Daniel wäre der einzige Mann gewesen mit dem du etwas gehabt hättest seit Daniel hättest du x andere gehabt und gerade eben kämst du aus dem Bett deines letzten Liebhabers Pat Rutherford dachte Jane die sich an den Namen auf dem Zettel erinnerte den sie in ihrer Manteltasche gefunden hatte er war übel Pat Rutherford Zimmer 31 12 30 hatte sie sich nach dem Besuch auf dem Friedhof mit Pat Rutherford im Zimmer 31 irgendeine Absteige getroffen hatte diese heimliche Zusammenkunft sie so erschüttert dass sie danach geglaubt hatte ihren Mann verlassen zu müssen mehr um sein als um ihrer selbst willen ich nehme an ich habe die beherrschung verloren sagte Michael ich packte dich und schüttelte dich du hast nach mir getreten es gab ein hand gemenge dann spürte ich plötzlich einen fürchterlichen schmerz ich kippte um das blut strömte mir übers gesicht ich wollte mich an dir festhalten dann habe blutlache und du warst weg du hattest den koffer deiner handtasche alles zurückgelassen später entdeckte ich dass du unser girokonto bereits vorher abgeräumt hattest knapp 10.000 dollar sekundenlang war es ganz still dann fragte Jane warum hast du mein verschwinden nicht der polizei gemeldet er schüttelte den kopf ich hatte doch keine ahnung was geschehen war ich dachte du wärst mit deinem liebhaber durchgebrannt ich war verletzt und wütend dazu ich hielt es für das beste abzuwarten bis du dich meldest Jane hatte Mühe alles was sie hörte im kopf zu behalten und mit dem zu vereinbaren was sie schon wusste aber als die Polizei bei dir anrief hast du gelogen du sagtest ich wäre zu besucht bei meinem Bruder ich kann das nicht erklären das gebe ich zu ich weiß nicht was ich mir dabei gedacht habe es war mir einfach peinlich ich wollte diese ganze hässliche Geschichte nicht mit wildfremden menschen erörtern es ging mir ehrlich gesagt auch um meinen guten ruf aber als sie mir sagten du seist im Krankenhaus und könntest dich nicht erinnern wer du bist wurde mir klar wie ernst die Lage war und ich wusste blick am liebsten ausgewichen wäre und sah auch dass er es nicht konnte in den Monaten nach dem unfall hattest du schwere depressionen dein arzt verordnete hall dohl ich habe es dr mellow gesagt als das ativan keine wirkung zeigte und du wieder in diese tiefe depression rutschtest meinte er wir sollten es noch einmal mit hall dohl versuchen jane stand auf schwankend immer schützen zu lassen da stimmt etwas nicht da fehlt etwas murmelte sie hielt plötzlich inne und blieb reglos stehen was verschweigst du mir nichts glaub mir jane ich habe dir alles gesagt nein das hast du nicht ich kenne dich gut genug um zu merken dass du mir etwas verschweigst sag es mir jane bitte ich habe genug gesagt sag es mir mich schrie sie du hast gesagt oder hätte ich schuldgefühle gehabt du hast vom schuldgefühl der überlebenden gesprochen was soll das heißen weshalb sollte ich mich schuldig fühlen wenn ich gar nicht mit im auto saß wenn es nicht so war dass ich bei dem unfall davon kam und sie nicht sie senkte die stimme zu einem flüstern war es so Michael saß ich mit im auto Michael neigte den Kopf du bist gefahren Janes knie gaben nach ein Moment taumelte sie dann brach sie zusammen Michael fiel vor ihr auf die knie ich bin gefahren stammelte sie ich war schuld an dem unfall bei dem meine Mutter ums Leben kam Michael sprach langsam und wählte seine Worte mit Sorgfalt du hattest ihr versprochen an diesem Morgen mit ihr zum Einkaufen zu fahren am Nachmittag musstest du zu irgendeiner Veranstaltung in Emilies Schule ich denke du kamst ein bisschen in Hetze wie dem auch sei vielleicht bist du etwas zu schnell gefahren vielleicht hast du beim Abbiegen nicht richtig aufgepasst ich weiß nicht genau wie es passierte Zeugen zufolge bogst du links ab ohne geblinkt zu haben ein Auto das aus der entgegengesetzten Richtung kam prallte voll in deinen Wagen auf der Beifahrer Seite Michael rutschte an ihre Seite und nahm sie in die Arme deine Mutter war auf der Stelle tot oh mein Gott wie furchtbar natürlich machtest du dir schreckliche Vorwürfe auch noch nachdem die Polizei festgestellt hatte dass der andere Fahrer die Schuld trug du quältest dich mit Selbst Vorwürfen ich hätte warten sollen sagtest du immer wieder ich hätte nicht aber das geht nun viel zu lange so Jane du musst aufhören dir selbst die Schuld zu geben es war ein Unfall es war tragisch gewiss aber es ist geschehen und es ist vorbei das Leben geht weiter ich weiß du willst das nicht akzeptieren aber du musst es tun sonst wird es bald für uns alle zu spät sein Jane spürte seine Tränen auf ihrer Wange und entzog sich hastig seiner Umarmung aber das ist noch immer nicht alles nicht wahr fragte sie scharf und beobachtete dabei aufmerksam sein Gesicht du verschweigst mir noch immer etwas nein doch lüg mich nicht an mich du musst aufhören mich zu belügen bitte flehte er hat der rest nicht Zeit bis du wieder etwas stärker bist deine seelischen Kräfte haben ihre Grenzen Jane wiegen sekundenlang kämpfte er mit dem Wort das ihm über die lippen wollte als es sich schließlich von seiner Zunge löste war es nur ein Hauch Emily seine Augen wurden feucht Jane drückte die Hände auf ihren Magen der Name ihrer Tochter hatte sie wie ein Faustschlag getroffen nein lieber Gott nein sie saß auf dem Rücksitz hinter deiner Mutter anscheinend hatte sie ihren Sicherheitsgurt aufgemacht die Wucht des Aufpralls seine Stimme brach er setzte von neuem an sie starb in deinen Armen während du auf den Rettungswagen wartetest als es den Sanitätern endlich gelang sie aus deinen Armen zu lösen war dein Kleid vorn voller Blut Jane schrie auf danach warst du wie von Sinn das Jahr das folgte war die Hölle die Wut Ausbrüche die anderen Männer all die Dinge eben von denen ich schon erzählt habe aber außer mir wusste keiner wie schlimm es war du warst wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde Freunden und Nachbarn gegenüber wie immer aber zu Hause völlig verändert er schluchzte kurz auf du warst alles was mir geblieben war der Gedanke ich könnte auch dich verlieren war unerträglich er wischte sich die Augen mit dem Handrücken aber es wurde einfach zu viel selbst für mich ich schäme mich es einzugestehen er stand auf als ich nach Hause kam und dich beim packen vorfand versuchte ich vernünftig mit dir zu reden und dich aufzuhalten und in dem ganzen durcheinander schlugst du mir plötzlich die Vase auf den Kopf es war eine die wir auf unserer Orient reise gekauft hatten sie war aus Messing ich brach zusammen und fiel gegen dich als du das Blut sahst kam bei dir wahrscheinlich die Erinnerung an den Unfall wieder hoch und das war einfach zu viel du wurdest mit der Situation nicht mehr fertig und da bist du eben geflohen ich kann es dir nicht einmal übel nehmen unsere Tochter ist tot sagte Jane es war halb Frage halb Feststellung du kannst dich noch immer nicht Mutter und meine Tochter getötet murmelte sie es war ein Unfall Jane aber sie sind beide tot ja und ich bin gefahren ja aber es war nicht deine schuld ungeduldig und in hetze das hast du doch gesagt nicht das hast du gesagt nach dem Unfall und ich muss es ja wissen ich habe überlebt wirklich fragte Michael wie viele Leben sollen durch diesen Unfall noch zerstört werden Jane sie blickte in das tränennasse Gesicht ihres Mannes sah die Güte in seinen Augen fühlte die Zärtlichkeit seiner Berührung und sagte nichts mehr sie wehrte sich nicht mehr gegen die Medikamente sondern nahm brav alles was man ihr gab die vertraute Taubheit stellte sich wieder ein kroch ihr in Fingerspitzen und Poren ließ sich schließlich irgendwo hinter ihren Augen nieder wo sie eine Art Pufferzone zwischen ihrem Hirn und der Außenwelt schuf diesmal war ihr jede unangenehme Nebenwirkung willkommen sie freute sich beinahe über die Muskelkrämpfe die sie plagten denn sie erschienen ihr als angemessene Bestrafung für den Schmerz den sie verursacht hatte alles hatte jetzt einen Sinn das Geld das Blut Pat Rutherford die Tatsache dass sein Name auf einen losen Zettel in ihrer Manteltasche geschrieben und nicht in ihr Adressbuch eingetragen war wo Michael ihn vielleicht gesehen hätte Anfangs hätte sie gern gewusst ob er wohl versucht hatte sie zu erreichen ob es ihn überhaupt interessiert hatte was aus ihr geworden war hatten sie vor gehabt zusammen abzuhauen oder hatte sie an jenem morgen ihr Verhältnis beendet die Fragen verflüchtigten sich unter der Wirkung der Medikamente sie war erleichtert wozu sollte sie sich mit Fragen herumschlagen die sie doch nicht beantworten konnte selbst Michael konnte ihr nicht sagen was vor ihrem Streit geschehen war ehe sie ausgerastet war und versucht hatte ihn mit einer orientalischen Messingvase zu erschlagen dass sie ihrem Mann tatsächlich ans Leben gewollt hatte war für sie nicht mehr schockierend schließlich hatte sie ja auch ihre Mutter und ihre Tochter getötet sie erinnerte sich an ihr wachsendes Misstrauen gegenüber Michael sie war wirklich überzeugt gewesen dass er ihr schaden wollte dass er es bewusst darauf anlegte ihren Geist zu zerstören dabei hatte er einzig und allein versucht ihn zu retten sie saßen in Michaels Wagen auf einem großen Parkplatz in der St. James Avenue gleich um die Ecke vom Greyhound Bus Bahnhof alles in Ordnung Jane fühlst du dich wirklich kräftig genug das anzupacken warum fragte er sie das der Einfall sich ins Auto zu setzen und auf Schatzsuche nach Posten hinein zu fahren stammte nicht von ihr Michael hatte sie als er sie am vergangenen Abend ins Bett gepackt hatte ganz beiläufig gefragt was aus den 10.000 Dollar geworden sei die sie von ihrem gemeinsamen Konto abgehoben hatte nachdem er mehrmals vorsichtig nachgehakt hatte konnte sie sich erinnern wo sie das Geld versteckt hatte kann ich nicht im Wagen warten fragte Jane jedes Wort klang ihr so fremd in den Ohren als spräche sie eine unbekannte Sprache woher nahm sie überhaupt die Kraft zu sprechen wo sie sich doch nur im weichen Ledersitz des Wagens zusammenrollen und schlafen wollte du brauchst ein bisschen Bewegung entgegnete Michael komm Jane der kleine Spaziergang wird dir gut tun du kannst nicht ein bisschen aktiv zu werden warum wollte sie fragen machte sich aber nicht die Mühe er stieg aus kam um den Wagen herum und öffnete ihr die Tür zog sie aus dem Wagen auf die Straße in ihrer dunkelblauen langen Hose und der weißen Bluse mit dem Matrosenkragen die eher zu einer Zwölfjährigen gepasst hätte und mit dem ordentlich gebürsteten straff zum Pferdeschwanz hoch gebundenen Haar er lächelte ihr zu während er sie auf die Straße hinaus lotste und ihr versicherte dass sie es schaffen würde er wüsste es genau und dann ging sie ja sie ging tatsächlich obwohl sie ihre Füße gar nicht spürte um die Ecke zum Greyhound Busbahnhof die Sonne schien die Temperatur betrug angenehme 24 Grad wenn man dem Mann im Radio glauben sollte sie glaubte ihm nicht es schien heißer ihren Kopf hinunter und die Hitze schloss ihn ein wie ein glühender Helm sie wollte schreien um sich schlagen sich aus der Umklammerung befreien aber die Sonne packte nur fest dazu senkte ihre Glut tiefer in sie hinein und sie wusste dass jeder Protest eine Verschwendung kostbarer Energie gewesen wäre vorsichtig wie ein Fisch der nach Luft schnappt öffnete sie den Mund um Sauerstoff in ihre Lungen zu ziehen aber sie schluckte nur glühende Hitze so als stünde sie direkt über einem dampfenden Wasserkessel ihre Zunge brannte und ihre Augen tränten alles in Ordnung möchtest du einen Moment ausruhen sie schüttelte den Kopf wozu rasten sie würden sich ja doch wieder in Bewegung setzen müssen der ganze blöde Ausflug würde nur umso länger dauern nein je eher sie das Geld holten das sie versteckt hatte desto früher konnte sie sich wieder ins Auto setzen desto früher würde sie nach Hause kommen in ihr Bett zu den erlösenden Medikamenten die ihr vergessen schenkten und ihr halfen jeden Tag zu überstehen dass sie sich einmal gegen sie gewehrt hatte vorsichtig jetzt achte auf die Stufe Jane senkte den Kopf und beobachtete ihre Füße die einer nach dem anderen die Schwelle zur großen Wartehalle überquerten wenig später stand sie an eine Wand von Schließfächern gelehnt und sah zerstreut zu wie Michael und die Schalterangestellte ihre Schlüssel in die entsprechenden Schlüssellöcher schoben sie sah wie Michael die Schließfachtür aufzog wie sein Lächeln breiter wurde als er in das Fach griff um die Wäschetüte aus dem Lennox Hotel heraus zu und Jane bemerkte den Ausdruck der Bestürzung der über sein Gesicht flog als sein Blick auf das zusammengeknüllte blutverkrustete blaue Kleid fiel ihr schoss der Gedanke durch den Kopf dass sie abgesehen von allen anderen psychischen Defekten offenbar an einem Identitätsproblem litt wie konnte ein und dieselbe Frau heute elegante Enkleinkleider tragen und am nächsten Tag im putzigen Matrosenanzug herumlaufen Abfalleimer schleppen wo er vorsichtig das Kleid aus der Tüte nahm und in den Container fallen ließ er faltete die Tüte mit dem Geld das sie ihm gestohlen hatte zu einem säuberlichen kleinen Päckchen das er so lässig unter den Arm klemmte als wäre er es gewöhnt große Barsummen auf diese Art und Weise zu befördern als sie wieder auf der Straße waren glaubte sie Michael würde sie zum Parkplatz zurück führen und mit der Selbstverständlichkeit mit der ihm alles zu gelingen schien ihren Wagen ausfindig machen und sie nach Hause fahren aber sie bogen nicht in die St. James Avenue ein sondern gingen weiter vorbei an der Bolston Street zur Newbury Street wohin gehen wir fragte sie und versuchte mit ihm Schritt zu halten ich habe meiner Frau doch einen Einkaufsbummel versprochen ach Michael ich glaube das wird mir zu viel er schien sie nicht gehört zu haben weiter ging es die elegante Einkaufsstraße hinunter Michael pfiff vor sich hin tat so als bemerkte er ihre schlurfenen Schritte und ihr Unwohlsein überhaupt nicht obwohl sie genau wusste dass er nur versuchte sie aus ihrer Lethargie zu reißen so da wären wir sagte Michael komm wir gehen rein Jane blickte eine breite Treppe hinauf zu einer Fassade hoher blitzender Fenster über denen in großen schwarzen Lettern der Name des Geschäftes angebracht war Olivers stand dort und darunter kleiner für sie kaum lesbar weil die Buchstaben nicht aufhörten zu wackeln seit mehr als 50 Jahren Juweliere von Rang was zum Teufel hatten sie hier zu suchen Michael ich kann nicht sie fühlte seine Hand auf ihrem Arm er begann sie die Stufen hinauf zu ziehen ich bin todmüde ich schaffe das nicht ich möchte mich nur hin legen nur noch ein paar Stufen ich schaffe das nicht na komm gleich sind wir oben siehst du bravo ihre Füße fanden die letzte Stufe doch die Muskeln in ihren Beinen kletterten weiter spannten und entspannten sich in dem Rhythmus auf den sie sich eingespielt hatten ich habe wozu brauchte sie Brillanten Selbstmord dachte sie und das Wort schallte in vielfältigem Echo durch ihren Kopf Selbstmord 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 Wann war ihr der Gedanke zum ersten Mal gekommen Wann war ihr zum ersten Mal eingefallen dass dies die naheliegende Lösung aller Probleme war Solange sie lebte würde Michael niemals von ihr frei sein Er würde immer in der Hoffnung leben dass sie eines Tages wieder gesund werden dass ihre Ehe gerettet werden könnte frei sein konnte er nur wenn sie tot war so einfach war das es war das mindeste was sie tun konnte und es war ja auch ganz einfach sie wusste wo er die Medikamente aufbewahrte sie brauchte nur ein paar Tabletten zu viel zu nehmen Jane Michael winkte sie zum Ladentisch und zog sie fest an seine Seite sie du du etwas das dir gefällt Michael ich brauche kein tu es für mich sagte er und der Mann hinter dem Ladentisch lachte die Brille mit dem Schild Padrant und das wellige blonde Haar hüpften bei seinem Lachen auf und ab das höre ich wirklich zum ersten Mal erklärte er die meisten Männer lassen sich nur heulend und zähne knirschend von ihren Frauen hier hereinschleppen also was darf ich ihnen zeigen fragte der Mann der sich als Joseph vorgestellt hatte wir suchen einen Trauring sagte Michael ah eine Hochzeit wie schön wir haben eine große Auswahl dachten sie an etwas bestimmtes brillanten sagte Michael schlicht brillanten der Juwelier wiederholte das Wort beinahe ehrfürchtig ein schönes Wort auf und nieder Michael stimmte in das Gelächter ein aber Jane lachte nicht lächelte nicht einmal kein Humor sie wusste dass Joseph das dachte wieso will dieser gut aussehende offensichtlich intelligente Mann diese humorlose langweilerin heiraten die matrosen blusen trägt und die edlen dinge des lebens nicht zu schätzen weiß dachten sie an einen solitär oder einen memory ring tja wir sind schon elf jahre verheiratet sagte Michael und der juwelier bezeigte nickend sein beileid da wäre ein memory ring wohl das richtige können sie uns etwas zeigen aber selbstverständlich Joseph sperrte die glasvitrine auf und präsentierte ihnen auf dem ladentisch eine auswahl brillant ringe möchten sie sich setzen fragte er und schnalzte mit den fingern laut nach seinem verkäufer der trug gehorsam einen stuhl herbei auf den sich jane sofort niederfallen ließ geht es ihrer frau nicht gut mr wittaker doktor wittaker meine frau war in den letzten tagen nicht ganz auf der höhe erklärte michael aber jetzt geht es ihr langsam besser tut mir leid dass sie krank war sagte joseph schön dass es ihr wieder besser geht fügte er hinzu sich plötzlich an jane wendend die über den ausdruck nicht auf der höhe nach dachte ihn sehr passend fand und überlegte woher er wohl kommen mochte wie gefallen dir die ringe jane sie zwang sich den hoffnungsvollen glanz auf dem schwarzen samt tablett zu betrachten sehr hübsch murmelte sie das will ich doch hoffen sagte joseph offensichtlich irritiert von ihrer lustlosigkeit das sind alles erstklassige steine wie wär's mit dem fragte michael er zog ein ring mit mittelgroßen rund geschliffenen diamanten heraus der gefällt mir sie haben einen guten blick bemerkte der juwelier das ist eines unserer schönsten stücke probier ihn an dringte michael ach nein michael vielleicht gefällt ihr dieser hier besser meinte joseph er hielt einen ring mit herzförmigen brillanten jane sagte gar nichts wozu auch sie bot michael lediglich die hand so dass er ihr den ring über den finger schieben konnte was spielte es schon für eine rolle welchen ring er aussuchte es war doch egal würde er ihr den ring mit ins grab geben er ist ein bisschen groß bemerkte michael während er den ring an ihrem finger auf und abschob das lässt sich leicht beheben wir werden mal sehen welche größe sie haben er nahm janes hand um maß zu nehmen fünfeinhalb rief er das ist sehr klein er musterte prüfend seinen bestand mir scheint da haben wir gar nichts da jedenfalls nicht mit brillanten in der größe die sie sich bisher angesehen haben wir haben etwas mit kleineren steinen ich hätte gern die größeren unterbrach michael wenn die qualität wirklich gut ist wir verkaufen nur steine von erster qualität dr whittaker tja ich denke wir nehmen einen von diesen beiden nicht wahr liebes michael hielt ihr die beiden ringe vors gesicht welcher gefällt ihr besser jane machte die augen zu und drehte den kopf weg vielleicht hätte ihre frau lieber einen anderen stein ich habe sehr schöne smaragde und rubine nein brillanten entgegnete michael ich denke wir nehmen die herzen aber in der richtigen größe das ist gleich zu machen wann können wir den ring haben sagen wir in einer woche in ordnung na was meinst du schatz ist dir das recht in einer woche ich muss an die frische luft flüsterte jane obwohl es in wahrheit in dem klimatisierten laden weit angenehmer war als draußen aber sie musste hinaus weg von diesen grau tapezierten wänden und schwarz gefließten böden weg von dem welligen blonden haar und der schildpad brille weg von den erstklassigen steinen die sie an glühwürmchen in einer streichholz schachtel erinnerten warte doch draußen auf der treppe auf mich schlug mich vor natürlich dachte jane er weiß dass ich viel zu schwach bin um davon zu laufen dann erledige ich das hier der verkäufer hilft ihnen sagte joseph und schon kam sein langhaariger junger mann um jane zur tür zu führen er wird sich um sie kümmern hörte jane den juwelier sagen als sie hinaus ging und ich brauche allerdings eine anzahlung kein problem hörte sie michael antworten dann fiel die tür hinter ihr zu sie hockte sich auf die oberste stufe und stützte den kopf in die hände der arme michael der arme liebe michael unermüdlich bemühte er sich sie aufzumuntern unermüdlich versuchte er alles wieder in ordnung zu bringen ging sogar so weit das geld das sie von ihrem gemeinsamen konto gestohlen hatte für einen brillant ring für sie auszugeben für einen memory ring wie passend brillant glitzernde erinnerungen für die frau ohne erinnerung nächste woche sollte der ring fertig sein aber da würde sie keine erinnerung mehr brauchen da würde sie schon selbst in die erinnerung eingegangen sein in memoriam Jane Whittaker sie blickte auf als sie spürte dass am Fuß der treppe jemand stand und sie anstarrte entschuldigen sie sagte die frau und stieg ein paar stufen höher ehe sie erneut stehen blieb sind sie nicht mrs whittaker emilies mutter bei dem namen schrie jane leise auf entschuldigen sie wiederholte die frau ich wollte sie nicht erschrecken sind sie mrs whittaker jane nickte stumm ich bin ann hallering gimblett sagte die frau und jane versuchte eine verbindung zu dem namen herzustellen sie erinnern sich wahrscheinlich nicht an mich aber unsere töchter waren in derselben klasse ich war auf dem ausflug mit als sie diesem unverschämten alten kerl ihre handtasche auf den kopf donnerten ich hatte immer vor sie anzurufen und ihnen zu sagen wie sehr ich ihre courage bewundere ich hatte damals ein ganz schlechtes mut etwas zu tun sie waren die einzige die sich das nicht gefallen ließ und dann dankten wir anderen ihnen nicht einmal ich wollte sie anrufen aber irgendwie kam mir immer was dazwischen sie kennen das ja sicher man nimmt sich etwas vor aber wenn man es nicht gleich tut wird nie mehr was daraus sie hielt inne als warte sie auf janes absolution aber Jane sagte nichts Halloran jimblatt dachte sie und darum fuhr die frau fort und streckte sich um Jane die schlaffe hand zu schütteln möchte ich ihnen wenigstens jetzt sagen dass ich sie großartig fand wenn so etwas noch einmal vorkommen sollte warte ich nicht wieder sechs monate ehe ich mich melde sie ließ janes hand los und stieg rückwärts die wenigen stufen zur Straße hinunter auf wiedersehen wer war das fragte er ach irgendeine frau mit einem komischen namen die meinte mich zu kennen antwortete Jane matt und kannte sie dich Jane zuckte nur mit den achseln michael half ihr auf und führte sie die treppe zur Straße hinunter eine bemerkung die die frau gemacht hatte geisterte durch ihren kopf aber sie wusste es würde sie ihre ganze konzentration kosten sich an das gespräch zu erinnern und sie war viel zu müde und was machte es schon für einen unterschied sie konzentrierte sich stattdessen darauf einen fuß vor den anderen zu setzen während der name der frau bei jedem schritt in ihrem kopf wiederhalte wie das rhythmische geräusch eines langsam fahrenden zugs ann hellerin jim wiederholte jane stumm und fragte sich wie leute zu solchen namen kamen jane fuhr aus einem traum hoch in dem sie emily durch ein endloses labyrinth grüner hecken nachgejagt war michael der neben ihr lag seufzte aber er erwachte nicht jane legte ihren kopf wieder auf das kissen und wartete auf die wiederkehr des schlafs das vertraute gefühl in weiche tiefen zu sinken plötzlich befand sie sich in einem großen kaufhaus emily war bei ihr zusammen gingen sie zu einer verkaufstheke jane trug eine wäschetüte aus plastik mit einem kleid das sie zurückgeben wollte dieses kleid hat flecken teilte sie der verkäuferin mit die eine rosa rote schleife im flammend roten haar trug blutflecken nehmen wir nicht zurück sagte die junge frau und rieb den blauen stoff zwischen den fingern außerdem haben sie das kleid schon vor sechs monaten gekauft aber es hat doch garantie auf lebenszeit es gibt überhaupt keine garantie jane sah sich suchend nach ihrer tochter um und entdeckte dass sie verschwunden war emily rief sie laut wo bist du und plötzlich stand sie vor einem offenen grab und starrte durch die dunkelheit zu emily hinunter das kind hockte angstgelähmt in der grube und vor ihm wiegten sich kobras mit hoch aufgerichteten vorderleibern und drohend entblößten giftzähnen als jane sah dass sie ihr kind angreifen wollten stürzte sie sich in die grube hinunter direkt auf die schlangen nein schrie sie so laut dass michael erwachte er nahm sie sofort in die arme und begann sie sachte zu wiegen es ist ja gut sagte er leise und beschwichtigend die sachte wiegebewegung mit der michael sie zu beruhigen suchte machte das bild der schlangen die sich in der grube gewiegt hat nur noch lebendiger möchtest du darüber sprechen jane schüttelte den kopf was gab es da groß zu sagen sie hatte ihre tochter verloren und in einem grab voller gift schlangen wieder gefunden aber das war nicht alles erkannte jane sie beugte sich vor und ich hole deine tabletten sagte michael er stand auf um ins bar zu gehen da war noch etwas gewesen aber was jane bemühte sich die traumbilder festzuhalten ehe sie verblassten im kaufhaus fing sie an dachte weiter zu dem gespräch mit der verkäuferin hörte wieder ihren protest dass das kleid schon vor sechs monaten gekauft worden sei sechs monate dachte jane was ist daran so in der newbury street ein ann hallorin jimblett sagte sie sich stumm vor ann hallorin jimblett hatte etwas von sechs monaten gesagt was war es gewesen hier nimm sie michael hielt ihr zwei kleine weiße tabletten hin die etwas anders geformt waren als das haldol das sie sonst immer bekam seit wann gaben sie ihr etwas anderes sie nahm ihm die tabletten ab und musterte den feinen glanz der umhüllung wenn nicht haldol was dann thoracin na und was spielt das schon für eine rolle fragte sie sich wie es ihr in letzter zeit zur gewohnheit geworden war mit der anderen hand nahm sie das glas das michael erreichte was hatte ann hallorin jimblett zu ihr gesagt sie hatte etwas von dem ausflug erzählt bei dem jane diesem rücksichtslosen man eins über gebraten wir aufstehen müssen sie brauchte mehr zeit wenn sie die tabletten nahm würde sie innerhalb von minuten wieder total weggetreten sein sie brauchte diese minuten aber um die sache durchzudenken ihr unterbewusstsein wollte ihr etwas mitteilen es hatte sich durch stumpfsinn und betäubung gekämpft und sich in ihre träume geschlichen weil es ihr etwas wichtiges mitzuteilen hatte und jetzt brauchte sie Zeit um herauszubekommen was das für eine Botschaft war jane legte die tabletten auf ihre zunge und hob das glas wasser zum mund doch als es sich ihren lippen näherte kippte sie es nach vorn sodass sich das wasser über ihr nachthemd ergoss sie spürte wie die klatschnasse baumwolle sich auf ihre brüste klebte herr gott jane pass doch auf was du tust während sie stumm die bescherung betrachtete die sie angerichtet hatte ich hole dir ein neues glas kaum war er weg spielte jane die beiden tabletten in ihre hand und schob sie unter die matratze das nächste mal warte ich nicht wieder sechs monate ehe ich mich melde sechs monate michael kehrte mit einem frischen glas wasser zurück jane führte es vorsichtig zum mund neigte nachtisch kroch wieder ins bett und schmiegte sich schützend an sie jane lag wach sie bemühte sich ruhig zu atmen was hatte es zu bedeuten was hatte ann halorin jimblatt gemeint als sie gesagt hatte das nächste mal würde sie nicht wieder sechs monate warten wenn seit ihrem letzten zusammentreffen nur sechs monate vergangen waren dann hatte der ausflug von dem sie gesprochen hatte im letzten schuljahr stattgefunden aber das war ausgeschlossen wenn emily vor mehr als einem jahr bei einem autounfall ums leben gekommen war es sei denn emily war gar nicht umgekommen es sei denn emily war noch am leben janes ganzer körper zuckte vor erregung sie fühlte wie michaels hände ihre taille fester umfassten wenn aber emily gar nicht umgekommen war wenn wenn emily am leben war so hieß das dass alles was michael ihr erzählt hatte gelogen war es gab nur ein mittel die wahrheit herauszufinden michael flüsterte sie und entwand sich seiner umarmung wenn wir aufstehen möchte ich auf den friedhof fahren der friedhof war nicht weit in jenem teil newtons gelegen der oak hill hieß michael hatte protestiert er sehe keinen sinn darin auf den friedhof zu gehen das würde sie zweifellos nur noch mehr aus dem gleich gewicht bringen aber sie war hart geblieben und schließlich hatte er nachgegeben na wenn schon hatte seine mine gesagt es spielt im grunde keine rolle doch hatte sie stumm entgegnet es spielt eine große rolle es spielt eine entscheidende rolle der besuch auf dem friedhof wird darüber entscheiden ob ich mich lebendig begraben michael steuerte den wagen durch das offene tor des mount pleasant friedhofs und hielt auf dem kleinen gekiesten parkplatz an er schaltete den motor aus und blieb einen moment reglos sitzen jane die spürte dass er sie forschend ansah senkte den kopf und täuschte müdigkeit vor keinesfalls durfte sie jetzt seinen verdacht erregen aber sie war im übrigen tatsächlich müde und hätte mühelos auf der stelle einschlafen können bist du sicher dass du dir das antun willst fragte er ich muss es tun antwortete sie wahrheitsgemäß okay wenn es dir zu viel wird dann sag es mir dann kehren wir sofort wieder um er öffnete seine tür und stieg aus dann kam er um den wagen herum um ihr heraus zu helfen und führte sie seinen Schritt ihrem schleppenden angleichend auf niederringen zum wagen zurück zu laufen michael erfüllte bereitwillig ihren wunsch er hatte offensichtlich nichts zu verbergen worin also lag der zweck dieser übung ann hallorin jimblett legte eben ihre worte nicht auf die goldwaage das war alles sechs monate das war schlicht und einfach eine redewendung ebenso gut hätte sie sechs jahre sagen können es ist in der richtung sagte michael und wies über die geordneten reihen von grabsteinen hinweg vor denen in halbmondförmigen beeten bunte sommerblumen blühten vor einem grabstein aus rotem granit blieb michael stehen hier ist es jane hielt unwillkürlich den atem an evelyn lawrence lautete die inschrift geboren am 16 märz 1926 gestorben am 12 juni 1989 ihre mutter war also wirklich tot sie kniete nieder und strich mit den fingern über den gemeißelten stein gestorben mit 63 jahren langsam zeichnete sie die tief eingegrabenen buchstaben nach sie schloss die augen und lehnte den kopf an den stein der trotz der morgendlichen hitze kühl war und wünschte sich ihre mutter würde aus der tiefe des grabes die arme empor strecken und sie zu sich hinunter ziehen sie trösten und beruhigen jane riss die augen auf und starrte die buchstaben an um sich zu vergewissern dass sie richtig gelesen hatte es war nicht der 12 juni gewesen der todestag ihrer mutter an dem sie sich erinnerungslos mitten in boston wiedergefunden hatte es war der 18 gewesen fast genau eine woche später was hatte das zu bedeuten michel hatte ihr erzählt sie wäre nicht davon abzubringen gewesen das grab ihrer mutter genau am ersten todestag zu besuchen sie wäre nicht einmal bereit gewesen bis zum wochenende zu warten obwohl er sie da hätte begleiten können das konnte nur bedeuten dass sie entweder eine ganze woche früher verschwunden war als michel behauptete oder dass er den tragischen tod ihrer mutter einfach als fruchtbare grundlage für all seine anderen lügen ausgenutzt hatte beklommen drehte Jane den kopf nach dem grab zu ihrer rechten und atmete auf als sie den fremden namen las karen landella wo liegt emily fragte sie kaum fähig zu sprechen michael schwieg er half ihr auf wandte sich dann ab und schritt rasch zwischen den reihen schweigender gräber hindurch Jane folgte ihm widerstrebend wagte nicht nach rechts oder links zu sehen voller Angst sie könnte auf einem dieser kalten stummen steine den namen ihrer tochter entdecken war es möglich dass ihre finsteren vermutungen nur wahnvorstellungen waren dass emily wirklich hier auf diesem friedhof lag michael rief sie sie blieb stehen und lehnte sich mit zitternden knien an ein hohes graues grabmal ihr blick vollendete die frage wo liegt sie wie weit müssen wir noch gehen emily ist hier nicht begraben sagte er nach einer langen pause jane musste sich mit beiden händen an dem grabmal festhalten sie ist nicht hier sie wurde eingeäschert eingeäschert du konntest die vorstellung sie in die erde zu legen nicht ertragen erklärte er seine stimme brach und er konnte sekundenlang nicht weitersprechen du wolltest auf keinen fall eine erdbestattung deshalb ließen wir sie ein äschern und verstreuten ihre asche im hafen von woods hole woods hole da steht das sommerhaus meiner eltern er blickte in die sonne dann hinunter zu seinen füßen emily hat die gegend dort geliebt jane leistete keinen widerstand als michael sie in die armen nahm sie fühlte den ruhigen schlag seines herzens und fragte sich ob er spürte wie erregt dass ihre klopfte sagte er die wahrheit konnte ein mensch so leicht so skrupellos lügen konnte er sich so gut verstellen was war das für ein ungeheuer von dem sie sich da in den armen halten ließ es überlief sie eiskalt du solltest dich jetzt ein weilchen hinlegen meinte er als er ihr die treppe hinauf half ist es schon Zeit für meine Tabletten fragte Jane sie setzte sich auf der Bettkante nieder Michael sah auf die Uhr noch eine halbe Stunde warum ich würde sie gern jetzt schon nehmen mir ist hunde elend und ich habe das Gefühl dass ich sonst nicht schlafen kann er neigte sich zu ihr hinunter und küsste sie auf die Stirn eine halbe Stunde hin oder her das spielt sicher keine Rolle er zog sich das von sein Arbeitszimmer in den Wäschekorb Jane blickte ihm nach dann begann sie zu überlegen sie brauchte einen Plan und sie musste schnell handeln sie hatte nicht viel Zeit denk nach befall sie ihrem wirren Hirn was willst du tun sie hörte wie Michael drüben in seiner Arztasche kramte als erstes musste sie sich mit Ann Halloran Jimblatt in Verbindung setzen das war klar sie sah hatte Michael sich sicher genug gefühlt es wieder an seinen Platz zu stellen und sie musste darauf achten dass er sich auch weiterhin sicher fühlte sie durfte nichts tun was seinen Verdacht erregen könnte der Besuch auf dem Friedhof war riskant genug gewesen aber sie hatte ihre Rolle auf der Heimfahrt gut gespielt sie hatte so getan als wäre ihr die Diskrepanz der Daten überhaupt nicht aufgefallen hatte nur schreckliche Schicksal ihrer Tochter beklagt an den richtigen Stellen geweint sich mit Selbstvorwürfen überschüttet ihn immer wieder um Verzeihung gebeten dass sie sein Leben ruiniert hatte sie hatte ihn so richtig in seiner Lieblingsrolle als verständnisvoller heiliger glänzen lassen sie sah Michael aus dem Arbeitszimmer treten und durch den Flur auf sie zukommen sein Oberkörper nackt die Schultern leicht nach vorn gekrümmt konnte dieser gut aussehende Mann dieser allseits geschätzte Arzt wirklich so teuflisch sein ihr sowohl die Tochter als auch den Verstand rauben zu wollen warum was wusste sie das so gefährlich war verdammt noch mal was hatte sie herausbekommen nur um es sofort wieder zu verdrängen hier sagte er als er ins Zimmer kam und an das Bett trat sie nahm die Tabletten entgegen und schob sie in den Mund während er ins Bad ging sobald er draußen war spiel sie die Tabletten in ihre Hand und schob sie in die Brusttasche des weißen T-Shirts das sie anhatte das ganze Zimmer drehte sich um sie es dauerte Sekunden ehe sie aus dem Bad das Rauschen der Dusche hörte jetzt sie griff zum Telefon und wählte hastig die Nummer der Auskunft welchen Ort wünschten sie Newton flüsterte Jane und lauschte dabei dem Rauschen der Dusche erst würde sie es in Newton versuchen wenn Ann Halloraine Jimblets Tochter die Arlington Private School besuchte war anzunehmen dass die Familie in der näheren Umgebung wohnte der Name bitte Halloraine Jimblet Jane sprach den Namen deutlich aus und buchstabierte ihn dann während ihr Ohr sich auf das Geräusch der Dusche konzentrierte Ich habe die Nummer die sie suchen sagte die Telefonistin und schon schaltete sich die Automatenstimme ein Ihre Nummer ist 555 6 117 teilte ihr der Automat gleichgültig mit und wiederholte die Information während sie sich die Nummer einprägte Sie hörte das Läuten des Telefons und drückte den Hörer fest ans Ohr überzeugt dass Michael das Signal trotz des Wasserrauschens hören konnte Bitte geh ran flüsterte sie in die Sprechmuschel Bitte melde dich schnell Es läutete zum achten und zum neunten Mal Beim zehnten Mal gab Jane sich geschlagen und legte auf Sie würde es später noch einmal versuchen müssen Aber dann sprang sie hoch und packte den Hörer noch einmal mit solcher Hast dass sie beinahe den ganzen Apparat vom Jimblatt sie buchstabierte Können Sie mir sagen ob die richtige Adresse Forest Street 15 ist Ich habe niemanden mit diesem Namen in der Forest Street antwortete die Telefonistin wie Jane bereits vorher gewusst hatte In der Forest Street 15 wohnten Michael und Jane Whittaker Ich habe nur einen Jimblatt in der Roundwood Street 112 Richtig das ist es Danke Ihre Hand lag noch am Telefon als sie merkte dass im Bad das Wasser nicht mehr lief wie lange schon nicht mehr hatte Michael sie vielleicht am Telefon gehört hatte er mit gehört was sie gesagt hatte sie riss die Hand vom Apparat als wäre er kochend heiß hastig kroch sie unter die Decke schloss die Augen und im selben Moment öffnete sich die Badezimmertür und Michael trat ins Schlafzimmer sie hörte wie er zum Bett kam er beugte sich über sie und strich ihr eine Haarsträhne aus der Stirn schlaf schön liebes sagte er Jane lag die ganze Nacht wach und zählte die Stunden bis zum Morgen als Michael um halb sieben aufstand stellte sie sich schlafend und überlegte ob sie noch einmal versuchen sollte Anne Hallorin Jimblatt anzurufen während er duschte doch sie verwarf den Gedanken das wäre ein unnötiges Risiko gewesen sie hatte ja jetzt die Adresse wenn Michael aus dem Haus war würde sie Paulas wachsamem Auge irgendwie entwischen und sehen dass sie in die Roundwood Street kam Jane sagte Michael und sie wurde sich mit einer Mischung aus Erschrecken und Bestürzung bewusst dass sie eingenickt sein musste ich fahre jetzt in die Klinik Paula ist unten sie bringt dir gleich das Frühstück und deine Tabletten sie nickte stumm und öffnete die Augen nur einen winzigen Spalt ich operiere heute den ganzen Tag sagte er zu ihr aber ich habe für uns einen Termin bei einem Dr. Louis Gurney beim Edward Gurney Institut vereinbart wir müssen um halb sechs dort sein Jane hörst du mich sie murmelte etwas unverständliches ihr Herz raste das Edward Gurney Institut war eine private psychiatrische Klinik das wusste sie irgendwo weit draußen ich habe Paula gebeten dir zu helfen ein paar Sachen zu packen falls Dr. Gurney dich ein paar Tage dabehalten möchte Jane hörst du mich ich soll packen nuschelte sie ohne den Kopf vom Kissen zu heben nein Paula packt für dich du brauchst ihr nur zu sagen was du mitnehmen möchtest er beugte sich über sie und küsste sie auf die Wange ich werde nicht zu viel sagte Jane und sah ihm nach als er zur Tür ging mein lieber Freund dachte sie dieses Spiel können auch zwei spielen ich liebe dich rief sie ihm mit schwacher Stimme nach Michael drehte sich um kam zum Bett zurück und drückte sein Gesicht in ihr Haar ich liebe dich auch sagte er und Jane fühlte seine Tränen an ihrer Wange ich habe dich immer geliebt dann war er fort und Paula trat zu ihr ans Bett möchten sie jetzt ihr Frühstück haben Jane setzt sich im Bett auf was für eine Rolle spielte diese strenge junge Frau in der ganzen Geschichte war sie ahnungslose Einfalt oder willige Komplizin Jane entschied sich für die ahnungslose Einfalt sie spürte dass Paula blind glaubte was immer Michael ihr weismachte und alles tat was er von ihr verlangte oh ja wenn Michael das Wort ergriff hörten alle zu und alle glaubten ihm er war schließlich der Mann sie nur das kleine Frauchen ich bin nicht besonders hungrig sagte Jane zu Paula ich möchte nur Kaffee Michael hat gesagt heute keinen Kaffee warum nicht er sagte Orangensaft sei besser für sie Saft sagte Jane in Gedanken bereits bei anderen Dingen ach Paula könnten sie mir wohl aus dem anderen Zimmer einen Stuhl mit einer geraden Lehne holen mein Rücken bringt mich noch um aber sicher Paula machte auf dem Absatz kehrt und ging hinaus Jane schwang die Beine aus dem Bett stellte fest dass sie ein altes Hemd von Michael an hatte erinnerte sich verschwommen dass Michael es ja irgendwann in der Nacht übergezogen hatte es machte ihr Angst dass die Wirkung der Tabletten obwohl sie seit 24 Stunden keine mehr genommen hatte offenkundig immer noch anhielt sie musste ständig gegen die Lethargie kämpfen die sie zu überwältigen drohte um nicht im nächsten Moment einzuschlafen bitte lass mich wach bleiben bitte gib dass ich halbwegs bei Sinn und Verstand hier rauskomme und es zu Anne Hallorin Jimblatt schaffe Paula kam mit einem hochlienigen Stuhl aus dem Gästezimmer zurück wo soll ich ihn hinstellen gleich hier sagte Jane und Paula stellte den Stuhl vor den Spiegelschränken ab ehe sie nach unten lief um Jane den Orangensaft zu holen als sie zurückkehrte saß Jane kerzengerade auf dem hochlienigen Stuhl hier Paula reichte Jane den Orangensaft und drei kleine weiße Tabletten gleich drei das hat Michael gesagt ja Jane legte die drei Tabletten auf ihre Zungenspitze und wartete bis Paula gehen würde doch das tat sie nicht Michael hat gesagt ich soll aufpassen dass sie sie auch wirklich nehmen Jane spürte wie sich die Tabletten auf ihrer Zunge aufzulösen begann hatte Michael Verdacht geschöpft oder wollte er nur ganz auf Nummer sicher gehen verstohlen schob sie die Tabletten in eine Backentasche und hob das Glas mit dem Saft zum Mund nein nein sagte Paula legte Jane die Hand um den Mund und drückte ihr die Kiefer auseinander um nachzusehen ob sie die Tabletten geschluckt hatte schlucken sie die Tabletten Jane keine Dummheiten Jane hatte keine Wahl sie schluckte die Tabletten danach sah Paula ihr nochmals in den Mund gut bestenfalls blieben ihr noch ein paar Minuten geistiger Klarheit sie musste aus dem Haus sie musste diese Tabletten irgendwie loswerden ehe sie zu wirken begann mir ist schlecht schrie sie so jämmerlich dass Paula sofort zu ihr kam müssen sie sich übergeben fragte Paula während sie Jane aufhalf und sie zum Badezimmer führte oh mein Gott was ist das nur rief Jane sie müssen mir helfen sie müssen mir helfen lassen sie mich nicht allein ich bin ja da Jane wartete bis Paula sich neben ihr über die Toilette beugte ehe sie sich mit einem Ruck aufrichtete und Paula gegen die Badewanne stieß Paula stolperte verlor das Gleichgewicht und fiel rückwärts in die Wanne verdammt schimpfte sie laut aber da rannte Jane schon aus dem Bad knallte die Tür hinter sich zu und packte den hochlänigen Stuhl den sie sich extra zu diesem Zweck hatte bringen lassen sie schob ihn genau unter die Türklinke was zum Teufel tun sie da Paula trommelte wütend gegen die Tür das ist doch verrückt Jane wo wollen sie denn hin von Paulas Protesten gefolgt rannte Jane durch den Flur zur Gästetoilette sie stürzte zum Klosett beugte sich tief über die Schüssel und steckte sich die Finger in den Hals sie wirkte ihr körper krümmte sich in Krämpfen die Augen tränten und die Kehle brannte vom sauren Geschmack frisch gepressten Orangensaft hatte sie es geschafft die Tabletten auszuspeien sie war nicht sicher sie musste schnell machen sie rannte ins Schlafzimmer zurück und schlüpfte ohne Paulas lautstarke Forderung nach Freilassung zu beachten in eine dunkelgrüne Hose dann hetzte sie aus dem Zimmer jagte die Treppe hinunter in die Küche und suchte Paulas Handtasche sie fand sich schließlich im Garderobenschrank im Flur sie öffnete sie und nahm sich die Schlüssel zu Paulas Wagen dann stopfte sie die wenigen Scheine die Paulas Geldbörse enthielt in eine der Hosentaschen und lief hinaus zu dem rostigen alten Buick der in der Einfahrt stand der Wagen war nicht abgeschlossen Jane rutschte hinter das Steuer und schlug sich das Knie am Armaturenbrett an als sie den Zündschlüssel einsteckte mit einem Aufatmen der Erleichterung hörte sie den Motor anspringen steuerte den Wagen rückwärts zur Straße hinaus bog auf gut Glück nach rechts ab und kramte dann als sie zum ersten Stopplicht kam im Handschuhfach nach einem Stadtplan der Plan war genau wie das Auto nur noch ein Wrack er war verdreckt an vielen Stellen zerrissen und eines seiner Teilstücke fehlte ganz doch die Liste mit den Straßennamen war vollständig der Wagen bockte hustete und blieb stehen nein schrie sie ließ den Motor von neuem anhörte ihn wieder brummen danke flüsterte sie die dem Plan folgend fand Jane sie ohne große Mühe atmete aber dennoch auf als sie endlich das Straßenschild mit der Aufschrift Roundwood Street erblickte langsam tuckerte sie die Straße entlang und hielt nach der richtigen Nummer Ausschau da ist es rief sie laut und trat viel zu hart auf die Bremse der Wagen hielt mit einem Ruck an stieß einen letzten Säufzer aus und gab seinen Geist auf auch recht murmelte Jane sie machte sich nicht die Mühe den Motor nochmals anzulassen um den Wagen näher an den Bordstein heranzufahren sondern ließ das Fahrzeug einfach stehen Anne Hallorin Jim blatt bitte sei zu Hause stolpernd rannte sie den Garten weg zu dem großen weißen Haus hinauf das dem ihren nicht unähnlich war und lehnte sich an die Tür um einen Moment zu verschnaufen und ihre Kräfte zu sammeln Minuten vergingen ehe ihr ein fiel dass sie vergessen hatte zu läuten sie holte es nach läutete sturm und schlug gleichzeitig mit der Faust gegen die Tür augenblick rief von drinnen eine Frau ich komme die weiß gestrichene Tür wurde einen Spalt aufgezogen Anne Hallorin Jim blatt späte heraus ja ich bin's Jane Whittaker kann ich einen Moment hereinkommen mein Gott ich habe sie gar nicht erkannt rief Anne Hallorin Jim blatt sie zog die Tür ein Stück weiter auf trat zurück und bedeutete Jane einzutreten ich hatte es heute morgen sehr eilig sagte Jane der plötzlich einfiel dass sie in Michaels altem Hemd und der dunkelgrünen Hose ungewaschen und mit schlafwirrem Haar wie eine Pennerin aussehen musste ich sehe wahrscheinlich fürchterlich aus möchten sie eine tasse kaffee ich glaube es ist noch welcher da oh ja sehr gern Jane folgte der Frau die sehr adrett gekleidet und tadellos geschminkt war in die rot weiße Küche es war offensichtlich dass dieser unerwartete Besuch sie verwunderte vielleicht sogar ein wenig beunruhigte wie trinken sie ihn schwarz koffein pur Anne Hallorin Jim blatt lächelte schenkte Jane eine große tasse ein und bat sie sich zu setzen Jane zog einen der Stühle am Küchentisch heraus setzte sich und spülte den Kaffee mit einem Zug hinunter Jane ich darf sie doch Jane nennen ist sie nicht gut was soll ich ihr sagen fragte sich Jane dass ich keine Ahnung habe wer ich bin dass mein Mann mich belogen mich mit Drogen vollgepumpt hat dass ich wegen einer unbedachten Bemerkung hergekommen bin die sie auf der Treppe eines Juwelierladens gemacht hat dass ich wissen muss ob meine Tochter am Leben ist und dass sie die einzige ist bei der ich darauf vertrauen kann dass sie mir die Wahrheit sagt haben sie vielleicht noch einen Schluck Kaffee für mich fragte Jane verlegen und Anne Hallorin Jim blätt goss ihr den letzten Rest des Frühstücks Kaffees in die Tasse Jane sah wie sie die Stirn runzelte sie müssen entschuldigen sagte die Frau schließlich sie halten mich hoffentlich nicht für unhöflich aber vielleicht können sie mir sagen warum sie hergekommen sind ich wollte mich entschuldigen sagte Jane rasch die beschlossen hatte vorläufig lieber doch nicht den wahren Grund ihres Besuchs zu nennen dafür dass ich neulich so abweisend war sie war nicht abweisend doch und es tut mir leid es geht mir in letzter Zeit nicht sehr gut ach das tut mir leid es ist irgendein komischer Virus nichts ansteckendes versicherte Jane schnell zurzeit fliegen alle möglichen komischen Viren herum bemerkte Anne und Jane nickte mit Nachdruck aber sie brauchten sich doch krank sind im Moment geht es mir ganz gut Jane sah sich in der blitzblanken Küche um und gab sich Mühe einen gesunden Eindruck zu machen wo ist denn ihre Tochter erkundigte sie sich bemüht beiläufig ich habe zwei Töchter klärte Anne sie auf sie sind tagsüber im Ferienlager der Bus hat sie abgeholt kurz bevor sie kam nach Bayview Glen kennen sie es Jane namens geriet Jane aus der Fassung sie ist bei ihren Großeltern die haben ein Sommerhäuschen auf dem Land stammelte sie und fragte sich ob das wahr sei wir hatten auch ein Sommerhaus als ich klein war ich habe es geliebt da habe ich immer Kaulquappen und Ringelnattern gefangen Anne lachte ich mache sie nervös dachte Jane die Frau stand auf es tut mir wirklich leid aber ich habe nicht viel Zeit ich habe in einer halben Stunde einen Termin sagte sie offensichtlich eine lüge dachte Jane und sagte ich weiß ich hätte vorher anrufen sollen aber ich war zufällig in der Gegend und dachte ich probiere es einfach mal sie waren aber früh auf den Beinen Anne warf einen Blick auf ihre Uhr Jane sah zur Uhr am Küchenherd hinüber es war gerade halb neun kein Wunder dass die Frau nervös ist dachte sie ich wollte an die frische Luft erklärte Jane sie stand auf und ging mit unsicheren Beinen zu einem Korkbrett an der Wand an dem mehrere Fotos zweier sehr blonder kleiner Mädchen hingen die beiden sahen sich zum verwechseln ähnlich wenn auch die eine etwas größer war als die andere sie könnten Zwillinge sein bemerkte Jane das sagt jeder sehr zu Melanies Ärger sie weist dann jedes Mal mit Nachdruck darauf hin dass sie drei Jahre älter ist als Shannon und ungefähr zehn Zentimeter größer Shannon war also die jüngere von beiden sicher war sie es die mit Emily in eine Klasse gegangen war geht Shannon gern zur Schule ach sie macht sie ist ein richtiges Heimchen und Emily sie geht gern zur Schule antwortete Jane mit klopfendem Herzen war es möglich dass Anne Hallorin Jimblatt einfach nichts von Emilys Tod gehört hatte waren sie in letzter Zeit mal wieder auf einem Ausflug mit der Klasse ich war bei einer Besichtigung der Feuerwehr dabei verlegen spielte sie mit den Händen es tut mir leid aber ich muss was sollte sie tun oder sagen sie musste mit Sicherheit wissen ob Shannon und Emily auch dieses Jahr zusammen in der Schule gewesen waren ob der Ausflug nach Boston an dem sie selbst teilgenommen hatte wirklich erst vor sechs Monaten stattgefunden hatte und nicht schon im vergangenen Jahr sie musste mit Sicherheit wissen ob Emily noch am Leben war glauben sie die Mädchen kommen im nächsten Jahr auch wieder in eine Klasse fragte sie und spähte ins Wohnzimmer hinein naja sie sind doch seit der Vorschule in einer Gruppe antwortete Anne sie öffnete die Haustür da werden sie sie jetzt sicher nicht auseinander reißen Jane ignorierte die geöffnete Haustür und ging schnurstracks ins Wohnzimmer den Familienfotos auf dem Kaminsims schenkte sie keine Beachtung sondern konzentrierte sich nur auf die vertrauten Klassenfotos die auf dem Klavier standen unglaublich wie schnell sie wachsen nicht war bemerkte Anne die hinter sie getreten war und ihr über die Schulter sah Jane musterte die Klassenfotos entdeckte ohne Mühe ihre Tochter Kindergarten Vorschule erste Grundschulklasse das vierte Foto das auf dem Klavier stand kannte sie noch nicht das ist mir das liebste sagte Anne und nahm die Aufnahme aus der zweiten Klasse vom Klavier all diese strahlenden Gesichter und die herrlichen Zahnlücken Jane riss der Frau das Foto aus der Hand was ist denn rief Anne erschrocken und pikiert aber Jane achtete gar nicht auf sie ihr Blick flog über die Gesichter der Kinder bis sie ihre Tochter gefunden hatte die wie auf den anderen Bildern in der letzten Reihe stand die Schultern leicht nach vorn gekrümmt wie Sie lebt Mrs. Whitaker sagte Anne und benutzte sicherheitshalber die förmliche Anrede soll ich ihren Mann anrufen mein Mann Jane starrte sie an nein nein auf keinen Fall rufen sie bitte nicht meinen Mann an Anne legte ihr beruhigend die Hand auf den Arm okay okay ich rufe ihn nicht an aber ich mache mir Sorgen ich verstehe immer noch nicht warum sie hierher gekommen sind aber Jane konnte kaum sprechen jetzt ist alles gut Emily lebt mein Kind lebt aber natürlich lebt sie sie lebt ich habe sie nicht umgebracht umgebracht Mrs. Whitaker ich glaube es ist doch besser wenn ich ihren Mann anrufe er hat mir gesagt sie wäre bei einem Autounfall ums Leben gekommen ich hätte den Wagen gefahren und sie wäre in meinen Armen gestorben was wann großer Gott wann ist das sie stocherte mit dem Finger auf dem Foto herum sie war bei Shannon in der Klasse ja sie lebt sagte Anne und Jane fiel eine merkwürdige Nachsicht im Ton der Frau auf als wäre sie zu dem Schluss gekommen dass Janes Gestammel ohnehin nicht zu verstehen war und es daher sinnlos war es zu versuchen sie lebt und sie ist ein entzückendes Mädchen sehr groß sie ist in den Was haben sie gesagt fragte Jane dann Anne Halloran Jimblatt sprach so leise dass ihre Worte kaum zu hören waren ich sagte sie wird ihrer Lehrerin bald über den Kopf wachsen die Lehrerin heißt Rutherford ein Unterton der Beunruhigung schlicht sich wieder in Stimme wussten sie das nicht Pat Rutherford ja ich glaube ich war mit Emilies Lehrerin verabredet flüsterte Jane erstaunt ja natürlich am Ende des Schuljahres gibt es immer noch mal einen Eltern Sprechtag ich hatte kein Verhältnis mit Pat Rutherford wie bitte ich muss unbedingt telefonieren Jane drängte sich an der Frau vorbei und lief in die Küche sie riss den Telefonhörer von der Wand Anne war ihr gefolgt hielt jedoch einen Sicherheits Abstand Jane sah die Furcht in ihren Augen und wünschte sie könnte ihr ein Wort der Beruhigung sagen aber sie wusste ganz gleich was sie sagte sie würde es nur schlimmer machen ich muss unbedingt mit Pat Rutherford sprechen haben haben sie ihre Privatnummer Anne schüttelte den Kopf und die Schule ist während der Sommerferien geschlossen fügte sie hinzu Janes nächste Frage vorweg nehmend Jane drückte den Telefonhörer fest an die Brust Pat Rutherford Zimmer 31 12 30 sie sah den Zettel vor sich Pat Rutherford wiederholte sie lautlos Emilys Lehrerin kein Mann mit dem sie eine schmutzige kleine Affäre gehabt hatte hatte sie überhaupt Affären gehabt hastig tippte sie 411 verlangte Boston auf die obligatorische Frage nach dem Ort und sagte die Nummer von Daniel Bishop bitte sie schrieb Daniels Privatnummer und die Praxis Nummer auf einen rosa roten Zettel sah auf die Uhr am Herd und beschloss es zuerst bei Daniel zu Hause zu versuchen sie haben doch nichts dagegen fragte sie Anne die wie zur Flucht bereit an der Tür gerade als Jane auflegen wollte ja kein hallo ein einfaches ja als hätte er sie erwartet als befänden sie sich bereits mitten im Gespräch Daniel ja ein etwas ungeduldiger Unterton als hätte sie ihn bei einer wichtigen Tätigkeit gestört hier ist Jane Whitaker ach Jane entschuldige ich habe deine Stimme nicht erkannt ich war gerade auf dem Weg in die Praxis was gibt's denn ist was älteren Daniel unterbrach sie ihn und hielt inne aber zum Teufel es gab keine Möglichkeit die Frage diskret zu stellen Daniel hatten wir ein Verhältnis miteinander Jane hörte wie die Frau an der Tür nach Luft schnappte und stellte sich vor dass Anne Hallorin Jimblett ein genauso fassungsloses Gesicht machte wie Daniel was in Daniels Stimme klang ein Lachen es ist mir ernst Daniel hatten wir ein Verhältnis ein Moment blieb es still was soll das Jane hört Carol am Nebenapparat mit nein ich bin allein Daniel und ich muss es wissen das verstehe ich nicht wovon redest du ich kann dir jetzt nicht die ganze Geschichte in allen Einzelheiten erzählen ich erkläre dir das alles später jetzt brauche ich ein einfaches ja oder nein also hatten wir ein Verhältnis miteinander aber nein natürlich nicht Jane drückte die Augen zu und hielt den Telefonhörer beinahe zärtlich fest Danny weißt du wo Emily ist Emily nein warum Michael hält sie vor mir versteckt was bitte sag jetzt nichts dir erscheint das alles sicher völlig unsinnig aber ich habe jetzt keine Zeit für Erklärung ich muss Emily finden aber Jane wenn etwas schief geht wenn sie mich erwischen ehe ich Emily gefunden habe und sie mich in eine Anstalt stecken dann musst du wissen dass ich nicht verrückt bin Daniel dann versuch bitte mir zu helfen ich bin nicht verrückt das weißt du Jane Jane legte auf ohne ein weiteres Wort eilte sie aus der Küche und durch die noch immer offene Haustür in den Garten hinaus sie hörte wie die Tür hinter ihr geschlossen wurde und aber wo in einem Ferienlager im Sommerhaus seiner Eltern bei Freunden wo und warum warum um Gottes Willen an wen konnte sie sich wenden wen konnte sie fragen sie hatte Freunde die Tenenbaums Diane Lorraine Appleby Eve und Ross McDermott und andere sie wusste ihren Namen aber weder ihre Telefonnummern noch ihre Adressen sie herauszufinden war zu umständlich so viel Zeit hatte sie nicht Paula würde es früher oder später schaffen aus dem Badezimmer heraus zu kommen sie würde Michael informieren und er würde dafür sorgen dass Emily für sie unauffindbar blieb es gab nur eine Person die ihr vielleicht sagen konnte wo Emily versteckt war das wurde ihr klar während sie mit dem widerspenstigen Motor kämpfte der nicht anspringen wollte und diese Person hasste Jane wie die Pest weil sie überzeugt war die murmelte Jane mit zusammen gebissenen Zähnen und drehte wieder den Zündschlüssel ich finde dich sagte sie entschlossen als der Motor endlich ansprang und sie aufs Gas trat Pollas Wagen blieb ihr einmal vor einem Stopplicht stehen und ein zweites Mal vor einer roten Ampel ehe er in der Mitte der Glenmore Terrace noch ein ganzes Stück von der Forest Street entfernt endgültig den Dienst verweigerte nein bitte nicht jetzt lass mich jetzt nicht im Stich ich brauche dich doch du musst mir helfen mein Kind zu finden aber das Auto reagierte nicht auf ihre flehentlichen bitten sie drehte immer wieder den Zündschlüssel und trat aufs Gas bis es anfing durchdringend nach Benzin zu riechen und ihr klar war dass der Motor endgültig abgesoffen war und nun überhaupt nicht mehr anspringen würde ach verdammtes Ding sie schlug mit der Faust auf das Lenkrad dann sprang sie aus dem Wagen und ließ ihn einfach stehen wo er stand ein Autofahrer hinter ihr hupte wütend aber Jane lief weiter ohne auch nur den Kopf zu drehen sie bog in die Forest Street ein sie konnte sich zwischen den Häusern hindurch schleichen überlegte sie und auf diese Weise in den Garten hinter Carols Haus gelang ohne gesehen zu werden ihr wurde plötzlich übel an den dicken Stamm einer alten Trauerweide gestützt übergab sie sich und spie den Kaffee wieder aus den sie bei Anne Hallorin Jimblatt in sich hineingeschüttet hatte ihre Beine wurden zu Gummi und sie glitt am Stamm des Baumes hinunter ins Gras nein nein nicht jetzt ich darf jetzt nicht zusammenbrechen ich bin doch schon so nahe dran so nahe dran mein Kind wieder zu finden und die Wahrheit aufzudecken ich darf jetzt nicht zusammenbrechen mit neuer Willenskraft rappelte sich Jane in die Höhe sie achtete nicht auf die Magenkrämpfe das Kribbeln in Armen und Beinen die Taubheit die ihren Nacken hinauf kroch wenn hier jemand aus dem Fenster schaute dachte sie hält er mich wahrscheinlich für betrunken der arme Dr. Whitaker sie hörte förmlich das bedauernde Zungenschnalzen so ein Kreuz mit dieser Frau beobachtete sie jemand sie hielt nach einem neugierigen Gesicht hinter vorsichtig geteilten Vorhängen Ausschau aber sie sah niemanden spürte keine fremden Blicke auf sich gerichtet ich bin unsichtbar stellte sie fest und klammerte sich an Kinderfantasien um sich können auch sie mich nicht sehen wiederholte sie immer wieder während sie sich Carols Haus näherte sie duckte sich hinter ein schwarzes Auto das auf der Straße stand für den Fall dass sie doch nicht unsichtbar sein sollte ihr eigenes Haus wirkte still die Haustür war geschlossen an keinem der Fenster bewegte sich etwas in der Einfahrt stand kein Auto alles sah friedlich ja fast freundlich als sie die Garage erreichte rannte sie geduckt nach hinten in Carols Garten ihr Herz raste ihr Magen flatterte wie ein wild gewordener Schmetterling sie drückte sich an die Hauswand den Rücken an die Holzleisten gepresst und ließ sich schließlich neben einem Spalier voll Pfirsichfarbener Rosen zu Boden fallen wer sind sie und was tun sie in meinem Garten die Stimme war scharf und durchdringend Jane blickte auf Carols Vater stand vor ihr seine bleichen dünnen Beine sahen unter rosa roten Bermuda Shorts hervor die wahrscheinlich einmal Carol gehört hatten ich bin's Jane Whittaker flüsterte sie und wurde sich bewusst dass sie seinen Namen gar nicht kannte ihre Nachbarin was tun sie da in meinen Rosen Büschen Jane schob sich an dem Spalier hoch bis sie beinahe aufrecht stand ich bin Fred Cobb sagte der alte Mann als wären sie gerade dabei sich miteinander bekannt zu machen wollen sie mir was verkaufen Jane sah sich prüfend um um festzustellen ob sie beobachtet wurden nein Mr. Cobb sagte sie dann ich will ihnen nichts verkaufen ich möchte gern mit Carol sprechen worüber über meine Tochter Emily kenne ich im Haar kenne ich nicht wiederholte er und Jane fragte sich weshalb sie ihre kostbare Zeit mit ihm vergeudete dann wissen sie wohl auch nicht zufällig wo sie jetzt ist meinte Jane versuchsweise oh ich weiß wo sie ist wirklich klar sie ist im Haus Emily ist im Haus Emily ich kenne keine Emily Carol ist im Haus ach so Jane seufzte Carol ist im Haus wo soll sie sonst sein was tun sie hier wollen sie was verkaufen Mr. Cobb begann Jane und trat näher zu ihm worauf er sofort einige Schritte zurück wich können sie mir sagen ob sonst noch jemand im Haus ist hat Carol vielleicht Besuch Carol hat fast überhaupt keinen Besuch mehr seit Daniel weg ist sie hat nie viele Freunde gehabt Jane nickte nur es lag auf der Hand dass von Fred Cobb Cobb ich werde Carol sagen sie soll mir das Mittag Essen machen aber gleich schüttelte er den Kopf nein dann behauptet sie nur ich hätte gerade erst gefrühstückt ich kann sie gern für sie fragen Mr. Cobb Jane sah wie sein Mund sich zu einem breiten Lächeln verzog wirklich das ist sehr nett von ihnen Carol hasst es wenn ich was von ihr will sie wird immer wütend und manchmal droht sie mir damit mich in ein Heim zu stecken das meint sie bestimmt nicht so Mr. Cobb doch doch aber mir ist das egal soll sie mich doch in ein Heim stecken wenn sie das will mir ist das wurscht aber jetzt habe ich Hunger ich werde Carol bitten ihn etwas zu machen warum überlässt du ihm das nicht selbst Carol Stimme schnitt messerscharf durch die warme Luft JR der sie begleitete begann zu bellen ach halt die klappe JR der verdammte köter den kannst du auch gleich in ein Heim stecken sagte Fred Cobb im Kühlschrank liegt noch Käse wenn du den willst Vater na gut sagte er gnädig entschuldigte sich umständlich und ging ins Haus Carol wandte sich wieder Jane zu Jane stand immer noch an das Spalier gedrückt ich muss wissen sagte sie ruhig zu Carol was an dem Tag passierte an dem ich verschwunden bin komm mit rein forderte Carol sie auf da können wir ungestört reden wie fühlst du dich fragte Carol als sie im Wohnzimmer waren ich weiß selbst nicht antwortete Jane aufrichtig während sie sich aufmerksam umsah niemand war hinter den Möbelstücken versteckt nur ein paar Staubflusen schauten unter einem alten Ohrensessel hervor sie schüttelte den Kopf ich muss dir so viel sagen ich weiß nicht wo ich anfangen soll ich wüsste nicht ob wir einander überhaupt etwas zu sagen haben ich weiß du glaubst Daniel und ich hätten was miteinander gehabt und du willst mir weismachen das sei nicht wahr verschone mich Daniel hat schon einen sehr merkwürdigen Anruf von dir bekommen du hättest ihn gefragt ob ihr beide was miteinander gehabt hättet aber Daniel und ich hatten kein Verhältnis ja das hat er mir auch gesagt und du glaubst ihm nicht weshalb sollte ich diesem Mann noch irgendwas glauben weshalb solltest du Michael glauben konterte Jane er war doch derjenige der dir erzählt hat Daniel und ich hätten eine Affäre gehabt nicht war weshalb sollte Michael mich anlügen er hat uns alle angelogen warum Jane schüttelte den Kopf ihr war schwindelig sie ließ sich in den Ohren Sessel fallen um einen Keil zwischen uns zu treiben um uns zu entzweien um zu verhindern dass ich der Wahrheit auf die Spur komme Carol drehte sich halb herum als wolle sie aus dem Zimmer gehen setzte sich dann aber natürlich nicht unmittelbar vor meinem verschwinden muss etwas geschehen sein es muss so schlimm gewesen sein dass ich nur damit fertig werden konnte indem ich es vergaß indem ich einfach mein ganzes bisheriges Leben vergaß sie sah zur Zimmerdecke hinauf Carol wie ist meine Mutter ums Leben gekommen was Moment mal Jane das geht mir zu schnell da komme ich nicht mehr mit wie ist meine Mutter ums Leben gekommen Carol atmete einmal tief durch und hob die Hände als hätte sie beschlossen nachzugeben und Jane ihren Willen zu lassen sie ist letztes Jahr bei einem Autounfall verunglückt lüg mich nicht an sagte Jane scharf Carol war schockiert ich bin doch hier nicht die jenige die lügt Jane Herr Gott noch mal warum sollte ich dir nicht die Wahrheit sagen meine Mutter ist also bei einem Autounfall umgekommen wo ist der Unfall passiert nicht weit von hier deine Mutter wollte nach Boston fahren irgendein verrückter hat ein Stoppschild missachtet und ist voll in sie reingeknallt du warst vollkommen fertig du hast sehr an deiner Mutter gehangen wer war noch im Wagen was soll das heißen wer hat den Wagen gefahren deine Mutter ursprünglich wolltest du mit ihr nach Boston fahren so viel ich weiß aber dann musstest du zu irgendeiner Veranstaltung in Emilies Schule und konntest nicht ich bin nicht gefahren nein ich sagte doch gerade du musstest zu einer Veranstaltung in die Schule Michael hat mir aber gesagt ich hätte am Steuer gesessen was sei nicht albern Jane weshalb sollte Michael so etwas sagen er sagte ich hätte am Steuer gesessen und Emily wäre auch im Wagen gewesen Emily er hat gesagt sie wäre tot sie wäre in meinen Armen gestorben Jane das ist doch verrückt aber meine Tochter ist gar nicht tot nicht war Carol natürlich nicht natürlich ist sie nicht tot wo ist sie Carol Carol stand auf Jane bemerkte einen neuen Ausdruck in ihren Augen den sie noch nie zuvor bei ihr gesehen hatte es war Furcht sie stand auf und versperrte Carol den Weg aus dem Zimmer wo ist sie Carol fragte sie wieder ich weiß es nicht ich glaube dir nicht ich weiß es nicht wo sie ist wo hält Michael Emily versteckt Jane hör doch mal selbst zu was du da redest ist ja total verrückt Daniel hat schon sowas erzählt dass du glaubst Michael hielte Emily versteckt aber warum sollte Michael das Kind verstecken so wie ich dich jetzt erlebte kann ich nur sagen wenn er sie versteckt hält dann zu ihrem eigenen besten um sie zu schützen nein um sich selbst zu schützen Jane mir hat er gesagt sie wäre tot Carol er hat gesagt ich hätte sie getötet sie wäre in meinen Armen gestorben wie erklärst du dir das versuch er vielleicht auch mich zu schützen ja er möchte dich schützen Jane nur darum geht es ihm indem er mich belügt will er mich schützen indem er mir erzählt meine Tochter sei tot und ich sei daran schuld mein Gott Carol glaubst du denn ich hab das alles erfunden ich glaube du hast Wahnvorstellungen Wahnvorstellungen sie schüttelte ungläubig den Kopf er hat sich wirklich nach allen Seiten abgesichert er Tod meiner Mutter eine Art Nervenzusammenbruch erlitten habe meinen Freunden erschien ich zwar ganz normal aber zu Hause sah es völlig anders aus da hatte ich Wutausbrüche am laufenden Band ich schmiss Sachen durch die Gegend ich war gewalttätig aber warum das alles Jane warum sollte Michael so etwas tun weil ich irgendetwas weiß weil etwas geschehen ist das ich entweder gesehen oder gehört habe etwas das ich nicht wissen darf woran ich mich auf keinen Fall erinnern darf aber was denn sag du es mir Carol schloss einen Moment die Augen ich weiß nicht Jane erzähl mir was an dem Nachmittag passierte bevor ich wegging erzähl mir was an dem Tag los war Carol überlegte einen Moment ehe sie zu sprechen begann Michael sagte du wärst sehr erregt gewesen erzähl mir nicht was Michael gesagt hat unterbrach Jane zornig erzähl mir nur das was du selbst erlebt hast also ich sah dich nach Hause kommen begann Carol widerstrebend es war am frühen Nachmittag mein Vater hatte sich hingelegt und schlief es war ziemlich kalt an dem Tag ich puzzelte im Garten herum nur um etwas zu tun zu haben als ich dich kommen sah dachte ich mir ach gehst mal rüber und fragst ob sie eine Tasse Tee mit dir trinken will ich brauchte ein bisschen Gesellschaft aber gleich als du aus dem Auto stiegst sah ich dass etwas passiert sein musste du warst völlig außer dir richtig hysterisch du hast vor dich hingemurmelt und geschrien aber ich habe kein Wort verstanden ich war nicht einmal sicher ob du mich überhaupt gesehen hast obwohl du mir direkt ins Gesicht schaut ist ich fragte ein paar Minuten stand ich ratlos herum dann beschloss ich Michael anzurufen ich erzählte ihm was los war und er sagte er würde sofort nach Hause kommen ungefähr 15 oder 20 Minuten später sah ich Michaels Wagen vorfahren Michael stieg aus und lief ins Haus ich muss zugeben ich war inzwischen sehr neugierig geworden ich wollte unbedingt wissen was bei euch los war ich blieb am Fenster stehen und schaute hinaus und es dauerte gar nicht lange da flog bei euch die Haustür auf und du kamst raus geschossen wie ein Pfeil du hast nicht mal die Tür hinter dir zu gemacht aber du hast nicht deinen Wagen genommen sondern bist die Straße runtergelaufen ich wartete ein Weilchen dann ging ich zu euch hinüber die Tür stand offen aber ich klopfte trotzdem als ich nichts rührte wurde ich ein bisschen unruhig ich rief ein paar Mal nach Michael und dann hörte ich ihn stöhnen ich lief in den Wintergarten Michael lag noch auf dem Boden und versuchte gerade aufzustehen er blutete am Kopf und auf dem Boden war auch alles voll Blut ich half ihm ins Bad und tupfte ihm das Blut ab so gut es ging und dann fuhr ich ihn ins Newton Wellesley Krankenhaus auf der Fahrt musste ich ihm versprechen den Ärzten zu sagen er sei gestürzt und hätte sich den Kopf aufgeschlagen er erklärte mir du hättest einen Zusammenbruch gehabt es hätte sich schon seit längerer Zeit angekündigt und er würde mir später alles erklären und weiter das ist alles den Rest weißt du du bist nicht nach Hause gekommen er meinte du schämtest dich wahrscheinlich und brauchtest ein paar Tage Zeit um dich zu beruhigen und wieder klar zu werden er war überzeugt du würdest wieder nach Hause kommen wenn du ein paar Tage Ruhe gehabt hättest er rief mich an nachdem er von der Polizei gehört hatte und erzählte mir was passiert war dass du dich an nichts erinnern könntest er sagte er würde dich nach Hause holen wann hat der dir das mit Daniel erzählt erst später und ich musste ihm versprechen dass ich erst mit dir darüber rede wenn es dir wieder besser geht daran habe ich mich allerdings nicht gehalten wie du weißt Jane atmete mehrmals tief durch in der Hoffnung dass der Schwindel der sie schwach und elend machte dadurch vorbeigehen würde Carol bitte du musst mir sagen wo Michael Emily versteckt hält ich habe keine Ahnung antwortete Carol und Jane glaubte ihr ich nahm an sie sei bei Michaels Eltern sie haben also wirklich ein Sommerhaus ja in Woods Hall Jane wusste dass Woods Hall ein kleiner Streifen Land an der Spitze von Cape Cod war aber sie konnte sich nicht erinnern je dort gewesen zu sein es war eine Fahrt von mehreren Stunden aber Jane war schon entschlossen hinzufahren auf gut Glück und mit verbundenen Augen wenn es sein musste das Haus der Whittakers würde sie schon irgendwie finden wenn sie erst einmal dort war du musst mir dein Auto leihen sagte sie obwohl sie stark bezweifelte dass sie in ihrer Verfassung eine so lange Fahrt überhaupt durchstehen konnte wie gib mir die Schlüssel zu deinem Wagen Jane sei nicht albern ich kann dir meinen Wagen nicht geben Jane sah wie Carols Blick und den Mund in einem lautlosen Aufschrei öffnete im selben Moment spürte sie hinter sich Bewegung wer ist diese Frau fragte Carols Vater von der Tür her im ersten Moment glaubte Jane er spreche von ihr aber als kräftige Hände ihre Arme packten war ihr klar dass Fred Cop Paula gemeint hatte die irgendwie aus ihrem Gefängnis ausgebrochen und herüber gekommen war oder nein wahrscheinlich war sie schon die ganze Zeit hier gewesen nach Daniels Anruf heute morgen bin ich zu euch rüber gegangen erklärte Carol während Paula Jane die Arme fest an die Seiten presste weil ich fürchtete es könnte etwas passiert sein ich fand Paula im Badezimmer was geht hier vor fragte Carols Vater scharf Carol was sind das für Leute wollen sie uns was verkaufen nein Vater geh doch rauf und leg dich ein Weilchen hin ich will mich nicht hinlegen ich bin eben erst aufgestanden Jane ließ ihren ganzen Körper erschlaffen so ist es gut sagte Paula ohne ihren Griff zu lockern es hat doch keinen Sinn um sich zu schlagen haben sie Michael angerufen fragte Jane er operiert ich habe ihm eine Nachricht hinterlassen es ist also noch Zeit dachte Jane und knickte die Knie ein als wären ihre Beine nicht mehr stark genug ihr Gewicht zu tragen Paula folgte mit dem Körper ihrer Bewegung und neigte sich leicht vornüber um ihre Arme nicht loslassen zu müssen im selben Moment riss Jane die Schultern so heftig nach rückwärts dass Paula das Gleichgewicht verlor und sie sich während Paula noch schwankend nach Halt suchte aus ihrer Umklammerung befreien konnte nein rief sie schrill und hörte den erschrockenen Aufschrei des alten Mannes als sie die große Kristallvase auf dem Couchtisch packte und in die Höhe schwang die verdorrten Blumen flogen durch die Luft Wasser ran auf ihre Schultern und den Teppich darunter Paula wich zurück Carol schüttelte den Kopf der alte Kopf drückte wimmernd die Hände auf die Augen und in dieser Sekunde erinnerte sich Jane wer sie war und was sie unbedingt hatte vergessen wollen der Friedhof war nicht weit in jenem Teil Newtons gelegen der Oak Hill hieß Michael hatte protestiert er sähe keinen Sinn darin auf den Friedhof zu gehen das würde sie zweifellos nur noch mehr aus dem Gleichgewicht bringen aber sie war hart geblieben und schließlich hatte er nachgegeben es spielt eine große Rolle es spielt eine entscheidende Rolle der Besuch auf dem Friedhof wird darüber entscheiden ob ich mich lebendig begraben lasse oder anfange mich zu wehren um dahinter zu kommen was hier vorgeht und um meine Tochter wieder zu bekommen Michael steuerte den Wagen durch das offene Tor des Mount Pleasant Friedhofs und hielt auf dem kleinen gekiesten Parkplatz an er schaltete den Motor aus und blieb einen Moment reglos sitzen Jane die spürte dass er sie forschend ansah senkte den Kopf und täuschte Müdigkeit vor keinesfalls durfte sie jetzt seinen Verdacht erregen aber sie war im übrigen tatsächlich müde und hätte mühelos auf der Stelle einschlafen können bist du sicher dass du dir das antun willst fragte er ich muss es tun antwortete sie wahrheitsgemäß ok wenn es dir zu viel wird dann sag es mir dann kehren wir sofort wieder um er öffnete seine tür und stieg aus dann kam er um den wagen herum um ihr heraus zu helfen und führte sie seinen schritt ihrem schleppenden angleichend auf den richtigen weg wozu das alles fragte sie sich plötzlich und musste den Impuls niederringen zum wagen zurück zu laufen Michael erfüllte bereitwillig ihren Wunsch er hatte offensichtlich nichts zu verbergen worin also lag der zweck dieser Übung Anne Hallorin Jimblatt legte eben ihre Worte nicht auf die Goldwaage das war alles sechs Monate das war schlicht und einfach eine Redewendung ebenso gut hätte sie sechs Jahre sagen können es ist in der Richtung sagte Michael und wies über die geordneten Reihen von Grabsteinen hinweg vor denen in halbmondförmigen Beten bunte Sommerblumen blühten vor einem Grabstein aus rotem Granit blieb Michael stehen hier ist es Jane hielt unwillkürlich den Atem an Evelyn Lawrence lautete die Inschrift geboren am 16. März 1926 gestorben am 12. Juni 1989 ihre Mutter war also wirklich tot sie kniete nieder und strich mit den Fingern über den gemeißelten Stein Gestorben mit 63 Jahren Langsam zeichnete sie die tief eingegrabenen Buchstaben nach Sie schloss die Augen und lehnte den Kopf an den Stein der trotz der morgendlichen Hitze kühl war und wünschte sich ihre Mutter würde aus der Tiefe des Grabes die Arme empor strecken und sie zu sich hinunter ziehen sie trösten und beruhigen und nie wieder loslassen Gestorben am 12. Juni 1989 Jane riss die Augen auf und starrte die Buchstaben an um sich zu vergewissern dass sie richtig gelesen hatte es war nicht der 12. Juni gewesen der Todestag ihrer Mutter an dem sie sich erinnerungslos mitten in Boston wiedergefunden hatte es war der 18. gewesen fast genau eine Woche später was hatte das zu bedeuten Michael hatte ihr erzählt sie wäre nicht davon abzubringen gewesen das Grab ihrer Mutter genau am ersten Todestag zu besuchen sie wäre nicht einmal bereit gewesen bis zum Wochenende zu warten obwohl er sie da hätte begleiten können das konnte nur bedeuten dass sie entweder eine ganze Woche früher verschwunden war als Michael behauptete oder dass er den tragischen Tod ihrer Mutter einfach als Beklommen drehte Jane den Kopf nach dem Grab zu ihrer Rechten und atmete auf als sie den fremden Namen las Karen Landella Wo liegt Emily? fragte sie kaum fähig zu sprechen Michael schwieg Er half ihr auf wandte sich dann ab und schritt rasch zwischen den Reihen schweigender Gräber hindurch Jane folgte ihm widerstrebend wagte nicht nach rechts oder links zu sehen voller Angst sie könnte auf einem dieser kalten stummen Steine den Namen ihrer Tochter entdecken war es möglich dass ihre finsteren Vermutungen nur Wahnvorstellungen waren dass Emily wirklich hier auf diesem Friedhof lag Michael rief sie sie blieb stehen und lehnte sich mit zitternden Knien an ein hohes graues Grabmal ihr Blick vollendete die Frage wo liegt sie wie weit müssen wir noch gehen Emily ist hier nicht begraben sagte er nach einer langen Pause Jane musste sich mit beiden Händen an dem Grabmal festhalten sie ist nicht hier sie wurde eingeäschert eingeäschert du konntest die Vorstellung sie in die Erde zu legen nicht ertragen erklärte er seine Stimme brach und er konnte sekundenlang nicht weitersprechen du wolltest auf keinen Fall eine Erdbestattung deshalb ließen wir sie ein Äschern und verstreuten ihre Asche im Hafen von Woods Hole Woods Hole Da steht das Sommerhaus meiner Eltern Er blickte in die Sonne dann hinunter zu seinen Füßen Emily hat die Gegend dort geliebt Jane leistete keinen Widerstand als Michael sie in die Armen nahm Sie fühlte den ruhigen Schlag seines Herzens und fragte sich ob er spürte wie erregt das ihre klopfte sagte er die Wahrheit konnte ein Mensch so leicht so skrupellos lügen ein Ungeheuer von dem sie sich da in den Armen halten ließ es überlief sie eiskalt du solltest dich jetzt ein Weilchen hinlegen meinte er als er ihr die Treppe hinauf half ist es schon Zeit für meine Tabletten fragte Jane sie setzte sich auf der Bettkante nieder Michael sah auf die Uhr noch eine halbe Stunde warum ich würde sie gern jetzt schon nehmen mir ist hunde elend und ich habe das Gefühl dass ich sonst nicht schlafen kann er neigte sich zu ihr hinunter und küsste sie auf die Stirn eine halbe Stunde hin oder her das spielt sicher keine Rolle er zog sich das von der hitze schweißfeuchte Hemd über den Kopf und warf es auf dem Weg in sein Arbeitszimmer in den Wäschekorb Jane blickte ihm nach dann begann sie zu überlegen sie brauchte einen Plan und sie musste schnell handeln sie hatte nicht viel Zeit denk nach befall sie ihrem wirren Hirn was willst du tun sie hörte wie Michael drüben in seiner Arztasche kramte als erstes musste sie sich mit Anne Halloran Jimblatt in Verbindung setzen das war klar sie sah zu dem weißen Telefon hinüber das auf dem und sie musste darauf achten dass er sich auch weiterhin sicher fühlte sie durfte nichts tun was seinen Verdacht erregen könnte der Besuch auf dem Friedhof war riskant genug gewesen aber sie hatte ihre Rolle auf der Heimfahrt gut gespielt sie hatte so getan als wäre ihr die Diskrepanz der Daten überhaupt nicht aufgefallen hatte nur das schreckliche Schicksal ihrer Tochter beklagt an den richtigen Stellen geweint sie hatte ihn so richtig in seiner Lieblingsrolle als verständnisvoller heiliger glänzen lassen sie sah Michael aus dem Arbeitszimmer treten und durch den Flur auf sie zukommen sein Oberkörper nackt die Schultern leicht nach vorn gekrümmt konnte dieser gut aussehende Mann dieser allseits geschätzte Arzt wirklich so teuflisch sein ihr sowohl die Tochter als auch den Verstand rauben zu wollen warum was wusste sie dass so gefährlich war verdammt noch mal was hatte sie herausbekommen nur um es sofort wieder zu verdrängen hier sagte er als er ins Zimmer kam und an das Bett trat sie nahm die Tabletten entgegen und schob sie in den Mund während er ins Bad ging sobald er draußen war spiel sie die Tabletten in ihre Hand und schob sie in die Brusttasche des weißen T-Shirts das sie anhatte das ganze Zimmer drehte sich um sie es dauerte Sekunden ehe sie aus dem Bad das Rauschen der Dusche hörte jetzt sie griff zum Telefon und wählte hastig die Nummer der Auskunft welchen Ort wünschten sie Newton flüsterte Jane und lauschte dabei dem Rauschen der Dusche erst würde sie es in Newton versuchen wenn Anne Hallorine Jimblets Tochter die Arlington Private School besuchte war anzunehmen dass die Familie in der näheren Umgebung wohnte der Name bitte Hallorine Jimblet Jane sprach den Namen deutlich aus und buchstabierte ihn dann während ihr Ohr sich auf das Geräusch der Dusche konzentrierte ich habe die Nummer die sie suchen sagte die Telefonistin und schon schaltete sich die Automatenstimme ein ihre Nummer ist 555 6 117 teilte ihr der Automat gleichgültig mit und wiederholte die Information während sie sich die Nummer einprägte sie hörte das läuten des Telefons und drückte den Hörer fest ans Ohr überzeugt dass Michael das Signal trotz des Wasserrauschens hören konnte bitte geh ran flüsterte sie in die Sprechmuschel bitte melde dich schnell es läutete zum achten und zum neunten Mal beim zehnten Mal gab Jane packte den Hörer noch einmal mit solcher hast dass sie beinahe den ganzen Apparat vom Tisch gerissen hätte wieder wählte sie 411 welchen Ort wünschen sie Newton der Name ist Jimblet Hallorin Jimblet sie buchstabierte können sie mir sagen ob die richtige Adresse Forest Street 15 ist ich habe niemanden mit diesem Namen in der Forest Street antwortete die Telefonistin wie Jane bereits vorher gewusst Michael und Jane Whittaker ich habe nur einen Jimblatt in der Roundwood Street 112 richtig das ist es danke ihre Hand lag noch am Telefon als sie merkte dass im Bad das Wasser nicht mehr lief wie lange schon nicht mehr hatte Michael sie vielleicht am Telefon gehört hatte er mitgehört was sie gesagt hatte sie riss die Hand vom Apparat als wäre er kochend heiß hastig kroch sie unter die und Michael trat ins Schlafzimmer sie hörte wie er zum Bett kam er beugte sich über sie und strich ihr eine Haarsträhne aus der Stirn schlaf schön liebes sagte er Jane lag die ganze Nacht wach und zählte die Stunden bis zum Morgen als Michael um halb sieben aufstand stellte sie sich schlafend und überlegte ob sie noch einmal versuchen sollte Anne Hallorin Jimblatt anzurufen während er duschte doch sie verwarf den Gedanken das wäre ein unnötiges Risiko gewesen sie hatte ja jetzt die Adresse wenn Michael aus dem Haus war würde sie Paulas wachsamem Auge irgendwie entwischen und sehen dass sie in die Roundwood Street kam Jane sagte Michael und sie wurde sich mit einer Mischung aus Erschrecken und Bestürzung bewusst dass sie eingenickt sein musste ich fahre jetzt in die Klinik Paula ist unten sie bringt dir gleich das Frühstück und deine Tabletten sie nickte stumm und öffnete die Augen nur einen winzigen Spalt ich operiere heute den ganzen Tag sagte er zu ihr aber ich habe für uns einen Termin bei einem Dr. Louis Gurney beim Edward Gurney Institut vereinbart wir müssen um halb sechs dort sein Jane hörst du mich sie murmelte etwas Unverständliches ihr private psychiatrische Klinik das wusste sie irgendwo weit draußen ich habe Paula gebeten dir zu helfen ein paar Sachen zu packen falls Dr. Gurney dich ein paar Tage dabehalten möchte Jane hörst du mich ich soll packen nuschelte sie ohne den Kopf vom Kissen zu heben nein Paula packt für dich du brauchst ihr nur zu sagen was du mitnehmen möchtest er beugte sich über sie und ich selbst mit dir hinaus fahren kann arbeite nicht zu viel sagte Jane und sah ihm nach als er zur Tür ging mein lieber Freund dachte sie dieses Spiel können auch zwei spielen ich liebe dich rief sie ihm mit schwacher Stimme nach Michael drehte sich um kam zum Bett zurück und drückte sein Gesicht in ihr Haar ich liebe dich auch sagte er und Jane fühlte seine Tränen an ihrer Wange ich habe dich immer geliebt dann war er fort und Paula trat zu ihr ans Bett möchten sie jetzt ihr Frühstück haben Jane setzt sich im Bett auf was für eine Rolle spielte diese strenge junge Frau in der ganzen Geschichte war sie ahnungslose Einfalt oder willige Komplizin Jane entschied sich für die ahnungslose Einfalt sie spürte dass Paula blind glaubte was immer Michael ihr weismachte und alles tat was er von ihr verlangte oh ja wenn Michael das Wort ergriff hörten alle zu und alle glaubten ihm er war schließlich der Mann sie nur das kleine Frauchen ich bin nicht besonders hungrig sagte Jane zu Paula ich möchte nur Kaffee Michael hat gesagt heute keinen Kaffee warum nicht er sagte Orangensaft sei besser für sie also gut dann Orangensaft sagte Jane in Gedanken bereits bei anderen Dingen ach Paula könnten sie mir wohl aus dem anderen Zimmer einen Stuhl mit einer geraden Lehne holen mein Rücken bringt mich noch um aber sicher Paula machte auf dem Absatz kehrt und ging hinaus Jane schwang die Beine aus dem Bett stellte fest dass sie ein altes Hemd von Michael an hatte erinnerte sich verschwommen dass Michael es ja irgendwann in der Nacht über gezogen hatte es obwohl sie seit 24 Stunden keine mehr genommen hatte offenkundig immer noch anhielt sie musste ständig gegen die Lethargie kämpfen die sie zu überwältigen drohte um nicht im nächsten Moment einzuschlafen bitte lass mich wach bleiben bitte gib dass ich halbwegs bei Sinn und Verstand hier rauskomme und es zu Anne Hallorin Jim Blatt schaffe Paula kam mit einem hochlienigen Stuhl aus dem Gästezimmer zurück wo soll ich ihn hinstellen gleich hier sagte Jane und Paula stellte den Stuhl vor den Spiegelschränken ab ehe sie nach unten lief um Jane den Orangensaft zu holen als sie zurückkehrte saß Jane kerzengerade auf dem hochlienigen Stuhl hier Paula reichte Jane den Orangensaft und drei kleine weiße Tabletten gleich drei das hat Michael gesagt ja Jane legte die drei Tabletten auf ihre Zungenspitze und wartete bis Paula gehen würde doch das tat sie nicht Michael hat gesagt ich soll aufpassen dass sie sie auch wirklich nehmen Jane spürte wie sich die Tabletten auf ihrer Zunge aufzulösen begann hatte Michael Verdacht geschöpft oder wollte er nur ganz auf Nummer sicher gehen verstohlen schob sie die Tabletten in eine Backentasche und hob das Glas mit dem Saft zum Mund nein nein sagte Paula legte Jane die Hand um den Mund und drückte ihr die Kiefer auseinander um nachzusehen ob sie die Tabletten geschluckt hatte schlucken sie die Tabletten Jane keine Dummheiten Jane hatte keine Wahl sie schluckte die Tabletten danach sah Paula ihr nochmals in den Mund gut so Jane geriet in Panik drei Tabletten und sie hatte sie hinunter geschluckt wie lange würde es dauern bis sie zu wirken begann bestenfalls blieben ihr noch ein paar Minuten geistiger Klarheit sie musste aus dem Haus sie musste diese Tabletten irgendwie loswerden ehe sie zu wirken begann mir ist schlecht schrie sie so jämmerlich dass Paula sofort zu ihr kam müssen sie sich übergeben fragte Paula während sie Jane aufhalf und sie nein ich bin ja da Jane wartete bis Paula sich neben ihr über die Toilette beugte ehe sie sich mit einem Ruck aufrichtete und Paula gegen die Badewanne stieß Paula stolperte verlor das Gleichgewicht und fiel rückwärts in die Wanne verdammt schimpfte sie laut aber da rannte Jane schon aus dem Bad knallte die Tür hinter sich zu und packte den hochlienigen Stuhl Paula trommelte wütend gegen die Tür das ist doch verrückt Jane wo wollen sie denn hin von Paulas Protesten gefolgt rannte Jane durch den Flur zur Gästetoilette sie stürzte zum Klosett beugte sich tief über die Schüssel und steckte sich die Finger in den Hals sie wirkte ihr körper krümmte sich in Krämpfen die Augen tränten und die Kehle brannte vom sauren Geschmack frisch gepressten Orangensaft hatte sie es geschafft die Tabletten auszuspeien sie war nicht sicher sie musste schnell machen sie rannte ins Schlafzimmer zurück und schlüpfte ohne Paulas lautstarke Forderungen nach Freilassung zu beachten in eine dunkelgrüne Hose dann hetzte sie aus dem Zimmer jagte die Treppe hinunter in die Küche und suchte Paulas Handtasche sie fand sie schließlich im Garderobenschrank die Paulas Geldbörse enthielt in eine der Hosentaschen und lief hinaus zu dem rostigen alten Buick der in der Einfahrt stand der Wagen war nicht abgeschlossen Jane rutschte hinter das Steuer und schlug sich das Knie am Armaturenbrett an als sie den Zündschlüssel einsteckte mit einem Aufatmen der Erleichterung hörte sie den Motor anspringen steuerte den Wagen rückwärts zur Straße hinaus bog auf gut Glück nach rechts ab und kramte dann im Handschuhfach nach einem Stadtplan Der Plan war genau wie das Auto nur noch ein Wrack Er war verdreckt an vielen Stellen zerrissen und eines seiner Teilstücke fehlte ganz Doch die Liste mit den Straßennamen war vollständig Der Wagen bockte hustete und blieb stehen Nein schrie sie ließ den Motor von Neuem anhörte ihn wieder brummen Danke flüsterte sie Die Roundwood Street war in der anderen Richtung in der Gemeinde Newton Upper Falls einige Kilometer entfernt Dem Plan folgend fand Jane sie ohne große Mühe atmete aber dennoch auf als sie endlich das Straßenschild mit der Aufschrift Roundwood Street erblickte Langsam tuckerte sie die Straße entlang und hielt nach der richtigen Nummer Ausschau Da ist es rief sie laut und trat viel zu hart auf die Bremse Der Wagen hielt mit einem Ruck an stieß einen letzten Seufzer aus und gab seinen Geist auf Auch recht murmelte Jane Sie machte sich nicht die Mühe den Motor nochmals anzulassen um den Wagen näher an den Bordstein heranzufahren sondern ließ das Fahrzeug einfach stehen Anne Hallorin Jimblatt bitte seid zu Hause Stolpernd rannte die Tür um einen Moment zu verschnaufen und ihre Kräfte zu sammeln Minuten vergingen ehe ihr einfiel dass sie vergessen hatte zu läuten sie holte es nach läutete Sturm und schlug gleichzeitig mit der Faust gegen die Tür Augenblick rief von drinnen eine Frau ich komme die weißgestrichene Tür wurde einen Spalt aufgezogen Anne Hallorin Jimblatt spähte heraus ja ich bin's Jane Whittaker kann ich einen Moment hereinkommen mein Gott ich habe sie gar nicht erkannt rief Anne Hallorin Jimblatt sie zog die Tür ein Stück weiter auf trat zurück und bedeutete Jane einzutreten ich hatte es heute morgen sehr eilig sagte Jane der plötzlich einfiel dass sie in Michaels altem Hemd und der dunkelgrünen Hose ungewaschen und mit schlafwirrem Haar wie eine Pennerin aussehen musste ich sehe wahrscheinlich fürchterlich aus Möchten Sie eine Tasse Kaffee ich glaube es ist noch welcher da Oh ja sehr gern Jane folgte der Frau die sehr adrett gekleidet und tadellos geschminkt war in die rot-weiße Küche Es war offensichtlich dass dieser unerwartete Besuch sie verwunderte vielleicht sogar ein wenig beunruhigte Wie trinken sie ihn? Schwarz Koffein pur Anne Hallorin Jimblatt lächelte schenkte Jane eine große Tasse ein und bat sie sich zu setzen Jane zog einen der Stühle am Küchentisch heraus setzte sich und spülte den Kaffee mit einem Zug hinunter Jane ich darf sie doch Jane nennen ist sie nicht gut was soll ich ihr sagen fragte sich Jane dass ich keine Ahnung habe wer ich bin dass mein Mann mich belogen mich mit Drogen voll gepumpt hat dass ich wegen einer unbedachten Bemerkung hergekommen bin die sie auf der Treppe eines Juwelierladens gemacht hat dass ich wissen muss ob meine Tochter am Leben ist und dass sie die einzige ist bei der ich darauf vertrauen kann dass sie mir die Wahrheit sagt haben sie vielleicht noch einen Schluck Kaffee für mich fragte Jane verlegen und Anne Hallorin Jim Blatt goss ihr den letzten Rest des Frühstücks Kaffees in die Tasse Jane sah wie sie die Stirn runzelte sie müssen entschuldigen sagte die Frau schließlich sie halten mich hoffentlich nicht für unhöflich aber vielleicht können sie mir sagen warum sie hergekommen sind ich wollte mich entschuldigen sagte Jane rasch die beschlossen hatte vorläufig lieber doch nicht den wahren Grund ihres Besuchs zu nennen dafür dass ich neulich so abweisend war sie war nicht abweisend doch und es tut mir leid es geht mir in letzter Zeit nicht sehr gut ach das tut mir leid es ist irgendein komischer Virus nichts ansteckendes versicherte Jane schnell zurzeit fliegen alle möglichen komischen Viren herum bemerkte Anne und Jane nickte mit Nachdruck aber sie brauchten sich doch nicht extra die Mühe zu machen und hierher zu fahren schon gar nicht wenn sie krank sind im Moment geht es mir ganz gut Jane sah sich in der blitzblanken Küche um und gab sich Mühe einen gesunden Eindruck zu machen wo ist denn ihre Tochter erkundigte sie sich bemüht beiläufig ich habe zwei Töchter klärte sie auf sie sind tagsüber im Ferienlager der Bus hat sie abgeholt kurz bevor sie kam nach Bayview Glen kennen sie es Jane schüttelte den Kopf und Emily fragte Anne beim Klang dieses Namens geriet Jane aus der Fassung sie ist bei ihren Großeltern die haben ein Sommerhäuschen auf dem Land stammelte sie und fragte sich ob das wahr sei wir hatten auch ein Sommerhaus als ich klein war ich habe es geliebt da habe ich immer Kaulquappen und Ringelnattern gefangen Anne lachte ich mache sie nervös dachte Jane die Frau stand auf es tut mir wirklich leid aber ich habe nicht viel Zeit ich habe in einer halben Stunde einen Termin sagte sie offensichtlich eine Lüge dachte Jane und sagte ich weiß ich hätte vorher anrufen sollen aber ich war zufällig in der Gegend und dachte ich probiere es einfach mal sie waren aber früh auf den beinen Anne warf einen Blick auf ihre Uhr Jane sah zur Uhr am Küchenherd hinüber es war gerade halb neun kein Wunder dass die Frau nervös ist dachte sie ich wollte an die frische Luft erklärte Jane sie stand auf und ging mit unsicheren Beinen zu einem Korkbrett an der Wand an dem mehrere Fotos Sie könnten Zwillinge sein bemerkte Jane das sagt jeder sehr zu Melanies Ärger sie weist dann jedes Mal mit Nachdruck darauf hin dass sie drei Jahre älter ist als Shannon und ungefähr zehn Zentimeter größer Shannon war also die Jüngere von beiden sicher war sie es die mit Emily in eine Klasse gegangen war geht Shannon gern zur Schule ach sie macht sich nicht viel daraus ich glaube und Emily sie geht gern zur Schule antwortete Jane mit klopfendem Herzen war es möglich dass Anne Hallorin Jimblatt einfach nichts von Emilies Tod gehört hatte waren sie in letzter Zeit mal wieder auf einem Ausflug mit der Klasse ich war bei einer Besichtigung der Feuerwehr dabei verlegen spielte sie mit den Händen es tut mir leid aber ich muss mich jetzt wirklich fertig machen Jane folgte ihr in den Flur sie hatte noch immer keinen schlüssigen Beweis was sollte sie tun oder sagen sie musste mit Sicherheit wissen ob Shannon und Emily auch dieses Jahr zusammen in der Schule gewesen waren ob der Ausflug nach Boston an dem sie selbst teilgenommen hatte wirklich erst vor sechs Monaten stattgefunden hatte und nicht schon im vergangenen Jahr sie musste mit Sicherheit wissen ob Emily noch am Leben war glauben sie die Mädchen kommen im nächsten Jahr auch wieder in eine Klasse fragte sie und spähte ins Wohnzimmer hinein naja sie sind doch seit der Vorschule in einer Gruppe antwortete Anne sie öffnete die Haustür da werden sie sie jetzt sicher nicht auseinander reißen Jane ignorierte die geöffnete Haustür und ging schnurstracks ins Wohnzimmer den Familien Fotos auf dem Kaminsims Klavier standen unglaublich wie schnell sie wachsen nicht war bemerkte Anne die hinter sie getreten war und ihr über die Schulter sah Jane musterte die Klassenfotos entdeckte ohne Mühe ihre Tochter Kindergarten Vorschule erste Grundschulklasse das vierte Foto das auf dem Klavier stand kannte sie noch nicht das ist mir das liebste sagte Anne und nahm die Aufnahme aus der zweiten Klasse vom Klavier all Jane riss der Frau das Foto aus der Hand was ist denn rief Anne erschrocken und pikiert aber Jane achtete gar nicht auf sie ihr Blick flog über die Gesichter der Kinder bis sie ihre Tochter gefunden hatte die wie auf den anderen Bildern in der letzten Reihe stand die Schultern leicht nach vorn gekrümmt wie ihr Vater ihr lächeln scheu und zurückhaltend oh Gott oh Gott trief Jane weinend sie lebt sie lebt mrs Whitaker sagte Anne und benutzte sicherheitshalber die förmliche Anrede soll ich ihren Mann anrufen mein Mann Jane starrte sie an nein nein auf keinen Fall rufen sie bitte nicht meinen Mann an Anne legte ihr beruhigend die Hand auf den Arm okay okay ich ruf ihn nicht an aber ich mache mir Sorgen ich verstehe immer noch nicht warum sie her gekommen sind aber ich habe den Eindruck dass etwas nicht in Ordnung ist können sie es mir nicht sagen Jane konnte kaum sprechen jetzt ist alles gut Emily lebt mein Kind lebt aber natürlich lebt sie sie lebt ich habe sie nicht umgebracht umgebracht mrs Whitaker ich glaube es ist doch besser wenn ich ihren Mann anrufe er hat mir gesagt sie wäre bei einem Autounfall ums Leben gekommen ich hätte den Wagen gefahren und sie wäre in meinen Armen gestorben was wann großer Gott wann ist das passiert aber sie ist ja gar nicht tot sie lebt da ist sie ja sie stocherte mit dem Finger auf dem Foto herum sie war bei Shannon in der Klasse ja sie lebt sagte Anne und Jane fiel eine merkwürdige Nachsicht im Ton der Frau auf als wäre sie zu dem Schluss gekommen dass Janes Gestammel ohnehin nicht zu verstehen war und es daher sinnlos war es zu versuchen sie lebt und sie ist ein entzückendes Mädchen sehr groß sie ist in den letzten Monaten unglaublich gewachsen bald wird sie Miss Rutherford über den Kopf wachsen eine Sekunde war es völlig still was haben sie gesagt fragte Jane dann Anne Halloran Jim Blatt sprach so leise dass ihre Worte kaum zu hören waren ich sagte sie wird ihrer Lehrerin bald über den Kopf wachsen die Lehrerin heißt Rutherford ein Unterton der Beunruhigung schlicht sich wieder in Ernst Stimme wussten sie das nicht Pat Rutherford ja ich glaube ich war mit Emilies Lehrerin verabredet flüsterte Jane erstaunt ja natürlich am Ende des Schuljahres gibt es immer noch mal einen Eltern Sprechtag ich hatte kein Verhältnis mit Pat Rutherford wie bitte ich muss unbedingt telefonieren Jane drängte sich an der Frau vorbei und lief in die Küche sie riss den Telefonhörer von der Wand Anne war ihr gefolgt hielt jedoch einen Sicherheits Abstand Jane sah die Furcht in ihren Augen und wünschte sie könnte ihr ein Wort der Beruhigung sagen aber sie wusste ganz gleich was sie sagte sie würde es nur schlimmer machen ich muss unbedingt mit Pat Rutherford sprechen haben sie ihre Privatnummer Anne schüttelte den Kopf und die Schule ist während der Sommerferien geschlossen fügte sie hinzu Janes nächste Frage vorweg nehmend Jane drückte den Telefonhörer fest an die Brust Pat Rutherford Zimmer 31 12 30 sie sah den Zettel vor sich Pat Rutherford wiederholte sie lautlos Emilies Lehrerin kein Mann mit dem sie eine schmutzige kleine Affäre gehabt hatte hatte sie überhaupt Affären gehabt hastig tippte sie 411 verlangte Boston auf die obligatorische Frage nach dem Ort und sagte die Nummer von Daniel Bishop bitte sie schrieb Daniels Privatnummer und die Praxisnummer auf einen rosa roten Zettel sah auf die Uhr am Herd und beschloss es zuerst bei Daniel zu Hause zu versuchen sie haben doch nichts dagegen fragte sie n die wie zur flucht bereit an der tür stand Daniel meldete sich beim vierten leuten gerade als Jane auflegen wollte ja kein hallo ein einfaches ja als hätte er sie erwartet als befänden sie sich bereits mitten im Gespräch daniel ja ein etwas ungeduldiger unterton als hätte sie ihn bei einer wichtigen Tätigkeit gestört hier ist Jane Whitaker ach Jane entschuldige ich habe deine stimme nicht erkannt ich war gerade auf dem weg in die praxis was gibt's denn ist was nicht in Ordnung ich habe ein paar mal bei dir angerufen aber eure haushälterin Daniel unterbrach sie ihn und hielt inne aber zum Teufel es gab keine Möglichkeit die Frage diskret zu und stellte sich vor dass Anne Halloran Jimblett ein genauso fassungsloses Gesicht machte wie Daniel was in Daniels stimme klang ein lachen es ist mir ernst Daniel hatten wir ein verhältnis ein Moment blieb es still was soll das Jane hört Carol am neben apparat mit nein ich bin allein Daniel und ich muss es wissen das verstehe ich nicht wovon redest du ich kann dir jetzt erzählen ich erkläre dir das alles später jetzt brauche ich ein einfaches ja oder nein also hatten wir ein verhältnis miteinander aber nein natürlich nicht Jane drückte die Augen zu und hielt den Telefonhörer beinahe zärtlich fest Danny weißt du wo Emily ist Emily nein warum Michael hält sie vor mir versteckt was bitte sag jetzt nichts dir erscheint das alles sicher völlig unsinnig aber ich habe jetzt keine Zeit für Erklärungen ich muss Emily finden aber Jane wenn etwas schief geht wenn sie mich erwischen ehe ich Emily gefunden habe und sie mich in einer Anstalt stecken dann musst du wissen dass ich nicht verrückt bin Daniel dann versuch bitte mir zu helfen ich bin nicht verrückt das weißt du Jane 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 legte auf ohne ein weiteres Wort eilte sie aus der Küche und durch die noch immer offene Haustür in den Garten hinaus sie hörte wie die Tür hinter ihr geschlossen wurde und fühlte Anne's Blick in ihrem Rücken als sie zu Paulas Wagen lief und einstieg sie musste Emily finden Michael hielt sie irgendwo versteckt aber wo in einem Ferienlager im Sommerhaus seiner Eltern bei Freunden wo und sie hatte Freunde die Tenenbaums Diane Lorraine Appleby Eve und Ross McDermott und andere sie wusste ihre Namen aber weder ihre Telefonnummern noch ihre Adressen sie herauszufinden war zu umständlich so viel Zeit hatte sie nicht Paula würde es früher oder später schaffen aus dem Badezimmer herauszukommen sie würde Michael informieren und er würde dafür sorgen dass Emily für sie unauffindbar blieb es gab nur eine das wurde ihr klar während sie mit dem widerspenstigen Motor kämpfte der nicht anspringen wollte und diese Person hasste Jane wie die Pest weil sie überzeugt war dass sie mit ihrem Mann ein Verhältnis gehabt hatte sie musste mit Carol sprechen ich finde dich Emily murmelte Jane mit zusammengebissenen Zähnen und drehte wieder den Zündschlüssel ich finde dich sagte sie entschlossen als Paulas Wagen blieb ihr einmal vor einem Stopplicht stehen und ein zweites Mal vor einer roten Ampel ehe er in der Mitte der Glenmore Terrace noch ein ganzes Stück von der Forest Street entfernt endgültig den Dienst verweigerte nein bitte nicht jetzt lass mich jetzt nicht im Stich ich brauche dich doch du musst mir helfen mein Kind zu finden aber das Auto reagierte nicht auf ihre flehentlichen bitten sie drehte immer wieder den Zündschlüssel und trat aufs Gas bis es anfing durchdringend nach Benzin zu riechen und ihr klar war dass der Motor endgültig abgesoffen war und nun überhaupt nicht mehr anspringen würde ach verdammtes Ding sie schlug mit der Faust auf das Lenkrad dann sprang sie aus dem Wagen und ließ ihn einfach stehen woher stand ein Autofahrer hinter ihr hupte wütend aber Jane lief weiter ohne auch nur den Kopf zu drehen sie bog in die Forest Street ein sie konnte sich zwischen den Häusern hindurch schleichen überlegte sie und auf diese Weise in den Garten hinter Carols Haus gelang ohne gesehen zu werden ihr wurde plötzlich übel einen dicken Stamm einer alten Trauerweide gestützt übergab sie sich und spie den Kaffee wieder aus den sie bei Stamm des Baumes hinunter ins Gras nein nein nicht jetzt ich darf jetzt nicht zusammenbrechen ich bin doch schon so nah dran so nah dran mein Kind wieder zu finden und die Wahrheit aufzudecken ich darf jetzt nicht zusammenbrechen mit neuer Willenskraft rappelte sich Jane in die Höhe sie achtete nicht auf die Magenkrämpfe das Kribbeln in Armen und Beinen die Taubheit die ihren Nacken hinauf Kruch wenn hier jemand aus dem Fenster schaute dachte sie hält er mich wahrscheinlich für betrunken der arme Dr. Whittaker sie hörte förmlich das bedauernde Zungenschnalzen so ein Kreuz mit dieser Frau beobachtete sie jemand sie hielt nach einem neugierigen Gesicht hinter vorsichtig geteilten Vorhängen Ausschau aber sie sah niemanden spürte keine fremden Blicke auf sich gerichtet ich bin unsichtbar beruhigen wenn ich sie nicht sehen kann können auch sie mich nicht sehen wiederholte sie immer wieder während sie sich Carols Haus näherte sie duckte sich hinter ein schwarzes Auto das auf der Straße stand für den Fall dass sie doch nicht unsichtbar sein sollte ihr eigenes Haus wirkte still die Haustür war geschlossen an keinem der Fenster bewegte sich etwas in der Einfahrt stand kein Auto alles sah friedlich ja fast freundlich aus zwei Grundstücke von Carols Haus entfernt begann Jane zu laufen als sie die Garage erreichte rannte sie geduckt nach hinten in Carols Garten ihr Herz raste ihr Magen flatterte wie ein wild gewordener Schmetterling sie drückte sich an die Hauswand den Rücken an die Holzleisten gepresst und ließ sich schließlich neben einem Spalier voll Pfirsichfarbener Rosen zu Boden fallen wer sind sie und was tun sie in meinem Garten die Stimme war scharf und durchdringend Jane blickte auf Carols Vater stand vor ihr seine bleichen dünnen Beine sahen unter rosa roten Bermuda Shorts hervor die wahrscheinlich einmal Carol gehört hatten ich bin's Jane Whittaker flüsterte sie und wurde sich bewusst dass sie seinen Namen gar nicht kannte ihre Nachbarin Jane schob sich an dem Spalier hoch bis sie beinahe aufrecht stand ich bin Fred Cobb sagte der alte Mann als wären sie gerade dabei sich miteinander bekannt zu machen wollen sie mir was verkaufen Jane sah sich prüfend um um festzustellen ob sie beobachtet wurden nein Mr. Cobb sagte sie dann ich will ihnen nichts verkaufen ich möchte gern mit Carol sprechen worüber über meine Tochter Emily kenne ich nicht sie ist sieben Jahre alt ein sehr hübsches kleines Mädchen mit langem braunem Haar kenne ich nicht wiederholte er und Jane fragte sich weshalb sie ihre kostbare Zeit mit ihm vergeudete dann wissen sie wohl auch nicht zufällig wo sie jetzt ist meinte Jane versuchsweise oh ich weiß wo sie ist wirklich klar sie ist im Haus Emily ist im Haus Emily ich kenne keine Emily Carol ist im Haus ach so Jane seufzte Carol ist im Haus wo soll sie sonst sein was tun sie hier wollen sie was verkaufen Mr. Cop begann Jane und trat näher zu ihm worauf er sofort einige Schritte zurück wich können sie mir sagen ob sonst noch jemand im Haus ist hat Carol vielleicht Besuch Carol hat fast überhaupt keinen Besuch mehr seit Daniel weg ist sie hat nie viele Freunde gehabt Jane nickte nur es lag auf der Hand dass von Fred Cop keine Hilfe zu erwarten war ich habe Hunger sagte der alte abrupt ich werde Carol sagen sie soll mir das Mittag Essen machen aber gleich schüttelte er den Kopf nein dann behauptet sie nur ich hätte gerade erst gefrühstückt ich kann sie gern für sie fragen Mr. Cop Jane sah wie sein Mund sich zu einem breiten Lächeln verzog wirklich das ist sehr nett von ihnen Carol hasst es wenn ich was von ihr will sie wird immer wütend und manchmal droht sie mir damit mich in ein Heim zu stecken doch doch aber mir ist das egal soll sie mich doch in ein Heim stecken wenn sie das will mir ist das wurscht aber jetzt habe ich Hunger ich werde Carol bitten ihn etwas zu machen warum überlässt du ihm das nicht selbst Carols Stimme schnitt messerscharf durch die warme Luft J.R. der sie begleitete begann zu bellen ach halt die Klappe J.R. der verdammte Köter den kannst du auch gleich in ein Heim stecken sagte Fred Kopp im Kühlschrank liegt noch Käse wenn du den willst Vater na gut sagte er gnädig entschuldigte sich umständlich und ging ins Haus Carol wandte sich wieder Jane zu Jane stand immer noch an das Spalier gedrückt ich muss wissen sagte sie ruhig zu Carol was an dem Tag passierte an dem ich verschwunden bin komm mit rein forderte Carol sie auf da können wir ungestört reden wie fühlst du dich fragte Carol als sie im Wohnzimmer waren ich weiß niemand war hinter den Möbelstücken versteckt nur ein paar Staubflusen schauten unter einem alten Ohrensessel hervor sie schüttelte den Kopf ich muss dir so viel sagen ich weiß nicht wo ich anfangen soll ich wüsste nicht ob wir einander überhaupt etwas zu sagen haben ich weiß du glaubst Daniel und ich hätten was miteinander gehabt und du willst mir weismachen das sei nicht wahr verschone mich er sagte er hätte einen sehr merkwürdigen anruf von dir bekommen du hättest ihn gefragt ob ihr beide was miteinander gehabt hättet aber Daniel und ich hatten kein Verhältnis ja das hat er mir auch gesagt und du glaubst ihm nicht weshalb sollte ich diesem Mann noch irgendwas glauben weshalb solltest du Michael glauben konterte Jane er war doch derjenige der der erzählt hat Daniel und ich hätten eine Affäre gehabt nicht wahr weshalb sollte Michael mich anlügen er hat uns alle angelogen warum Jane schüttelte den Kopf ihr war schwindelig sie ließ sich in den Ohrensessel fallen um einen Keil zwischen uns zu treiben um uns zu entzweien um zu verhindern dass ich der Wahrheit auf die Spur komme Carol drehte sich halb herum als wolle sie aus dem Zimmer gehen setzte sich dann aber auf das Sofa Jane gegenüber welcher Wahrheit das weiß ich nicht natürlich nicht unmittelbar vor meinem verschwinden muss etwas geschehen sein es muss so schlimm gewesen sein dass ich nur damit fertig werden konnte indem ich es vergaß indem ich einfach mein ganzes bisheriges Leben vergaß sie sah zur Zimmerdecke hinauf Carol wie ist meine Mutter ums Leben gekommen was Moment mal Jane das geht mir zu schnell da komme ich nicht mehr mit wie ist meine Mutter ums Leben gekommen Carol atmete einmal tief durch und hob die Hände als hätte sie beschlossen nachzugeben und Jane ihren Willen zu lassen sie ist letztes Jahr bei einem Autounfall verunglückt lüg mich nicht an sagte Jane scharf Carol war schockiert ich bin doch hier nicht diejenige die lügt Jane Herrgott noch mal warum sollte ich dir nicht die Wahrheit sagen meine Mutter ist also bei einem Autounfall umgekommen wo ist der Unfall passiert nicht weit von hier Deine Mutter wollte nach Boston fahren irgendein Verrückter hat ein Stoppschild missachtet und ist voll in sie reingeknallt Du warst vollkommen fertig Du hast sehr an deiner Mutter gehangen Wer war noch im Wagen Was soll das heißen Wer hat den Wagen gefahren Deine Mutter Ursprünglich wolltest du mit ihr nach Boston fahren so viel ich weiß aber dann musstest du zu irgendeiner Veranstaltung in Emilys Schule und konntest nicht Ich bin nicht gefahren Nein ich sagte doch gerade du musstest zu einer Veranstaltung in die Schule Michael hat mir aber gesagt ich hätte am Steuer gesessen Was sei nicht albern Jane weshalb sollte Michael so etwas sagen Er sagte ich hätte am Steuer gesessen und Emily wäre auch im Wagen gewesen Emily Er hat gesagt sie wäre tot sie wäre in meinen Armen gestorben Jane das ist doch verrückt aber meine Tochter ist gar nicht tot nicht war Carol natürlich nicht natürlich ist sie nicht tot wo ist sie Carol Carol stand auf Jane bemerkte einen neuen Ausdruck in ihren Augen den sie noch nie zuvor bei ihr gesehen hatte es war Furcht sie stand auf und versperrte Carol den Weg aus dem Zimmer wo ist sie Carol fragte sie wieder ich weiß es nicht ich glaube dir nicht ich weiß es nicht wo sie ist wo hält Michael Emily versteckt Jane hör doch mal selbst zu was du da redest ist ja total verrückt Daniel 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 Michael hielt Emily versteckt aber warum sollte Michael das Kind verstecken so wie ich dich jetzt erlebte kann ich nur sagen wenn er sie versteckt hält dann zu ihrem eigenen Besten um sie zu schützen nein um sich selbst zu schützen Jane Mia hat er gesagt sie wäre tot Carol er hat gesagt ich hätte sie getötet sie wäre in meinen Armen gestorben wie erklärst du dir das versucht er vielleicht auch mich zu schützen ja er möchte dich schützen Jane nur darum geht es ihm indem er mich belügt will er mich schützen indem er mir erzählt meine Tochter sei tot und ich sei daran schuld mein Gott Carol glaubst du denn ich hab das alles erfunden ich glaube du hast wahnvorstellungen wahnvorstellungen sie schüttelte ungläubig den kopf er hat sich wirklich nach allen seiten abgesichert er hat alle davon überzeugt dass ich verrückt bin dass ich nach dem tod meiner Mutter eine Art Nervenzusammenbruch erlitten habe meinen Freunden erschien ich zwar ganz normal aber zu Hause sah es völlig anders aus da hatte ich wutausbrüche am laufenden band ich schmiss sachen durch die gegend ich war gewalttätig aber warum das alles jane warum sollte mich so etwas tun weil ich irgendetwas weiß weil etwas geschehen ist das ich entweder gesehen oder gehört habe etwas das ich nicht wissen darf woran ich mich auf keinen Fall erinnern darf aber was denn sag du es mir carol schloss einen moment die augen ich weiß nicht jane erzähl mir was an dem nachmittag passierte bevor ich wegging erzähl mir was an dem tag los war carol überlegte einen moment ehe sie zu sprechen begann michael sagte du wärst sehr erregt gewesen erzähl mir nicht was michael gesagt hat unterbrach jane zornig erzähl mir dich nach hause kommen begann carol widerstrebend es war am frühen nachmittag mein vater hatte sich hingelegt und schlief es war ziemlich kalt an dem tag ich puzzelte im garten herum nur um etwas zu tun zu haben als ich dich kommen sah dachte ich mir ach gehst mal rüber und fragst ob sie eine tasse Tee mit dir trinken will ich brauchte ein bisschen Gesellschaft aber gleich als du aus dem Auto stiegst sah ich dass etwas passiert sein musste du warst völlig außer dir richtig hysterisch du hast vor dich hingemurmelt und geschrien aber ich habe kein Wort verstanden ich war nicht einmal sicher ob du mich überhaupt gesehen hast obwohl du mir direkt ins Gesicht schaut ist ich fragte dich was los sei aber du hast mir gar nicht geantwort du bist einfach an mir vorbei ins Haus gerannt und hast die Tür zugeknallt ich wusste nicht was ich tun sollte ein paar Minuten stand ich ratlos herum dann beschloss ich mich anzurufen ich erzählte ihm was los war und er sagte er würde sofort nach Hause kommen ungefähr 15 oder 20 Minuten später sah ich Michaels Wagen vorfahren Michael stieg aus und lief ins Haus ich muss zugeben ich war inzwischen sehr neugierig geworden ich wollte unbedingt wissen was bei euch los war ich blieb am Fenster stehen und schaute hinaus und es dauerte gar nicht lange da flog bei euch die Haustür auf und du kamst raus geschossen wie ein Pfeil du hast nicht mal die Tür hinter dir zugemacht aber du hast nicht deinen Wagen genommen sondern bist die Straße runtergelaufen ich wartete ein paar mal nach Michael und dann hörte ich ihn stöhnen ich lief in den Wintergarten Michael lag noch auf dem Boden und versuchte gerade aufzustehen er blutete am Kopf und auf dem Boden war auch alles voll Blut ich half ihm ins Bad und tupfte ihm das Blut ab so gut es ging und dann fuhr ich ihn ins Newton Wellesley Krankenhaus auf der Fahrt musste ich versprechen den Ärzten zu sagen er sei gestürzt und hätte sich den Kopf aufgeschlagen er erklärte mir du hättest einen Zusammenbruch gehabt es hätte sich schon seit längerer Zeit angekündigt und er würde mir später alles erklären und weiter das ist alles den Rest weißt du du bist nicht nach Hause gekommen er meinte du schämtest dich wahrscheinlich und braucht es ein paar Tage Zeit um dich zu beruhigen und wieder klar zu werden er war überzeugt du würdest wieder nach Hause kommen wenn du ein paar Tage Ruhe gehabt hättest er rief mich an nachdem er von der Polizei gehört hatte und erzählte mir was passiert war dass du dich an nichts erinnern könntest er sagte er würde dich nach Hause holen wann hat er dir das mit Daniel erzählt erst später und mich allerdings nicht gehalten wie du weißt Jane atmete mehrmals tief durch in der Hoffnung dass der schwindel der sie schwach und elend machte dadurch vorbeigehen würde Carol bitte du musst mir sagen wo Michael Emily versteckt hält ich habe keine Ahnung antwortete Carol und Jane glaubte ihr ich nahm an sie sei bei Michaels Eltern sie haben also wirklich ein Sommerhaus ja in Woods hole Jane wusste dass Woods hole ein kleiner Streifen Land an der Spitze von Cape Cod war aber sie konnte sich nicht erinnern je dort gewesen zu sein es war eine Fahrt von mehreren Stunden aber Jane war schon entschlossen hinzufahren auf gut Glück und mit verbundenen Augen wenn es sein musste das Haus der Whittakers würde sie schon irgendwie finden wenn sie erst einmal dort war du musst gib mir die Schlüssel zu deinem Wagen Jane sei nicht albern ich kann dir meinen Wagen nicht geben Jane sah wie Carols Blick zu einer Stelle hinter ihrem Kopf schweifte sie sah wie Carol erstarrte und den Mund in einem lautlosen Aufschrei öffnete im selben Moment spürte sie hinter sich Bewegung wer ist diese Frau fragte Carols Vater von der Tür her im ersten Moment glaubte Jane er spreche von ihr aber als kräftige Hände ihre Arme packten war ihr klar dass Fred Cop Paula gemeint hatte die irgendwie aus ihrem Gefängnis ausgebrochen und herüber gekommen war oder nein wahrscheinlich war sie schon die ganze Zeit hier gewesen nach Daniels Anruf heute morgen bin ich zu euch rüber gegangen erklärte Carol während Paula Jane die Arme fest an die Seiten presste weil ich fürchtete es könnte etwas passiert sein ich fand Paula im Badezimmer was geht hier vor fragte Carols Vater scharf Carol was sind das für Leute wollen sie uns was verkaufen nein Vater geh doch rauf und leg dich ein Weilchen hin ich will mich nicht hin legen ich bin eben erst aufgestanden Jane ließ ihren ganzen Körper erschlaffen so ist es gut sagte Paula ohne ihren Griff zu lockern es hat doch keinen Sinn um sich zu schlagen haben sie Michael angerufen fragte Jane er operiert ich habe ihm eine Nachricht hinterlassen es ist also und knickte die Knie ein als wären ihre Beine nicht mehr stark genug ihr Gewicht zu tragen Paula folgte mit dem Körper ihrer Bewegung und neigte sich leicht vornüber um ihre Arme nicht loslassen zu müssen im selben Moment riss Jane die Schultern so heftig nach rückwärts dass Paula das Gleichgewicht verlor und sie sich während Paula noch schwankend nach Halt suchte aus ihrer Umklammerung befreien konnte nein rief sie schrill und hörte den erschrockenen Aufschrei des alten Mannes als sie die große Kristallvase auf dem Couchtisch packte und in die Höhe schwang die verdorrten Blumen flogen durch die Luft Wasser ran auf ihre Schultern und den Teppich darunter Paula wich zurück Carol schüttelte den Kopf der alte Kopf drückte wimmernd die Hände auf die Augen und in dieser Sekunde erinnerte sich Jane wer sie war und was sie unbedingt hatte vergessen wollen Jane erlebte die Rückkehr ihrer Erinnerungen wie einen Film als säße sie in der Mitte der ersten Reihe eines Privatkinos in dem sie die einzige Zuschauerin war ohne sich dessen bewusst zu sein begann sie zu sprechen und ließ Carol und Paula so an ihrem einsamen erleben teilhaben es war früher morgen Michael und Emily saßen am Küchentisch Michael las die Zeitung während er seinen Kaffee trank und Emily stocherte ziemlich lustlos in ihren Cornflakes herum und was hast du heute vor fragte Michael ich habe um halb eins einen Termin bei Emelies Lehrerin erinnerte sie ihn gibt es Probleme das glaube ich nicht es sind nur die Einzelgespräche die sie am Schuljahresende immer mit den Eltern führen sie tätschelte Emily den Kopf und Emily antwortete mit einem scheuen lächeln in welchem Zimmer seid ihr gleich wieder Herzchen Zimmer 31 Emelies Stimme war leise Jane fiel auf dass sie mit jedem Wort das sie sprach leiser zu werden schien ich verstehe gar nicht wieso ich das nicht behalten kann ich schreibst mir lieber auf sie riss ein Blatt von dem kleinen Block neben dem Telefon und schrieb auf Pat Rutherford Z 31 12 30 weißt du was wenn ich heimkomme backe ich dir einen Schokoladenkuchen sagte sie in der Hoffnung ihrer Tochter ein lächeln zu entlocken und war lächerlich stolz als es ihr gelang darf ich dir helfen fragte Emily aber klar Jane öffnete den Kühlschrank und sah hinein ich muss auf jeden Fall noch Milch und Eier besorgen sie schrieb Milch Eier auf den Zettel also bist du soweit ich kann sie heute zur Schule fahren erbot sich Michael wunderbar zieh dir eine warme Jacke an rief Michael als Emily in den Flur hinaus lief es soll kühl werden heute und das gilt auch für die Mama fügte er hinzu und gab Jane einen Kuss auf die Nasenspitze ja Papa danke Papa war mir ein vergnügen freches Ding du ich liebe dich ich liebe dich auch ruf mich nach dem Gespräch mit der Lehrerin an okay Jane folgte Michael in den Flur und half Emily in ihren rosa roten Anorak viel Spaß Schätzchen sie kniete nieder und Emily schlang ihr die Arme um den Hals wir sehen uns dann in der Schule sagte Jane und stand auf obwohl sie ihre kleine Tochter gern noch einen Moment so gehalten hätte aber nahm Michael sie schon in die Arme das kann ich mir doch nicht entgehen lassen sie küsste ihn arbeite nicht zu viel ruf mich an sie blieb an der Tür stehen bis Michaels Wagen um die Ecke verschwand sie fühlte sich unglaublich glücklich das einzige was ihnen fehlte war ein zweites Kind es war schon komisch nach Emleys Geburt hatte sie zwei Jahre lang die Pille genommen um sicher zu gehen dass das zweite Kind nicht zu früh kommen würde aber als sie abgesetzt hatte war gar nichts geschehen untersuchungen hatten ergeben dass Michaels Samenzählung sehr niedrig war dass Emily ein noch viel größeres Wunder war als sie geahnt hatten es war unwahrscheinlich dass ein solches Wunder ein zweites Mal geschehen würde also würde es eben bei einem Kind bleiben welch ein Glück dachte Jane wie so oft dass ihnen dieses süße aufgeweckte kleine Mädchen geschenkt worden war die Lehrerin hatte einen etwas nervösen Eindruck gemacht oder nein nicht direkt nervös sagte sich Jane auf dem Weg nach oben um sich umzuziehen es ist wahrscheinlich nichts worüber man sich Sorgen machen muss hatte Pat Rutherford zu ihr gesagt und natürlich war Jane gleich besorgt gewesen Michael hatte sie nichts von dem Gespräch erzählt warum sollten sie sich alle beide über etwas den Kopf zerbrechen worüber man sich wahrscheinlich keine Sorgen zu machen brauchte Jane öffnete ihren Schrank und überlegte was sie anziehen sollte sie entschied sich für ein schlichtes Anne Klein Kleid diese mit Bändern und Schleifen garnierten Kleider die Michael immer für sie aussuchte wenn sie zusammen einkauften mochte sie nicht besonders er mag ein glänzender Chirurg sein dachte sie während sie in das blaue Kleid schlüpfte aber von Mode hat er keine Ahnung selbst bei Negligés ließ sein Geschmack eine Menge zu wünschen übrig sie schob das weiße Baumwoll Nachthemd das er ihr zum letzten Muttertag geschenkt hatte wieder in die Tiefen des Schranks zurück sie bürstete sich das Haar zog es nach hinten und steckte es mit einer strass besetzten Spange Haar sah sie legte die goldene Armbanduhr um die er ihr zum zehnten Hochzeitstag geschenkt hatte und drehte zerstreut den einfachen goldenen Trauring an ihrem Finger während sie überlegte ob sie noch aufräumen sollte ehe sie aus dem Haus ging nein das konnte Paula tun bei dem Gedanken an die junge Frau die Michael als Haushaltshilfe engagiert hatte runzelte sie ein wenig die Stirn Paula hatte keinen Humor konnte Jane nicht besonders gut leiden und war vernarrt in Michael wie würde es mir gehen wenn ich entdecken sollte dass die beiden ein Verhältnis haben dachte sie flüchtig und lachte den Gedanken weg es war zu absurd außerdem würde Michael sie niemals betrügen davon war sie überzeugt wozu sich also mit so unerfreulichen Gedanken belasten Jane ging nach unten nahm und wollte schon gehen als ihr Michaels Ermahnung ein Mantel anzuziehen einfiel ach was sagte sie laut es ist doch Sommer ein kalter Windstoß fuhr ihr ins Gesicht als sie die Tür öffnete von wegen es ist eiskalt pustete sie rannte in den Flur zurück und hängte sich ihren Trenchcoat über die Schultern Papa weiß es eben doch am besten sie betrat das Schulhaus durch die Seitentür und ging schnell die drei Treppen hinauf Zimmer 31 war am Ende des mit Fotografien dekorierten Korridors die Tür war offen sie schaute hinein Kinderzeichnungen und große aus Buntpapier ausgeschnittene Buchstaben schmückten die Wände es war ein helles freundliches Zimmer und es war leer Jane sah auf ihre Uhr fünf vor halb eins an der mit Bildern geschmückten Wand entdeckte Jane eine Zeichnung von Emily eine Blumenwiese auf die eine lachende Sonne hinuntersah Hallo Mrs. Whittaker Pat Rutherford hatte eine zarte dünne Stimme die zu ihrer zierlichen Gestalt passte warten sie schon lange sie schien nervös zu sein nein nein ich bin eben erst gekommen gut Pat Rutherford strich sich mit einer Hand das lange blonde Haar hinter das Ohr und ein großer silberner Ohrring sie gekommen sind gibt es denn Probleme mit Emily sie erwartete eine rasche verneinung und war bestürzt als die Lehrerin zögerte ist etwas nicht in Ordnung wieder zögerte Pat Rutherford dann sagte sie ich weiß es nicht genau worum geht es bitte nehmen sie doch Platz Jane versuchte es sich in einer der kleinen Schulbänke vor Pat Rutherford Pult bequem zu machen die Lehrerin setzte sich nicht sie ging hin und her blieb gelegentlich stehen und lehnte sich an ihr Pult ihre dunklen Augen verrieten Unsicherheit sie machen mich richtig nervös gestand Jane die sich fragte was die Frau ihr zu sagen haben könnte das tut mir leid ich bin sonst nicht so zögernd aber ich weiß ganz einfach nicht wie ich ihnen das sagen soll Direktheit ist meistens die beste Methode hoffentlich haben sie recht sie schwieg einen Moment wissen sie ich bin mir nicht einmal sicher ob es richtig ist mit ihnen zu sprechen ich verstehe nicht was sie meinen ich unterrichte im ersten jahr erklärte Pat Rutherford ich hatte nie mit so etwas zu tun und ich bin mir nicht im klaren über das korrekte Verfahren was für ein Verfahren ich glaube normalerweise müsste ich meine Vermutungen den Behörden mitteilen den Behörden mein Gott was vermuten sie denn aber eine Freundin von mir hat damit schlechte Erfahrungen gemacht da kreuzten zwei Kriminalbeamte auf schüchterten das Kind völlig ein in der Schule kursierten die wildesten Gerüchte die Eltern waren fuchsteufels wild und meine Freundin hätte beinahe ihren Posten verloren und geändert hat sich gar nichts wovon sprechen sie Jane saß bis aufs äußerste angespannt auf der Kante des kleinen Stuhls ich bin gern Lehrerin ich möchte meine Stellung nicht verlieren darum hielt ich es für besser nicht gleich zu den Behörden zu gehen sondern zuerst mit dem Direktor zu sprechen mit Mr. Secord meinen sie ja aber worüber haben sie denn nun mit ihm gesprochen ich glaube dass Emily sexuell missbraucht wird die Worte trafen Jane wie Dolchstöße im ersten Moment fuhr sie zurück dann krümmte sie sich so heftig zusammen dass sie beinahe von dem kleinen Stuhl gestürzt wäre nur die Kante der Schulbank die schmerzhaft ihre Rippen traf hielt sie auf ich muss mich verhört haben dachte sie während sie um Fassung rang das kann sie nicht gesagt haben was sagten sie Pat Rutherford ließ sich auf den Stuhl hinter ihrem Pult sinken ich glaube Emily wird sexuell missbraucht wiederholte sie Jane stockte der Atem sie meinte zu ersticken das kann nicht sein dachte sie nein das ist ganz ausgeschlossen das gibt es nicht wie kommen sie denn darauf fragte sie als sie widersprechen konnte ich habe keine konkreten Beweise das ist einer der Gründe weshalb Mr. Secord mir dringend abriet die Behörden einzuschalten dass ich kaum Erfahrung besitze es könnte alle möglichen Gründe für Emilys verändertes Verhalten geben aber irgendetwas sagt mir dass das der Grund ist alles was ich darüber gelesen habe hat Emily ihnen gesagt dass sie die Worte blieben Jane im Hals stecken dass sie sexuell missbraucht wird flüsterte sie nein antwortete Pat Rutherford und Jane atmete erleichtert auf die Frau musste sich getäuscht haben hatte sich von Dingen die sie gelesen hatte zu voreiligen Schlüssen verleiten lassen aber das Verhalten das sie in letzter Zeit zeigt entspricht dem eines sexuell missbrauchten Kindes inwiefern was ist das für ein Verhalten wieder zögerte Pat Rutherford nun ja sie ist in letzter Zeit auffallend still sie war immer sehr lebhaft und aufgeweckt voller Begeisterung immer vergnügt in letzter Zeit ist sie wie auffallend still und in sich gekehrt beinahe traurig ist ihnen das zu Hause auch aufgefallen Jane musste zugeben dass das der Fall war aber trotzdem protestierte sie heißt das doch wohl noch lange nicht dass Emily sexuell missbraucht wird sicher wenn es nur das wäre würde ich mir keine Gedanken machen stimmte Pat Rutherford zu aber das ist eben nicht alles Jane sagte nichts bedeutete der Lehrerin nur mit einem Nicken fortzufahren eines Tages habe ich sie in der Pause beim Puppenspielen im Vorschulzimmer beobachtet das ist an sich nichts besonderes viele Kinder gehen gern mal zum Spielen dorthin solange sie alles wieder aufräumen ist das kein Problem aber die Art und Weise wie Emily mit den beiden Puppen spielte veranlasste mich ihr genauer zuzusehen sie war völlig absorbiert von ihrem Spiel was war das für ein Spiel sie berührte die Puppen an der Brust und zwischen den Beinen und rieb sie aneinander kann das nicht ganz normale kindliche Neugier sein unterbrach Jane mit wachsendem Zorn wie kam diese unerfahrene Person dazu aus kindlicher Neugier und Experimentierfreude einen Fall von sexuellem Missbrauch zu konstruieren sicher das ist möglich darin habe ich auch gedacht ich habe selbstverständlich nicht gleich angenommen dass hier ein Missbrauch vorliegt hielt es für ebenso wahrscheinlich dass sie einfach Verhaltensweisen nachahmt die sie im Fernsehen oder im Kino gesehen hat Jane schüttelte den Kopf sie achtete genau darauf was Emily sich im Fernsehen ansah und ließ sie niemals allein ins Kino gehen weder im Fernsehen noch im Kino konnte sie so etwas gesehen haben aber sie hatte natürlich Augen im Kopf sie interessierte sich zweifellos für ihren eigenen Körper und es gab immer Kinder die weiter waren und alles mögliche erzählten sie hat wahrscheinlich von irgendeinem anderen Kind etwas aufgeschnappt meinte Jane eisern beherrscht obwohl sie Pat Rutherford am liebsten an die Gurgel gesprungen wäre für ihre unbegründeten Anschuldigungen mrs whittaker glauben sie mir ich sage das alles nicht leichtfertig bemerkte emilies lehrerin als hätte sie janes gedanken gelesen ich denke seit monaten darüber nach wie ich diese sache am besten anpacken kann mr secord hat mich viele male daran erinnert dass ihr mann ein hoch angesehener mann ist dass er zu den mäzenen der schule gehört und ich weiß wie sehr sie selbst sich für die belange der schule ich es ihnen nicht schwerer machen wollte als unbedingt nötig es kann gut sein dass es für alles eine logische erklärung gibt für alles bis jetzt habe ich kaum etwas gehört jedenfalls nichts was mich zu der schlussfolgerung veranlassen würde dass mein kind das opfer eines sexuellen missbrauchs ist ich bin noch nicht fertig jane schwieg sie saß wie auf kohlen ich hätte die ganze geschichte vielleicht fallen lassen wenn nicht die sache letzte woche gewesen wäre was war denn letzte woche als ich ins klassenzimmer kam sah ich hinten emily mit einem anderen kleinen mädchen sie hatte eine hand auf der schulter des mädchens und die andere auf ihrer brust das ist doch lächerlich zwei kleine mädchen die sich gegenseitig es war weniger das was emily tat als das was sie sagte was mich stutzig machte wieso was sagte sie denn sie flüsterte du bist so schön du bist so weich und süß dass ich dich einfach anfassen muss was ich weiß dass das ihre genauen worte waren ich habe sie aufgeschrieben ich meine so etwas sagt doch normalerweise ein kind nicht zum anderen es hört sich eher so an als plapperte sie etwas nach dass sie von einem erwachsenen gehört hat entweder hat sie es zufällig belauscht oder es hat jemand zu ihr selbst gesagt ich weiß es nicht mir ist klar dass das für sie ein großer Schock ist Mrs. sie wahrscheinlich sehr böse auf mich sind ich weiß dass ich im Grund keinerlei beweise habe aber ich habe mir wirklich den Kopf darüber zerbrochen was ein normalerweise fröhliches und kontaktfreudiges Kind so still und in sich gekehrt machen könnte was eine siebenjährige so stark sexualisieren könnte mir fallen einfach keine anderen Möglichkeiten ein es sei denn ja was es sei denn sie hat vielleicht ihre babysitterin mit ihrem freund beobachtet ist das möglich vielleicht kam sie unvermutet aus ihrem zimmer und ertappte die babysitterin mit ihrem freund auf dem sofa vielleicht hat sie gehört was die beiden sagten jane überlegte ob das möglich sei carols kinder kamen ziemlich regelmäßig zum babysitten konnte es sein dass Celine abends einmal ihren freund ins haus geholt hatte als sie und Michael ausgewesen waren gibt es bei ihnen in der nachbarschaft halbwüchsige jungen fragte pet rutherford vielleicht hat sich von ihnen einer an emily herangemacht und versucht sie zu irgendwelchen dummheiten zu überreden andrew andrew bishop hoch aufgeschossen und schlagsig kam mir in den sinn war es möglich dass carols sohn ihr kleines mädchen belästigt hatte sie sprang mit solcher entschlossenheit von ihrem platz auf dass der stuhl beinahe umgestürzt wäre ich muss emily sprechen ich hoffte dass sie das sagen würden pet rutherford war sichtlich erleichtert emily ist beim mittagessen ich kann in den saal hinuntergehen und sie heraufholen wenn sie das möchten bitte ohne ein weiteres wort ging pet rutherford hinaus sobald sie weg war schlug jane mit der faust krachend auf das pult der lehrerin einige lose papiere flatterten zu boden verdammt verdammt es kann nicht wahr sein sagte sie immer wieder es kann einfach nicht wahr sein sie begann vor dem pult hin und her zu gehen wie pet rutherford das noch vor wenigen minuten getan hatte wie ist das möglich fragte sie sich wie kann das sein in ein paar minuten dachte sie in ein paar minuten kann sich ein ganzes leben verändern eben noch war sie wunschlos glücklich gewesen fühlte sich vom schicksal verwöhnt und im nächsten moment lag ihre ganze welt in trümmern und alles wegen eines einzigen satzes ich glaube emily wird sexuell missbraucht nein es konnte nicht sein oder doch war es möglich dass carols kinder vielleicht ganz unwissentlich an emilys verändertem verhalten schuld waren hatte selene vielleicht eines abends als sie zum babysitten im haus gewesen war ihren freund kommen lassen mami hallo mami emily lief ihr entgegen jane ging in die knie und nahm sie in die arme wie geht's dir frosch gut ich hab jody meinen apfel geschenkt das durfte ich doch oder aber natürlich jane strich emily einige härchen aus dem süßen gesicht und führte sie zu einer der schulbänke komm unterhalten wir uns ein weilchen pet rutherford die an der tür stehen geblieben war bedeutete ihr dass sie im korridor warten würde jane schob sich mühsam auf den kleinen sitz ich muss dich was fragen emily begann sie und bemühte sich ruhig zu sprechen und du musst mir die wahrheit sagen in ordnung emily nickte ich werde nicht böse ganz gleich was du mir sagst okay du brauchst überhaupt keine angst zu haben du kannst mir alles sagen es ist sehr wichtig dass du mir genau erzählst was geschehen ist ja mami emily wenn celine zum babysitten kommt bekommt sie dann manchmal besuch emily schüttelte den kopf und die hirchen die jane ihr aus dem gesicht gestrichen hatte fielen ihr wieder in die stirn sie hat nie von einem freund besuch bekommen wenn wir aus waren nein sie spielt immer mit mir und Andrew der kommt doch gar nicht zum babysitten aber letztes Jahr war er ein paar mal da ach ja stimmt aber er hatte auch nie besuch sagte jane nein ich glaub nicht hat hat Andrew mal etwas zu dir gesagt das dir unangenehm war was meinst du hat er dir vielleicht einmal vorgeschlagen etwas zu tun was du nicht tun wolltest mami ich verstehe nicht was du meinst hat er dich mal irgendwo angefasst wo du es nicht wolltest emily sagte nichts emily hat andrew dich mal irgendwo angefasst wo du es nicht wolltest emily blickte zu boden jane kämpfte um beherrschung innerlich tobte sie ich bring das schwein um ich bring das schwein eigenhändig um emily schatz du musst mir die wahrheit sagen bitte es ist sehr wichtig ich weiß dass es nicht deine schuld ist ganz gleich was geschehen ist und ich verspreche dir dass ich nicht böse werde ich weiß wie lieb du bist du würdest niemals etwas unrechtes tun darum weiß ich dass heißt, ging Jane alle Alternativen durch. Wenn nicht Andrew, dann vielleicht einer seiner Freunde oder vielleicht einer der größeren Jungen hier an der Schule. Vielleicht sogar einer der Lehrer. Vielleicht der Zahnarzt, den sie vor einigen Monaten mit Emily aufgesucht hatte. Vielleicht auch ein Wildfremder? Emily, wer war es? Bitte, du musst es mir sagen. Wer hat dich auf eine Weise angefasst, die du nicht mochtest? Bitte, Kind, du kannst es mir sagen, das weißt du doch. Emily hob langsam den Blick und sah ihrer Mutter in die Augen. Daddy, sagte sie. Alles stand still. Ihr Herz, die Uhr, ihr Atem. Alle Geräusche verstummten unter dem lauten Dröhnen in ihren Ohren. Du dreckiges, gemeines Schwein, ich bring dich um, ich bring dich um, verdammt nochmal. Jane schlug mit beiden Fäusten auf das Lenkrad und ihre wütenden Schreie halten im Innern des Wagens wieder. Wie konntest du so etwas tun, du elendes Schwein? Wie konntest du deiner eigenen Tochter so etwas antun? Wie konntest du nur? Sie saß im Auto auf dem Schulparkplatz und wusste nicht, was sie tun sollte. Sie hatte es kaum bis zum Auto geschafft, ohne Lust zu brüllen und ihren Gefühlen freien Lauf zu lassen. Sie hatte sich von Emily trennen müssen. Das Kind durfte das Ausmaß ihrer Wut nicht zu sehen bekommen. Sie brauchte Zeit, um sich abzureagieren, um ruhiger zu werden, ihre Gefühle in den Griff zu bekommen. Sie brauchte Zeit, um einen Plan zu fassen, einen Entschluss, was sie tun sollte. Sollte sie eine Konfrontation herbeiführen? Sollte sie einfach zu Michael in die Praxis stürmen und Emilies Beschuldigungen vor aller Welt herausschreien, ihm die Maske der Ehrbarkeit vom Gesicht reißen und diesen angeblichen Helfer und Beschützer kleiner Kinder als das entlarven, was er in Wirklichkeit war? Ein Kinderschänder? War es möglich, dass er auch andere Kinder belästigt hatte? Gelegenheit dazu bot sich ihm zweifellos genug. Es war sein Beruf, die Kranken und Verletzlichen zu betreuen. Wer war verletzlicher als ein krankes Kind? Und er war der heilige Dr. Michael Whitaker, ein Mann in einer Position der Macht und des Vertrauens. Man verehrte und liebte ihn, betete ihn an. Konnte dieser Mann, dieser zärtliche und sanfte Liebhaber, wirklich solcher Gemeinheit und Niedrigkeit fähig sein? Und was sagte das über sie? Wie hatte sie elf Jahre lang mit einem solchen Mann zusammenleben können, ohne auch nur den geringsten Verdacht zu schöpfen? Jane sah sich in seinen Armen liegen und sah sogleich ihre siebenjährige Tochter an ihrer Stelle. Ihr drehte sich der Magen um. Sie riss die Wagentür auf und übergab sich auf den schwarzen Asphalt des Schulparkplatzes. Du Schwein! Du Gottverdammtes Schwein! schrie sie und versuchte vergeblich, ihre Wut zu bändigen. Was soll ich jetzt tun? rief sie verzweifelt und schlug auf die Hupe. Sie wischte sich den Mund mit einem Papiertuch ab, das sie in ihrer Manteltasche fand, und beschloss es, auf eine direkte Konfrontation mit Michael nicht ankommen zu lassen. Sie würde die Auseinandersetzung ihren Anwälten überlassen, sobald sie und Emily irgendwo in Sicherheit waren. Jetzt musste sie erst einmal ihre Wut beherrschen, damit sie einen vernünftigen Plan fassen konnte. Sie musste nach Hause fahren, packen, nicht viel, nur das Notwendigste, und sich darüber klar werden, wohin sie mit Emily wollte. Nach Boston, sagte sie sich. Wir gehen für ein paar Tage in ein Hotel, das Lennox vielleicht. Das Lennox hatte ihr immer gut gefallen, von dort aus konnte sie mit ihren Freunden Verbindung aufnehmen, sich einen guten Anwalt empfehlen lassen. Aber zuerst brauchte sie Geld. Sie musste zur Bank. Sie hatten neun, vielleicht zehntausend Dollar auf ihrem gemeinsamen Girokonto. Eine Unterschrift reichte, um Geld abzuheben. Okay, da fährst du jetzt hin, sagte sie sich, schlug die Wagentür zu, ließ den Motor an und fuhr auf die Straße hinaus. Sie würde das ganze Geld vom Konto abheben. Bis Michael es merkte, würden sie und Emily längst fort sein. Mit Michael würde sie nur noch über Anwälte verkehren. Das war zweifellos für alle Beteiligten die beste Lösung. Wenn er ihr je wieder unter die Augen treten sollte, würde sie ihn womöglich umbringen. Sie fuhr schnell, erreichte die Center Street in knapp zehn Minuten und parkte den Wagen unter einem Halteverbotsschild direkt vor der Bank. Sie stieß beinahe eine weißhaarige alte Frau um, als sie hineinrannte und hörte die alte Dame derbe Fluchen. Sie war nur wenig erstaunt. Nichts konnte sie jetzt mehr überraschen. Sie kam häufig in diese kleine Bankfiliale. Sie kannte alle Angestellten mit Namen und die bildeten sich wahrscheinlich ein, sie zu kennen. Jane lachte laut, sah, wie alle die Köpfe nach ihr drehten, senkte den Kopf und wischte sich eine unerwartete Träne weg. Wie lange würde sie warten müssen? Warum ging es so verdammt langsam vorwärts? Ist etwas nicht in Ordnung, Mrs. Whitaker? fragte die Schalterangestellte, als sie schließlich an die Reihe kam. Jane starrte die junge Schwarze, die Samantha hieß, an. Kann ich Ihnen irgendwie helfen, Mrs. Whitaker? Ich möchte dieses Konto schließen. Jane griff in ihre Handtasche, zog ihr Scheckbuch heraus und schob es über die Theke. Samantha suchte ihre Karte heraus. Soll ich das Geld auf eines ihrer anderen Konten überweisen? Nein, ich möchte es bar abheben. In Hundertern? Ja. Samantha verschwand zum Tresor und kehrte mit mehreren Bündeln 100-Dollar-Noten zurück, die sie vor Jane abzählte und dann zu ordentlichen kleinen Stapeln zusammenheftete. Jane stopfte das Geld in die tiefen Taschen ihres Trenchcoats. Sie fuhr nach Hause, fast blind vor Tränen. Keiner der Menschen, die sie je geliebt hatte, hatte sich auf sie verlassen können. Sie hatte ihren Vater nicht vor dem Herzinfarkt geschützt, der ihn getötet hatte, als sie gerade 13 war. Sie hatte ihre Mutter nicht beschützt, die zweifelsohne heute noch am Leben wäre, wenn Jane auf die Veranstaltung an Emilies Schule verzichtet hätte und mit ihr nach Boston gefahren wäre. Sie hatte es nicht geschafft, ihren Mann glücklich zu machen, ihm eine Frau zu sein, wie er es erwartete und verdiente. Und sie hatte es nicht geschafft, ihr einziges Kind zu behüten und zu beschützen. Ich bin total unfähig, schluchzte sie und knallte die Autotür zu. Ich bin nichts wert, zu nichts zu gebrauchen. Jane, Jane, was ist denn los? Was ist denn passiert? Was? Jane starrte in Carols besorgtes Gesicht. Was ist denn los? Weinst du? Ich habe jetzt keine Zeit, rief Jane, stieß Carol zur Seite und rannte ins Haus. Jeder Versuch, etwas zu erklären, wäre sinnlos gewesen. Niemals hätte sie Carol davon überzeugen können, dass Michael Emily belästigt hatte. Wer würde ihr so etwas glauben? Nein, jetzt musste sie als erstes packen und verschwinden. Für Erklärungen war später noch Zeit genug. Jane warf die Handtasche im Flur auf den Boden und rannte die Treppe hinauf ins Schlafzimmer. Sie hatte das Gefühl, in den Privatbereich einer fremden Person einzudringen. Hast du wirklich hier gelebt? Warst du hier wirklich glücklich? Hatte sie dieses Zimmer, dieses Bett mit einem Mann geteilt, den sie offensichtlich nie gekannt hatte? Sie sah sich in der Spiegelwand der Schranktüren. Ihr Gesicht war verschwollen und voller Tränenspuren. Kein Wunder, dass alle erschraken, wenn sie sie sahen. Sie sah ja wirklich zum Fürchten aus. Keinesfalls durfte Emily sie in dieser Verfassung sehen. Sie ging ins Bad, wusch sich Schminke und Tränen vom Gesicht und drückte sich einen kalten Waschlappen auf die geschwollenen Augen. Dann kehrte sie ins Schlafzimmer zurück und zog die Schranktüren auf. Hast du mir darum immer diese blöden kleinen Mädchenkleider gekauft, schrie sie, während sie die Sachen von den Bügeln riss und auf ihnen herumtrampelte. Hast du mich darum so gern in Schleifchen und Rüschen gesehen? Sie holte die zwei schwarzen Koffer aus dem Schrank im Gästezimmer, einen Koffer für sie, den anderen für Emily. Sie würde nur wenige Sachen mitnehmen. Wenn sie mehr brauchen sollte, hatte sie ja immerhin fast 10.000 Dollar in den Taschen. Lieber ganz neu anfangen, die Vergangenheit auslöschen, reinen Tisch machen. Sie packte nur das, was sie für unbedingt notwendig hielt. Dann ließ sie sich erschöpft aufs Bett fallen, das Bett, das sie seit elf Jahren mit Michael teilte. Jane, was geht hier vor? Beim Klang von Michaels Stimme erstarrte Jane, keiner reaktionfähig. Was tat er um diese Zeit zu Hause? Jane, was ist los? Erst bekomme ich einen reichlich merkwürdigen Anruf von der Bank, du hättest das ganze Geld von unserem Konto abgehoben und ein paar Minuten später ruft Carol an und erzählt mir, du seist völlig aufgelöst nach Hause gekommen, es sei bestimmt etwas passiert, aber du hättest ihr nichts sagen wollen. Ich habe mich natürlich sofort in den Wagen gesetzt. Ich habe wahrscheinlich sämtliche Geschwindigkeitsgrenzen überschritten vor lauter Sorge. Jane, hörst du mir eigentlich zu? Hörst du mich, Jane? Jane wirbelte herum, eiskalte Wut im Blick. Oh ja, ich höre dich. Jane, steckst du in irgendwelchen Schwierigkeiten? Schwierigkeiten? Sag mir doch, was passiert ist. Hast du wieder einen mit der Handtasche niedergeschlagen? Er lachte beinahe. Was ist denn, Liebes? In was für ein Schlamassel hast du dich denn jetzt wieder rein buxiert, hm? Du mieses Schwein, kreischte Jane und stürzte sich auf ihn, schlug ihm die Hände wie Klauen in die Haare und krallte nach seinen Augen. Michael packte ihre Hände, hielt sie an den Handgelenken fest und schob sie zurück. Um Gottes Willen, Jane, was ist denn in dich gefahren? Du Schwein, du dreckiges Schwein, wie konntest du das nur tun? Was denn? Jane, was redest du da? Ich war heute bei Emilys Lehrerin, Michael. Sie machte sich Sorgen, weil Emilys Verhalten sich in letzter Zeit auffallend verändert hat. Jane hörte auf, sich zu wehren und wurde sehr ruhig. Michael sah sie erwartungsvoll an. Sie sagte, ihrer Meinung nach bestünde die Möglichkeit, dass Emily das Opfer eines sexuellen Missbrauchs ist. Der Ausdruck des Entsetzens, der über sein Gesicht flog, schien echt zu sein. War es Entsetzen über das, was Emily angetan worden war, oder Entsetzen darüber, ertappt worden zu sein? Was? Von wem? Hat sie eine Ahnung, wie er sein kann? Du brauchst mir nichts vorzumachen, Michael. Janes Stimme war kalt. Es ist zu spät. Das zieht bei mir nicht. Oh Gott, du glaubst, dass ich? Hör endlich auf, Michael. Ich habe mit Emily gesprochen. Sie hat mir alles gesagt. Es blieb einen Moment still. Dann sagte Michael, da hat ihr offensichtlich jemand etwas eingeblasen. Kein Mensch hat ihr etwas eingeblasen, du gemeiner Hund. Jane wollte erneut auf ihn losgehen und wieder gelang es Michael, sie abzuwehren. Du mieses, perverses Schwein. Wie konntest du sowas tun? Dein eigenes Kind belästigen? Jane trat mit den Füßen nach ihm und er wich zurück, ließ ihre Arme plötzlich los als eklig in die bloße Berührung an. Jane hob die Hände vors Gesicht, als könne sie sich vor dem entsetzlichen abschirmen, das sie sah. Im Dunkel ihrer hohlen Hände blitzte ihr Ehering auf. Sie riss ihn sich vom Finger und schleuderte ihn quer durchs Zimmer. Er schlug an die gegenüberliegende Wand und fiel in die Ecke. Herrgott nochmal, Jane, was tust du da? Umbringen könnte ich dich. Du bist verrückt, Jane. Ich liebe dich, aber ich habe schon lange den Eindruck, dass du völlig aus dem Gleichgewicht bist. Jane stand wie angewurzelt. Wenn sie jetzt auch nur eine Bewegung machte, dachte sie, würde sie ihn tatsächlich umbringen. Jane, wenn du unbedingt einem leicht beeinflussbaren Kind glauben willst, dem dieser ganze Unsinn wahrscheinlich von seiner neurotischen Lehrerin eingeblasen wurde, kann ich dich nicht daran hindern. Aber ich warne dich. Geh mit diesen Anschuldigungen ja nicht an die Öffentlichkeit, denn dann werde ich dich fertig machen. Und wenn ich mit dir fertig bin, werden sie vor dem Gerichtssaal mit der Zwangsjacke auf dich warten. Jane biss die Zähne zusammen, um nicht loszuschreien. Sie wusste, dass Michaels Worte keine leere Drohung waren. Wenn sie mit ihren Anschuldigungen an die Öffentlichkeit ging, verlangte sie von ihrer siebenjährigen Tochter, dass sie sich gegen ihren Vater stellte, den sie liebte. Verlangte von den Leuten, dass sie einem kleinen Mädchen und nicht ihrem bekannten und allseits geschätzten Vater glauben sollten. Wem würde man da wohl eher Glauben schenken? Was für eine Chance hatte sie überhaupt? Und was für eine Chance hatte Emily? Also gut, sagte Jane und wurde sich ihrer Überlegungen erst bewusst, als sie sie in Worte fasste. Ich gehe nicht an die Öffentlichkeit. Ich gehe nicht zur Polizei. Ich sage keinem Menschen auch nur ein Wort von dieser Sache. Du kannst deine Karriere und deinen guten Ruf behalten und dafür... Und dafür fragte er listig und selbstzufrieden. Dafür ziehst du aus. Auf der Stelle. Und Emily? Emily? Emily bleibt selbstverständlich bei mir. Ich bekomme das alleinige Sorgerecht. Ja, glaubst du denn im Ernst, ich verzichte auf das Sorgerecht für das einzige Kind, das ich je haben werde? Ich glaube ganz einfach, dass du keine Wahl hast. Ach ja? Glaubst du das? Du gestattest, dass ich das anders sehe. Wenn du einen Sorgerechtsprozess anstrengen solltest, zeige ich dich wegen Kindesmissbrauchs an. Dann verlierst du alles. Das glaube ich nicht. Ich denke, die Gerichte wissen genau, wie rachsüchtig manche Frauen sein können, wenn die Scheidung ansteht. Sie wissen, dass manche Frauen vor nichts zurückschrecken und alle möglichen gemeinen und unerhörten Beschuldigungen erfinden. Nach allem, was ich gelesen habe, haben die Gerichte für hysterische Frauen, die mit ungerechtfertigten Beschuldigungen wegen sexuellen Missbrauchs hausieren gehen, nicht viel übrig. Du bist wirklich das Letzte. Nein, aber ich habe recht und ich denke, das weißt du auch. Er sah nachdenklich zur Decke hinauf. Ich werde dir sagen, worauf ich mich einlassen würde. Jane fragte sich, an welcher Stelle sie sich die Kontrolle über das Gespräch hatte aus der Hand nehmen lassen. Ja? fragte sie mit brüchiger Stimme. Worauf würdest du dich einlassen? Auf eine Scheidung, wenn du sie wirklich willst, obwohl es das Letzte ist, das ich will. Ich liebe dich, Jane. Aber warum dann? Wie konntest du... Wie konnte ich was? Mein Gott, Michael, rief Jane zornig. Du hast in ihrer Hand ejakuliert. Willst du das wirklich leugnen? Bis zu meinem letzten Atemzug, er lächelte. Oder deinem. Jane zwang sich, ihm ins Gesicht zu sehen. Ist das eine Drohung? Ich drohe nicht, Jane. Ich bemühe mich, nur Frieden zu schließen. Also gut, was genau willst du? Ich will das gemeinsame Sorgerecht für unsere Tochter. Was? Wie kannst du auch nur einen Moment lang glauben, dass ich dem zustimmen würde? Du hast alle Rechte, die du vielleicht gehabt hättest, verwirkt. Ich denke nicht, dass du viele Menschen finden wirst, die dir zustimmen. Ich denke sogar, Emily würde dem Gericht sagen, dass sie ihren Daddy sehen möchte. Jane sah sich verzweifelt im Zimmer um, als hoffe sie dort eine Antwort zu finden, nur eine kleine Tatsache, die sie als schlüssigen Beweis vorbringen konnte. Sie fand nichts. Wärst du mit Besuchen unter Aufsicht einverstanden? Niemals. Das käme einem Schuldeingeständnis gleich. Ich habe nichts verbrochen. Jane hätte am liebsten laut geschrien vor Verzweiflung. Ich kann das alles nicht fassen. Was ist mit uns geschehen? Du bist mir völlig fremd. Michael trat mit ausgestreckten Armen einen Schritt auf sie zu. Ich liebe dich, Jane. Nein! Ich liebe dich. Selbst jetzt noch, nach all den furchtbaren Dingen, die du gesagt hast, liebe ich dich. Du bist so schön. Ich möchte dich nur in die Arme nehmen und festhalten. Hast du es mit dieser Masche auch bei unserer Tochter probiert, Michael? Ja? Hast du das? Hast du das getan, du Dreckskerl? Sie begann zu schreien, unartikulierte, wilde Schreie und rannte aus dem Zimmer. Sie vergaß die Koffer, rannte, von Michael gefolgt die Treppe hinunter. Er überholte sie und versperrte ihr den Weg zur Haustür. Sofort wirbelte sie herum und stürzte zur Hintertür. Aber Michael war vor ihr da und ließ sie nicht hinaus. Sie rannte in den Wintergarten, diesen schönen Raum, den sie immer geliebt hatte. Halsuchend fuchtelte sie mit den Händen in der Luft herum, bekam eine Messingvase zu fassen, die sie aus dem Orient mitgebracht hatten, und schwang sie hoch über ihren Kopf, während sie mit den Füßen noch festen Stand suchte. Du bist wirklich total verrückt, sagte er lachend. Ich denke, ich werde das alleinige Sorgerecht für mich beantragen. Sie schwang den Arm abwärts, all ihre Wut und Enttäuschung in der Bewegung und schlug Michael die Vase an den Kopf, noch bevor er zur Seite springen konnte. Eine dolchähnliche Spitze riss ihm das Fleisch auf. Es sah aus, als würde sie ihm die ganze Kopfhaut abschälen. Jane ließ die Vase los und hörte sie krachend zu Boden fallen, während sie mit entsetzt aufgerissenen Augen das Blut von Michaels Kopf herabströmen sah. Er torkelte ihr entgegen, sein Gesicht eine totenbleiche Maske voll Ungläubigkeit und Schmerz. Mein Gott, Jane, du hast mich umgebracht. Er fiel gegen sie, suchte Zuflucht an ihrer Brust, und als sie zurückfuhr, rutschten langsam seine Füße unter ihm weg, und er glitt zu Boden. Nein, schrie sie, als sie ihr Kleid sah, das vorn von Blut getränkt war. Fest zog sie den Trenchcoat um sich und knöpfte ihn mit zitternden Händen zu. Das ist nicht wahr. Sie lief zur Tür. Das ist nicht wahr. Sie ging aus dem Zimmer nach vorn, ohne sich umzudrehen. Es ist ein schöner Tag. Ich muss an die frische Luft, einen Spaziergang machen, Milch und Eier besorgen. Ich habe Emily ja versprochen, einen Schokoladenkuchen zu backen. Ja, das ist eine gute Idee. Sie riss die Haustür auf und rannte hinaus, ohne die Tür hinter sich zu schließen. Ja, es ist ein schöner Tag, wiederholte sie, während sie die Straße hinunterlief zur nächsten Bushaltestelle. Es war ein schöner Tag. Es wäre eine Schande gewesen, ihn drinnen zu vertrödeln. Jane senkte die Kristallvase, die sie noch immer in den Händen hielt, und stellte sie wieder auf den Couchtisch. Paula ließ sich auf das Sofa sinken. Carol starrte Jane ungläubig an. Das ist ja eine tolle Geschichte, sagte sie nach einer ziemlich langen Pause. Jane sagte nichts. Sie wollte sich nicht vorstellen, wie Emily zumute gewesen sein musste, als sie nach der Schule ihren Vater und nicht ihre Mutter gesehen hatte. Aber sie zwang sich, das Bild anzusehen. Wer die Realität verleugnet, riskiert sie ganz zu verlieren. Das wenigstens musste sie doch gelernt haben. Ihr dröhnte der Kopf. Ob vom Schock der plötzlichen Erinnerungsglut oder von der anhaltenden Wirkung der Betäubungsmittel in ihrem Körper, konnte sie nicht sagen. Sie hielt sich an dem Ohrensessel fest, um nicht zu stürzen, und ignorierte Paula, die immer noch wie versteinert auf dem Sofa saß, um sich ganz auf Carol zu konzentrieren. Du musst mich nach Woods Hole fahren, sagte sie. Carol schüttelte den Kopf. Das kann ich nicht. Carol, wir kennen uns schon ziemlich lange. Ich dachte, wir wären gute Freundinnen. Das dachte ich auch. Aber du glaubst lieber Michael. Es fällt mir schwer zu glauben, was du da eben erzählt hast. Dass er seine Tochter belästigt hat? Er ist Kinderarzt. Sein Beruf ist es, Kindern zu helfen. Ich weiß. Es ist schwer zu glauben. Nicht schwer. Unmöglich, erklärte Carol. Du glaubst also lieber, dass ich verrückt bin? Ehrlich gesagt, ja. Auf diese Weise bleibt die Welt um einiges freundlicher. Carol fuhr sich mit der Hand durch die zerzausten Locken. Und du musst zugeben, Jane, zu vergessen, wer man ist, zeugt nicht gerade von einem gesunden Verstand. Jane lächelte. Da kann ich nicht widersprechen. Aber ich weiß jetzt, wer ich bin. Ich weiß, was an dem Tag geschehen ist. Ich weiß, wie dringend Emily mich braucht. Ich weiß jetzt auch wieder, wie ich nach Woods Hole komme. Ich bin nur nicht sicher, ob ich die Fahrt alleine schaffen kann. Ich bitte dich, mir zu helfen. Wieder schüttelte Carol den Kopf. Ich kann nicht. Eine Welle der Übelkeit überschwemmte Jane. Sie schwankte unsicher. Dann leih mir wenigstens deinen Wagen. Was hast du mit Paulas Wagen angestellt, fragte Carol. Paula selbst sagte kein Wort. Sie hielt die Augen zu Boden gesenkt und saß so starr, als hätte die Wucht von Janes Worten ihr alle Bewegungsfähigkeit geraubt. Der ist mir stehen geblieben. Bitte, gib mir doch deine Wagenschlüssel. Warum rufst du nicht die Polizei an, fragte Carol statt einer Antwort. Wenn das alles stimmt, was du gesagt hast, solltest du dort Hilfe suchen. Ich werde zur Polizei gehen, aber erst, wenn ich Emily gefunden habe. Wenn ich jetzt dort anrufe, werden sie nur mit Michael sprechen wollen. Er hat es geschafft, dich davon zu überzeugen, dass ich verrückt bin. Was glaubst du wohl, wie schwer es ihm fallen wird, auch die Polizei davon zu überzeugen? Bestenfalls werden sie mich stundenlang verhören. Und in dieser Zeit kann Michael Emily ungehindert wegbringen. Und ich werde sie nie wiederfinden. Das kann ich nicht riskieren. Ich muss mein Kind wiederfinden. Ich muss wissen, dass Emily nichts passieren kann. Bitte, Carol, gib mir die Schlüssel zu deinem Wagen. Suchen Sie die? fragte plötzlich Carols Vater. Er stand an der Tür in der einen Hand Carols offene Handtasche, in der anderen die Autoschlüssel. Vater, gib sofort die Schlüssel her. Mit einem Satz war Carol bei ihrem Vater. Aber als sie die Hände nach den Schlüsseln ausstreckte, warf der alte Kop sie in hohem Bogen über ihren Kopf hinweg in Janes erhobene Hände. Eins, zwei, drei, wer hat den Ball? rief er freudestrahlend. Jane griff die Schlüssel aus der Luft und rannte zur Haustür, während der alte Kop vor seiner schimpfenden Tochter hin und her sprang und sie nicht zur Tür hinaus ließ. Sie schloss den pflaumenfarbenen Chrysler auf, sprang hinein, ließ den Motor an und gab Gas. Im Rückspiegel sah sie Carol, die wild gestikulierend aus dem Haus stürzte, aber gleich wieder umkehrte, als sie erkannte, dass sie zu spät kam. Jetzt ruft sie Michael an, dachte Jane. Sie sah auf ihre Uhr. Um diese Zeit war er normalerweise noch im Operationssaal und da durfte man ihn nicht stören, aber vielleicht würden sie ihn doch herausholen, wenn die Angelegenheit sehr dringend war. Sie trat das Gaspedal weiter durch, warf automatisch einen Blick auf die Tankanzeige und stellte fest, dass der Tank voll war. Jane atmete erleichtert auf, als sie den Highway erreichte. Sie hatte es bis hierher geschafft, da würde sie den Rest der Fahrt wohl auch noch schaffen. Die Straße war nicht voll und sie kam gut vorwärts. Sie nahm sich vor, nicht schneller zu fahren als erlaubt. Lieber mit Verspätung ankommen als gar nicht. Sie musste eben ausnahmsweise einmal Geduld haben. Sie erinnerte sich an ihren Vater. Ein nicht sehr großer, recht fülliger Mann mit weicher, sanfter Stimme, die dennoch Autorität besaß. Er war der Leiter einer Highschool in Hartford gewesen. Als er mit 44 Jahren plötzlich an einem Herzinfarkt gestorben war, hatte Jane ihren eigenen Schmerz verdrängt, um ihre Mutter trösten zu können. Ihre Mutter war eine witzige und temperamentvolle Frau gewesen, aber auch launisch und anspruchsvoll. Erst als Jane von zu Hause weggegangen war, hatte sie ihre Mutter mit all ihren Schwächen und Fehlern akzeptieren können. Zur Zeit ihres Todes hatte eine tiefere Verbindung zwischen ihnen bestanden als je zuvor. Jane hatte nach dem tödlichen Unfall um ihre Mutter und um ihren Vater geweint und sich mehrere Tage lang ganz in ihren Schmerz hineinfallen lassen, bis er sich langsam in stille Trauer gewandelt hatte. Wie hatte Michael es wagen können, dieses Unglück für seine gemeinen Ziele auszunutzen? Jane ließ sich von ihrem Zorn nur so weit anstacheln, dass sie wach und aufmerksam blieb. Hatte Michael allen Ernstes erwartet, dass sein Plan, sie zur Verrückten zu stempeln, gelingen würde? Hatte er allen Ernstes erwartet, er würde alle, sie selbst eingeschlossen, davon überzeugen können, dass sie verrückt war und zu ihrem eigenen Schutz in eine Anstalt gebracht werden musste? Oder hatte er gehofft, sie würde ihm die Mühe ersparen und sich freundlicherweise selbst das Leben nehmen? Sie bemerkte, dass die Landschaft sich zu verändern begann. Normalerweise liebte sie diese Fahrt hinunter nach Cape Cod, das Gefühl, endlich der Stadt entronnen zu sein und ein paar Tage ländliche Ruhe und frische Luft genießen zu können. Woods Hole war ein Dörfchen an der Spitze von Cape Cod, von Touristen und Sommergästen meist übersehen. Für sie war Woods Hole nur der Ort, an dem man mit der Fähre ankam oder abfuhr. Sie schenkten dem kleinen Ort kaum Beachtung und das war den Whittakers gerade recht. Jane hatte das Häuschen, das nicht weit vom Wasser hinter hohen alten Bäumen verborgen stand, immer gelebt. Jane fand die Abfahrt zum Highway 28 ohne Mühe. Falmouth, 20 Meilen, stand auf dem Schild. Sie umfasste das Lenkrad fester und fuhr schneller. Die nächste halbe Stunde erschien ihr endlos. Jede Sekunde war eine Stunde, jede Minute ein ganzer Tag. Aber dann hatte sie plötzlich die Ausfahrt nach Woods Hole erreicht und wenig später befand sie sich in einer rein ländlichen Gegend. Sie konnte das Wasser der Bucht sehen und fragte sich, ob Emily jetzt dort unten beim Schwimmen war. Oder war sie vielleicht schon fort? War es Carol gelungen, Michael zu erreichen? Hatte er sich mit seinen Eltern in Verbindung gesetzt? Waren sie samt Emily bereits mit unbekanntem Ziel abgereist? Vielleicht waren sie auf dem Highway an ihr vorbeigefahren und sie hatte es nicht bemerkt. Vielleicht war es schon zu spät. Sie lenkte den Wagen in eine kleine ungeteerte Straße unter dicht stehenden Bäumen, die es ihr ermöglichten, sich dem Haus relativ unauffällig zu nähern. In einer provisorischen Einfahrt aus kleinen weißen Steinen, mehrere Häuser, von dem der Whittakers entfernt, stellte sie den Wagen ab. Das Häuschen der Whittakers hatte ihr immer gefallen, beileibe kein Landsitz, sondern ein richtiges Sommerhaus, aus Holz gezimmert, einfach und ohne Luxus. Sobald ihre Füße den Boden berührten, gaben ihre Knie nach. Sie fiel auf den harten Belag aus kleinen weißen Steinen, eine Hand noch am Türgriff. Mehrere Sekunden lang blieb sie so auf der Erde hocken, kraftlos und unfähig aufzustehen. Nur eine kleine Verschnaufpause, sagte sie sich, während sie gegen den Schlaf kämpfte. Langsam sah sie sich um. Sie war allein. Kein Mensch schien sie bemerkt zu haben. Nachdem sie ein paar Mal Tiefluft geholt hatte, setzte sie sich vorsichtig in Bewegung. Sie blieb auf dem Schotter und mied das Gras zu beiden Seiten der Straße, da sie wusste, dass dort gern kleine Schlangen in der Sonne schliefen. Jane senkte den Kopf und pirschte sich näher an das kleine Holzhaus heran. In der Einfahrt stand kein Wagen. Was hatte das zu bedeuten? Dass sie unterwegs waren? Vielleicht einen Ausflug machten? Dass ihr Sohn sie schon erreicht und ihnen befohlen hatte, Emily ins Auto zu packen und zu verschwinden? Jane sah sich hastig nach allen Richtungen um, ehe sie die letzten Schritte zur Vorderveranda des Hauses hinaufrannte. Alles war still. Jane blieb einen Moment lang lauschend stehen, da näherte sie sich vorsichtig dem Fenster. Von drinnen kam kein Laut. Mit angehaltenem Atem spähte sie durch das Fenster in den Wohnraum. Alles war genau so, wie sie es in Erinnerung hatte. Die Wände, rohes Holz, genau wie außen. Die Möbel alt und gemütlich, bis auf das ultramoderne Fernsehgerät, das rechts vorm offenen Kamin stand. Der Wohnraum ging direkt in Essnische und Küche über. Türen gab es nur zu den drei kleinen Schlafzimmern und dem Badezimmer im hinteren Teil des Häuschens. Alles war still. Es war wie die Ruhe vor dem Sturm. Waren sie vielleicht wirklich schon abgefahren? War sie zu spät gekommen? Jane sah das frische Obst in dem Korb auf dem Esstisch. Das musste nicht unbedingt heißen, dass sie noch hier waren. Wenn Michael wirklich angerufen hatte, hatten sie wahrscheinlich alles stehen und liegen gelassen und waren Hals über Kopf abgefahren. Sie musste ins Haus und schauen, wie es drinnen aussah. Die Tür war abgeschlossen. Es überraschte sie nicht. Die Whitakers sperrten immer ab, auch wenn sie nur zum Strand hinuntergingen. Jane lief um das Häuschen herum nach hinten, wo sich die drei Schlafzimmer befanden. Die Fenster waren offen, durch Fliegengitter geschützt. Sie suchte sich im Gras einen dicken Stock, den sie so oft gegen das Fliegengitter des Elternschlafzimmers rammte, bis das Gitter aus dem Rahmen sprang. Sie blickte sich hastig um, hoffte, dass niemand sie gesehen hatte und stieg durch das Fenster ins Haus. Als sie auf dem großen Doppelbett landete, hörte sie die Alarmanlage losbimmeln. Oh Gott, nein, auch das noch, dachte sie entsetzt. Ihr war so flau, dass sie sich am liebsten einfach in das weiche Bett hätte sinken lassen. Dann hörte das Läuten einen Moment auf und setzte gleich wieder ein. Es war nicht die Alarmanlage, es war das Telefon. War das Michael, der anrief? Hatte Carol ihn erreicht? Wollte er seine Eltern vor ihrer bevorstehenden Ankunft warnen? Oder war es einfach ein Bekannter aus der Stadt, der anrief, um seinen Besuch anzusagen? Oder vielleicht jemand aus der Nachbarschaft, der melden wollte, dass er eine verdächtige Gestalt in der Nähe des Hauses gesichtet hatte? Jane sprang vom Bett und zog die Schubladen der kleinen Kommode auf, die an der Wand stand. Im Stillen zählte sie mit, wie oft das Telefon läutete. Fünf, sechs, sieben. Die Kommode war so voll gefüllt mit Kleidungsstücken wie der Schrank. Das bewies allerdings nicht, dass die Whittakers noch hier waren. Sie konnten mit der Überlegung abgefahren sein, dass sie später jederzeit noch etwas holen konnten. Jane ging von Raum zu Raum. Im Bad hing noch ein feuchter Kinderbadeanzug über dem Wannenrand und der Kühlschrank war, wenn auch nicht gerade übervoll, so doch wenigstens nicht ausgeräumt. Es war möglich, dass sie noch hier waren. Das Telefon läutete zwanzigmal, ehe es endlich schwieg. Da wollte aber jemand sehr dringend die Whittakers erreichen. Jane sah auf ihre Uhr. Es war fast Mittag. Wo konnten sie sein? Sie ging in den Wohnraum und ließ sich in einen großen, orange-braun gestreiften Uhrensessel fallen. Trotz der Hitze war es im Haus angenehm kühl. Sie lehnte den Kopf zurück und schloss einen Moment die Augen, während sie überlegte, wie lange sie würde warten müssen. Im nächsten Moment war sie eingeschlafen. Sie erwachte vom Läuten des Telefons. Mit einem Sprung war sie auf den Beinen. Das Herz klopfte ihr bis zum Hals und ihr war schwindlig. Sie sah auf die Uhr und stellte erschrocken fest, dass beinahe zwanzig Minuten vergangen waren, seit sie eingeschlafen war. Wie dumm sie war. Wie unglaublich leichtsinnig. Da hatte sie sich bis hierher durchgekämpft, nur um prompt einzuschlafen wie Hörnröschen. Wenn die Whittakers inzwischen nach Hause gekommen waren und sie hier gefunden hatten, hatten sie bestimmt nichts Eiligeres zu tun gehabt, als Emily ins Auto zu setzen und mit ihr davonzubrausen. Das Telefon läutete immer noch. Drei. Vier. Dann hörte sie ein anderes Geräusch, das Knallen einer Autotür, die zugeschlagen wurde. Danach die Stimme einer Frau. Ist das unser Telefon, Bert? Ein Moment lang startete Jane das Telefon an und überlegte, ob sie einfach das Kabel herausreißen sollte. Dann aber rannte sie in die Küche und zog eine der Schubladen im Küchenschrank auf, in der, wie sie sich erinnerte, Michaels Mutter Messer und Scheren aufbewahrte. Sie packte die große Schere wie eine Waffe, raste ins Wohnzimmer zurück und schnitt das Kabel mitten im sechsten Leuten durch. Ich höre nichts, rief irgendwo draußen Bert Whittaker. Ach, wahrscheinlich haben sie schon aufgelegt. Hey, wo willst du hin, mein Fräulein? rief die Frau scharf. Du musst deinem Großvater tragen helfen. Gib ihr die kleine Tüte da, Bert, sagte Doris Whittaker. Der scharfe Klang ihrer Stimme reichte bis in die dunklen Winkel des Wohnzimmers, wo Jane wie angewurzelt stand. Hier, Emmi, sagte Bert Whittaker. Glaubst du, du schaffst das? Ach, Großpapa, das ist doch überhaupt nicht schwer. Jane stand noch immer reglos, die Schere umklammert, als sie das Knirschen des Schlüssels im Schloss der Haustür hörte. Sie wusste, dass sie die Küchenschublade offengelassen hatte, aber jetzt hatte sie keine Zeit mehr, sie zu schließen. Sie konnte sich nur noch hinter den hohen Ohrensessel in einer Ecke des Zimmers ducken, als die Tür geöffnet wurde. Wie lange würde es dauern, bis sie merkten, dass das Telefonkabel durchschnitten war? Wie lange, bis ihnen auffiel, dass die Küchenschublade offen stand und die große Schere fehlte? Wie lange, bis sie ihr Kind packen und mit ihm fliehen konnte? Wo soll ich die Tüte hinstellen, Großmama? Stell einfach alles auf den Küchentisch, rief Doris Whittaker, und Jane hörte Emily durch das Zimmer springen. Am liebsten wäre sie einfach aufgesprungen und hätte das Kind in ihre Arme gerissen, ihr süßes kleines Mädchen, das sie fast zwei Monate nicht gesehen hatte, das sie tot geglaubt hatte. Ach, Kind, dachte sie, wie soll ich dich hier herausbringen? Wie soll ich uns beide hier herausbringen? Also sowas! Schau dir doch mal an, wie dieser dumme Junge an der Kasse die Sachen eingepackt hat, rief Doris Whittaker empört, während sie gefolgt von ihrem Mann durch das Haus ging. Das ganze Obst hat er nach unten gelegt, da werden die Pfirsiche nur noch Matsch sein. Hast du dir nicht aufgepasst, Bert? Das ist doch deine Aufgabe, gab ihr Mann zurück und stellte seine schwere Tüte prustend auf den Tisch. Da hat jemand eine Schublade offengelassen, bemerkte er, und schob sie im Vorübergehend zu. Was soll ich tun, dachte Jane, und überlegte, ob sie einfach mit der Schere in der Hand aus ihrem Versteck hervortreten oder lieber warten sollte, bis Emily allein im Raum war und sie sie heimlich entführen konnte. Sie hörte das Knistern von Papier, das leise Knarren der Schranktüren, die geöffnet und geschlossen wurden, während draußen in der Küche die Einkäufe verstaut wurden und ließ sich von der Atmosphäre häuslichen Friedens einlullen, bis Emily mit ihrer hellen Kinderstimme plötzlich fragte. Was ist denn mit dem Telefon passiert? Jetzt nicht, Emily. Lass mich erst mal die Sachen fertig auspacken. Aber schau doch mal! Jane stellte sich vor, wie Emily das abgeschnittene Kabel hochhielt. Wieso? Was ist denn? Ungeduld in der Stimme. Eine kurze Pause, dann Schritte. Du lieber Gott, was hast du denn da angestellt? Ich habe überhaupt nichts gemacht, protestierte Emily. Das sieht ja aus wie durchgeschnitten, rief Doris Whittaker und in ihrer Stimme schwang ein deutlich hörbarer Ton der Beunruhigung. Bert, komm doch mal her. Ich bin im Bad, kam es gedämpft zurück. Dann beeil dich, hier geht irgendwas vor. Jane hörte das Rauschen der Toilettenspülung. Herr Gott noch mal, Doris, kann man denn hier nicht mal in Ruhe aufs Klo gehen, fragte Bert Whittaker gereizt und das Wort Klo klang sonderbar aus seinem Mund. Was ist denn los? Das Telefonkabel ist durchgeschnitten. Aber ich war es nicht, rief Emily sofort. Das ist wirklich komisch, meinte Bert Whittaker nachdenklich. Ist sonst etwas angerührt worden? Jane hörte sie umhergehen und schließlich mit Emily zusammen in den hinteren Zimmern nachsehen. Mir ist das nicht geheuer, erklärte Doris Whittaker. Aber sonst scheint alles in Ordnung zu sein. Nein, nein, komm hierher, Bert. Sieh dir das an. Jetzt hatte sie vermutlich das aufgebrochene Fliegengitter an ihrem Schlafzimmerfenster entdeckt. Jane wusste, dass ihr nicht mehr viel Zeit blieb. Da hat anscheinend jemand eingebrochen, rief Bert Whittaker. Wir sollten zur Polizei gehen. Bert? Was? Wenn es nun gar keine Einbrecher waren? Was soll das heißen? Stille. Emily, weißt du was? Du packst jetzt deine Sachen, dann fahren wir ein paar Tage nach Marthas Vinyard. Aber Molly hat mir versprochen, dass sie heute Nachmittag zum Spielen zu mir kommt. Mit Molly kannst du auch ein andermal spielen. Tu jetzt, was ich dir sage, ja? So ist es lieb. Also wirklich, Doris, findest du das nicht ein bisschen übertrieben? Ich glaube nicht, dass wir von Einbrechern Besuch bekommen haben. Doris Whittaker flüsterte jetzt. Ich glaube, es ist Jane. Jane? Schleiße, das Kind. Wie kommst du darauf, dass es, dass sie es ist? Überleg doch mal. Es ist die einzig logische Erklärung. Wieso sollte jemand hier einbrechen und da nichts mitnehmen? Sie hat das Telefonkabel durchgeschnitten, weil sie Angst hatte, Michael könnte uns anrufen und uns warnen. Denk nach, Bert. Es kann nur Jane sein. Sie will Emily holen. Wenn sie es wirklich war, dann hat sie das Haus leer vorgefunden und ist wieder abgefahren. Bestimmt nicht, erklärte Doris Whittaker mit Nachdruck. Wenn sie es ist, ist sie immer noch hier. Wir müssen weg, ehe sie zurückkommt. Emily, Emily! Ich bin beim Packen, Großmama. Lass es. Wir müssen sofort losfahren. Ich brauche meinen Hasen. Jetzt nicht. Doch, ich will ihn mitnehmen. Wir kaufen dir einen neuen. Ich will aber keinen neuen. Jane hörte, dass Emily den Tränen nahe war. Nicht weinen, Schatz, hätte sie am liebsten gerufen. Nicht weinen. Ich will meinen Hasen. Hör jetzt endlich auf damit. Wir müssen fahren. Ach, das ist doch verrückt, sagte Bert Whittaker, als sie durch das Zimmer zur Tür ging. Warum fahren wir nicht einfach zur Polizei? Erst rufen wir Michael an. Er wird uns sagen können, was los ist. Und wenn ich mich getäuscht habe, umso besser. Ich will nicht nach Marthas Vineyard, rief Emily weint. Ich will heim. Ich will zu meiner Mami. Mit einem Ruck richtete Jane sich auf und trat hinter dem orangebraun gestreiften Ohrensessel hervor. Die Schere hinter ihrem Rücken versteckt, trat sie ihren Schwiegereltern direkt in den Weg. Ich bin ja da, mein Liebes. Mami! Doris Whittaker schrie auf und ihr Mann fuhr zurück, aber Jane achtete kaum auf die beiden. Sie sah nur Emily, die sich von ihrer Großmutter losriss und sich ihrer Mutter in die Arme warf. Jane umschlang sie mit dem linken Arm und überschüttete ihr kleines Gesicht mit Küssen. Das Erste, was Jane auffiel, als sie Michael in der Kanzlei seines Anwalts wieder sah, war, wie gut er aussah und wie selbstsicher er wirkte. Er hatte keine Ringe unter den Augen, die Schlaflosigkeit bezeugt hätten. Sein Ton war freundlich. Hallo Jane, sagte er unbefangen. Hallo, erwiderte Jane abweisend. Sie hätte ihm am liebsten mitten ins Gesicht gespuckt. Du hättest nicht herkommen sollen, sagte sie sich und kämpfte den Impuls nieder, auf dem Absatz kehrzumachen und aus dem Nobel eingerichteten Zimmer zu laufen. Du hättest Emily nehmen und mit ihr verschwinden sollen, statt auf deine Freunde zu hören und alles aufs Spiel zu setzen. Glaubst du denn im Ernst, dass Michael kampflos aufgeben wird? Tom Waddell führte Janes Anwältin ins Zimmer und forderte sie alle mit einer Handbewegung auf, in den vor seinem Schreibtisch gruppierten Sesseln Platz zu nehmen. Renée Bauer, die sich nach einem kurzen New Yorker Gastspiel in Boston niedergelassen hatte, war eine attraktive Frau, die ausgesprochen weich wirkte, jedoch als Anwältin eine Härte zeigen konnte, die bei ihren Gegnern gefürchtet war. Sie begrüßte Jane mit einem beruhigenden kurzen Nicken, ehe sie es sich in einem der Sessel bequem machte. Ich finde, wir sollten gleich zur Sache kommen, sagte Michael, nachdem Waddell ihn mit der Anwältin bekannt gemacht hatte. Wir sind für alle vernünftigen Vorschläge offen, erklärte Renée Bauer. Tom Waddell räusperte sich. Mein Mandant legt nicht den geringsten Wert auf eine langwierige und erbitterte gerichtliche Auseinandersetzung. Er hat als verantwortungsbewusster Vater auch nicht den Wunsch, seine Tochter gerade zur jetzigen Zeit, die für sie äußerst schwierig ist, von ihrer Mutter zu trennen. Er ist der Auffassung, dass dem Kind bereits genug Schaden zugefügt worden ist und möchte keinesfalls, dass sie noch mehr leiden muss. Er ist daher bereit, Mrs. Whittaker das Sorgerecht für Emily zu überlassen. Janes Blick flog zu Michael. War es möglich, dass er endlich auf die Stimme des Gewissens hörte und ihnen die Qualen eines Prozesses ersparen wollte? Und die Gegenleistung? fragte Renée Bauer. Im Gegenzug nimmt ihre Mandantin alle gegen Dr. Whittaker vorgebrachten Beschuldigungen des sexuellen Kindesmissbrauchs zurück. Meine Mandantin erhält das alleinige Sorgerecht? Dr. Whittaker wird ein großzügiges Besuchsrecht eingeräumt. Was heißt das? unterbracht Jane misstrauisch. Mein Mandant erhält das Recht, seine Tochter jedes zweite Wochenende und jeden Mittwochabend zu sehen. Er wird außerdem jeden Sommer einen Monat und dazu Weihnachten und Ostern eine Woche mit dem Kind verbringen. Die restlichen Feier- und Ferientage werden zu gleichen Teilen zwischen den Eltern aufgeteilt. Kommt nicht in Frage, sagte Jane zornig. Ich werde niemals zulassen, dass er Emily allein sieht. Erwartest du im Ernst von mir, dass ich einwillige, meine Tochter in den wenigen Stunden, die mir gegönnt sind, nur im Beisein irgendeiner Sozialarbeiterin zu sehen, die mich ständig mit Argus-Augen beobachtet? fragte Michael. Das ist das Mindeste, was ich erwarte. Aha, du bist also bereit, alles zu riskieren. Denn das sage ich dir, Jane. Wenn du mein Angebot nicht akzeptierst und deine Anwältin wird dir sagen, dass es ein verdammt gutes Angebot ist, werde ich kämpfen. Und wenn ich mit dir fertig bin, kannst du froh sein, wenn du unsere Tochter je wiedersehen wirst. Er schwieg, um seine Worte wirken zu lassen. Jane sah René Bauer an, doch diese hielt den Blick unverwandt auf Michael gerichtet. Bildest du dir wirklich ein, dass auch nur ein Mensch dir deine obszönen Anschuldigungen abnehmen wird? fuhr Michael fort. Er stand auf und begann im Zimmer umherzugehen. Glaubst du, der Staatsanwalt wird dir mehr glauben als mir, wenn er erst von deiner hysterischen Amnesie hört? Glaubst du im Ernst, er wird dann noch Anklage erheben? Und glaubst du, wenn es zum Sorgerechtsprozess kommen sollte, wird irgendein Richter dem Wort einer Frau Glauben schenken, die abgesehen davon, dass sie zeitweise völlig vergessen hatte, wer sie war, erwiesenermaßen zu Gewalttätigkeit neigt und nicht nur ihren eigenen Ehemann tätlich angegriffen hat, sondern auch völlig fremde Menschen. Glaubst du das wirklich? Er hielt inne, aber er war offensichtlich noch nicht fertig. Und hast du eigentlich auch an Emily gedacht? An Emily? Ja, an Emily. Begreifst du nicht, was du ihr antun würdest, wenn du sie zwingst, in einem Prozess gegen ihren eigenen Vater auszusagen? Jane sprang so heftig auf, dass ihr Sessel ins Wanken geriet. Vergeblich versuchte ihre Anwältin, ihn festzuhalten. Was ich ihr antue? Wenn ich dir schon gleichgültig bin, Jane, wenn es dir schon egal ist, wie sich diese ungeheuerlichen Beschuldigungen auf mein Leben auswirken werden, kannst du dann nicht wenigstens an unsere kleine Tochter denken. Du Schwein! Jane, mahnte René Bauer. Du bist wirklich das Letzte, zischte Jane und schlug mit der Faust auf die kalte Marmorplatte des Schreibtischs, das Waddell erschrocken zurückfuhr. Wie kannst du es wagen, alles so zu verdrehen? So ist's richtig, Jane. Hau du nur auf den Tisch. Das ist schon mal ein guter Anfang. Ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Jane, warnte René Bauer wieder. Vergessen Sie sich nicht. Vielleicht sollten wir diese Besprechung vertagen. Dann haben Sie Zeit, sich unseren Vorschlag durch den Kopf gehen zu lassen. Tom Waddell stand auf. Augenblick. Ich möchte mich doch vergewissern, dass ich das alles richtig verstanden habe, sagte Jane und begann ihrerseits im Zimmer auf- und abzugehen, während Michael sich hastig widersetzte. Du vermeidest das öffentliche Aufsehen und die unangenehmen Folgen eines unerquicklichen Prozesses. Du behältst deinen Posten im Krankenhaus und deinen tadellosen Ruf. Dafür erhalte ich das alleinige Sorgericht für Emily. Ich darf täglich für sie sorgen. Du darfst sie mittwochs abends und jedes zweite Wochenende belästigen. Jane, um Gottes Willen, rief Michael. Ganz zu schweigen von Ostern, Weihnachten und den Sommerferien, wenn du sie gleich eine ganze Woche beziehungsweise einen ganzen Monat. Ich glaube nicht, dass uns das weiterbringt, unterbrach Tom Waddell und begann, seine Unterlagen zu ordnen. Hast du im Ernst erwartet, dass ich darauf eingehen würde? Jane blieb direkt vor ihrem Mann stehen. Nichts hätte sie in diesem Moment lieber getan, als ihm ins Gesicht zu schlagen. Michael streckte ihr herausfordernd den Kopf entgegen. Ich habe dummerweise geglaubt, ein Vergleich wäre in unser aller Interesse. Jane hielt die Hände eisern an ihre Seiten gepresst, um ihm nicht die Augen auszukratzen. Und plötzlich sah sie Emily in diesen Augen und begriff, dass ihre einzige Hoffnung zu siegen und Vergeltung zu üben darin lag, die Ruhe zu bewahren. Es ist zweifellos in deinem Interesse und vielleicht auch in meinem, sagte sie, zu ihrem Sessel zurückkehrend, aber es ist nicht in Emilies Interesse. Sie sah Renée Bauer an, die sich zu ihr neigte und ihr die Hand drückte. Außerdem ist es für Vergleiche jetzt viel zu spät. Michael lachte bitter. Was soll das heißen? Jane ließ ihre Anwältin für sich sprechen. Ich komme eben von der Staatsanwaltschaft, sagte Renée Bauer. Der Staatsanwalt ist bereit, Anklage gegen sie zu erheben. Michael wandte sich seinem Anwalt zu. Der Staatsanwalt weiß, dass er mit einer solchen Anklage niemals durchkommen wird, erklärte Tom Waddell im Brustton der Überzeugung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich aufgrund der Aussage eines leicht beeinflussbaren Kindes und seiner, verzeihen Sie, gemütskranken Mutter auf einen Prozess einlassen wird. Er lächelte Jane an, als hätte er ihr gerade ein großes Kompliment gemacht. Wir stehen nicht mehr allein, entgegnete Renée Bauer, und Jane sah, wie das Lächeln auf seinem Gesicht gefror. Was soll das heißen? fragte Michael. Entschuldigen Sie mich nur einen Augenblick, sagte Renée Bauer und stand auf. Ich denke, ich kann Ihnen die gewünschte Aufklärung geben. Sie eilte aus dem Zimmer. Was zum Teufel hat das zu bedeuten, Jane? fragte Michael scharf. Regen Sie sich nicht auf, riet ihm sein Anwalt. Mrs. Bauer ist für ihre Theatereffekte bekannt. Knapp eine Minute später erschien Renée Bauer wieder. Sie wurde von Paula Marinelli begleitet. Paula, Gott sei Dank, rief Michael. Wir haben die ganze Woche versucht, sie zu erreichen. Er sprang auf, nahm sie bei der Hand und führte sie zum Schreibtisch. Tom, das ist Paula Marinelli, meine Haushälterin. Sie hat mir bei der Betreuung meiner Frau geholfen. Sie weiß besser als jede andere, in was für einer Verfassung Jane sich damals befunden hat. Es wird Sie vielleicht interessieren, was Mrs. Marinelli zu sagen hat, bemerkte Renée Bauer und nickte Paula aufmunternd zu. Wie konnten Sie das tun, Dr. Whittaker? fragte Paula leise, mit tonloser Stimme. Ich habe Ihnen vertraut. Nein, für mich waren Sie ein Heiliger. Wie konnten Sie mich so hintergehen? Wie konnten Sie meine kleine Tochter so verletzen? Michaels Gesicht wurde aschfahl. Verletzen? Mein Gott, ich habe ihr das Leben gerettet. Ja, das ist wahr, bestätigte Paula. Und dafür werde ich mein Leben lang dankbar sein. Ich schlage vor, Sie erzählen uns jetzt, was Sie dem Staatsanwalt gesagt haben, sagte Tom Wardell, dessen Blick verriet, dass er die Situation erfasst hatte. Als meine Tochter Christine plötzlich Albträume bekam, begann Paula den Blick auf Michaels Anwalt gerichtet. Dachte ich zuerst, das wäre eine Phase, die alle Kinder irgendwann einmal durchmachen. Ich habe die Träume nicht weiter beachtet, auch nicht, nachdem meine Mutter mir gesagt hatte, dass da ihrer Meinung nach mehr dahinter steckte. Als Christine mir sagte, sie wolle nicht zur Untersuchung, weil der Doktor sie immer so komisch anfasste, dachte ich mir nichts dabei. Und als sie nicht locker ließ, erklärte ich ihr, Dr. Whitaker fasse sie nur da an, wo er sie anfassen müsse, um sie wieder gesund zu machen. Ich hörte ihr einfach nicht zu. Einmal habe ich sie sogar dafür verhauen, dass sie sich so schlimme Geschichten ausdachte. Tom, das ist absolut lächerlich, fuhr Michael dazwischen. Muss ich mir diesen Quatsch wirklich anhören? Ich denke, es wäre gut, wenn sie sich setzen, riet ihm der Anwalt. Michael sank in seinen Sessel wie eine Gummipuppe mit einem Loch in der Seite. Jane hörte förmlich, wie die Luft entwich. Als ich Janes Geschichte hörte, fuhr Paula fort. Als ich hörte, was Dr. Whitaker mit seiner eigenen kleinen Tochter getan hat, wurde mir mit einem Schlag klar, dass alles, was Christine mir erzählt hatte, wahr war. Ich war so entsetzt, dass ich mich überhaupt nicht mehr rühren konnte. Es war so, als hätte mir jemand das Herz aus dem Leib gerissen. Paula schüttelte noch immer fassungslos den Kopf. Ich habe diesem Mann mehr als meinem Kind geglaubt. Ich habe die Hilferufe meiner Tochter überhört, weil ich ihm rückhaltlos vertraute. Immer habe ich alles, was er von mir verlangte, ohne Frage getan. Ich setzte seine Frau unter Drogen und hielt sie von ihrer Familie und ihren Freunden fern. Ich gab ihr Tabletten und Spritzen, manchmal rund um die Uhr, wenn er es angeordnet hatte. Ich sah zu, wie sie litt und tat nichts, weil ich ihm geglaubt habe, wenn er erklärte, es wäre zu ihrem Besten. Jetzt weiß ich, dass er ein Lügner ist. Ich weiß, dass er seine eigene Tochter und dass er meine Tochter belästigt hat. Ich bin bereit, das unter Eid auszusagen. Ich freue mich darauf, aussagen zu können. Das ist es, was ich dem Staatsanwalt gesagt habe. Mehrere Sekunden lang blieb es völlig still. Dann brach René Boer das Schweigen. Ich denke, die Herren werden das alles erst einmal verarbeiten müssen. Sie stand auf. Ich schlage vor, wir lassen Ihnen Zeit zum Nachdenken. Sie wandte sich an Michaels Anwalt. Sie werden mich anrufen? Tom Waddell nickte stumm. Michael vergrub den Kopf in den Händen, als René Boer, Jane und Paula aus dem Zimmer geleitete. Schweigend fuhren die drei Frauen im Aufzug zum Foyer hinunter. Erst als sie auf der Straße standen, wandte sich Jane zu Paula und sagte, wie kann ich Ihnen jemals danken? Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Ich muss Ihnen danken. Jane nahm die junge Frau in die Arme. Passen Sie gut auf Ihr kleines Mädchen auf. Sie auch, sagte Paula leise, ehe sie davonging. Jane sah ihr nach, bis sie um eine Ecke bog und verschwunden war. Und wie geht's jetzt weiter? fragte sie René Boer. Mit der Strafsache haben wir nichts mehr zu tun. Die liegt in den Händen der Staatsanwaltschaft. Und Emily? Ich glaube nicht, dass wir da noch auf Schwierigkeiten stoßen werden. René sah auf ihre Uhr. Es ist zwar noch ein bisschen früh fürs Mittagessen, aber irgendwie habe ich Hunger. Wie ist es mit Ihnen? Jane lächelte. Im Zweifel erst mal was essen, sagte sie. Dann warf sie den Kopf zurück und lachte. Also, gehen wir. Ich bin völlig ausgehungert. Jane erlebte die Rückkehr ihrer Erinnerungen wie einen Film. Als säße sie in der Mitte der ersten Reihe eines Privatkinos, in dem sie die einzige Zuschauerin war. Ohne sich dessen bewusst zu sein, begann sie zu sprechen und ließ Carol und Paula so an ihrem einsamen Erleben teilhaben. Es war früher Morgen. Michael und Emily saßen am Küchentisch. Michael las die Zeitung, während er seinen Kaffee trank, und Emily stocherte ziemlich lustlos in ihren Cornflakes herum. Und was hast du heute vor? fragte Michael. Ich habe um halb eins einen Termin bei Emilys Lehrerin, erinnerte sie ihn. Gibt's Probleme? Das glaube ich nicht. Es sind nur die Einzelgespräche, die sie am Schuljahresende immer mit den Eltern führen. Sie tätschelte Emily den Kopf und Emily antwortete mit einem scheuen Lächeln. In welchem Zimmer seid ihr gleich wieder, Herzchen? Zimmer 31. Emilys Stimme war leise. Jane fiel auf, dass sie mit jedem Wort, das sie sprach, leiser zu werden schien. Ich verstehe gar nicht, wieso ich das nicht behalten kann. Ich schreibe es mir lieber auf. Sie riss ein Blatt von dem kleinen Block neben dem Telefon und schrieb auf. Pat Rutherford, Z 31, 12.30 Uhr. Weißt du was, wenn ich heimkomme, backe ich dir einen Schokoladenkuchen, sagte sie in der Hoffnung, ihrer Tochter ein Lächeln zu entlocken und war lächerlich stolz, als es ihr gelang. Darf ich dir helfen? fragte Emily. Aber klar. Jane öffnete den Kühlschrank und sah hinein. Ich muss auf jeden Fall noch Milch und Eier besorgen. Sie schrieb Milch, Eier auf den Zettel. Also, bist du soweit? Ich kann sie heute zur Schule fahren, erbot sich Michael. Wunderbar. Zieh dir eine warme Jacke an, rief Michael, als Emily in den Flur hinauslief. Es soll kühl werden heute und das gilt auch für die Mama, fügte er hinzu und gab Jane einen Kuss auf die Nasenspitze. Ja, Papa. Danke, Papa. War mir ein vergnügenfreches Ding, du. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Ruf mich nach dem Gespräch mit der Lehrerin an. Okay. Jane folgte Michael in den Flur bis Michaels Wagen um die Ecke verschwand. Sie fühlte sich unglaublich glücklich. Das Einzige, was ihnen fehlte, war ein zweites Kind. Es war schon komisch. Nach Emilies Geburt hatte sie zwei Jahre lang die Pille genommen, um sicherzugehen, dass das zweite Kind nicht zu früh kommen würde. Aber als sie sie abgesetzt hatte, war gar nichts geschehen. Untersuchungen hatten ergeben, dass Michaels Samenzählung sehr niedrig war, dass Emily ein noch viel größeres Wunder war, als sie geahnt hatten. Es war unwahrscheinlich, dass ein solches Wunder ein zweites Mal geschehen würde. Also würde es eben bei einem Kind bleiben. Welch ein Glück, dachte Jane wie so oft, dass ihnen dieses süße, aufgeweckte kleine Mädchen geschenkt worden war. Die Lehrerin hatte einen etwas nervösen Eindruck gemacht. Oder nein, nicht direkt nervös, sagte sich Jane, auf dem Weg nach oben, um sich umzuziehen. Es ist wahrscheinlich nichts, worüber man sich Sorgen machen muss, hatte Pat Rutherford zu ihr gesagt. Und natürlich war Jane gleich besorgt gewesen. Michael hatte sie nichts von dem Gespräch erzählt. Warum sollten sie sich alle beide über etwas den Kopf zerbrechen, worüber man sich wahrscheinlich keine Sorgen zu machen brauchte? Jane öffnete ihren Schrank und überlegte, was sie anziehen sollte. Sie entschied sich für ein schlichtes Anne Klein-Kleid, diese mit Bändern und Schleifen garnierten Kleider, die Michael immer für sie aussuchte, wenn sie zusammen einkauften, mochte sie nicht besonders. Er mag ein glänzender Chirurg sein, dachte sie, während sie in das blaue Kleid schlüpfte, aber von Mode hat er keine Ahnung. Selbst bei Negligés ließ sein Geschmack eine Menge zu wünschen übrig. Sie schob das weiße Baumwollnachthemd, das er ihr zum letzten Muttertag geschenkt hatte, wieder in die Tiefen des Schranks zurück. Sie bürstete sich das Haar, zog es nach hinten und steckte es mit einer strassbesetzten Spange zusammen. Zufrieden betrachtete sie ihr Spiegelbild. Ganz die arrivierte junge Akademikergattin, wie Michael neckend zu sagen pflegte, der sie lieber mit offenem Haar sah. Sie legte die goldene Armbanduhr um, die er ihr zum 10. Hochzeitstag geschenkt hatte und drehte zerstreut den einfachen goldenen Trauring an ihrem Finger, während sie überlegte, ob sie noch aufräumen sollte, ehe sie aus dem Haus ging. Nein, das konnte Paula tun. Bei dem Gedanken an die junge Frau, die Michael als Haushaltshilfe engagiert hatte, runzelte sie ein wenig die Stirn. Paula hatte keinen Humor, konnte Jane nicht besonders gut leiden und war vernarrt in Michael. Wie würde es mir gehen, wenn ich entdecken sollte, dass die beiden ein Verhältnis haben, dachte sie flüchtig und lachte den Gedanken weg. Es war zu absurd. Außerdem würde Michael sie niemals betrügen, davon war sie überzeugt. Wozu sich also mit so unerfreulichen Gedanken belasten? Jane ging nach unten, nahm ihre Handtasche aus dem Garderobenschrank und wollte schon gehen, als ihr Michaels Ermahnung, einen Mantel anzuziehen, einfiel. Ach was, sagte sie laut, es ist doch Sommer. Ein kalter Windstoß fuhr ihr ins Gesicht, als sie die Tür öffnete. Von wegen. Es ist eiskalt, pustete sie, rannte in den Flur zurück und hängte sich ihren Trenchcoat über die Schultern. Papa weiß es eben doch am besten. Sie betrat das Schulhaus durch die Seitentür und ging schnell die drei Treppen hinauf. Zimmer 31 war am Ende des mit Fotografien dekorierten Korridors. Die Tür war offen. Sie schaute hinein. Kinderzeichnungen und große, aus Buntpapier ausgeschnittene Buchstaben schmückten die Wände. Es war ein helles, freundliches Zimmer und es war leer. Jane sah auf ihre Uhr. Fünf vor halb eins. An der mit Bildern geschmückten Wand entdeckte Jane eine Zeichnung von Emily. Eine Blumenwiese, auf die eine lachende Sonne hinuntersah. Hallo, Mrs. Whittaker. Pat Rutherford hatte eine zarte, dünne Stimme, die zu ihrer zierlichen Gestalt passte. Warten Sie schon lange? Sie schien nervös zu sein. Nein, nein, ich bin eben erst gekommen. Gut. Pat Rutherford strich sich mit einer Hand das lange, blonde Haar hinter das Ohr und ein großer, silberner Ohrring kam zum Vorschein. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Gibt es denn Probleme mit Emily? Sie erwartete eine rasche Verneinung und war bestürzt, als die Lehrerin zögerte. Ist etwas nicht in Ordnung? Wieder zögerte Pat Rutherford, dann sagte sie, ich weiß es nicht genau. Worum geht es? Bitte nehmen Sie doch Platz. Jane versuchte es, sich in einer der kleinen Schulbänke vor Pat Rutherfords Pult bequem zu machen. Die Lehrerin setzte sich nicht. Sie ging hin und her, blieb gelegentlich stehen und lehnte sich an ihr Pult. Ihre dunklen Augen verrieten Unsicherheit. Sie machen mich richtig nervös, gestand Jane, die sich fragte, was die Frau ihr zu sagen haben könnte. Das tut mir leid, ich bin sonst nicht so zögernd, aber ich weiß ganz einfach nicht, wie ich Ihnen das sagen soll. Direktheit ist meistens die beste Methode. Hoffentlich haben Sie recht. Sie schwieg einen Moment. Wissen Sie, ich bin mir nicht einmal sicher, ob es richtig ist, mit Ihnen zu sprechen. Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Ich unterrichte im ersten Jahr, erklärte Pat Rutherford. Ich hatte nie mit so etwas zu tun und ich bin mir nicht im Klaren über das korrekte Verfahren. Was für ein Verfahren? Ich glaube, normalerweise müsste ich meine Vermutungen den Behörden mitteilen. Den Behörden? Mein Gott, was vermuten Sie denn? Aber eine Freundin von mir hat damit schlechte Erfahrungen gemacht. Da kreuzten zwei Kriminalbeamte auf, schüchterten das Kind völlig ein, in der Schule kursierten die wildesten Gerüchte, die Eltern waren fuchsteufelswild und meine Freundin hätte beinahe ihren Posten verloren und geändert hat sich gar nichts. Wovon sprechen Sie? Jane saß bis aufs Äußerste angespannt auf der Kante des kleinen Stuhls. Ich bin gern Lehrerin. Ich möchte meine Stellung nicht verlieren. Darum hielt ich es für besser, nicht gleich zu den Behörden zu gehen, sondern zuerst mit dem Direktor zu sprechen. Mit Mr. Secord, meinen Sie? Ja. Aber worüber haben Sie denn nun mit ihm gesprochen? Ich glaube, dass Emily sexuell missbraucht wird. Die Worte trafen Jane wie Dolchstöße. Im ersten Moment fuhr sie zurück, dann krümmte sie sich so heftig zusammen, dass sie beinahe von dem kleinen Stuhl gestürzt wäre. Nur die Kante der Schulbank, die schmerzhaft ihre Rippen traf, hielt sie auf. Ich muss mich verhört haben, dachte sie, während sie um Fassung rang. Das kann sie nicht gesagt haben. Was sagten sie? Pat Rutherford ließ sich auf den Stuhl hinter ihrem Pult sinken. Ich glaube, Emily wird sexuell missbraucht, wiederholte sie. Jane stockte der Atem. Sie meinte zu ersticken. Das kann nicht sein, dachte sie. Nein, das ist ganz ausgeschlossen, das gibt es nicht. Wie kommen Sie denn darauf, fragte sie, als sie widersprechen konnte. Ich habe keine konkreten Beweise, das ist einer der Gründe, weshalb Mr. Secord mir dringend abriet, die Behörden einzuschalten. Er machte mich mehrmals darauf aufmerksam, dass ich kaum Erfahrung besitze. Es könnte alle möglichen Gründe für Emilys verändertes Verhalten geben, aber irgendetwas sagt mir, dass das der Grund ist. Alles, was ich darüber gelesen habe, hat Emily ihnen gesagt, dass sie, die Worte blieben Jane im Hals stecken, dass sie sexuell missbraucht wird, flüsterte sie. Nein, antwortete Pat Rutherford und Jane atmete erleichtert auf. Die Frau musste sich getäuscht haben, hatte sich von Dingen, die sie gelesen hatte, zu voreiligen Schlüssen verleiten lassen. Aber das Verhalten, das sie in letzter Zeit zeigt, entspricht dem eines sexuell missbrauchten Kindes. Inwiefern? Was ist das für ein Verhalten? Wieder zögerte Pat Rutherford. Nun ja, sie ist in letzter Zeit auffallend still. Sie war immer sehr lebhaft und aufgeweckt, voller Begeisterung, immer vergnügt. In letzter Zeit ist sie, wie gesagt, auffallend still und in sich gekehrt, beinahe traurig. Ist Ihnen das zu Hause auch aufgefallen? Jane musste zugeben, dass das der Fall war. Aber trotzdem, protestierte sie, heißt das doch wohl noch lange nicht, dass Emily sexuell missbraucht wird. Sicher, wenn es nur das wäre, würde ich mir keine Gedanken machen, stimmte Pat Rutherford zu. Aber das ist eben nicht alles. Jane sagte nichts, bedeutete der Lehrerin, nur mit einem Nicken fortzufahren. Eines Tages habe ich sie in der Pause beim Puppenspielen im Vorschulzimmer beobachtet. Das ist an sich nichts Besonderes. Viele Kinder gehen gern mal zum Spielen dorthin. Solange sie alles wieder aufräumen, ist das kein Problem. Aber die Art und Weise, wie Emily mit den beiden Puppen spielte, veranlasste mich, ihr genauer zuzusehen. Sie war völlig absorbiert von ihrem Spiel. Was war das für ein Spiel? Sie berührte die Puppen an der Brust und zwischen den Beinen und rieb sie aneinander. Kann das nicht ganz normale kindliche Neugier sein? Unterbrach Jane mit wachsendem Zorn. Wie kam diese unerfahrene Person dazu, aus kindlicher Neugier und Experimentierfreude einen Fall von sexuellem Missbrauch zu konstruieren? Sicher, das ist möglich, darin habe ich auch gedacht. Ich habe selbstverständlich nicht gleich angenommen, dass hier ein Missbrauch vorliegt. Hielt es für ebenso wahrscheinlich, dass sie einfach Verhaltensweisen nachahmt, die sie im Fernsehen oder im Kino gesehen hat. Jane schüttelte den Kopf. Sie achtete genau darauf, was Emily sich im Fernsehen ansah und ließ sie niemals allein ins Kino gehen. Weder im Fernsehen noch im Kino konnte sie so etwas gesehen haben. Aber sie hatte natürlich Augen im Kopf. Sie interessierte sich zweifellos für ihren eigenen Körper und es gab immer Kinder, die weiter waren und alles Mögliche erzählten. Sie hat wahrscheinlich von irgendeinem anderen Kind etwas aufgeschnappt, meinte Jane. Eisern beherrscht, obwohl sie Pat Rutherford am liebsten an die Gurgel gesprungen wäre für ihre unbegründeten Anschuldigungen. Mrs. Whittaker, glauben Sie mir, ich sage das alles nicht leichtfertig, bemerkte Emilys Lehrerin, als hätte sie Janes Gedanken gelesen. Ich denke seit Monaten darüber nach, wie ich diese Sache am besten anpacken kann. Mr. Secord hat mich viele Male daran erinnert, dass ihr Mann ein hoch angesehener Mann ist, dass er zu den Mäzenen der Schule gehört. Und ich weiß, wie sehr sie selbst sich für die Belange der Schule einsetzen. Das ist der Grund, weshalb ich es ihnen nicht schwerer machen wollte, als unbedingt nötig. Es kann gut sein, dass es für alles eine logische Erklärung gibt. Für alles? Bis jetzt habe ich kaum etwas gehört. Jedenfalls nichts, was mich zu der Schlussfolgerung veranlassen würde, dass mein Kind das Opfer eines sexuellen Missbrauchs ist. Ich bin noch nicht fertig. Jane schwieg. Sie saß wie auf Kohlen. Ich hätte die ganze Geschichte vielleicht fallen lassen, wenn nicht die Sache letzte Woche gewesen wäre. Was war denn letzte Woche? Als ich ins Klassenzimmer kam, sah ich hinten Emily mit einem anderen kleinen Mädchen. Sie hatte eine Hand auf der Schulter des Mädchens und die andere auf ihrer Brust. Das ist doch lächerlich. Zwei kleine Mädchen, die sich gegenseitig... Es war weniger das, was Emily tat, als das, was sie sagte, was mich stutzig machte. Wieso? Was sagte sie denn? Sie flüsterte, du bist so schön, du bist so weich und süß, dass ich dich einfach anfassen muss. Was? Ich weiß, dass das ihre genauen Worte waren. Ich habe sie aufgeschrieben. Ich meine, so etwas sagt doch normalerweise ein Kind nicht zum anderen. Es hört sich eher so an, als plapperte sie etwas nach, das sie von einem Erwachsenen gehört hat. Entweder hat sie es zufällig belauscht oder es hat jemand zu ihr selbst gesagt. Ich weiß es nicht. Mir ist klar, dass das für sie ein großer Schock ist, Mrs. Whittaker, und dass sie wahrscheinlich sehr böse auf mich sind. Ich weiß, dass ich im Grund keinerlei Beweise habe. Aber ich habe mir wirklich den Kopf darüber zerbrochen, was ein normalerweise fröhliches und kontaktfreudiges Kind so still und in sich gekehrt machen könnte. Was eine Siebenjährige so stark sexualisieren könnte. Mir fallen einfach keine anderen Möglichkeiten ein, es sei denn... Ja? Was? Es sei denn, sie hat vielleicht ihre Babysitterin mit ihrem Freund beobachtet. Ist das möglich? Vielleicht kam sie unvermutet aus ihrem Zimmer und ertappte die Babysitterin mit ihrem Freund auf dem Sofa. Vielleicht hat sie gehört, was die beiden sagten. Jane überlegte, ob das möglich sei. Carols Kinder kamen ziemlich regelmäßig zum Babysitten. Konnte es sein, dass Celine abends einmal ihren Freund ins Haus geholt hatte, als sie und Michael ausgewesen waren? Gibt es bei Ihnen in der Nachbarschaft halbwüchsige Jungen, fragte Pat Rutherford? Vielleicht hat sich von Ihnen einer an Emily herangemacht und versucht, sie zu irgendwelchen Dummheiten zu überreden. Andrew Bishop, hoch aufgeschossen und schlagsig, kam mir in den Sinn. War es möglich, dass Carols Sohn ihr kleines Mädchen belästigt hatte? Sie sprang mit solcher Entschlossenheit von ihrem Platz auf, dass der Stuhl beinahe umgestürzt wäre. Ich muss Emily sprechen. Ich hoffte, dass Sie das sagen würden. Pat Rutherford war sichtlich erleichtert. Emily ist beim Mittagessen. Ich kann in den Saal hinuntergehen und Sie heraufholen, wenn Sie das möchten. Bitte. Ohne ein weiteres Wort ging Pat Rutherford hinaus. Sobald sie weg war, schlug Jane mit der Faust krachend auf das Pult der Lehrerin. Einige lose Papiere flatterten zu Boden. Verdammt, verdammt, es kann nicht wahr sein, sagte sie immer wieder. Es kann einfach nicht wahr sein. Sie begann vor dem Pult hin und her zu gehen, wie Pat Rutherford das noch vor wenigen Minuten getan hatte. Wie ist das möglich, fragte sie sich. Wie kann das sein? In ein paar Minuten, dachte sie, in ein paar Minuten kann sich ein ganzes Leben verändern. Eben noch war sie wunschlos glücklich gewesen, fühlte sich vom Schicksal verwöhnt und im nächsten Moment, im nächsten Moment lag ihre ganze Welt in Trümmern. Und alles wegen eines einzigen Satzes. Ich glaube, Emily wird sexuell missbraucht. Nein, es konnte nicht sein. Oder doch? War es möglich, dass Carols Kinder vielleicht ganz unwissentlich an Emilys verändertem Verhalten schuld waren? Hatte Celine vielleicht eines Abends, als sie zum Babysitten im Haus gewesen war, ihren Freund kommen lassen? Mami? Hallo, Mami! Emily lief ihr entgegen. Jane ging in die Knie und nahm sie in die Arme. Wie geht's dir, Frosch? Gut, ich hab Jodie meinen Apfel geschenkt, das durfte ich doch, oder? Aber natürlich. Jane strich Emily einige Härchen aus dem süßen Gesicht und führte sie zu einer der Schulbänke. Komm, unterhalten wir uns ein Weilchen. Pat Rutherford, die an der Tür stehen geblieben war, bedeutete ihr, dass sie im Korridor warten würde. Jane schob sich mühsam auf den kleinen Sitz. Ich muss dich was fragen, Emily, begann sie und bemühte sich, ruhig zu sprechen. Und du musst mir die Wahrheit sagen. In Ordnung? Emily nickte. Ich werde nicht böse. Ganz gleich, was du mir sagst, okay? Du brauchst überhaupt keine Angst zu haben. Du kannst mir alles sagen. Es ist sehr wichtig, dass du mir genau erzählst, was geschehen ist. Ja, Mami. Emily, wenn Celine zum Babysitten kommt, bekommt sie dann manchmal Besuch? Emily schüttelte den Kopf und die Härchen, die Jane ihr aus dem Gesicht gestrichen hatte, fielen ihr wieder in die Stirn. Sie hat nie von einem Freund Besuch bekommen, wenn wir aus waren? Nein, sie spielt immer mit mir. Und Andrew? Der kommt doch gar nicht zum Babysitten. Aber letztes Jahr war er ein paar Mal da. Ach ja, stimmt. Aber er hatte auch nie Besuch, sagte Jane. Nein, ich glaube nicht. Hat Andrew mal etwas zu dir gesagt, das dir unangenehm war? Was meinst du? Hat er dir vielleicht einmal vorgeschlagen, etwas zu tun, was du nicht tun wolltest? Mami, ich verstehe nicht, was du meinst. Hat er dich mal irgendwo angefasst, wo du es nicht wolltest? Emily sagte nichts. Emily, hat Andrew dich mal irgendwo angefasst, wo du es nicht wolltest? Emily blickte zu Boden. Jane kämpfte um Beherrschung. Innerlich tobte sie. Ich bring das Schwein um. Ich bring das Schwein eigenhändig um. Emily, Schatz, du musst mir die Wahrheit sagen. Bitte, es ist sehr wichtig. Ich weiß, dass es nicht deine Schuld ist, ganz gleich, was geschehen ist. Und ich verspreche dir, dass ich nicht böse werde. Ich weiß, wie lieb du bist. Du würdest niemals etwas Unrechtes tun. Darum weiß ich, dass das, was passiert ist, nicht deine Schuld ist. Es ist sehr wichtig, Liebes. Ich muss die Wahrheit wissen. Hat Andrew dich einmal irgendwo angefasst, wo du es nicht wolltest? Hat er dich an Stellen berührt, die eigentlich niemand berühren darf? Jane war fast übel. Sie konnte kaum glauben, dass sie diese Worte sprach. Vielleicht hat sie es ja auch gar nicht. Vielleicht, dachte sie, sich an eine plötzliche, unrealistische Hoffnung klammernd, war das alles nichts als ein böser Traum. Eine Ewigkeit schien zu vergehen, ehe Emily sprach. Andrew nicht, sagte sie. Was? Andrew nicht, wiederholte Emily, ohne ihre Mutter anzusehen. Andrew nicht? Wer dann? Im Geist ging Jane alle Alternativen durch. Wer nicht Andrew, dann vielleicht einer seiner Freunde, oder vielleicht einer der größeren Jungen hier an der Schule, vielleicht sogar einer der Lehrer, vielleicht der Zahnarzt, den sie vor einigen Monaten mit Emily aufgesucht hatte. Vielleicht auch ein wild Fremder? Emily, wer war es? Bitte, du musst es mir sagen. Wer hat dich auf eine Weise angefasst, die du nicht mochtest? Bitte, Kind, du kannst es mir sagen, das weißt du doch. Emily hob langsam den Blick und sah ihrer Mutter in die Augen. Daddy, sagte sie. Alles stand still, ihr Herz, die Uhr, ihr Atem. Alle Geräusche verstummten unter dem lauten Dröhnen in ihren Ohren. Du dreckiges, gemeines Schwein, ich bring dich um, ich bring dich um, verdammt noch mal. Jane schlug mit beiden Fäusten auf das Lenkrad und ihre wütenden Schreie halten im Innern des Wagens wieder. Wie konntest du so etwas tun, du elendes Schwein? Wie konntest du deiner eigenen Tochter so etwas antun? Wie konntest du nur? Sie saß im Auto auf dem Schulparkplatz und wusste nicht, was sie tun Sie brauchte Zeit, um einen Plan zu fassen, einen Entschluss, was sie tun sollte. Sollte sie eine Konfrontation herbeiführen? Sollte sie einfach zu Michael in die Praxis stürmen und Emilies Beschuldigungen vor aller Welt herausschreien, ihm die Maske der Ehrbarkeit vom Gesicht reißen und diesen angeblichen Helfer und Beschützer kleiner Kinder als ihm zweifellos genug? Es war sein Beruf, die Kranken und Verletzlichen zu betreuen. Wer war verletzlicher als ein krankes Kind? Und er war der Heilige Dr. Michael Whittaker, ein Mann in einer Position der Macht und des Vertrauens. Man verehrte und liebte ihn, betete ihn an. Konnte dieser Mann, dieser zärtliche und sanfte Liebhaber wirklich solcher Gemeinheit und Niedrigkeit fähig Mann zusammenleben können, ohne auch nur den geringsten Verdacht zu schöpfen. Jane sah sich in seinen Armen liegen und sah sogleich ihre siebenjährige Tochter an ihrer Stelle. Ihr drehte sich der Magen um. Sie riss die Wagentür auf und übergab sich auf den schwarzen Asphalt des Schulparkplatzes. Du Schwein, du gottverdammtes Schwein, schrie sie und versuchte vergeblich ihre Wut zu bändigen. Was soll ich jetzt tun? rief sie verzweifelt und schlug auf die Hupe. Sie wischte sich den Mund mit einem Papiertuch ab, das sie in ihrer Manteltasche fand, und beschloss es, auf eine direkte Konfrontation mit Michael nicht ankommen zu lassen. Sie würde die Auseinandersetzung ihren Anwälten überlassen, sobald sie und Emily irgendwo in Sicherheit waren. Jetzt musste sie erst einmal ihre Wut beherrschen, damit sie einen vernünftigen Plan fassen konnte. Sie musste nach Hause fahren, packen, nicht viel, nur das Notwendigste, und sich darüber klar werden, wohin sie mit Emily wollte. Nach Boston, sagte sie sich, wir gehen für ein paar Tage in ein Hotel, das Lennox vielleicht. Das Lennox hatte ihr immer gut gefallen, von dort aus konnte sie mit ihren Freunden Verbindung aufnehmen, sich einen guten Anwalt empfehlen lassen. Aber zuerst brauchte sie Geld. Sie musste zur Bank. Sie hatten neun, vielleicht zehntausend Dollar auf ihrem gemeinsamen Girokonto. Eine Unterschrift reichte, um Geld abzuheben. Okay, da fährst du jetzt hin, sagte sie sich, schlug die Wagentür zu, ließ den Motor an und fuhr auf die Straße hinaus. Sie würde das ganze Geld vom Konto abheben. Bis Michael es merkte, würden sie und Emily längst fort sein. Mit Michael würde sie nur noch über Anwälte verkehren. Das war zweifellos für alle Beteiligten die beste Lösung. Wenn er ihr je wieder unter die Augen treten sollte, würde sie ihn womöglich umbringen. Sie fuhr schnell, erreichte die Center Street in knapp zehn Minuten und parkte den Wagen unter einem Halteverbotsschild direkt vor der Bank. Sie stieß beinahe eine weißhaarige alte Frau um, als sie hineinrannte Filiale. Sie kannte alle Angestellten mit Namen und die bildeten sich wahrscheinlich ein, sie zu kennen. Jane lachte laut, sah, wie alle die Köpfe nach ihr drehten, senkte den Kopf und wischte sich eine unerwartete Träne weg. Wie lange würde sie warten müssen? Warum ging es so verdammt langsam vorwärts? Ist etwas nicht in Ordnung, Mrs. Whittaker? fragte die Schalterangestellte, als sie schließlich an die Reihe kam. Jane starrte die junge Schwarze, die Samantha hieß, an. Kann ich Ihnen irgendwie helfen, Mrs. Whittaker? Ich möchte dieses Konto schließen. Jane griff in ihre Handtasche, zog ihr Scheckbuch heraus und schob es über die Theke. Samantha suchte ihre Karte heraus. Soll ich das Geld auf eines ihrer anderen Konten überweisen? Nein, ich möchte es bar abheben. In Hundertern? Ja. Samantha verschwand zum Tresor und kehrte mit mehreren Bündeln 100 Dollar Noten zurück, die sie vor Jane abzählte und dann zu ordentlichen kleinen Stapeln zusammenheftete. Jane stopfte das Geld in die tiefen Taschen ihres Trenchcoats. Sie fuhr nach Hause, fast blind vor Tränen. Keiner der Menschen, die sie je geliebt hatte, hatte sich auf sie verlassen können. Sie hatte ihren Vater nicht vor dem Herzinfarkt geschützt, der ihn getötet hatte, als sie gerade 13 war. Sie hatte ihre Mutter nicht beschützt, die zweifelsohne heute noch am Leben wäre, wenn Jane auf die Veranstaltung an Emilys Schule verzichtet hätte und mit ihr nach Boston gefahren wäre. Sie hatte es nicht geschafft, ihren Mann glücklich zu machen, ihm eine Frau zu sein, wie er es erwartete und verdiente und sie hatte es nicht geschafft, ihr einziges Kind zu behüten und zu beschützen. Ich bin total unfähig, schluchzte sie und knallte die Autotür zu. Ich bin nichts wert, zu nichts zu gebrauchen. Jane, Jane, was ist denn los, was ist denn passiert? Was? Jane starrte in Carols besorgtes Gesicht. Was ist denn los, weinst du? Ich habe jetzt keine Zeit, rief Jane, stieß Carol zur Seite und rannte ins Haus. Jeder Versuch, etwas zu erklären, wäre sinnlos gewesen. Niemals hätte sie Carol davon überzeugen können, dass Michael Emily belästigt hatte. Wer würde ihr so etwas glauben? Nein, jetzt musste sie als erstes packen und verschwinden. Für Erklärungen war später noch Zeit genug. Jane warf die Handtasche im Flur auf den Boden und rannte die Treppe hinauf ins Schlafzimmer. Sie hatte das Gefühl, in den Privatbereich einer fremden Person einzudringen. Hast du wirklich hier gelebt? Warst du hier wirklich glücklich? Hatte sie dieses Zimmer, dieses Bett mit einem Mann geteilt, den sie offensichtlich nie gekannt hatte? Sie sah sich in der Spiegelwand der Schranktüren. Ihr Gesicht war verschwollen und voller Tränenspuren. Kein Wunder, dass alle erschraken, wenn sie sie sahen. Sie sah ja wirklich zum Fürchten aus. Keinesfalls durfte Emily sie in dieser Verfassung sehen. Sie ging ins Bad, wusch sich Schminke und Tränen vom Gesicht und drückte sich einen kalten Waschlappen auf die geschwollenen Augen. Dann kehrte sie ins Schlafzimmer zurück und zog die Schranktüren auf. Hast du mir darum immer diese blöden Kleinmädchen Kleider gekauft, schrie sie, während sie die Sachen von den Bügeln riss und auf ihn herum trampelte. Hast du mich darum so gern in Schleifchen und Rüschen gesehen? Sie holte die zwei schwarzen Koffer aus dem Schrank im Gästezimmer. Ein Koffer für sie, den anderen für Emily. Sie würde nur wenige Sachen mitnehmen. Wenn sie mehr brauchen sollte, hatte sie immerhin fast 10.000 Dollar in den Taschen. Lieber ganz neu anfangen, die Vergangenheit auslöschen, reinen Tisch machen. Sie packte nur das, was sie für unbedingt notwendig hielt. Dann ließ sie sich erschöpft aufs Bett fallen, das Bett, das sie seit elf Jahren mit Michael teilte. Jane, was geht hier vor? Beim Klang von Michaels Stimme erstarrte Jane keiner reaktion fähig. Was tat er um diese Zeit zu Hause? Jane, was ist los? Erst bekomme ich einen reichlich merkwürdigen Anruf von der Bank, du hättest das ganze Geld von unserem Konto abgehoben und ein paar Minuten später ruft Carol an und erzählt mir, du seist völlig aufgelöst nach Hause gekommen, es sei bestimmt etwas passiert, aber du hättest ihr nicht sagen wollen. Ich habe mich natürlich sofort in den Wagen gesetzt. Ich habe wahrscheinlich sämtliche Geschwindigkeitsgrenzen überschritten vor lauter Versorger, Jane, hörst du mir eigentlich zu? Hörst du mich, Jane? Jane wirbelte herum, eiskalte Wut im Blick. Oh ja, ich höre dich. Jane, steckst du in irgendwelchen Schwierigkeiten? Schwierigkeiten? Sag mir doch, was passiert ist. Hast du wieder einen mit der Handtasche niedergeschlagen? Er lachte beinahe. Was ist denn Liebes? In was für ein Schlamassel hast du dich denn jetzt wieder rein buxiert? Du mieses Schwein, kreischte Jane und stürzte sich auf ihn, schlug ihm die Hände wie Klauen in die Haare und krallte nach seinen Augen. Michael packte ihre Hände, hielt sie an den Handgelenken fest und schob sie zurück. Um Gottes Willen, Jane, was ist denn in dich gefahren? Du Schwein, du dreckiges Schwein, wie konntest du Zeit auffallend verändert hat. Jane hörte auf, sich zu wehren und wurde sehr ruhig. Michael sah sie erwartungsvoll an. Sie sagte, ihrer Meinung nach bestünde die Möglichkeit, dass Emily das Opfer eines sexuellen Missbrauchs ist. Der Ausdruck des Entsetzens, der über sein Gesicht flog, schien echt zu sein. War es Entsetzen über das, was Emily angetan worden war, oder Entsetzen darüber ertappt worden zu sein. Was? Von wem? Hat sie eine Ahnung, wer es sein kann? Du brauchst mir nichts vorzumachen, Michael. Janes Stimme war kalt. Es ist zu spät. Das zieht bei mir nicht. Oh Gott, du glaubst, dass ich? Hör endlich auf, Michael. Ich habe mit Emily gesprochen. Sie hat mir alles gesagt. Es blieb einen Moment still. Dann sagte Michael, da hat ihr offensichtlich jemand etwas eingeblasen. Kein Mensch hat ihr etwas eingeblasen, du gemeiner Hund. Jane wollte erneut auf ihn losgehen und wieder gelang es Michael, sie abzuwehren. Du mieses, perverses Schwein, wie konntest du sowas tun, dein eigenes Kind belästigen? Jane trat mit den Füßen nach ihm und er wich zurück, ließ ihre Arme plötzlich los, als ekli in Hände blitzte ihr Ehering auf. Sie riss ihn sich vom Finger und schleuderte ihn quer durchs Zimmer. Er schlug an die gegenüberliegende Wand und fiel in die Ecke. Herr Gott noch mal, Jane, was tust du da? Umbringen könnte ich dich. Du bist verrückt, Jane. Ich liebe dich, aber ich habe schon lange den Eindruck, dass du völlig aus dem Gleichgewicht bist. Jane stand wie angewurzelt. Wenn sie jetzt auch nur eine Bewegung machte, dachte sie, würde sie ihn tatsächlich umbringen. Jane, wenn du unbedingt einem leicht beeinflussbaren Kind glauben willst, dem dieser ganze Unsinn wahrscheinlich von seiner neurotischen Lehrerin eingeblasen wurde, kann ich dich nicht daran hindern. Aber ich warne dich, geh mit diesen Anschuldigungen ja nicht an die Öffentlichkeit, denn dann werde ich dich fertig warten. Jane biss die Zähne zusammen, um nicht loszuschreien. Sie wusste, dass Michaels Worte keine leere Drohung waren. Wenn sie mit ihren Anschuldigungen an die Öffentlichkeit ging, verlangte sie von ihrer siebenjährigen Tochter, dass sie sich gegen ihren Vater stellte, den Und was für eine Chance hatte Emily. Also gut, sagte Jane und wurde sich ihrer Überlegungen erst bewusst, als sie sie in Worte fasste. Ich gehe nicht an die Öffentlichkeit. Ich gehe nicht zur Polizei. Ich sage keinem Menschen auch nur ein Wort von dieser Sache. Du kannst deine Karriere und deinen guten Ruf behalten und dafür fragte er listig und selbstzufrieden. Dafür ziehst du aus. Auf der Stelle. Und Emily? Emily? Emily bleibt selbstverständlich bei mir. Ich bekomme das alleinige Sorgerecht. Ja, glaubst du denn im Ernst, ich verzichte auf das Sorgerecht für das einzige Kind, das ich je haben werde? Ich glaube ganz einfach, dass du keine Wahl hast. Ach ja? Glaubst du das? Du gestattest, dass ich das anders sehe. Wenn du einen Sorgerechtsprozess anstrengen solltest, zeige ich dich wegen Kindesmissbrauchs an, dann verlierst du alles. Das glaube ich nicht. Ich denke, die Gerichte wissen genau, wie rachsüchtig manche Frauen sein können, wenn die Scheidung ansteht. Sie wissen, dass manche Frauen vor nichts zurückschrecken und alle möglichen gemeinen und unerhörten Beschuldigungen erfinden. Nach allem, was ich gelesen habe, haben die Gerichte für hysterische Frauen, die mit ungerechtfertigten Beschuldigungen wegen sexuellen Missbrauchs hausieren gehen, nicht viel übrig. Du bist wirklich das Letzte. Nein, aber ich habe recht und ich denke, das weißt du auch. Er sah nachdenklich zur Decke hinauf. Ich werde dir sagen, worauf ich mich einlassen würde. Jane fragte sich, an welcher Stelle sie sich die Kontrolle über das Gespräch hatte aus der Hand nehmen lassen. Ja, fragte sie mit brüchiger Stimme. Worauf würdest du dich einlassen? Auf eine Scheidung, wenn du sie wirklich willst, obwohl es das Letzte ist, das ich will. Ich liebe dich, Jane. Aber warum dann? Wie konntest du? Wie konnte ich was? Mein Gott, Michael, rief Jane zornig. Du hast in ihrer Hand ejakuliert. Willst du das wirklich leugnen? Bis zu meinem letzten Atemzug, er lächelte. Oder deinem. Jane zwang sich, ihm ist das eine Drohung? Ich drohe nicht, Jane. Ich bemühe mich, nur Frieden zu schließen. Also gut, was genau willst du? Ich will das gemeinsame Sorgerecht für unsere Tochter. Was? Wie kannst du auch nur einen Moment lang glauben, dass ich dem zustimmen würde? Du hast alle Rechte, die du vielleicht gehabt hättest, verwirkt. Ich denke nicht, dass du viele Menschen finden wirst, die dir zustimmen. Ich denke, sogar Emily würde dem Gericht sagen, dass sie ihren Daddy sehen möchte. Jane sah sich verzweifelt im Zimmer um, als hoffe sie dort eine Antwort zu finden, nur eine kleine Tatsache, die sie als schlüssigen Beweis vorbringen konnte. Sie fand nichts. Wärst du mit Besuchen unter Aufsicht einverstanden? Niemals. Das käme einem Schuldeingeständnis gleich. Ich habe nichts verbrochen. Jane hätte am liebsten laut geschrien vor Verzweiflung. Ich kann das alles nicht fassen. Was ist mit uns geschehen? Du bist mir völlig fremd. Michael trat mit ausgestreckten Armen einen Schritt auf sie zu. Ich liebe dich, Jane. Nein! Ich liebe dich. Selbst jetzt noch, nach all den furchtbaren Dingen, die du gesagt hast, liebe ich dich. Du bist so schön. Ich möchte dich nur in die Arme nehmen und festhalten. Hast du es mit dieser Masche auch bei unserer Tochter probiert, Michael? Ja? Hast du das? Hast du das getan, du Dreckskerl? Sie begann zu schreien, unartikulierte, wilde Schreie und rannte aus dem Zimmer. Sie vergaß die Koffer, rannte, von Michael gefolgt die Treppe hinunter. Er überholte sie und versperrte ihr den Weg zur Haustür. Sofort wirbelte sie herum und stürzte zur Hintertür, aber Michael war vor ihr da und ließ sie nicht hinaus. Sie rannte in den Wintergarten, diesen schönen Raum, den sie immer geliebt hatte. Halsuchend fuchtelte sie mit den Händen in der Luft herum, bekam eine Messingvase zu fassen, die sie aus dem Orient mitgebracht hatten und schwang sie hoch über ihren Kopf, während sie mit den Füßen noch festen Stand suchte. Du bist wirklich total verrückt, sagte er lachend. Ich denke, ich werde das alleinige Sorgerecht für mich beantragen. Sie schwang den Arm abwärts, all ihre Wut und Enttäuschung in der Bewegung und schlug Michael die Vase an den Kopf, noch bevor er zur Seite springen konnte. Eine dolchähnliche Spitze riss ihm das Fleisch auf. Es sah aus, als würde sie ihm die ganze Kopfhaut abschälen. Jane ließ die Vase los und hörte sie krachend zu Boden Er torkelte ihr entgegen, sein Gesicht eine totenbleiche Maske voll Ungläubigkeit und Schmerz. Mein Gott, Jane, du hast mich umgebracht. Er fiel gegen sie, suchte Zuflucht an ihrer Brust und als sie zurückfuhr, rutschten langsam seine Füße unter ihm weg und er glitt zu Boden. Nein, schrie sie, als sie ihr Kleid sah, das vorn von Blut getränkt war. Fest zog sie den Trenchcoat um sich und knöpfte ihn mit zitternden Händen zu. Das ist nicht wahr, sie lief zur Tür, das ist nicht wahr. Sie ging aus dem Zimmer nach vorn, ohne sich umzudrehen. Es ist ein schöner Tag, ich muss an die frische Luft, einen Spaziergang machen, Milch und Eier besorgen, ich habe Emily ja versprochen, einen Schokoladenkuchen zu backen, ja, das ist eine gute Idee. Sie riss die Haustür auf und rannte hinaus, ohne die Tür hinter sich zu schließen. Ja, es ist ein schöner Tag, wiederholte sie, während sie die Straße hinunterlief zur nächsten Bushaltestelle. Es war ein schöner Tag, es wäre eine Schande gewesen, ihn drinnen zu vertrödeln. Jane senkte die Kristallvase, die sie noch immer in den Händen hielt und stellte sie wieder auf den Couchtisch. Paula ließ sich auf das Sofa sinken. Carol starrte Jane ungläubig an. Das ist ja eine tolle Geschichte, sagte sie nach einer ziemlich langen Pause. Jane sagte nichts. Sie wollte sich nicht vorstellen, wie Emily zumute gewesen sein musste, als sie nach der Schule ihren Vater und nicht ihre Mutter gesehen hatte. Aber sie zwang sich das Bild anzusehen. Wer die Realität verleugnet, riskiert sie ganz zu verlieren. Das wenigstens musste sie doch gelernt haben. Ihr dröhnte der Kopf. Ob vom Schock der plötzlichen Erinnerungsglut oder von der anhaltenden Wirkung der Betäubungsmittel in ihrem Körper konnte sie nicht sagen. Sie hielt sich an dem Ohrensessel fest, um nicht zu stürzen und ignorierte Paula, die immer noch wie versteinert auf dem Sofa saß, um sich ganz auf Carol zu konzentrieren. Du musst mich nach Woods Hole fahren, sagte sie. Carol schüttelte den Kopf. Das kann ich nicht. Carol, wir kennen uns schon ziemlich lange. Ich dachte, wir wären gute Freundinnen. Das dachte ich auch. Aber du glaubst lieber Michael. Es fällt mir schwer zu glauben, was du da eben erzählt hast. Dass er seine Tochter belästigt hat? Er ist Kinderarzt. Sein Beruf ist es, Kindern zu helfen. Ich weiß, es ist schwer zu glauben. Nicht schwer, unmöglich, erklärte Carol. Du glaubst also lieber, dass ich verrückt bin. Ehrlich gesagt, ja. Auf diese Weise bleibt die Welt um einiges freundlicher. Carol fuhr sich mit der Hand durch die zerzausten Locken. Und du musst zugeben, Jane, zu vergessen, wer man ist, zeugt nicht gerade von einem gesunden Verstand. Jane lächelte. Da kann ich nicht widersprechen. Aber ich weiß jetzt, wer ich bin. Ich weiß, was an dem Tag geschehen ist. Ich bin nur nicht sicher, ob ich die Fahrt alleine schaffen kann. Ich bitte dich, mir zu helfen. Wieder schüttelte Carol den Kopf. Ich kann nicht. Eine Welle der Übelkeit überschwemmte Jane. Sie schwankte unsicher. Dann leih mir wenigstens deinen Wagen. Was hast du mit Paulas Wagen angestellt? fragte Carol. Paula selbst sagte kein Wort. Sie hielt die Augen zu Boden gesenkt und saß so starr, als hätte die Wucht von Janes Worten ihr alle Bewegungsfähigkeit geraubt. Der ist mir stehen geblieben. Bitte gib mir doch deine Wagenschlüssel. Warum rufst du nicht die Polizei an? fragte Carol statt einer Antwort. Wenn das alles stimmt, was du gesagt hast, solltest du dort Hilfe suchen. Ich werde zur Polizei gehen, aber erst, wenn ich Emily gefunden habe. Wenn ich jetzt dort anrufe, werden sie nur mit Michael sprechen wollen. Er hat es geschafft, dich davon zu überzeugen, dass ich verrückt bin. Was glaubst du wohl, wie schwer es ihm fallen wird, auch die Polizei davon zu überzeugen? Bestenfalls werden sie mich stundenlang verhören. Und in dieser Zeit kann Michael Emily ungehindert wegbringen. Und ich Suchen sie die? fragte plötzlich Carols Vater. Er stand an der Tür in der einen Hand Carols offene Handtasche, in der anderen die Autoschlüssel. Vater, gib sofort die Schlüssel her! Mit einem Satz war Carol bei ihrem Vater. Aber als sie die Hände nach den Schlüsseln ausstreckte, warf der alte Kopsi in hohem Bogen über ihren Kopf hinweg in Janes erhobene Hände. Eins, zwei, drei, wer hat den Ball? rief er freudestrahlend. Jane griff die Schlüssel aus der Luft und rannte zur Haustür, während der alte Kopf vor seiner schimpfenden Tochter hin und her sprang und sie nicht zur Tür hinaus ließ. Sie schloss den pflaumenfarbenen Chrysler auf, sprang hinein, ließ den Motor an und gab Gas. Im Rückspiegel sah sie Carol, die wild gestikulierend aus dem Haus stürzte, aber gleich wieder umkehrte, als sie erkannte, dass sie zu spät kam. Jetzt ruft sie Michael an, dachte Jane. Sie sah auf ihre Uhr. Um diese Zeit war er normalerweise noch im Operationssaal und da durfte man ihn nicht stören, aber vielleicht würden sie ihn doch herausholen, wenn die Angelegenheit sehr dringend war. Sie trat das Gaspedal weiter durch, warf automatisch einen Blick auf die Tankanzeige und stellte fest, dass der Tank voll war. Jane atmete erleichtert auf, als sie den Highway erreichte. Sie hatte es bis hierher geschafft, da würde sie den Rest der Fahrt wohl auch noch schaffen. Die Straße war nicht voll und sie kam gut vorwärts. Sie nahm sich vor, nicht schneller zu fahren als erlaubt, lieber mit Verspätung ankommen als gar nicht, sie musste eben ausnahmsweise einmal Geduld haben. Sie erinnerte sich an ihren Vater. Ein nicht sehr großer, recht fülliger Mann mit weicher, sanfter Stimme, die dennoch Autorität besaß. Er war der Leiter einer Highschool in Hartford gewesen. Als er mit 44 Jahren plötzlich an einem Herzinfarkt gestorben war, hatte Jane ihren eigenen Schmerz verdrängt, um ihre Mutter trösten zu können. Ihre Mutter war eine witzige und temperamentvolle Frau gewesen, aber auch all ihren Schwächen und Fehlern akzeptieren können. Zur Zeit ihres Todes hatte eine tiefere Verbindung zwischen ihnen bestanden als je zuvor. Jane hatte nach dem tödlichen Unfall um ihre Mutter und um ihren Vater geweint und sich mehrere Tage lang ganz in ihren Schmerz hineinfallen lassen, bis er sich langsam in stille Trauer gewandelt hatte. Wie hatte Michael es wagen können, dieses Unglück für seine allgemeinen Ziele auszunutzen? Jane ließ sich von ihrem Zorn nur so weit anstacheln, dass sie wach und aufmerksam blieb. Hatte Michael allen Ernstes erwartet, dass sein Plan, sie zur Verrückten zu stempeln gelingen würde? Hatte er allen Ernstes erwartet, er würde alle sie selbst eingeschlossen davon überzeugen können, dass sie verrückt war und zu ihrem eigenen Schutz in eine Anstalt gebracht werden musste? Oder hatte er gehofft, sie würde ihm die Mühe ersparen und sich freundlicherweise selbst das Leben nehmen? Sie bemerkte, dass die Landschaft sich zu verändern begann. Normalerweise liebte sie diese Fahrt hinunter nach Cape Cod, das Gefühl, endlich der Stadt entronnen zu sein und ein paar Tage ländliche Ruhe und frische Luft genießen zu können. Woods Hall war ein Dörfchen an der Spitze von Cape Cod, von Touristen und Sommergästen meist übersehen. Für sie war Woods Hall nur der Ort, an dem man mit der Fähre ankam oder abfuhr. Sie schenkten dem kleinen Ort kaum Beachtung und das war den Whittakers gerade recht. Jane hatte das Häuschen, das nicht weit vom Wasser hinter hohen alten Bäumen verborgen stand, immer gelebt. Jane fand die Abfahrt zum Highway 28 ohne Mühe. Falmouth 20 Meilen stand auf dem Schild. Sie umfasste das Lenkrad fester und fuhr schneller. Die nächste halbe Stunde erschien ihr endlos. Jede Sekunde war eine Stunde. Jede Minute ein ganzer Tag. Aber dann hatte sie plötzlich die Ausfahrt nach Woods Hall erreicht und wenig später befand sie sich in einer rein ländlichen Gegend. Sie konnte das Wasser der Bucht sehen und fragte sich, ob Emily jetzt dort unten beim Schwimmen war. Oder war sie vielleicht schon fort? War es Carol gelungen, Michael zu erreichen? Hatte er sich mit seinen Eltern in Verbindung gesetzt? Waren sie samt Emily bereits mit unbekanntem Ziel abgereist? Vielleicht waren sie auf dem Highway an ihr vorbeigefahren und sie hatte es nicht bemerkt? Vielleicht war es schon zu spät. Sie lenkte den Wagen in eine kleine ungeteerte Straße unter dicht stehenden Bäumen, die es ihr ermöglichten, sich dem Haus relativ unauffällig zu nähern. In einer provisorischen Einfahrt aus kleinen weißen Steinen mehrere Häuser, von dem der Whittekers entfernt, stellte sie den Wagen ab. Das Häuschen der Whittekers hatte ihr immer gefallen, beileibe kein Landsitz, sondern ein richtiges Sommerhaus, aus Holz gezimmert, einfach und ohne Luxus. Sobald ihre Füße den Boden berührten, gaben ihre Knie nach. Sie fiel auf den harten Belag aus kleinen weißen Steinen, eine Hand noch am Türgriff. Mehrere Sekunden lang blieb sie so auf der Erde hocken, kraftlos und unfähig aufzustehen. Nur eine kleine Verschnaufpause, sagte sie sich, während sie gegen den Schlaf kämpfte. Langsam sah sie sich um. Sie war allein. Kein Mensch schien sie bemerkt zu haben. Nachdem sie ein paar Mal Tiefluft geholt hatte, setzte sie sich vorsichtig in Bewegung. Sie blieb auf dem Schotter und mied das Gras zu beiden Seiten der Straße, da sie wusste, dass dort gern kleine Schlangen in der Sonne schliefen. Jane senkte den Kopf und pirschte sich näher an das kleine Holzhaus heran. In der Einfahrt stand kein Wagen. Was hatte das zu bedeuten? Dass sie unterwegs waren? Vielleicht einen Ausflug machten? Dass ihr Sohn sie schon erreicht und ihnen befohlen hatte, Emily ins Auto zu packen und zu verschwinden? Jane sah sich hastig nach allen Richtungen um, ehe sie die letzten Schritte zur Vorderveranda des sich vorsichtig dem Fenster. Von drinnen kam kein Laut. Mit angehaltenem Atem spähte sie durch das Fenster in den Wohnraum. Alles war genau so, wie sie es in Erinnerung hatte. Die Wände rohes Holz genau wie außen, die Möbel alt und gemütlich, bis auf das ultramoderne Fernsehgerät, das rechts vorm offenen Kamin stand. Der Wohnraum ging direkt in Essnische und Küche über. Türen gab es nur zu den drei kleinen Schlafzimmern und dem Badezimmer im hinteren Teil des Häuschens. Alles war still. Es war wie die Ruhe vor dem Sturm. Waren sie vielleicht wirklich schon abgefahren? War sie zu spät gekommen? Jane sah das frische Obst in dem Korb auf dem Esstisch. Das musste nicht unbedingt heißen, dass sie noch hier waren. Wenn Michael wirklich angerufen hatte, hatten sie wahrscheinlich alles stehen und liegen gelassen und waren hals über Kopf abgefahren. Sie musste ins Haus und schauen, wie es drinnen aussah. Die Tür war abgeschlossen. Es überraschte sie nicht. Die Whittakers sperrten immer ab, auch wenn sie nur zum Strand hinunter gingen. Jane lief um das Häuschen herum nach hinten, wo sich die drei Schlafzimmer befanden. Die so oft gegen das Fliegengitter des Eltern Schlafzimmers rammte, bis das Gitter aus dem Rahmen sprang. Sie blickte sich hastig um, hoffte, dass niemand sie gesehen hatte und stieg durch das Fenster ins Haus. Als sie auf dem großen Doppelbett landete, hörte sie die Alarmanlage losbimmeln. Oh Gott nein, auch das noch, dachte sie entsetzt. Ihr war so flau, dass sie sich am liebsten einfach in das weiche Bett hätte sinken lassen. Dann hörte das Läuten einen Moment auf und setzte gleich wieder ein. Es war nicht die Alarmanlage, es war das Telefon. War das Michael, der anrief? Hatte Carol ihn erreicht? Wollte er seine Eltern vor ihrer bevorstehenden Ankunft warnen? Oder war es einfach ein Bekannter aus der Stadt, der anrief, um seinen Besuch anzusagen oder vielleicht jemand aus der Nachbarschaft, der melden wollte, dass er eine verdächtige Gestalt in der Nähe des Hauses gesichtet hatte. Jane sprang vom Bett und zog die Schubladen der kleinen Kommode auf, die an der Wand stand. Im Stillen zählte sie mit, wie oft das Telefon läutete. Fünf, sechs, sieben. Die Kommode war so voll gefüllt mit Kleidungsstücken wie der Schrank. Das bewies allerdings nicht, dass die Whittakers noch hier waren. Sie konnten mit der Überlegung abgefahren sein, dass sie später jederzeit noch etwas holen konnten. Jane ging von Raum zu Raum. Im Bad hing noch ein feuchter Kinderbadeanzug über dem Wannenrand und der Kühlschrank war, wenn auch nicht gerade übervoll, so doch wenigstens nicht ausgeräumt. Es war möglich, dass sie noch hier waren. Das Telefon läutete zwanzig Mal, ehe es endlich schwieg. Da wollte aber jemand sehr dringend die Whittakers erreichen. Jane sah auf ihre Uhr. Es war fast Mittag. Wo konnten sie sein? Sie ging in den Wohnraum und ließ sich in einen großen orange braun gestreiften Uhrensessel fallen. Trotz der Hitze war es im Haus angenehm kühl. Sie lehnte den Kopf zurück und schloss einen Moment die Augen, während sie überlegte, wie lange sie würde warten müssen. Im nächsten Moment war sie eingeschlafen. Sie erwachte vom Läuten des Telefons. Mit einem Sprung war sie auf den Beinen. Das Herz klopfte ihr bis zum Hals und ihr war schwindelig. Sie sah auf die Uhr und stellte erschrocken fest, dass beinahe 20 Minuten vergangen waren, seit sie eingeschlafen war. Wie dumm sie durchgekämpft, nur um prompt einzuschlafen wie Dornröschen. Wenn die Whittakers inzwischen nach Hause gekommen waren und sie hier gefunden hatten, hatten sie bestimmt nichts eiligeres zu tun gehabt, als Emily ins Auto zu setzen und mit ihr davon zu brausen. Das Telefon läutete immer noch. Drei. Vier. Dann hörte sie ein anderes Geräusch, das Knallen einer Autotür, die zugeschlagen wurde. Danach die Stimme einer Frau. Ist das unser Telefon, Bert? Ein Moment lang startete Jane das Telefon an und überlegte, ob sie einfach das Kabel herausreißen sollte. Dann aber rannte sie in die Küche und zog eine der Schubladen im Küchenschrank auf, in der, wie sie sich erinnerte, Michaels Mutter Messer und Scheren aufbewahrte. Sie packte die große Schere wie eine Waffe, raste ins Wohnzimmer zurück und schnitt das Kabel mitten im sechsten Leuten durch. Ich höre nichts, rief irgendwo draußen Bert Whittaker. Ach, wahrscheinlich haben sie schon aufgelegt. Hey, wo willst du hin, mein Fräulein, rief die Frau scharf. Du musst deinem Großvater tragen helfen. Gib ihr die kleine Tüte da, Bert, sagte Doris Whittaker. Der scharfe Klang ihrer Stimme reichte bis in die dunklen Winkel des Wohnzimmers, wo Jane wie angewurzelt stand. Hier, Emmy, sagte Bert Whittaker. Glaubst du, schaffst das? Ach, Großpapa, das ist doch überhaupt nicht schwer. Jane stand noch immer reglos, die Schere umklammert, als sie das Knirschen des Schlüssels im Schloss der Haustür hörte. Sie wusste, dass sie die Küchenschublade offengelassen hatte, aber jetzt hatte sie keine Zeit mehr, sie zu schließen. Sie konnte sich nur noch wie lange würde es dauern, bis sie merkten, dass das Telefonkabel durchschnitten war. Wie lange bis ihnen auffiel, dass die Küchenschublade offen stand und die große Schere fehlte. Wie lange bis sie ihr Kind packen und mit ihm fliehen konnte. Wo soll ich die Tüte hinstellen, Großmama? Stell einfach alles auf den Küchentisch, rief Doris Whittaker und Jane hörte Emily durch das Zimmer springen. Am liebsten wäre sie einfach aufgesprungen und hätte das Kind in ihre Arme gerissen, ihr süßes kleines Mädchen, das sie fast zwei Monate nicht gesehen hatte, dass sie tot geglaubt hatte. Ach, Kind, dachte sie, wie soll ich dich hier herausbringen? Wie soll ich uns beide hier herausbringen? Also sowas, schaut ihr doch mal an, wie dieser dumme Junge an der Kasse die Sachen eingepackt hat, rief Doris Whittaker empört, während sie gefolgt von ihrem Mann durch das Haus ging. Hast du der nicht aufgepasst, Bert? Das ist doch deine Aufgabe, gab ihr Mann zurück und stellte seine schwere Tüte prustend auf den Tisch. Da hat jemand eine Schublade offen gelassen, bemerkte er und schob sie im Vorübergehen zu. Was soll ich tun, dachte Jane und überlegte, ob sie einfach mit der Schere in der Hand aus ihrem Versteck hervortreten oder lieber warten sollte, bis Emily allein im Raum war und sie sie heimlich entführen konnte. Sie hörte das Knistern von Papier, das leise Knarren der Schranktüren, die geöffnet und geschlossen wurden, während draußen in der Küche die Einkäufe verstaut wurden und ließ sich von der Atmosphäre häuslichen Friedens einlullen, bis Emily mit ihrer hellen Kinderstimme plötzlich fragte, Was ist denn mit dem Telefon passiert? Jetzt nicht Emily, lass mich erst mal die Sachen fertig auspacken. Aber schau doch mal! Jane stellte sich vor, wie Emily das abgeschnittene Kabel hochhielt. Wieso? Was ist denn? Ungeduld in der Stimme. Eine kurze Pause, dann Schritte. Du lieber Gott, was hast du denn da angestellt? Ich habe überhaupt nichts gemacht, protestierte Emily. Das sieht ja aus wie durchgeschnitten, rief Doris Whitaker und in ihrer Stimme schwang ein deutlich hörbarer Ton der Beunruhigung. kam es gedämpft zurück. Dann beeil dich, hier geht irgendwas vor. Jane hörte das Rauschen der Toilettenspülung. Herr Gott noch mal Doris, kann man denn hier nicht mal in Ruhe aufs Klo gehen? fragte Bert Whitaker gereizt und das Wort Klo klang sonderbar aus seinem Mund. Was ist denn los? Das Telefonkabel ist durchgeschnitten. Aber ich war's nicht, rief Emily sofort. Das ist wirklich komisch, meinte Bert Whitaker nachdenklich. Ist sonst etwas angerührt worden? Jane hörte sie umhergehen und schließlich mit Emily zusammen in den hinteren Zimmer nachsehen. Mir ist das nicht geheuer, erklärte Doris Whitaker. Aber sonst scheint alles in Ordnung zu sein. Nein, nein, komm hierher, Bert, sieh dir das an. Jetzt hatte sie vermutlich das aufgebrochene Fliegengitter an ihrem Schlafzimmerfenster entdeckt. Jane wusste, dass ihr nicht mehr viel Zeit blieb. Da hat anscheinend jemand eingebrochen, rief Bert Whitaker. Wir sollten zur Polizei gehen. Bert? Was? Wenn es nun gar keine Einbrecher waren? Was soll das heißen? Stille. Emily, weißt du was, du packst jetzt deine Sachen, dann fahren wir ein paar Tage nach Marthas Vignard. Aber Molly hat mir versprochen, dass sie heute Nachmittag zum Spielen zu mir mit Molly kannst du auch ein andermal spielen. Tu jetzt, was ich dir sage, ja? So ist es lieb. Also wirklich, Doris, findest du das nicht ein bisschen übertrieben? Ich glaube nicht, dass wir von Einbrechern Besuch bekommen haben, Doris Whitaker flüsterte jetzt. Ich glaube, es ist Jane. Jane, schleiße das Kind. Wie kommst du darauf, dass es, dass sie es ist? Überleg doch mal, es ist die einzig logische Erklärung. Wieso sollte jemand hier einbrechen und da nichts mitnehmen? Sie hat das Telefonkabel durchgeschnitten, weil sie Angst hatte, Michael könnte uns anrufen und uns warnen. Denk nach, Bert. Es kann nur Jane sein. Sie will Emily holen. Wenn sie es wirklich war, dann hat sie das Haus leer vorgefunden und ist wieder abgefahren. Bestimmt nicht, erklärte Doris Whitaker mit Wir müssen weg, ehe sie zurück kommt. Emily, Emily, ich bin beim Packen, Großmama. Lass es, wir müssen sofort losfahren. Ich brauche meinen Hasen. Jetzt nicht. Doch, ich will ihn mitnehmen. Wir kaufen dir einen neuen. Ich will aber keinen neuen. Jane hörte, dass Emily den Tränen nahe war. Nicht weinen, Schatz, hätte sie am liebsten gerufen, nicht weinen. Ich will meinen Hasen. Hör jetzt endlich auf damit. Wir müssen fahren. Ach, das ist doch verrückt, sagte Bert Wedecker, als sie durch das Zimmer zur Tür ging. Warum fahren wir nicht einfach zur Polizei? Erst rufen wir Michael an. Er wird uns sagen können, was los ist. Und wenn ich mich getäuscht habe, umso besser. Ich will nicht nach Marthas Vignard, rief Emily weint. Ich will Sessel hervor. Die Schere hinter ihrem Rücken versteckt, trat sie ihren Schwiegereltern direkt in den Weg. Ich bin ja da, mein Liebes. Mami! Doris Whittaker schrie auf, und ihr Mann fuhr zurück, aber Jane achtete kaum auf die beiden. Sie sah nur Emily, die sich von ihrer Großmutter losriss und sich ihrer Mutter in die Arme warf. Jane umschlang sie mit dem linken Arm und überschüttete ihr kleines Gesicht mit Küssen. Das Erste, was Jane auffiel, als sie Michael in der Kanzlei seines Anwalts widersah, war, wie gut er aussah und wie selbstsicher er wirkte. Er hatte keine Ringe unter den Augen, die Schlaflosigkeit bezeugt hätten. Sein Ton war freundlich. Hallo Jane, sagte er unbefangen. Hallo, erwiderte Jane abweisend. Sie hätte ihm am liebsten mitten ins Gesicht gespuckt. Du hättest nicht herkommen sollen, sagte sie sich und kämpfte den Impuls nieder, dem Absatz kehr zu machen und aus dem Nobel eingerichteten Zimmer zu laufen. Du hättest Emily nehmen und mit ihr verschwinden sollen, statt auf deine Freunde zu hören und alles aufs Spiel zu setzen. Glaubst du denn im Ernst, dass Michael kampflos aufgeben wird? Tom Waddell führte Janes Anwältin ins Zimmer und forderte sie alle mit einer Handbewegung auf, in den vor seinem Schreibtisch gruppierten Sesseln Platz zu nehmen. Renee Bauer, die sich nach einem kurzen New Yorker Gastspiel in Boston niedergelassen hatte, war eine attraktive Frau, die ausgesprochen weich wirkte, jedoch als Anwältin eine Härte zeigen konnte, die bei ihren Gegnern gefürchtet war. Sie begrüßte Jane mit einem beruhigenden kurzen Nicken, ehe sie es sich in einem der Sessel bequem machte. Ich finde, wir sollten gleich zur Sache kommen, sagte Michael, nachdem Waddell ihn mit der Anwältin bekannt gemacht hatte. Wir sind für alle vernünftigen Vorschläge offen, erklärte Renee Bauer. Er hat als verantwortungsbewusster Vater auch nicht den Wunsch, seine Tochter gerade zur jetzigen Zeit, die für sie äußerst schwierig ist, von ihrer Mutter zu trennen. Er ist der Auffassung, dass dem Kind bereits genug Schaden zugefügt worden ist und möchte keinesfalls, dass sie noch mehr leiden muss. Er ist daher bereit, Mrs. Whittaker das Sorgerecht für Emily zu überlassen. Janes Blick flog zu Michael. War es möglich, dass er endlich auf die Stimme des Gewissens hörte und ihnen die Qualen eines Prozesses ersparen wollte? Und die Gegenleistung? fragte René Bauer. Im Gegenzug nimmt ihre Mandantin alle gegen Dr. Whittaker vorgebrachten Beschuldigungen des sexuellen Kindes Missbrauchs zurück. Meine Mandantin erhält das alleinige Sorgerecht? Dr. Whittaker wird ein großzügiges Besuchsrecht eingeräumt. Was heißt das? unterbracht Jane misstrauisch. Mein Mandant erhält das Recht, seine Tochter jedes zweite Wochenende und jeden Mittwochabend zu sehen. Er wird außerdem jeden Sommer einen Monat und dazu Weihnachten und Ostern eine Woche mit dem Kind verbringen. Die restlichen Feier und Ferientage werden zu gleichen Teilen zwischen den Eltern aufgeteilt. Kommt nicht in Frage, sagte Jane zornig. Erwartest du im Ernst von mir, dass ich einwillige, meine Tochter in den wenigen Stunden, die mir gegönnt sind, nur im Beisein irgendeiner Sozialarbeiterin zu sehen, die mich ständig mit Argus Augen beobachtet? fragte Michael. Das ist das Mindeste, was ich erwarte. Aha, du bist also bereit, alles zu riskieren. Denn das sage ich dir, Jane, wenn du mein Angebot nicht akzeptierst und deine Anwältin wird dir sagen, dass es ein verdammt gutes Angebot ist, werde ich kämpfen. Und wenn ich mit dir fertig bin, kannst du froh sein, wenn du unsere Tochter je wiedersehen wirst. Er schwieg, um seine Worte wirken zu lassen. Jane sah René Bauer an, doch diese hielt den Blick unverwandt auf Michael gerichtet. Bildest du dir wirklich ein, dass auch nur ein Mensch umherzugehen? Glaubst du, der Staatsanwalt wird dir mehr glauben als mir, wenn er erst von deiner hysterischen Amnesie hört? Glaubst du, er wird dann noch Anklage erheben? Und glaubst du, wenn es zum Sorgerechtsprozess kommen sollte, wird irgendein Richter dem Wort einer Frau Glauben schenken, die abgesehen davon, dass sie zeitweise völlig vergessen hatte, wer sie war, erwiesenermaßen zu Er hielt inne, aber er war offensichtlich noch nicht fertig. Und hast du eigentlich auch an Emily gedacht? An Emily? Ja, an Emily. Begreifst du nicht, was du ihr antun würdest, wenn du sie zwingst, in einem Prozess gegen ihren eigenen Vater auszusagen? Jane sprang so heftig auf, dass ihr Sessel ins Wanken geriet. Vergeblich versuchte ihre Anwältin ihn festzuhalten. Was ich ihr antue? Wenn ich dir schon gleichgültig bin, Jane, wenn es dir schon egal ist, wie sich diese ungeheuerlichen Beschuldigungen auf mein Leben auswirken werden, kannst du dann nicht wenigstens an unsere kleine Tochter denken? Du Schwein! Jane, mahnte René Bauer. Du bist wirklich das Letzte, zischte Jane und schlug mit der Faust auf die kalte Marmor Platte des Schreibtisch, das Waddell erschrocken zurückfuhr. Wie kannst du es wagen, alles so zu verdrehen? So ist's richtig, Jane. Hau du nur auf den Tisch. Das ist schon mal ein guter Anfang. Ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Jane, warnte René Bauer wieder, vergessen sie sich nicht. Vielleicht sollten wir diese Besprechung vertagen, dann haben sie Zeit, sich unseren Vorschlag durch den Kopf gehen zu lassen. Tom Waddell stand auf. Augenblick. Ich möchte mich doch vergewissern, dass ich das alles richtig verstanden habe, sagte Jane und begann ihrerseits im Zimmer auf- und abzugehen, während Michael sich hastig widersetzte. Du vermeidest das öffentliche Aufsehen und die unangenehmen Folgen eines unerquicklichen Prozesses. Du behältst deinen Posten im Krankenhaus und deinen tadellosen Ruf. Dafür erhalte ich das alleinige Sorgericht für Emily. Ich darf täglich für sie sorgen. Du darfst sie mittwochs abends und jedes zweite Wochenende belästigen. Jane um Gottes Willen rief Michael. Ganz zu schweigen von Ostern, Weihnachten und den Sommerferien, wenn du sie gleich eine ganze Woche beziehungsweise einen ganzen Monat. Ich glaube nicht, dass uns das weiter bringt, unterbrach Tom Waddell und begann seine Unterlagen zu ordnen. Hast du im Ernst erwartet, dass ich darauf eingehen würde? Jane blieb direkt vor ihrem Mann stehen. Nichts hätte sie in diesem Moment lieber getan, als ihm ins Gesicht zu schlagen. Michael streckte ihr herausfordernd den Kopf entgegen. Ich habe dummerweise geglaubt, ein Vergleich wäre in unser aller Interesse. Jane hielt die Hände eisern an ihre Seiten gepresst, und begriff, dass ihre einzige Hoffnung zu siegen und Vergeltung zu üben darin lag, die Ruhe zu bewahren. Es ist zweifellos in deinem Interesse und vielleicht auch in meinem, sagte sie, zu ihrem Sessel zurückkehrend, aber es ist nicht in Emilies Interesse. Sie sah Renée Bauer an, die sich zu ihr neigte und ihr die Hand drückte. Außerdem ist es für Vergleiche jetzt viel zu spät. Michael lachte bitter. Was soll das heißen? Jane ließ ihre Anwältin für sich sprechen. Ich komme eben von der Staatsanwaltschaft, sagte Renée Bauer. Der Staatsanwalt ist bereit, Anklage gegen sie zu erheben. Michael wandte sich seinem Anwalt zu. Der Staatsanwalt weiß, dass er mit einer solchen Anklage niemals durchkommen wird, erklärte Tom Waddell im Brustton der Überzeugung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich aufgrund der Aussage eines leicht beeinflussbaren Kindes und seiner gemütskranken Mutter auf einen Prozess einlassen wird. Er lächelte Jane an, als hätte er ihr gerade ein großes Kompliment gemacht. Wir stehen nicht mehr allein, entgegnete Renée Bauer, und Jane sah, wie das Lächeln auf seinem Gesicht gefror. Was soll das heißen? fragte Michael. Entschuldigen Sie mich nur einen Augenblick, sagte Renée Bauer und stand auf. Ich denke, ich kann Ihnen die gewünschte Aufklärung geben. Sie eilte aus dem Zimmer. Was zum Teufel hat das zu bedeuten, Jane? fragte Michael scharf. Regen Sie sich nicht auf, riet ihm sein Anwalt. Mrs. Bauer ist für ihre Theatereffekte bekannt. Knapp eine Minute später erschien Renée Bauer wieder. Sie wurde von Paula Marinelli begleitet. Paula, Gott sei Dank, rief Michael. Wir haben die ganze Woche versucht, sie zu erreichen. Er sprang auf, nahm sie bei der Hand und führte sie zum Schreibtisch. Tom, das ist Paula Marinelli, meine Haushälterin. Sie hat mir bei der Betreuung meiner Frau geholfen. Sie weiß besser als jeder andere, in was für eine Verfassung Jane sich damals befunden hat. Es wird sie vielleicht interessieren, was Mrs. Marinelli zu sagen hat, bemerkte Renée Bauer und nickte Paula aufmunternd zu. Wie konnten sie das tun, Dr. Whittaker? fragte Paula leise, mit tonloser Stimme. Ich habe ihnen vertraut. Nein, für mich waren sie ein Heiliger. Wie konnten sie mich so hinter gehen? Wie konnten sie meine kleine Tochter so verletzen? Michaels Gesicht wurde aschfahl. Verletzen? Mein Gott, ich habe ihr das Leben gerettet. Ja, das ist wahr, bestätigte Paula, und dafür werde ich mein Leben lang dankbar sein. Ich schlage vor, sie erzählen uns jetzt, was sie dem Staatsanwalt gesagt haben, sagte Tom Waddell, dessen Blick verriet, dass er die Situation erfasst hatte. Als meine Tochter Christine plötzlich Albträume bekam, begann Paula den Blick auf Michaels Anwalt gerichtet, dachte ich zuerst, das wäre eine Phase, die alle Kinder irgendwann einmal durchmachen. Ich habe die Träume nicht weiter beachtet, auch nicht, nachdem meine Mutter mir gesagt hatte, dass da ihrer Meinung nach mehr dahinter steckte. Als Christine mir sagte, sie wolle nicht zur Untersuchung, weil der Doktor sie immer so komisch anfasste, dachte ich mir an, wo er sie anfassen müsse, um sie wieder gesund zu machen. Ich hörte ihr einfach nicht zu. Einmal habe ich sie sogar dafür verhauen, dass sie sich so schlimme Geschichten ausdachte. Tom, das ist absolut lächerlich, fuhr Michael dazwischen. Muss ich mir diesen Quatsch wirklich anhören? Ich denke, es wäre gut, wenn sie sich setzen, riet ihm der Anwalt. Michael sank in seinen Sessel wie eine Gummipuppe mit einem Loch in der Seite. Jane hörte förmlich, wie die Luft entwich. Als ich Janes Geschichte hörte, fuhr Paula fort, als ich hörte, was Dr. Whittaker mit seiner eigenen kleinen Tochter getan hat, wurde mir mit einem Schlag klar, dass alles, was Christine mir erzählt hatte, wahr war. Ich war so entsetzt, dass ich mich überhaupt nicht mehr rühren konnte. Es war so, als hätte mir jemand das Herz aus dem Leib gerissen. Paula schüttelte noch immer fassungslos den Kopf. Ich habe diesem Mann mehr als meinem Kind geglaubt. Ich habe die Hilferufe meiner Tochter überhört, weil ich ihm rückhaltlos vertraute. Immer habe ich alles, was er von mir verlangte, ohne Frage getan. Ich setzte seine Frau unter Drogen und hielt sie von ihrer Familie und ihren Freunden fern. Ich gab ihr Tabletten und Spritzen, manchmal rund um die Uhr, wenn er es angeordnet hatte. Ich sah zu, wie sie litt und tat dass er seine eigene Tochter und dass er meine Tochter belästigt hat. Ich bin bereit, das unter Eid auszusagen. Ich freue mich darauf, aussagen zu können. Das ist es, was ich dem Staatsanwalt gesagt habe. Mehrere Sekunden lang blieb es völlig still. Dann brach René Boer das Schweigen. Ich denke, die Herren werden das alles erst einmal verarbeiten müssen. Sie stand auf. Ich schlage vor, wir lassen Ihnen Zeit zum Nachdenken. Sie wandte sich an Michaels Anwalt. Sie werden mich anrufen? Tom Waddell nickte stumm. Michael vergrub den Kopf in den Händen, als René Boer Jane und Paula aus dem Zimmer geleitete. Schweigend fuhren die drei Frauen im Aufzug zum Foyer hinunter. Erst als sie auf der Straße standen, wandte sich Jane zu Paula und sagte, wie kann ich Ihnen jemals danken? Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Ich muss Ihnen danken. Jane nahm die junge Frau in die Arme. Passen Sie gut auf ihr kleines Mädchen auf. Sie auch, sagte Paula leise, ehe sie davon ging. Jane sah ihr nach, bis sie um eine Ecke bog und verschwunden war. Und wie geht's jetzt weiter? fragte sie René Boer. Mit der Strafsache haben wir nichts mehr zu tun. Die liegt in den Händen der Staatsanwaltschaft. Und Emily? Ich glaube nicht, dass wir da noch auf Schwierigkeiten stoßen werden. René sah auf ihre Uhr. Es ist zwar noch ein bisschen früh fürs Mittagessen, aber irgendwie habe ich Hunger. Wie ist es mit Ihnen? Jane lächelte. Im Zweifel erst mal was essen, sagte sie. Dann warf sie den Kopf zurück und lachte. Also, gehen wir. Ich bin völlig ausgehungert.